Mal schauen. Wir streamen heute einige Stunden lang. Vielleicht wird dann irgendwann die Moral lachser. Einige Stunden lang. Vielleicht wird dann irgendwann die Moral lachser. Und warum ist das? So. Ähm, so. Normalerweise sollte Twitch immer lautlos sein. Es hat sich heute entschieden, das mal anders zu machen, aber jetzt ist die Schleife auch wieder beendet. Ja, wir streamen heute bis mindestens 22 Uhr und dann höchstwahrscheinlich noch ein gutes Stück darüber hinaus. Und ich streame auf keinen Fall alleine. Ihr könnt oben am oberen Bildrand schon sehen, wer alles zu Gast ist. Ja, das Echo ist auch zu Gast, aber ich hab's wieder rausgeschmissen. Die sind alle gerade noch stumm geschaltet, aber die können gleich jederzeit sich hier rein, naja, tönen und Hallo sagen. Und wir werden die auch gleich mal ein bisschen durchgehen und drüber reden, was heute alles passiert. Und wir starten dann auch. Wir haben ein längeres Programm, um mit Leuten über Dinge zu reden. Und über Leute. Und vor allen Dingen darüber, was wir gerade so machen in der kleinen, kuriosen, aber kreativen Szene von Leuten, die online und in Real Dinge mit Pen-and-Paper-Rollenspielen machen. Und wie das gerade aussieht, gerade für die Leute, die sich real an Spieltischen treffen, wenn man das nicht mehr machen sollte, weil man ansonsten seine Freunde ansteckt. Und das gilt allgemein als extrem unhöflich. Dementsprechend, ähm, oh ja, da sind schon eine Menge Leute im Chat. Hallo! Ich werde auch in den Chat reinschauen und Nico ist ebenfalls da und guckt rein und moderiert. Das heißt, wenn ihr Fragen habt an die einzelnen Leute, wie es gerade geht, wie es läuft und überhaupt, dann könnt ihr da einfach rein tippen und mit höchster Wahrscheinlichkeit werden wir es sehen. Und wenn es das erste Mal durchkommt, dann ist das kein Böswilligkeit, sondern nur liegt das daran, dass ich gerade in die falsche Richtung schaue und Nico eben mir, keine Ahnung, was zu trinken besorgt. Er ist heute die Versorgungsstelle und Überwachungsstelle. Die erste Person, mit der wir heute länger reden werden, ist auch die, die direkt neben mir oben in der Leiste schon drin ist. Das ist der Dan. Ja, genau. Schaut sich rechts und links um. Der Herr mit Bart. Moment, Moment, Moment. Die meisten Herren hier haben Bart, aber das, äh, naja. Wenn man zu Hause bleibt, warum überhaupt rasieren? Ja, gut, das habe ich jetzt schon längere Zeit nicht gemacht, also... Doch, doch, ich glaube, hier hast du regelmäßig gekürzt, würde ich jetzt mal unterstellen. Ja, gut, das schon, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt im Moment, meine Haare sind komplett außer Fassung, weil jetzt die, äh, die Friseure ja zu haben, aber ich glaube, ich komme klar, ja. Ja, ja, ich glaube, du hast ja, du hast ein bisschen Sicherheitsabstand jetzt, bis es mir zuwirr wird. Genau, genau, ein bisschen Zeit habe ich noch, ja. Oben, ihr seht, ihr seht dann auch, ähm, die Züdi, die ist dann als zweite dran, Ben & Paper, der ist heute ein bisschen später, hat er einen Slot und wird mit uns heute Abend auch spielen, hat sich schon freiwillig gemeldet. Wir machen so eine Art Staffelübergabe-Rollenspiel, mal schauen, wie chaotisch das wird und er wird als Erster den Staffelstab nach mir aufnehmen. Alex von der W20-Show und Patrick Götz vom Uwek Verlag ist auch schon da. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, Patrick Götz hat gestern beim technischen Test die besten Hintergründe gehabt, einen Pulli, der großartigen Augenkrebs ausgelöst hat. Das hebe ich mir für später auf. Ah, wir kriegen von dir noch eine Modenshow und du wirst dich dann niemals... Zumindest das mit den Hintergründen, das mit dem Pulli weiß ich nicht, ich glaube nicht. Da muss ich ja mal ein Fenster mal breiter ziehen, ich habe gar nicht gesehen, ist der Patrick da, als ich dachte, hier bei der W20-Show hört es auf. So ist das. Ja, so ist das. Nee, wir werden zwischendurch so viele Leute hier drin haben, wie Bock haben, sich irgendwie reinzuschalten. Wir haben zwar einen Plan, der durchgeht, dass jeder irgendwie so eine halbe Stunde Zeit hat, wo man im Fokus steht und das ist jetzt die halbe Stunde von Dan. Aber wir werden immer Leute drin haben, die dann zwischendurch auch Fragen stellen können und rein- und raushüpfen. Ja, das ist ziemlich chaotisch organisiert, auch alles sehr spontan. Dafür hat es aber bis jetzt ganz gut geklappt, innerhalb von zwei Tagen, anderthalb Tagen eher. Ich glaube, die Idee entstand vorgestern Abend, gestern wurde dann alles organisiert und jetzt sind tatsächlich quasi alle Leute da und haben freundlicherweise mir auch schon ein paar Infos an die Hand gegeben, damit ich nicht die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund irgendwie noch am Googlen bin oder sonst was und überlege, worüber wir reden. Das heißt, wir sind quasi vorbereitet. Und halbe Stunde, der Dan, du bist ein Streamer, ein YouTuber, was Rollenspieler angeht. Kein Streamer, kein Streamer. Sondern nur aus der Dose. Ich mache Videos im Moment, ja. Aber ich habe in letzter Zeit viel Interesse daran gehabt. Oder ich habe so die Fühler mal ausgestreckt, auch zum Thema Livestreams. Ich habe noch nicht gestartet, aber ich habe schon Leute angeschrieben. Und dann sehe ich auf einmal im Discord, dass hier was abgeht. Und dann dachte ich, ich frage einfach mal. Und ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier den ersten Slot habe. Weil ich bin einer der Letzten, die gekommen sind. Und die wurden dann einfach so in die Vorschau gepackt, da wo noch keine Leute da sind. Das ist auch nicht so schlimm. Aber es macht aber Sinn, dass ich den ersten Slot habe. Weil ich bin ein ganz großer Verfechter auf YouTube, was das Thema Midgard angeht. Und Midgard ist natürlich das älteste deutsche Rollenspiel. Das wissen wir ja alle. Und dementsprechend passt das auch schon thematisch ganz gut. Ja, ihr wart früher dran. Ich weiß. Wenn man zum Beispiel über das schwarze Auge redet, muss man auch immer sagen, das älteste kommerziell groß erfolgreiche Rollenspiel. Weil Midgard natürlich früher dran war. Wobei Midgard ja diese kuriose Entwicklung hat, dass es ein Vereinsprojekt war und dergleichen. Und in dem Sinne seine Geburt nicht als kommerzielles Produkt hatte, sondern als Fanprodukt. Seit wann spielst du Midgard? Midgard war tatsächlich mein Einsteigerspiel. Da habe ich so, ich würde mal sagen, 2004 gespielt. Dann habe ich lange aufgehört. Also ich habe drei Abenteuer gespielt oder so. Dann haben wir aufgehört. Dann haben DSA gespielt. Eine sehr lange Zeit. Deswegen bin ich auch froh. Ich habe DSA 4.1 alles im Regal. Da bin ich jetzt stolz. Ich bin ein gemachter Mann. Ich habe Toilettenpapier und DSA 4.1 als Künstler. Das heißt, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, kannst du immer noch dein DSA 4.1 loswerden und von den letzten paar Superreichen. Das werde ich nicht los. Auf gar keinen Fall. Das ist nämlich bei mir immer noch ein Thema. DSA 4.1 jedenfalls aktuell. Ja, und dann haben wir halt zwei Jahre so lose DSA gespielt. Und dann halt kam der richtige Durchschlag dann bei Midgard. Und ja, und dann ging das auch irgendwann los dann mit meinem Kanal. Dass ich dann aktiv, also richtig aktiv bin ich so seit 2015 auf YouTube. Und alles mögliche mache ich da. Ja, hauptsächlich halt. Also es ist alles, sagen wir mal, abseits vom Mainstream, kann man so sagen. Ich bin schon eine Nische in der Nische so ein bisschen. So würde ich mich definieren, sage ich mal. Gibt es im Rollenspiel einen Mainstream? Der Mainstream lässt sich dann wahrscheinlich beschränken auf Dungeons & Dragons und DSA. Oder wie fasst du dann Mainstream? Oh, vielleicht Shadowrun noch. Also das sind ja so, das ist ja das große Triumphirat. Cthulhu steht auch nochmal so dazwischen. Da mache ich auch ein bisschen was, aber nicht so viel. Also ich sage mal so, ich versuche im Moment, es hat sich ja, mein Kanal hat sich geändert. Immer wieder. Neu erfunden und so. Und mittlerweile bin ich halt auf dem Trichter. Ich möchte gerne auch außergewöhnlichen Sachen eine Plattform bieten. Sprich Midgard. Also ich kann von mir behaupten, ich bin der einzige große YouTuber mit 600 Abonnementen, der Midgard macht. Also ich bin damit auch der Größte so. Aber ansonsten bin ich nur ganz, ganz klein unterwegs. Im Gegensatz jetzt zu Ben Paper oder ihr mit euren mannifachigen Followern und so weiter. Dafür spielen wir kein Midgard. Was übrigens ganz, ganz, ganz offen nicht daran liegt, dass wir nicht daran interessiert werden, sondern wir haben einfach keine Ahnung von Midgard und müssen uns erstmal reinarbeiten. Ich habe einmal Midgard gespielt oder zwei, dreimal und das war noch im 20. Jahrhundert und ich weiß nicht mal, welche Edition es war. Das ist nicht schlimm. Das wird wahrscheinlich Midgard 4 gewesen sein. Wir haben einen Spieler dabei, der hat irgendwie vor 20 Jahren das letzte Mal Midgard gespielt. Der ist dann wieder in die Gruppe eingestiegen. Der hat einen halben Tag gebraucht, also so zwei, drei, vier Stunden. Da war der wieder drin. Also ich habe auf meinem Kanal zum Beispiel auch mal einen Vergleich gemacht. Midgard 2 von 1983 oder 1984 zu Midgard 5. Und man erkennt die Regeln noch. Es ist das gleiche System geblieben. Und das ist der Unterschied zwischen DSA und Midgard. Weil Midgard ist ein Destillat aus Regeln und ist immer weiter gewachsen. Und DSA hat sich immer wieder neu erfunden und ist immer größer geworden. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Aber ja, Midgard ist halt nur eine Säule. Die zweite Säule ist auch im Moment Fade. Und da gucke ich rüber zum Patrick. Ja, Patrick, die Heimat des Fade in Deutschland. Genau. Der Dominik Pielarski, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Er und ich, wir haben so ein gutes Verhältnis entwickelt. Und wir haben da schon einiges gemacht. Oder ich habe einiges dann über Fade gemacht. Abenteuerwelten sind ein ganz, ganz, ganz tolles Thema. Gerade jetzt in der Corona-Krise. Falls ihr noch nicht wisst, was Abenteuerwelten sind. Das sind so ganz dünne Heftchen. Ja, morgens gekauft und nachmittags oder abends könnt ihr es schon leiten. Mit Fade. Wunderbare Abenteuerwelten. Alles da. Geht ein bisschen unter. Ja, ich gucke gerade rüber in den Chat, wo sich übrigens fleißig darüber gestritten wird, welche Ausgabe von Midgard die beste ist. Es scheint sehr geteilte Meinung zu sein, ob Fünf jetzt taugt oder nicht. Ich habe den Chat extra ausgemacht. Mir ist schon klar, dass du in den Chat guckst. Kein Problem. Mir ist das vollkommen bewusst. Ich würde sagen, für die, die die volle Dröhnung wollen, die sollen Midgard 4 spielen. Aber für Einsteiger ist gerade Midgard 5 eine ganz, ganz tolle Sache. Auch wenn es jetzt nicht so einfach ist wie viele andere Sachen, die es im Rollenspielmarkt gibt. Genau. Das würde ich so sagen. Aber da kann jeder sein eigenes Rezept entwickeln. Und wir spielen jetzt Midgard 5. Aber ich baue immer wieder noch mal was von Midgard 4 mit ein. Das ist nämlich überhaupt kein Problem. Das kann man einfach so machen. Da sich ja zwar Leute in unserem Chat streiten über Midgard 5 und andere Ausgaben, gehe ich davon aus, dass einige davon sich durchaus damit auskennen. Ansonsten wäre das ziemlich müßig. Aber magst du für die, die nicht so mit Midgard vertraut sind, abgesehen davon, dass es das älteste deutsche Rollenspiel ist, kurz zusammenfassen, was es ausmacht und auch was das Setting ausmacht? Also was Midgard ausmacht, ist erst mal ganz, ganz klar, dass es super familiär ist. Das ist für mich das Wichtigste bei Midgard überhaupt. Weil einfach die ganzen Namen, die man da entdeckt, seit über 30 Jahren, sind fast immer die gleichen geblieben. Und man hat immer das Gefühl, dass das so ein Ding ist, was so in der Familie entsteht. Weil halt die Elsa und der Jörg Franke, die sitzen da schon Ewigkeiten dran. Und der Hajo Meier zum Beispiel, der hat jetzt das Midgard-Forum, in das ich alle einladen kann, übertreibt der 20 Jahre. Und es hat sich halt leider so entwickelt, dass die Midgard-Community ein bisschen abgeschottet ist. Aber die sind offen für alles und für viele neue Dinge. Und deswegen kommt gerne mal rein und stellt Fragen, kein Problem. Aber zum Midgard-System. Für mich ist Midgard nicht so kompliziert und kleinteilig wie DSA. Aber tief genug, also tief genug, um halt jahrelange Kampagnen ohne Probleme zu spielen. Also es ist für mich in der Mitte so zwischen Savage Worlds und DSA, würde ich mal so sagen. Interessante Spanne, interessantes Kampagnen. Weil Savage Worlds ist für mich schon ein leichtes, aber trotzdem nicht so ganz runtergebrochenes System. Und DSA ist für mich sehr, sehr kleinteilig. Und das liegt genau in der Mitte. Und das ist genau mein Thema. Deswegen, das finde ich eigentlich ganz gut so. Es bildet alles ab mit einfachen Regeln. Und ja, da kann man sich dann, das System funktioniert von A nach B, von vorne nach hinten, von oben nach unten. Und ich brauche mich um das System überhaupt nicht kümmern. Das funktioniert schon seit 20 Jahren. Ich konzentriere mich dann eher auf die Welt. Und die ist jetzt mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Dann da kam ja jetzt erst der Weltenband raus, 2019. Und das ist bei Midgard was Neues gewesen. Ja, und Midgard hat immer die Eigenschaft für mich, dass es sich so anschleicht. Es war irgendwie so, und übrigens, gerade ist Midgard V rausgekommen. Ja, ja, ja. Dann war es da. Weil das einfach nur zwei Leute machen. Natürlich nicht zwei Leute alleine. Aber es ist, der Jürgen E. Franke macht die Regeln. Die Elsa Franke macht den Shop. Und dann gibt es dann noch zwei, drei, vier, fünf Leute. Und damit ist das Thema schon fast erledigt. Und die arbeiten da dran, ganz, ganz engmaschig mit der Community zusammen. Und die zwei gehen auch auf Conventions jedes Jahr auf viele. Also auf den eigenen Midgard-Cons. Und die lernen, die spielen mit den Spielern. Die bekommen direktes Feedback und so weiter. Und deswegen sage ich, das ist so ein gemütliches Dasein im Midgard-Universum. Da kommt halt dann im Jahr, vielleicht kommen da zwei Videos, zwei Bücher raus. Aber sie kommen raus. Abenteuer, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber vielleicht so zwei Bücher im Jahr. Und dann hat man da auch die Ruhe weg. Das ist das Schöne. Es entschleunigt. Das ist fantastisch. Ja, und das ist jetzt das Thema, gerade für Einsteiger. Die Welt. Das Buch heißt Die Welt. Und das ist ein Weltenband, das jedes Land anreißt. Das gibt es bei DSA schon bestimmt seit 20 Jahren, würde ich mal sagen. Bei Midgard ist es jetzt neu. Und ja, das ist wirklich für Anfänger und für Fortgeschrittene das wichtigste Buch der letzten 20 Jahre. Okay, also wenn ich eins haben müsste, dann das. Das gehört. Ich habe früher gesagt, der Kodex, also das Grundregelwerk und das Magiebuch, das ist Midgard. Und mittlerweile muss die Welt noch dazu. Okay. Du hattest eben auch das mit Fade angesprochen, mit den Fade-Welten und dass das gerade jetzt ein interessantes Thema ist. Ich nehme an, weil man sich damit beschäftigen kann, einigeln und irgendwie ein paar Tage später hat man sein eigenes kleines Weltenheftchen. Oder weil man jeden Tag was anderes ausprobieren kann? Nee, ja, das sind ganz, ganz kurze Module für Fade. Also Fade ist ja umsonst. Also nein, umsonst ist es gratis zu bekommen. Ja, Patrick grinst. Und das sind die Regeln. Und die habt ihr dann schon daheim. Und dann holt ihr euch so ein Setting und dann spielt ihr zum Beispiel The Masters of Um da und geht dann irgendwie mit Laser-Dinosaurier irgendwo in alte Indiana-Jones-Tempel und werkt irgendwelche Artefakte. Oder ihr fahrt mit einem Eisbrecher, mit einem Dampfschiff-Eisbrecher durch das Meer und all solche Geschichten. Also es geht darum, 30, vielleicht 40, vielleicht 50 Seiten, kleines Format, Abenteuerwelt, angerissen und dann let's go. Das ist doch für die Handtasche, einfach mitnehmen und spielen. Und das ist in Deutschland noch nicht so angekommen, glaube ich. Das wissen viele gar nicht. Könnt ihr alle bei mir auf dem Kanal euch ansehen, was es da alles gibt. Es gibt ja tatsächlich schon, Patrick ist am Nicken, aber es gibt ja tatsächlich auch unter anderem dank Patrick und Dominik eine ganze Reihe auch von deutschen Settings, die rausgekommen sind und mit Wettbewerben und allem. Und, aber das heißt, ja, du hast auf deinem Kanal auch viele von diesen kleinen Settings dann mal angerissen und reingeguckt. Genau, genau. Das sind so, also ich würde sagen, auf Deutsch gibt's jetzt, Patrick, kannst du dich gerne mal reingrätschen? Du bist da der Ansprechpartner. Im Deutschen gibt's so zehn Settings, glaube ich. Ein bisschen weniger, glaube ich, sind's. Aber ich glaube, es gibt vier originaldeutsche Settingbücher für uns. Bei Wupps Kreuzer Möwe. Das mit den Geistern in der Mauer. Ja. Opus. Magnum. Nee, Magnum. Märchenkrieger Los und Nest ist übersetzt. Barbaricum. Barbaricum, genau. Das sind vier Deutschen. Und dann haben wir halt noch Masas of Umba, Nest. Tientia. Ja, als großes Setting, das ist jetzt nicht eins für den kleinen Abwehrdecken. Und noch, äh, da fehlt noch nixens eins. Ja, 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 und es gibt da noch so ein Deponier. Igeleis, Igeleis, Igeleis. Igeleis, jawohl. Auch noch nie gehabt Detektivabenteuer in Rom. Ja, ganz interessantes Thema. Naja, mit Lex Arcana gibt es zumindest manchmal Detektivzeugs mit Übernatürlichem in Rom. Aber, ja, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die durchaus auch Fan von einer gewissen Romanreihe ist, die Detektivarbeit in Rom irgendwie fördert. Deswegen finde ich Igeleis durchaus auch interessant. Also ich kann auch an die anderen da oben im, äh, im Zoom, wenn ihr irgendwas einwerfen wollt, könnt ihr gerne reingrätschen. Also mich, mich stört es überhaupt nicht. Also, ähm, gerne rein damit, dann, dann kommt das auch alles in den Fluss, sag ich mal, ne? Kein Problem. Äh, wenn eine Frage im Chat ist, wie gesagt, ich hab nicht offen. Ja, ja, ich versuche, ich versuche ein Auge drauf zu haben. Gerade wird immer noch, ähm, wird immer noch teilweise über die Vorteile und Nachteile von Midgard diskutiert. Ja, ich glaube, ich glaube, es hat alles keine Vor- und Nachteile. Es hat alles nur so seine, seine Art, wie es sich anfühlt, seine Regeln, ähm, und jeder muss sich halt einfach zu Hause fühlen. Und dementsprechend würde ich da gar nicht über Vor- und Nachteile diskutieren. Ähm, auch wenn ich es gerne mal gemacht habe, ähm, weil ich mich damit beschäftigt habe. Aber mittlerweile ist das, was am Ende unterm Strich bleibt, ist einfach, dass man sagt, es gibt keinen, der da irgendwie die Nase vorne hat. Und dementsprechend, ähm, ja, einfach spielen und Spaß haben. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ich komme jetzt auch bald wieder zurück zu DSA. Aber das nicht im Original, also nicht DSA 4.1, sondern die harte Schale Hausregeln. Ja. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Ja, ich weiß, ähm, dass, dass, dass ihr Haus, quasi, äh, Sets an Hausregeln habt. Und, ähm, ich unterstelle, dass quasi jeder DSA 4.1 mit Hausregeln gespielt hat, weil kaum jemand den gesamten Regelkorpus so exakt in Übersicht und im Zusammenhang gespielt hat. Aber geh mal, magst du mir mal kurz erläutern, wie genau, was genau ihr da gebaut habt und mit welcher Intention? Ich hab gar nix. Du hast, du hast, du hast, ja, ich bin nur der, der dann auch so einem, so einem Projekt, so eine Plattform gibt halt, ne? Ich bin ja durch Zufall draufgekommen, durch den Farmalores 3820. Irgendeine Schuppe halt von Farmalore, ja. Ähm, mit dem ich, äh, auch immer mal wieder, äh, schreibe und so weiter. Wir, 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 wir geben uns Updates, wir machen auch mal Gespräche miteinander, die wir aufzeichnen. Ähm, ähm, und der sagte, hier, guck dir das mal an, ich hab mir das bestellt und es ist jetzt so, der harte Schale, der ist im DSA-Forum, der hat, äh, weit über zehn Jahre lang Hausregeln geschrieben für DSA. Und hat alles, was unbalanced ist, was gefehlt hat, ähm, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat an mancher Stelle, zum Beispiel der Reiterkampf und solche Dinge, hat er alles geregelt und über 15 Jahre auch gespieltestet, andauernd, andauernd, und hat da die harte Schale Hausregeln geschrieben. Und wir haben in einem Mammutprojekt, ich weiß nicht, 20 Folgen oder sowas, in denen wir detailliert über diese Hausregeln sprechen. Das sind 180 Seiten, ähm, und dort, wo kommt ihr, auf meinem Kanal findet ihr das, äh, die ganze Philosophie dahinter, hinter diesem Projekt, was über 15 Jahre lang gelaufen ist. Und, ähm, das ist Wahnsinn, was da an Mathematik, an Verständnis, an DSA, äh, reingeflossen ist. Ich würde behaupten, dass, äh, über 90 Prozent der DSA-Spieler von den meisten Formeln, die er im Schlaf aufsagen kann, noch nie was gehört haben. Ja, davon gehe ich fest aus, ja. Also, ich weiß, dass irgendwo eine Mathematik und Wahrscheinlichkeiten hinter, hinter DSA 4.1 stecken, aber ich habe nie die Muße gehabt und nie den, den Willen, mich da reinzufuchsen. Ich bin froh, wenn das andere Leute machen. Der hat halt, der hat sich hingesetzt, er ist auch, äh, wissenschaftlicher Arbeiter und hat in, 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 in jedes System analysiert und, 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 und verändert, angepasst. Da geht es teilweise nur um, 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 um einen, äh, einen Punkt oder einen Punkt weniger, der komplette Formeln umschmeißt und, ähm, den kannst du wecken und der, der sagt dir sofort die Formel für alles. Moment, gibt es dann tatsächlich funktionierende Regeln für dreidimensionalen Kampf mit Fliegenden? Ja, für alles, für alles. Das ist das, ich sage, ich sage jetzt, wie es ist, Midgard-Fans setzen sich hin und, und schreiben, äh, Weltbeschreibungen oder Amulette oder Abenteuer oder sonstige Dinge. Und ein DSA-Fan setzt sich hin und macht das 4.1 spielbar. Das ist der Unterschied, ja. Ein paar DSA-Fans haben das gemacht. Ich habe, okay, zugegeben, meine, meine liebste DSA-Edition ist und bleibt, äh, drei. Das ist die, mit der ich mich immer am wohlsten gefühlt habe, aber ich habe einen Heim-Respekt vor Leuten, die 4.1 tatsächlich übersichtlich spielbar machen und einen Überblick haben über ein, über irgendetwas in Form von Balancing und funktionierenden Regeln. Das ist ja das Schöne an DSA, dass es so groß ist und, und das ist auch, es ist aber auch nicht zu leisten von einer normalen Redaktion, so ein riesen Ding hundertprozentig am Laufen zu halten. Das klappt bei Midgard auch nur, weil halt ein Regelautor da ist. Ja. Und der hat alles im Blick. Aha. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was, was, was du vorstellst und was du leitest. Wenn du spielst, wenn du mal die Chance hast, Spieler zu sein, was, was ist dann dein Favorit eigentlich? Ähm, ich habe sehr, ich habe eigentlich fast ausschließlich die Gelegenheit, Spieler zu sein. Das Einzige, was ich im Moment leite, ist Star Wars, ähm, aber ansonsten bin ich bei Midgard, ich spiele Midgard. Ähm, genau. Aber was, ja, Midgard, ganz klar. Okay. Das ist, das ist eine, 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 eine und große Wareliebe des Rollenspiels offensichtlich bei euch. Ja, es sind, es ist nicht nur das Rollenspiel, es sind halt auch die Leute dahinter, ne, das ist halt auch das Thema. Und, ähm, ich würde, also, ich bin super offen jetzt auch, dass, ich will jetzt gerne auch noch eine neue Gruppe irgendwie mal organisieren, für mich so, äh, oder mal auftun, ähm, für alle möglichen Dinge, die man einfach mal so erleben kann in der Welt von Pen & Paper, so abseits von Fantasy. Aber da bin ich jetzt, habe ich jetzt erstmal so langsam angefangen, das muss ich jetzt entwickeln. Und da ist natürlich diese ganze Corona-Sache mit den ganzen Online-Runden, sagen wir mal, förderlich. Ich, ich würde es nicht sagen, dass es jetzt gut ist, dass es so ist, wie es ist, aber, ähm, dadurch passiert jetzt ganz, ganz viel im Rollenspielsektor, auch im Online-Sektor. Und, ähm, es rumpst. Und ich glaube, dass das viele Leute auch mal da hinbringt, ja. Ja, also, ich glaube, ich glaube, dass viele Leute jetzt dann, dann es einfach mal ausprobieren. Ich kenne es ja von, von mir selber auch, dass ich lange Zeit gesagt habe, Online-Spielen, ähm, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil für mich halt der Fokus immer dann war, die Leute auch im Real zu sehen und einschätzen zu können. Aber, wenn man es einmal ausprobiert hat und es halbwegs lief, ist man vielleicht bereit, da länger dann auch dabei zu sein. Und es macht es immer leichter, Leute zu finden. Also, ja. Vor allem für diese ganzen kleinen und Kleinstsysteme, wo es einfach halt nur tausend Leute in Deutschland gibt, die das spielen. Ich bin kein Fan von Online-Rollenspiel. Ähm, ich bin, ich mag das ins Gesicht zu sehen. Genau das. Ähm, ich bin nicht so ein Fan davon, aber ich kann mich damit anfreunden. Und ich weiß, dass es funktioniert und, und es toll umgesetzt werden kann. Ähm, genau. Und werde es auch tun, natürlich. Aber, äh, wenn es mir meine Möglichkeit ist, dann gehe ich natürlich lieber zu einer Tischrunde raus, ne, unter Menschen. Das ist dann auch ein Thema. Aber geht jetzt leider nicht. Näh, näh. Also, es geht, aber es wäre höchst unverantwortlich. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, in welchem Bundesland sitzt du? Wir sind bei dir gerade. In Hessen. In Hessen. Ja, du warst auch schon hier, hast Fotos oder, äh, hast du was gedreht in Weilburg? Mhm. Ähm, ich glaube, das war zu Hexen. Ja, 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 zu Hexen damals noch, ähm, auf dem Barockschloss. Ja. Genau. Ähm. Ich könnte jetzt hier... Das ist jetzt aus dem Fenster. ... zum Foto machen. Ja, ja. Ich wohnen direkt im Blick, ne. Ja, Weilburg. Wirklich ein, äh, ein, ein, ein schöner Ort. Ich benenne dich fest ein bisschen. Also, wir waren immer nur zum Eis essen da quasi. Ja, gut. War ja nach vorne. Ja, wir waren quasi Nachbarn. Das ist wieder typisch. Achso, da kommt, da kommt die Stimme aus dem Off. Grüße gehen raus. Ja, Grüße, Nico. Ja. Nico, die, äh, die, die technische und Snack-Hilfe. Ja, und ich möchte halt jetzt dazu nochmal was sagen, jetzt gerade in Weilburg, ich hab's jetzt gerade eben getwittert, kurz bevor eigentlich der Livestream losgehen. Wir haben gestern ein Video bekommen, ähm, aus dem Lidl in Weilburg, da hat ein Kunde die Nerven verloren, ist ausgerastet, warum auch immer, und hat dort den halben Laden mit einem Feuerlöscher eingesprüht. Der Laden ist jetzt quasi verwüstet, also seit gestern Abend, ähm, es ist keine Ahnung warum, und ich würde gerne alle Leute da draußen sagen, hört auf mit dem Scheiß. Ich denke mal, dass keiner von den Zuschauern so weit geht und ausrastet wegen Hamsterkäufen. Ich hoffe doch. Aber das ist jetzt eine Situation, also ihr könnt gerne auf meinem Twitter-Account mal schauen, ähm, das ist eine Situation, das kann ja nicht sein. Es ist im Moment keine geile Situation für den Handel, und dann wird noch der halbe Laden, äh, unter, äh, unter Schaum gesetzt quasi. Also die komplette Obst- und Gemüseabteilung ist verwüstet, das kann man alles wegschmeißen, ja. Ich glaube, darüber werden wir heute auch noch sprechen, was, äh, also die Situation bedeutet für viele Leute einfach auch eine, psychische Angespanntheit, und mir persönlich hilft es zum Beispiel, mit Leuten Rollenspiele zu spielen, ähm, damit's mir besser geht, ganz persönlich. Wir, ähm, nähern uns dem Ende deiner Fokus-Halbenstunde, und deswegen sollte man vielleicht noch mal den Leuten sagen, wo sie dich finden. So, ja, gerne, also auf, auf YouTube einfach der Dan suchen, ähm, auf Twitter heißt ich Rollenspiel Dan, und, ähm, ja, das ist eigentlich soweit alles. Ansonsten, wenn ich mir mit... Keine, keine anderen Social Media, nix, wo man nicht, äh, die sonst noch... Aber ich brauch jetzt, ich brauch die Latern jetzt nicht runterleiern, wenn sie ein Video von mir sehen, dann hab ich alles unter dem Video in der Infobox stehen, da könnt ihr mir gerne folgen. Und, ähm, ja, äh, ach, eine Sache ist mir ganz wichtig, nicht nur für mich, sondern für alle hier. Ähm, wenn ihr auf Social Media Rollenspiel, ähm, Themen teilt, liked, kommentiert, abonniert, egal ob Twitch, ob YouTube und so weiter, dann stärkt ihr dieses Thema, ja, und da geht's jetzt auch nicht darum, ähm, ob ihr jetzt sagt, ja, den mag ich oder den mag ich nicht. Wenn ihr was für Rollenspiel machen wollt, ohne dass ihr Geld ausgeben müsst, dann macht euch einen Account bei YouTube, abonniert, liked oder, oder teilt es auch mal auf euren Social Media. Damit ist der kompletten Szene geholfen und nicht, also, und nicht nur einem, also, ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, ähm, denn die Wahrnehmung von YouTube oder von Twitch oder sonstigen Themen, ähm, steigt natürlich, wenn viele da sagen, ja, das gefällt mir, ja. Ja, und insgesamt ist es, äh, wie immer, ich, ich sag's auch oft und wiederhole, je mehr Leute Teil dieses Hobbys sind, desto größer ist die Auswahl, desto leichter ist es auch Leute zu finden, die das gleiche Minisystem spielen. Nico steht neben mir und holt Tiefluft. Ich wollt nur sagen, ich pack die Links auch möglichst offen in den Chat rein, damit das die Leute sehen. Und unser ehemaliger Studioguist Florian fragt im Chat, ob du ein Studio hast. Ich glaube, er bewirbt sich als, als, als neuer, als Studioguist bei einem neuen Studio. Florian ist unser, unser alter Studioguist, also, Florian, ähm, Ist, ob ich ein Studio hab? Ja. Ja, das ist, ich hab so einen kleinen Ikea-Tisch gekauft für 7,99. Da hab ich ein Feld drüber gelegt und so ein paar, äh, äh, so ein paar Poster rechts und links. Also, die einzigen, die da drauf rumgeistern, sind die Katzen. Aber, ja, gerne, wenn er will. Du hast Katzen? Ja, klar. Ich hab keine Austiere. Und ich vermisse... Die tauchen auch gerne auf in, äh, in Videos und die, 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 ich hab auch den einen Kater, ich hab den gestern auch im Discord gepostet, ähm, den hab ich auch auf, auf euer, äh, Bild geklatscht, als ich die Werbung an Kündigungen gemacht hab. Mäh! Ich hab auch schon, bei, bei Ben ist auch schon etwas Katziges durchs Bild getapert. Also, ähm, wann, wann immer bei euch jemand, äh, ein, ein Haustier durchs Bild läuft, geht mir das Herz auf, weil, äh, wir haben keine Haustiere, weil wir nicht die Zeit und die Lebensumstände haben, um uns dauerhaft um eins zu kümmern. Wir sind so oft weg und wir haben keinen, keinen Hundesitter oder sowas. Oder Katzesitter. Und deswegen lebe ich, muss, muss ich durch die Haustiere anderer Leute dieses Bedürfnis decken. Ja, es ist halt, ich, ich kann einfach immer nur wieder sagen, wenn jemand viel weg ist, ist halt ein Tier eine Quälerei. Und wenn, wenn man, und deswegen habe ich mir zwei Katzen zugelegt, weil wenn man arbeiten geht, dann haben die, können die zwei sich unterhalten und können spielen und haben einen sozialen Partner. Alleine würde ich niemals eine einzelne Katze halten, weil, würde ich nicht machen. Ich würde auch nicht gerne alleine sein über den ganzen Tag, ne? Ja. Warum ich auch gleichzeitig so giggle, ist, dass die, dass die Tradition, die ich schon in anderen Zoom-Sitzungen hatte, dass in dem Gruppenchat, der nebenbei läuft, schlechte Wortspiele gemacht werden. Gerade mit, mit Begeisterung fortgesetzt wird. Vielen Dank an, ich habe leider keine Katze, da sieht es bei mir mau aus, von TokTok. Und, äh, das direkt ignoriere ich, das ignoriere ich alles. Nein, 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 nein. Da gucke ich gleich dann rein. Nachher, wenn ich hier durch bin, gucke ich da rein, genau. Apropos nachher, wenn wir heute Abend um 22.30 Uhr mit den, nein, um 22, doch 22.30 Uhr, ich habe es sogar richtig im Kopf gehabt, 22.30 Uhr durch sind mit den einzelnen Hotspots und mit Leuten reden und dergleichen wollen wir eine gemeinsame Rollenspielrunde spielen. Bist du dabei? Ähm, nee. Nee. Schade, du hast zu tun. Genau. Ja, das ist, äh, hier, das, was ihr da zusammengestückelt habt, was ihr da vorhabt, das ist so wahnsinnig. Also, ich würde den Zuschauern raten, guckt euch das an, das wird Wahnsinn. Ich werde es mir auch angucken, aber wenn ich da mitspiele, dann drehe ich durch. Das schaffe ich nicht. Das ist, das ist nervlich für mich. Das widerstrebt deinem Ordnungssinn. Nee, nervlich ist das für mich nicht, äh, zu ertragen. Das, das, da muss ich raus aus der Situation, sonst, nein. Aber ich lasse es mir angucken. Okay. Und wenn ich es mir nur auf Demand angucke, äh, das Video kommt ja dann auch auf YouTube, da freue ich mich auch, da kann man dann auch immer so nach und nach reingucken, vielleicht auch für die ganzen anderen Zuschauer, dann müssen sie nicht die ganzen fünf Stunden hier absitzen, ne? Ja. Genau. Ich, äh, ich weise auch darauf hin, dass ich im Laufe des Amts, ich bin, ähm, zwischendurch vielleicht immer mal wieder ein paar Minuten verschwinden und dann Nico übergeben werde oder eine kurze Pause machen, aufgrund von vollkommen natürlichen Bedürfnissen. Nico, komm wieder. Ich will nicht übernehmen, ich wollte nur sagen, du könntest dich mal bedanken bei all den netten Menschen, die uns ihr Abo überlassen haben die letzten Minuten. Ähm, wir haben keinen nervigen Bot, der dann ständig aufgeht und blöde Geräusche macht oder irgendwelche Grafiken abgeben. Deswegen muss ich nervige Geräusche machen. Wir machen das normalerweise händisch, dass wir Leuten danken sagen, aber jetzt ist es heute ein bisschen. Ja, ich hab gesehen, dass da ist... Twitch-Sprime ist kostenlos. Das ist, dass der Hype-Stream am, der Hype-Train am Laufen ist. Ach, der Hype-Train. Vielen, vielen Dank für die Abos. Ich hab auch gerade gesehen, dass eine ganze Reihe davon verschenkt wurden. Ähm, danke für das Abo Don Vittorio. Danke für Screaming Blood. Danke Mr. Turketon. Und Maccabre genau hat eine ganze Reihe von Abos verschenkt. Vielen, vielen Dank und auch alle anderen davor, die ich jetzt gerade nicht weit genug hochgescrollt habe. Wir machen vielleicht eine Liste? Hoffentlich. Oh Mann, die halbe Stunde ist jetzt schon rum. Ja, natürlich. Geht so schnell. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, alle, wenn ihr Midgard-Videos sucht und seht, der Dan, das bin ich, also gerne ein Abo dalassen oder mein Like oder mein Kommentar. Wir diskutieren gerne und kommt ins Midgard-Forum, wenn ihr Fragen habt. Da sitzen Leute, die einfach schon 20 Jahre, 30 Jahre Erfahrung haben und die euch auch wirklich mit Geduld weiterhelfen. Also ich habe nur positive Erfahrung und die Midgard-Community ist nicht so verschlossen. Midgard fällt, hatte ich alles ausregeln. Ich habe alles abgearbeitet. Ich danke dir und ich bleibe einfach nochmal ein bisschen dabei und stresse dann vielleicht nochmal. Und gehst mit gutem Beispiel voran, Zwischenfragen zu stellen. Ja, ich bin Labermaul, das werde ich wahrscheinlich machen, ja. Das geht vielen Rollenspielern, glaube ich, so. Vielen Dank, dass du da bist. Bitte. Oh ja, wir wollten auch generell mit allen Leuten, die hier sind, dann kurz drüber reden, wie es mit gemeinsamen Sachen oder sowas aussieht. Das heißt, ich denke, wenn wir tatsächlich mal Midgard angehen wollen, wüsste ich jetzt wenig Frage. Ja, gerne. Ich habe auch Connections halt zu Fachleuten. Also wir können da gerne mal einen Midgard ein bisschen featuren. Warum nicht? Ja, würde mich freuen. Dann vielen Dank. Und mit den harte Schallenhausregeln und 4.1 haben wir auch einen Übergang. Und 4.1 ist, glaube ich, auch ein Schwerpunkt von Züdi, die den nächsten Slot hat und die ich gerne mal hallo begrüßen würde. Hallo, Züdi. Hallo. Wie geht's dir in deinem Atelier? Ja, ganz gut eigentlich. Also ich habe mich hier oben gut eingerichtet. Ich sitze ja sowieso die meiste Zeit des Jahres. Und ja, ganz gut eigentlich. Ich bin ein bisschen nervös, aber ganz gut. Nervös. Wegen der Lage oder wegen des Streamens? Beides. Beides. Du hattest geschrieben, du gehörst zur Risikogruppe. Ja. Richtig. Ich gehöre zur Risikogruppe. Ich habe einige chronische Krankheiten, Allergien und auch Asthma. Das heißt, alles, was auf die Lungen geht, ist bei dir auf jeden Fall schon mal kritisch. Richtig. Vor allem, da ich die meisten Medikamente nicht vertrage, wie Antibiotika oder Schmerzmittel oder Fibersenker und so. Ach du Schande. Ja, das klingt total super. Das heißt, du gehörst zu den Leuten, die wir jetzt alle schützen sollten, indem wir verhindern, dass die Ansteckung sich verbreitet. Richtig. Wie machst du das gerade? Hast du Leute, die dich unterstützen und zum Beispiel für dich dann Sachen besorgen, wenn dringend was benötigt wird? Oder musst du selber da raus? Nee, ich muss nicht selbst raus. Das ist ganz gut. Und meine Kinder gehen auch nicht raus. Die sind da ganz lieb. Die sagen, okay, wir nehmen Rücksicht und bleiben zu Hause. Und die dürfen dann auch, die Kleine darf noch ein bisschen mehr Fernsehen gucken. Und wir spielen dann auch Brettspiele wie Maus und Mystik. Das ist viel Familienzeit. Ja. 4.1 hatte ich gerade schon erwähnt. Du produzierst auch Rollenspiel-Content. Deswegen du unter anderem hier bist. Und du hast dein Herz für mehrere der großen 4.1- bzw. einfach generell große DSR-Kampagnen. Was läuft da bei dir zurzeit? Ja, also wie gesagt, 4.1 spiele ich. Das ist auch das System, das ich am längsten gespielt habe. Und ja, ich spiele sehr gerne die alten Abenteuer. So ein bisschen nostalgisch. Bei mir läuft momentan die Filierson-Kampagne. Allerdings ohne Filierson. Das kann ich absolut verstehen. Ohne ihn macht das irgendwie mehr Sinn. Ja, ich habe die vor ein paar Jahren schon mal gemeistert mit einer Gruppe. Und die fand das total doof. Weil sie haben die ganze Arbeit gemacht. Die haben alles entschieden und getan. Und Filierson hatte dann den ganzen Ruhm. Und das fanden die irgendwie total doof. Und ja, dann auch die NSCs, die dann dabei waren. Die haben dann teilweise, also die wurden dann auch nicht so wirklich bespielt von den Leuten. Und das war, es hat mir dann auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich möchte, weil ich die Geschichte toll finde von der Kampagne. Aber ich habe gedacht, ich möchte das nochmal machen. Und habe dann gedacht, ich möchte aber ohne Filierson spielen. Das habe ich jetzt auch durchgezogen. Die Spieler stellen die Mannschaft. Ein Spieler ist auch der Kapitän. Der heißt bei uns Niskolf. Niskolf Zwaggatzon. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Es ist natürlich manchmal ein bisschen tricky, weil manche Sachen hat der Filierson einfach entschieden. Wir gehen jetzt da hin. Also werden wir auch da hingehen. So muss ich mich irgendwie darauf verlassen, dass die Spieler auf die Idee kommen, dort hinzugehen. Aber wir sind jetzt im, nächste Woche fängt das, nee, übernächste Woche das dritte Abenteuer mit dem dritten Abenteuer an. Also die ersten zwei haben wir durch und bisher läuft es eigentlich ganz gut. Okay. Gut, die ersten beiden isolieren einen ja auch ein bisschen. Da ist man etwas begrenzt, wo man hingehen kann. Da kann ich mir vorstellen, dass das noch ganz gut läuft. Da läuft das noch ganz gut. Also im Verlauf wird das sicherlich ein bisschen schwieriger. Auch manche Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Aber ich, mein Gott, damit läuft es halt auch anders. Also ich sehe das nicht so streng. Ich weiche da auch gerne. Du hast keine Angst vor der Rollenspielpolizei. Okay, ich bin da einer der Spielleiter, der da wohl ein bisschen freier sind. Auch mit den Regeln, mit der Regelauslegung. Ich interpretiere die 4.1-Regeln auch ein bisschen freier. Ich bin da nicht so intensiv. Bei mir gibt es auch etwas Besonderes. Bei mir dürften die Spiele einmal am Abend, anstatt zu würfeln, eine INRA-Karte ziehen. Da wird eine INRA-Karte gezogen und die entscheiden sich dann nach dem Inhalt, was sie machen. Also das kommt bei mir dann auch vor. Also bei mir ist dann mal ein bisschen weniger. Weil ich kann mir die ganzen Regeln auch nicht merken. Ich bin so oder so sehr vergesslich. Und ich handhabe das alles ein bisschen lockerer. Und außerdem sind es, was waren es? 1.500 Seiten Regelwerk, DSA 4.1. Um den Dreh. Um den Dreh, ungefähr. Und wie wir gerade ja bei Dan auch hatten, dass die wenigsten Leute haben den ganzen Überblick darüber. Und ich mag die Idee mit den INRA-Karten. Ich nehme an, das ist das Set von Mia Steingräber und Karya, das ihr dann benutzt. Oder habt ihr eigene gemacht? Nein, nein, nein. Das sind die offiziellen INRA-Karten, die ich habe. Ich habe beides. Einmal die alte und ich habe auch die Drakensank Edition. Stimmt. Da gab es ja auch noch ein Set zum Spiel. Das hatte ich ganz vergessen für einen Moment. Ja, ich bin durch Zufall drauf gestoßen und habe mir die dann auch noch besorgt. Wie ich die einfach ganz schön fand. Das ist einfach mal ein bisschen so Schicksal. Und da kamen dann auch schon ganz lustige Situationen zusammen. Vor allem, wenn dann die namenlose Karte gezogen wird oder der umgedrehte Berg. Das ist dann auch so eine ganz böse Karte. Und dann sich zu überlegen, was dann da so passiert. Das hatten wir in meiner Grangor-Runde. Ich spiele auch die Geheimnisse von Grangor. Da haben wir das erste Abenteuer schon durch. Und das zweite startet nächste Woche. Ja, also das macht schon Spaß. Also ich finde es immer sehr spannend mit den Karten, wie die Spieler die auch interpretieren. Also es bleibt denen überlassen, ob sie die Sachen jetzt positiv oder negativ interpretieren. Und was sie dann machen. Das heißt, die Spieler entscheiden dann mit, was die Karte bedeutet. Das ist dann nicht in deiner Interpretationsmacht sozusagen. Es kommt auf die Probe an. Also je nachdem. Manchmal muss ich es halt entscheiden. Okay, das ist eine gute Function-Chance. Wenn es bei der Probe passt, entscheiden es die Spieler. Also 90 Prozent der Spiele entscheiden es die Spieler. Okay. Das heißt, du spielst quasi, du spielst DSA 4.1, aber mit einem sehr modernen Ansatz, was halt eben Player-Empowerment und sowas angeht. Ja. Also auch die Kampfregeln sind bei mir sehr verkürzt. Ich habe, ich mag keine Kämpfe. Also ich mag keine Kämpfe. Das heißt, ich fühle mich damit nicht wohl, weil ich meine mal, ich kann keine Kämpfe. Und die sind bei uns auch, also da habe ich auch nicht mal alles drin. Da versuche ich jetzt auch alles zu verkürzen, weil mir das einfach sonst zu viel ist. Und ihr habt sicher auch gemerkt, dass wenn man das Ganze für Video macht, Kämpfe der Part sind, der häufig das ist, was am wenigsten mitnimmt, wenn es dann für andere Leute spielt. Ja, wir versuchen jetzt schon immer mit viel mitbeschreiben. Deswegen haben wir uns auch die Kampftreffer-Zone mit eingeführt, dass man direkt beschreibt, wo man den anderen trifft. Und wo ich auch einfach gesagt habe, wenn jemand an den Kopf trifft, ist der halt wirklich tot oder K.O. Zumindest so, sondern einfach schneller geht. Ja. Da wird auch kein Schaden mehr ausgewürfelt. Manche sagen, du hast den Kopf getrefft mit dem Schlag, gut, dann ist er halt jetzt tot oder K.O. Genau, das geht dann schneller. Muss ich dann gerade dem DSA ein bisschen zu helfen wissen, damit es halt nicht so lange dauert. Manche mögen es halt gerne, so diese ganzen Regeln, das alles genau zu haben und alles dann genau. Und ja, da bin ich halt nicht so. Wer das sucht, ist dann bei mir dann nicht richtig. Aber wer schnelle und erzählerische Kämpfe haben will, dann eher. Ja, wir arbeiten dran. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Ich glaube, jeder von uns, der in irgendeiner Form kreativ ist, schaut sich immer die eigenen Sachen an und stellt fest, oh, das hätte man noch besser machen können, hier kann man noch irgendwie was ändern oder das wäre noch eine Idee, das zu machen. Ich glaube, man ist nie fertig mit seinem Format. Ich habe die ganz, ganz lange gemieden Kämpfe, weil ich halt immer gedacht habe, ich bin auch ziemlich überfordert manchmal von Kämpfen gewesen, aber auch dank meiner Spieler wird es besser. Also wir haben jetzt mittlerweile gefunden, wir spielen auch mit Roll20 und da hat man auch ganz viele Hilfsmittel, auch mit dem In-E-Counter und dass das halt alles nicht mehr so chaotisch ist und das hilft. Also ich spiele ja nur online. Also ich spiele keine Tischrunde, nicht weil ich Tischrunden nicht mag, sondern weil es hier bei der Umgebung einfach keine Leute gibt. Und deswegen spiele ich eigentlich nur online und da gibt es halt schon ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten mittlerweile. Aber ich spiele ja nicht nur DSA, also es ist halt eins der Systeme, das Hauptsystem bei mir auf dem Kanal. Was macht ihr sonst noch so? Was kann man noch bei euch finden? Hier Redium spiele ich. Das ist auch ein System, das ist auch schon was Älteres, gibt es kostenlos tatsächlich auch zum Download. Da bin ich vor zehn Jahren mal auf das Spiel drüber gestoßen, hatte nie jemanden gefunden, der das mit mir spielen wollte. Und ja, online geht das. Da heißt das Abenteuer Menschen-Göttern-Gleich. Ha, 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 ha. Oh, du musst was laut sagen, dann sehen wir es auch gut. Ah, okay, dann sieht man es. Okay, es ist das Menschen-Göttern-Gleiche, das spielen wir gerade. Es geht auch heute Abend weiter. Das ist ein Endzeit-Game. Hier die Welt ist zerstört, dank der tollen Umwelt-Gier der Menschen. Deswegen finde ich das Setting ganz schön. Also eine Mischung aus Mad Max, Waterworld und Postman, würde ich sagen, vom Setting her. Ja, klingt interessant. Hauptsache der Hauptdarsteller von zwei von diesen Filmen ist nicht unbedingt die Rolle, die ich übernehmen muss. Nein, nein. Dieses Setting minus Kevin Kostner. Dieses Setting minus Kevin Kostner, also nur von der Welt her. Und ja, dann habe ich auch mal wieder kleinere Systeme vorgestellt, wie Dieseldrachen. Da hatte ich auch den Marc Söker dann zu Gast bei mir und habe dann auch einen Two-Shot davon geleitet. Oder Ultima Ratio. Habe ich auch vorgestellt. Und es gibt auch, es hat aber jemand anders geleitet, eine Rattenrunde bei mir auf dem Kanal. Und da kommen halt auch immer so kleinere Systeme, die ich dann vorstelle. Und demnächst kommt Mausgart. Oh. Okay, da freue ich mich drauf. Ich habe das zwar, aber ich habe das noch nie gespielt. Also ich habe sowohl. Ich auch nicht. Also es wird dann auch für mich eine Premiere. Okay. Das ist Runde dann, die kommt irgendwann nächsten Monat. Und im Mai spielen wir das dann. Ich glaube, Mai oder Ende April, Mai, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, haben wir den Termin. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also das ist ein sehr, der Comic ist schon sehr süß. Oh ja. Und das ist ja prädestiniert für One-Shots, das System. Es sind ja alles so kleine Abenteuer einfach, wo dann die Mäuse sich dann kümmern, um dann ihre Sachen dazu machen. Und das finde ich sehr süß. Also bei Mausgart spielt man tapfere kleine Mäuse, die melancholisch versuchen, ihre Heimat zu schützen. Und bei Ratten spielt man Ratten meistens in einem großen Einkaufszentrum. Und bei Ultima Ratio spielt man in einer fernen Zukunft. Aber was macht man bei Dieseldrachen? Dieseldrachen ist ein Steampunk-Fantasy-Game. Ein Diesel-Punk-Fantasy-Game? Man hat Menschen, Zwerge, Goblinge, Trolle und Orks. Das ist aber, die leben halt alle so recht gemischt beieinander. Die Welt ist ziemlich angelehnt an der unseren, so in den 20er Jahren. Und nur, dass man halt sozusagen, ja, Diesel-Punk da mit dabei hat. Und, ähm, ich muss da mal, mein Sohn ist ja gerade so. Ich wollte gerade fragen, Haustier oder Nachwuchs? Nachwuchs. Ich habe keine Haustiere, auch nicht, aber ich habe Allergie. Ja, und das ist so, ähm, ja, es ist so ein bisschen so Adventure-mäßig, so wie, äh, die schönen alten damals Zeichentrickserien, würde ich sagen. Sowas wie, äh, Ducktales oder Käpt'n Baloo und seine tollkühne Crew zum Beispiel. Und auf sowas mit, ähm, so vom, vom Feeling her eher mehr so locker. Auch die Regeln sind sehr, sehr, sehr locker. Auch, das gibt's auch, es gibt einen Starter, einen sehr umfangreichen Starter, auch kostenlos von Dieseldrachen. Also kann sich ja jeder mal anschauen. Ich finde das, ähm, sehr schön. Okay, das klingt extrem sympathisch. Alles mit Ducktales. Darf man dazu noch sagen, das hat der gute Marc Söker, schönen Gruß, äh, mit seiner Crew alleine gestemmt, äh, rausgebracht und, äh, veröffentlicht. Also er ist tatsächlich von Fans, äh, für Fans sozusagen. Und hat da das Riesen-Chapeau. Ich habe auch mit ihm geredet, war mal Gast bei ihm unten in München. Ähm, das ist eine coole Sache, die er da gemacht hat. Ja, und, äh, und, äh, die haben halt unter, unter Internet-TV findet man den auch. Äh, die haben eine super, äh, die haben super tolle Streams dazu auch. Also die haben immer live gespielt, ähm, und, ähm, die Runde ist auch toll. Ist auch super von Ansehen wert. Außerdem, jeder, der sich von Ducktales inspirieren lässt, hat bei mir schon mal einen, einen, einen Bonus. Ich gehöre zwar zu den Leuten, äh, die, die das damals nicht gucken konnten, aber ich hab, äh, sagen wir es so, man holt Dinge dann nach, wenn man irgendwann die Erlaubnis dazu hat, beziehungsweise sie nicht mehr braucht von seinen Eltern, um sowas zu schauen. Da wird man etwas später halt seltsam. Aber, äh, die, die Geschichte, warum ich keine, keine lustigen Taschenbücher oder Ducktales, äh, lesen oder gucken durfte als Kind, äh, ist eine andere und wird ein anderer mal erzählt werden. Ähm, worüber ich noch mit dir reden wollte, ist, und, äh, geht das Ganze schon rein mit, ähm, Roll20-Spielen, Online-Spielen und dergleichen, dass du gesagt hast, dass, äh, du eben trotz gesundheitlicher Einschränkungen all diese Sachen auf die Beine stellst und viel Rollen spielst und, also nicht nur gesundheitliche Einschränkungen, sondern du hast ja schlicht und einfach, du hast Familie. Das heißt, das bedeutet, dass du Zeit quasi investiert hast in deinem, in deinem Tagesablauf schon und es wahrscheinlich schwerer ist, die dann auch loszueisen, um so ein Hobby zu frühen. Ähm, ich spiele eigentlich, meine Runden fangen wir erst um 20.30 Uhr abends an. Und da sollen die gefälligsten im Bett sein? Und da haben die im Bett zu sein, natürlich. Meine, meine, meine Jüngste ist neun, also die ist auch nicht mehr so klein und, äh, die, äh, ist die Ältesten, gut, die beschäftigen sich halt auch, also mein Sohn ist 19, ähm, der braucht, der braucht, der braucht, man meint im Sinne. Also da kann ich mir das halt recht gut, äh, freimachen. Also es gab letztes Jahr eine Phase, wo ich dann drei Monate aussetzen musste, weil ich mich dann so ein bisschen erholen musste. Mhm. Ähm, aber da habe ich auch gemerkt, dass mir dann das Rollenspiel auch sehr gefehlt hat. Also, ähm, ich habe es eine Zeit lang auch übertrieben. Da muss man aufpassen, gerade wenn man online spielt. Ich hatte dann jeden Tag eine Runde. Oh, 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 okay. Das klingt viel. Ja, das war dann, das war schon sehr viel. Und, ähm, ich, mittlerweile habe ich so meinen, äh, meine Balance gefunden. Also, ich plane auch nicht mehr, ich sage jetzt, ah, das und das, das muss jetzt, wenn es jetzt nicht geht, dann geht es nicht. Das ist für mich auch so eine ganz wichtige Sache einfach geworden, nicht mehr zu planen, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, gucken, also, ich habe meine zwei festen Termine, äh, drei festen Termine. Und, ähm, den Rest gucke ich halt, wird immer abgestimmt mit Doodle, äh, wie das dann am besten passt. Ist das dann tatsächlich, wenn man, wenn man in erster Linie Online-Runden spielt oder nur Online-Runden spielt, ist dann das Phänomen von, die Leute kommen gar nicht und es fällt eh ständig aus weniger, als wenn man das in real macht? Eher umgekehrt. Also, die Leute kommen wirklich? Ja, ja, also, ich habe die, also, es ist bei mir jetzt so, bei mir jetzt so gewesen, also, gerade bei den physischen Runden, dann war es ja, ich kann jetzt doch nicht und, ah, jetzt muss ich losfahren und da dies und jenes und dann, es lohnt sich jetzt gar nicht, bis ich jetzt erstmal angekommen bin, bis wir dann spielen, ach nee, und dann wurden also sehr, sehr häufig Runden abgesagt und online, klar, findet auch mal eine Runde nicht statt, aber, ähm, da müssen die Leute ja nicht viel aus dem Haus, also, es geht dann halt einfach mal schneller, sich dann an den Rechner einzuloggen und, ähm, ich habe, beim, also, bei meinen Runden ist das so, dass es konzentrierter gespielt wird und es intensiver gespielt wird. Beim Tischrund war es halt immer so, ja, man kam an, man hat gesagt, okay, wir treffen uns um 19 Uhr, bis man dann angefangen hat zu spielen, war es dann halb neun oder neun, dann hat man zwei, drei Stunden, wenn überhaupt drei Stunden gespielt, aber meistens auch nicht intensiv, dann wurde dann doch immer noch zwischendrin gequatscht oder dies und jenes gemacht, ist ja auch schön, ist ja auch, aber, ähm, äh, bei online ist das so, wenn man sich trifft und man fängt um 20 Uhr, 30 Uhr an zu spielen, dann spielt man auch tatsächlich intensiv bis zum Schluss und dann gibt es da eigentlich auch keine Ablenkung zwischen. Ähm, das ist so der, äh, bei uns, also bei meinen Runden zumindest, das, was ich so erlebt habe im Online, wo ich den Vorteil sehe, obwohl ich Tischrunden auch gerne mag und ich hätte auch gerne wieder eine, aber wie gesagt, das, Ja, ich hätte noch eine Zwischenfrage kurz, wenn ich darf, ähm, sprichst du jetzt von allen Online-Runden oder von denen, die du streamst? Von allen Online-Runden, die ich habe. Also auch, auch offline so quasi? Ich habe, äh, wenig Offline-Runden, ich glaube, momentan habe ich da keine. Also ich vermute halt, wenn du sagst, okay, ich mache das, ähm, wir streamen das öffentlich mit Zuschauern, dass da auch ein ganz anderer, ja, ganz anderer Zug dahinter ist, so. Dann sagt man das ja quasi zu, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann spielt ihr durchaus online ohne zu streamen und da läuft's auch. Ja, also ich habe auch schon Runden online gespielt ohne zu streamen, dann lief das genauso. Ah, okay. Alles klar, danke, deine. Ja, ich kann mir das vorstellen, weil es einen etwas anderen Eventcharakter hat und weil, wenn man online spielt, man ohnehin eine bessere Sprechdisziplin einhalten muss, damit halt nicht absolutes Chaos entsteht, weil man halt eben nicht sich am Tisch zusammenhocken und wispern kann und dann irgendwie die zweite Szene oder irgendwas nebenher machen kann, sondern man muss sich mehr konzentrieren, oder? Ähm, ja, denke ich auch. Also, ähm, also ich merke das halt, ich bin auch selber konzentrierter, also wenn ich dann, äh, online spiele, weil auch, äh, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, es wird weniger durcheinander geredet. Man nimmt mehr Rücksicht aufeinander, äh, gerade online im, im Stream, dass man die anderen eher ausreden lässt, dass man nicht so dazwischen grätscht, dass man, äh, da wird viel mehr drauf geachtet. Also, das sind meine Erfahrungen, das kann bei jedem anderen natürlich anders sein und auch in, äh, das sind, wie gesagt, man, dass dann halt man auch wirklich drauf achtet, dass auch jeder so seine Screentime hat und das sind, wie gesagt, meine Erfahrungen, dass man, dass man, wenn man on-air, also gerade on-air ist, sehr viel mehr Rücksicht aufeinander nimmt und nicht so reingrätscht und disziplinierter spielt. Okay, das stimmt schon mehr. Wahrscheinlich eben, weil man halt auch Zuschauer hat und man weiß, es ist ja live, ne, da kann man nicht schneiden, ne, da wird ja nichts geschnitten, das ist halt so, wie es ist. Ja. Und, äh, das ist für mich auch immer wieder, äh, also, ich bin jedes Mal auch immer mega nervös, wenn ich live gehe, äh, weil ich halt auch, ähm, ich habe eine extreme Konzentrationsschwäche und Wortfindungsstörung. Merkt man nicht. Also wirklich nicht. Und, äh, das ist halt in den Live-Runden, wo ich ja manchmal dachte, wie heißt das, äh, ah, sprechen, also die Gehirn, das Ding da am Schiff, wo der Wind so rein, ach, das Segel meinst du, ja, genau das. Das sind dann so Situationen und, ähm, ja. Ja, das kenne ich sehr gut. Ich glaube, das kennt jeder gut, der, der jemals live gespielt hat oder live gespielt hat, dass man immer dann auf einmal diesen Moment hat, wo man den Mund aufmacht und das Gehirn dann so, ich, ich wollte etwas sagen, aber ich habe es gerade verlegt. Moment. Moment. Richtig. Ja, mir ist das halt nur noch ein bisschen häufiger oder ich habe es, ich merke es auch, oder ich bemühe mich halt auch zu spielen, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Ähm, also wenn es, ähm, weil es dann doch mich gut immer ablenkt und mich mal positiv beeinflusst und auch dann habe ich halt einfach auch gemerkt, dass dann auch mal Runden nicht so gut sind, weil ich dann nicht so gut drauf war oder so. Aber das gehört für mich dazu und es ist mir auch wichtig, das zu zeigen, diese Runden dann trotzdem zu machen. Ähm, einfach, weil ich auch das Feedback von anderen bekommen habe, die dann vielleicht auch Schwierigkeiten haben und die dann doch Mut haben, okay, dann kann ich vielleicht doch mal leiten. Auch selbst, wenn ich jetzt nicht mich super konzentrieren kann oder wenn ich die Geschichte nicht so toll erzählen kann wie irgendjemand anders. Und, ähm, das ist halt auch für mich der Grund, warum ich denn, warum ich das mache, weil ich einfach sagen kann, selbst wenn du Schwierigkeiten hast, selbst wenn du Einschränkungen hast, Meister trotzdem, dir wird keiner den Kopf abreißen. Klar gibt es immer Idioten, die mal was Blödes sagen oder so. Die gibt es leider überall, auch in der Rollenspielszene. Ja, ich habe auch immer meinen Standard-Daumen runter bei mir meinen Runden, das ist halt so, ne, und, ähm, aber trotzdem gibt es mir das sehr viel. Und deswegen freue ich mich auch für jeden, der online Pen & Paper streamt, einfach um die Szene größer zu machen. Und, ähm, ja, das ist halt einfach ein tolles Hobby und man sollte sich nicht eingeschränkt fühlen oder sich nicht, also man sollte nicht nicht spielen wollen, nur weil man vielleicht krank ist oder irgendwas meint, nicht zu können. Absolut. Ich bin sehr froh, dass du das auch ansprichst, weil ich das gar nicht so ein unwichtiges Thema finde, weil, ähm, ich habe auch, sag ich mal, mit internationalen Freunden und Bekannten drüber geredet. Weil die, die Mode ist so, dass dann alle Leute ein Video machen, welche Fehler macht ihr höchstwahrscheinlich oder Zehn, Zehn-Wege-Versionen, wie ihr das und das falsch macht. Warum verunsichert ihr die Leute? Dann glauben die am Ende, dass sie das am besten gar nicht erst probieren, bevor, ohne dass sie irgendwie ein Studium abgelegt haben oder sonst irgendetwas. Aber man muss doch einfach nur anfangen, oder? Ja, das ist es. Und ich finde das halt auch, man muss sagen, ja, das kann, das ist, wenn du das machst, ist das falsch und dies und jenes. Das ist so ein Blödsinn. Ich finde, es gibt kein wirkliches Falsch oder es gibt auch kein wirkliches Richtig. Der eine meint, so meistert man richtig und dann hast du eine Gruppe, die kommt damit überhaupt nicht zurecht. Ja, was bringt es denn einem? Also jede Gruppe ist halt anders und jeder mag halt, für einen ist dieser Meisterstil, der eine Meisterstil gar nichts und der andere Meisterstil improvisiert lieber nur. Der andere braucht diese ganze Vorbereitung, von dem immer alle abraten. Und dann einfach zu sagen, das darfst du nicht machen und das sollst du nicht machen, das finde ich so falsch und so verkehrt, weil man dann einfach nur verunsichert. Und man sollte auf sein Bauchgefühl hören, man sollte auf seine Gruppe hören und vor allem auch auf die jeweilige Gruppe, mit der man spielt. Und dann werden die ersten zweimal konfus, chaotisch und sonst was. Aber wenn man dann die passende Gruppe hat, die nehmen das einem auch nicht übel. Und wenn man dann mal eine Gruppe hat, die dann einen dafür hier runter macht, dann sollte man ganz schleunigst die Gruppe verlassen. Also finde ich, das ist dann... Ich finde, da ist es auch immer eine Balance. Als Spielleiter oder Spielleiterin, Spielleitersternchen in, ist man ja immer die Person, die vermutlich auch am meisten investiert an Konzentration und an Zeit in das Spiel. Und ich finde, als Spieler gehört es dann auch zu, dass man versucht, diese Person zu unterstützen und vor allen Dingen ihr hoffentlich keine Vorwürfe macht, wenn es zwar nicht ganz so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, sondern wenn dann freundlich darüber redet, ob man es vielleicht anders machen könnte. Also, ich habe immer Respekt vor allen, die es anfangen und es das erste Mal ausprobieren. Ich kann das absolut nachvollziehen, weil auch ich, genau wie du, immer noch nervös bin, wenn man irgendwie was live streamt, wenn man irgendwas macht. Ich meine, es ist ja ein bisschen Seelenstriptease. Man zieht da ja quasi irgendwie so ein paar Schutzhüllen aus und zeigt, hier, das ist meine Vorstellung davon, wie eine Geschichte funktioniert. Das sind Personen, die ich mir ausgedacht habe, bitte seid nett zu ihnen. Ja, das ist es halt. Und gerade auch jetzt mal wieder, wenn eine neue Runde startet, jetzt startet im Mai meine Kampagne. Ich leite auch Semiala. Und da bin ich halt auch schon tierisch nervös drum, weil ich halt, es sind halt auch Spieler bei, also so, mit denen ich noch nicht gespielt, also noch nicht viel gespielt habe. Natürlich ist die Konzentration immer wieder eine neue, gerade mal, wenn eine neue Kampagne startet. Und dieses Mal möchte ich halt auch mit Preludes starten für jeden einzelnen Spieler. Das habe ich auch noch nie gemacht, also auch wieder so ein erstes Mal. Und ja, das ist halt jedes Mal immer wieder so nervös. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube aber auch, das ist ein gutes Zeichen, weil es bleibt dann auch immer frisch, weil man immer noch selber merkt, dass man vielleicht eine leichte Unsicherheit hat. Keine Ahnung. Es hält einen wach, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Wenn die Leute dich suchen, wonach suchen sie? Wo finden sie dich? Wo können sie den Daumen hoch geben, damit sie den einen standardmäßigen Daumen nach unten ausgleichen können? Also zum einen findet man mich auf Twitch und auf YouTube unter 3D Plays. Und da findet man mich auch auf Twitter und auch auf Instagram unter 3D Plays und da und auch auf 3Ds. Da habe ich auch Zeichnungen von mir. Ich wollte gerade fragen, was ich da im Hintergrund sehe, dass das Gemälde ist von dir? Ja. Das ist für meinen Sogenmann ist noch nicht ganz fertig, hat er sich gewünscht. Oh. Sind das Charaktere von ihm? Das sind LOL-Charaktere. Sogar dieses kleine Wesen da oben, was da hängt, ist auch von mir. Das sind die beiden mit den Flügeln, ich habe ihren Namen vergessen. Ich spiele LOL nicht, ich versuche nur immer einen Überblick über das Cosplay zu behalten. Ich spiele es auch nicht, das ist irgendwie so ein Liebespaar, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Ja, genau. Und auch dieses krummische Pie da oben in der Ecke, das ist auch von mir, ja. Und heute Abend kommt auch von euch dann irgendwie die nächste Folge? Da hattest du eben von gesprochen. Ja, genau, die Rede. Ich hoffe, dass wir live gehen können momentan, aber bei den Internetsachen kann es sein, dass wir die Aufzeichnungen abzeichnen und ich sie dann hochlade. Ich werde es versuchen, wenn es nicht alles zusammenbricht, dann sind wir live, ansonsten wird es aufgezeichnet. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du dich nicht in zwei Spalten wirst und dann heute bei der Rollenspielrunde der Chaotischen hier im Chat sein wirst. Und gleichzeitig bei deiner. Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Also wir werden wahrscheinlich bestimmt bis 11 Uhr spielen. Falls wir früher aufhören, bin ich gerne dabei, aber ich glaube es nicht, wenn wir erst um 20.30 Uhr anfangen. Ja, das klingt so, also das wäre eine sehr kurze Runde, wenn ihr dann sozusagen da pünktlich wieder Schluss macht. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Spaß bei Heredium heute Abend. Und wir packen auch immer mal wieder die Namen und die Links sind dergleichen in den Chat. Und wer jetzt Interesse gewonnen hat und sich mehr anschauen will von deinen DSA-Kampagnen, von Heredium und von verschiedensten Rollenspielen, bei denen man kuriose kleine Nagetiere spielt, dann findet man dich unter ZüdiPlays, ZüdiSpielt. Und hoffentlich finden dann ein paar Leute ein neues Zuhause. Das wäre schön, ja. Und wenn wir irgendwann mal was gemeinsam machen sollten, also bestünde Interesse. Ich meine, du bist ja schon fit im Online-Gemeinsam-Spielen. Auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt auch keine besonderen Präferenzen. Also ich probiere gerne alle möglichen Systeme aus. Ich muss sagen, Dieseldrachen klang für mich jetzt wirklich sehr interessant. Würde ich mich drüber freuen. Ich meine, es ist ein superschönes System und es ist sehr, sehr lustig. Ich würde es auch gerne mal spielen. Ich habe es ja bis jetzt nur geleitet. Da habe ich auch zum allerersten Mal für ein fremdes System überhaupt mein Abenteuer selber mir ausgedacht. Da habe ich eine Zeichnung von meiner Tochter als Inspiration genommen. Das war sehr interessant, ja. Also es ist ein schönes System. Okay. Ich bedanke mich. Und wenn du magst, bleib noch länger. So wie die anderen stummen Zuschauer oben in der Bank von Leuten, die dabei sind. Und ich leite mal über. In dem nächsten Slot haben wir gleich mehrere Gäste. Ich habe sie zumindest zwei schon gesehen. Ich muss mal eben oben durch die Bank durchscrollen. In der nächsten halben... Oh, es sind echt schon eine Menge Leute hier. Uh, hallo. Wir haben auch ein bisschen umgebaut, Maggie. Ihr habt umgebaut? Ja, ja. Meister Umrühren kommt jetzt noch nach Patrick und vor Ben rein. Beziehungsweise wir beschneiden diese beiden Slots dafür ein bisschen. Aha, Patrick wird beschnitten. Das ist auch noch vorher. Wer kriegt das hin? Wir kriegen das garantiert hin. Mit ziemlicher Sicherheit. Dementsprechend hallo auch an Meister Umrühren, an Katrin und Jan, die schon dabei sind. Auch für euch gilt, wenn ihr zwischendurch etwa Zwischenfragen habt oder euren Senf oder andere Soßen dazugeben wollt, dann tut das gerne. Wir sind hier dann nicht so strikt. Aber ansonsten gehört die nächste halbe Stunde erstmal der W20-Show. Und da haben wir ja zwei Gäste hier, nämlich Alex und Bosse, die sich hoffentlich entmuten. Hallo? Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Cool, dass wir hier sein können. Cool, dass ihr da seid. Bosse? Ja. Hallo? Hört man mich nicht? Ah, da. Doch, jetzt. Ja, hier. Hallo? Hi. Klappt. Cooler Wandschmuck. Dankeschön. Musst du mal drüber drehen, die Kamera. Das ist selbst gemalt. Bevor ich das angetapte Handy gerade anfasse, lieber nicht. Okay, leicht improvisierte Technik, sag ich mal. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Schön, dass ihr da seid. W20-Show. Alex direkt auch schon mit passendem T-Shirt. Hi. Ich habe mir notiert, dass ihr quasi die Online-Küken seid. Ihr macht das seit acht Monaten. So ist es. Gerade letztes Jahr erst angefangen im Sommer, kamen die ersten Videos raus. So ist es. Was war für euch der Startschuss? Was hat das ausgelöst, dass ihr gesagt habt, jetzt hier, machen wir einfach mal. Ja, also Boston und ich haben schon ein Jahr, bevor die ersten Videos kamen, uns gefunden, übers Studium einfach gemerkt, oh, der spielt auch irgendwie Tischrollenspieler, da müssen wir unbedingt mal was zusammen machen. Und haben wir dann auch gemacht. Irgendwann kamen ein paar mehr Leute dazu. Es gab so eine Heimrunde und da war ein YouTuber dabei, der das hauptberuflich macht. Und wir haben dann gesagt, ey, könnte man das vielleicht auch irgendwie verbinden, dass man irgendwie was macht? Und dann haben wir uns überhaupt erst reingefunden in diese ganze Community und geguckt, was es so gibt, was könnten wir machen? Und das war dann der Start, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen mal, unsere gemeinsamen Hintergründe irgendwie zu verbinden. Bosse kommt aus dem Musical-Bereich, ich komme aus dem Musikerziehungsbereich. Wir haben generell Theaterleute in unserer Spielrunde und dann haben wir gesagt, das muss man eigentlich dann auch mal als Show machen. Bosse kommt aus dem Musical-Bereich. Jetzt muss ich raten, stehst du auf der Bühne oder machst du die Bühne, wenn ich mir deine Wand so anschaue? Tja, da musst du wohl raten. Beides? Nee, also das Malen, Zeichnen, die kreative Ader ist eher privat und ansonsten bin ich auf der Bühne. Okay, das heißt... Wobei auch die Frage ist, inwiefern das dieses Jahr noch funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass gerade in der Hinsicht eine Menge abgesagt wird. Und so ein Stück, wo alle Leute zwei Meter Abstand halten müssen und in dem man im Publikum sitzen darf, ist sehr dadaistisch. Zumindest stelle ich es mir so vor. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Aber das heißt, dass ihr eine Menge Leute habt bei euch, die quasi einen schauspielerischen Entertainment-Theater-Hintergrund haben. Ja, also wir haben einen weiteren aus meinem Studium mit dabei. Also noch einen weiteren Musical-Darsteller. Dann haben wir Ria dabei, die Theaterwissenschaft studiert hat. Und Alex, wie gesagt, der Musiker ist und Dominik noch, der selber hauptberuflich YouTuber ist. Genau. Also wir sind ganz gut und breit aufgestellt und haben dementsprechend auch die Aufgabenverteilung gemacht. Ich sage immer, wir kommen alle so aus dem Entertainment-Bereich. Weil das ist ja diese Sparte, diese Sparte, diese Sparte. Aber alle irgendwie schon in dem Bereich. Okay. Ich finde es immer noch kurios, was man hauptberuflich YouTuber sein kann. Das war nicht abzusehen, als man damit anfing. Ich fand das auch sehr kurios. Es kam auch so irgendwie hinterrücks. Er wollte dann nicht erzählen, was er so wirklich macht. Weil das erzählt man dann auch nicht. Weil dann kommen immer ständig Fragen. Gruß geht raus an Dominik. Der guckt doch zu gerade. Ja, hi Dominik. Ja, der Chels sagt auch, hauptberuflich YouTuber klingt immer irgendwie noch seltsam. Und es wird angemerkt, man habe dich noch nie in der W20-Show singen gehört, Bosse. Ja. Das klingt wie eine Aufforderung, das zu ändern. Ja, sie sind ja auch noch nie einem Baden begegnet. Das ist leider so. Tja. Und wer weiß, möglicherweise ist da ja was in der Mache und kommt jetzt demnächst raus, wenn wir so viel Zeit zum Aufnehmen haben. Heißt das, dass kein Charakter singen darf, außer Barden? Nein. Gut. Aber das heißt, sie sind bisher noch keinem singenden Charakter begegnet. Ja, dann muss sich das wohl mal ändern, damit das Talent noch eingebracht werden kann. Ja gut, da wo sich die Gruppe gerade rumtreibt, ist das sowieso etwas kritisch. Genau, erzählt mal, was macht ihr so? Was kann man bei euch schauen? Vor allem unsere Hauptrunde, die bei uns die Heldenkartei heißt, einfach damit wir einen Titel haben, hat eigentlich nichts mit Kartei zu tun. Ich weiß auch nicht, wie wir darauf... Bosse fandest du auch ein cooler Name. Direkt den schwarzen Peter weiterschieben. Der Name Bosse, Bosse war's. Genau, nee, ist eine D&D 5e-Runde. Wir machen generell vor allem D&D 5e-Content. One-Shots probieren wir auch andere Sachen aus, aber unsere Hauptrunde ist halt D&D. Und ja, ist eine generelle Fantasy-Runde. Einfach Party läuft rum, macht Geschichten. High-Fantasy in einer Homebrew-Welt. Ich wollte gerade fragen, was für ein Setting, aber Homebrew, High-Fantasy. Noch ein paar andere Stichworte? Und wo seid ihr gerade, dass niemand singt? Im Abgrund, also bei dämonischen Entitäten oder auf dem Weg dorthin, könnte man eher sagen. Das Traurigste ist, dass unsere Bardin dorthin verschleppt wurde. Deswegen singt da auch keiner. Sie würde vielleicht singen, aber wenn sie dahin... Also, ja, traurig. Eher nicht. Und ihr seid im Gegensatz aber zu Zyti zum Beispiel, sitzt ihr normalerweise gemeinsam an einem Tisch. Genau, wir haben uns entschieden, dass wir das vor allem machen wollen, weil das für mich immer ein Problem war, Online-Runden zu machen. Ich habe schon vor vielen Jahren das ausprobiert, weil ich von meiner Heimrunde weggezogen bin, als ich zum Studieren ging. Und dann haben wir halt gedacht, wir müssen das noch irgendwie aufregt erhalten. Wir versuchen das mal mit Kamera. Und es war dann technisch immer schwierig, schon irgendwie vor zehn Jahren das zu machen, weil nicht jeder eine gute Kamera hatte. Ja, das war ein gutes Timing. Das wäre beinahe ein Spin-Take gewesen. Ja, vor zehn Jahren war das noch ganz anders. War das viel anders, viel anders. Und ja, das fängt schon damit an, dass du nicht siehst, wenn dich jemand anguckt. So, das war für mich immer das Problem. Du musst immer jemanden ansprechen. Du musst immer ansprechen, ja, genau dich meine ich. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit, die man beim Tischspielen hat. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Wir haben einfach gesagt, wir wollen diese Atmosphäre, die man am Tisch hat, die müssen wir transportieren. Das ist über Online-Runden schwierig. Es ist auf jeden Fall anders, ja. Ja, wir werden es jetzt ausprobieren, weil es nicht anders geht. Aber eigentlich wollten wir den Schritt nicht gehen. Aber Krise ist Krise. Es geht nicht anders. Uns ist erst der Aufnahmeort flöten gegangen. Wir wollten eigentlich letzte Woche uns wieder treffen zum Aufnehmen. Und wir nehmen einen öffentlichen Raum auf, der jetzt geschlossen ist. Das heißt, wir hatten kein Studio. Und ja, dann war die Panik groß. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie unseren Content aufrechterhalten. Und ja, jetzt versuchen wir es online. Mal gucken, wie es wird. Habt ihr schon eine technische Lösung? Oder sucht ihr noch danach, was am ehesten an eurem Spielstil entspricht? Wir sind nachher leider nicht beim Spielen dabei, weil wir eine Session Zero machen über Online. Okay, das heißt, ihr schaut mal. Und was nutzt ihr? Ich probiere das nachher aus. Ich werde das dann irgendwie über OBS zusammenschmeißen und mit Zoom Meeting mal gucken. Ah, das heißt, ihr habt keinen digitalen Spieltisch oder so etwas in der Art. Also kein Roll20 oder Fantasy Grounds. Doch, die Schlachten, also beziehungsweise Kampfsituationen und so weiter werden wir voraussichtlich über Roll20 machen. Okay. Aber auch sporadisch, glaube ich, eher, weil wir alle keine gute Übersicht darüber haben. Und das ist dann wirklich nur Übersicht für die Kämpfe. Wer ist wo? Wie weit bewege ich mich? Wie weit reicht der Zauber? Und so weiter. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie eure Session Zero läuft und wie dann euer Feedback bzw. euer Fazit danach ist, ob das für euch funktioniert. Weil ich kenne die Situation relativ gut, immer nur zu sagen, wir wollen am Spieltisch spielen, weil es ist eine andere Atmosphäre und es fühlt sich anders an. Und dann umzustellen auf Digitales Zusammenspielen. Fühlt sich anders an, aber ich glaube, ihr werdet da auch Spaß dann haben, nach ein bisschen Eingewöhnung. Ich denke, das wird hinhauen. Das denke ich auch. Ich habe das neulich, war das letzte Woche Montag, glaube ich, mit Ben und ein paar anderen Leuten noch aus der Pen & Paper Tube-Geschichte, haben wir einen Stream gemacht für ein Gratis-Rollenspiel-Tag-Kalender. Das war quasi auch mein erstes Online-Rollenspiel-Erlebnis seit dann irgendwie 2013. Und ich dachte, oh Gott, muss ich irgendwas beachten? Und das haben alle nur gesagt, ja, wenn du hustest, solltest du dein Mikro ausmachen. Speziell jetzt zur Zeit. Ja, genau, speziell jetzt. Nicht, dass das auch noch übertragen wird. Aber ja, das heißt, ihr seid ohnehin in Sachen Crossover, seid ihr ja schon mit mehreren Leuten unterwegs und macht verschiedenste Sachen gemeinsam. Ja, du sagtest, wir sind die Neulinge. Also es rollt gerade erst los. Also Ben wird sicherlich noch was erzählen über Pen & Paper Tube nachher. Da er nickt. Deswegen mache ich da nicht so viel. Aber es ist eine coole Gemeinschaft. Wir sind da reingekommen, wurden sofort nett begrüßt. Sofort konnten wir eine Runde mitmachen und hoffen, dass wir da auch viel mehr noch machen könnten. Also wir haben das am Anfang schon gesagt. Wir gucken erst mal, wie es so läuft. Wir testen erst mal alles aus. Und jetzt haben wir so unseren Rhythmus gefunden. Jetzt würden wir aber auch gerne mal was mit Gästen machen und die einladen. Oder wir fahren zu Gästen und wir machen so ein Tauschding. Und jetzt darf man das Haus nicht mehr verlassen. So, das war ein bisschen schwierig. Wo sitzt ihr denn? Wir sitzen in Osnabrück. Also wenn jemand im Umkreis ist, gerne anschreiben. Dann können wir vielleicht mal was regeln. Alle googeln erst mal, wo Osnabrück ist. Die Hälfte des Westfälischen Friedens. Ich bin ja Münsteraner ursprünglich. Ihr seid die kleinere Hälfte des Westfälischen Friedens aus unserer Sicht natürlich. Ach, ist das so, ja? Ja, ja, genau. Sehr spannend zu hören. Osnabrück ist wie Münster, nur alles ein bisschen kleiner. Das Schloss ist ein bisschen kleiner. Die Uni ist ein bisschen kleiner. Genau. Wie oft bist du am Westfalen-Tag eigentlich noch Osnabrück? Keinmal. Ich stand nur einmal in einer Friedensdemo an der Strecke zwischen Münsteraner Rathaus und Osnabrücker Rathaus, wo der Bote immer hin und her geritten ist zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Dementsprechend spielt immer noch eine Rolle für die Gegend. Und deswegen weiß ich immerhin, wo Osnabrück ist, weil eine freundliche Feindschaft darin besteht, wer von uns beiden wichtiger ist für das Ende eines der zerstörerischsten Kriege der europäischen Geschichte. Ist doch auch schön, wenn man für den Frieden steht. Also, falls du deine Heimat mal wieder besuchst, kannst du gerne bei uns auch vorbeigucken. Das ist zugegeben selten. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Aber sollte ich mal wieder in der Nähe von Osnabrück vorbeikommen, sobald man sich wieder irgendwann frei bewegen darf, das ist ja noch eine Frage, wann das sein wird. Wir werden später mit Krisenkälte, der da mal mit den krass pinken Haaren da oben, unter anderem darüber reden, wie das in die Richtung aussieht, weil die unsere hiesige Nerdfachfrau für Katastrophenschutz ist. Ja, ja. Sie hat am meisten Ahnung, möchte ich behaupten. Auf jeden Fall mehr als ich. Dann werden wir mal schauen, ob da was hinhaut. Und ob man sich auch mal an einen realen Tisch setzen kann. Ansonsten sammelt ihr dann ja jetzt Übungen im Digitalen miteinander spielen. So ist es. Das ist ein bisschen schade, weil wir haben, oder Bosse hat unglaublich viele Minis gedruckt. Jetzt, für die nächste Kampagne. Tja, das ist jetzt, bringt leider nichts. Ich habe zugegeben auch schon überlegt, ob man dann quasi so eine Art Remote-Play machen kann. Man baut den Dungeon und die Minis auf und die Leute sagen dann, wo man hin will, quasi so Läufer von F4 auf E3. Dann schubst einer die Minis. Das habe ich mir gedacht. Ja. Aber letzten Endes ist es sowieso ... Also, ich habe es ja vorhin schon angesprochen mit dem Handy und so was. Ich habe keine Webcam zu Hause und so ein Scheib. Und dann hier noch eine zweite Kamera irgendwo hin zu dudeln. Das wird etwas schwierig, glaube ich. Ja, ich glaube, da werden wir uns erst mal ein bisschen umgewöhnen. Der schwimmende Kopf macht mich fertig, schreibt er. Ja, Alex ist sehr gut getan vor seinem Hintergrund gerade. Das liegt aber daran, dass, als ich die Kamera eingestellt habe, schien die Sonne noch. Und jetzt ist sie in den letzten 20 Minuten untergegangen und es ist alles schwarz. Ja, ich habe auch langsam dieses, dass ich anfange zu leuchten von innen heraus, weil ich zu weiß bin für die Lichtverhältnisse in diesem Raum. Da müssen wir vielleicht gleich noch was ändern. Sozusagen der Gegensatz. Ich leuchte und du schwebst als einzelner Kopf in der Leere. D&D. Warum D&D? Ja, ich habe selber zehn Jahre DSA 4.1 gespielt. Ein großer DSA 4.1-Fan. Habe zweimal die 7G durchgespielt, komplett, mit kaum wechselnder Runde. Und habe einfach dann... D&D... Niko lacht oder was? Ja, warum lacht Niko? Das ist so unfair. Ich kenne so viele Leute, die es nicht einmal durchgespielt haben und seit 20 Jahren es versuchen und jetzt schiebe ich zweimal durch mit der gleichen Runde. Unglaublich. Irgendwo muss der Schnitt ja herkommen, dass Leute es überhaupt durchgespielt haben. Und wenn man ihn jetzt mit anderen Leuten quasi zusammenrechnet. Richtig. Ich ziehe den Schnitt nach oben. Genau. Ja, ich habe es einmal als Spieler erlebt. Das war noch in der Schulzeit, so, Abi-Zeit. Und da hatte man viel Zeit. Wenn man gelernt hat, geht man Rollenspielen und dann geht man wieder lernen. So, das war der Alltag. Ja. Und ja, das war dann die, wo ich gemeistert habe, war auch Anfang von meinem Studium. Da war dann auch, ja, ach komm, treffen wir uns mal wöchentlich. Passt schon. Hat vier Jahre gedauert, haben wir das Ding durch. Waren halt alle da, haben alle das Gleiche studiert und hat funktioniert. Ja, ich weiß, es ist ungewöhnlich. Aber deswegen wollte ich es erwähnen. Ich hatte so eine ähnliche Situation, aber die haben darauf bestanden, dass wir uns hinspielen dahin, dass wir die Charaktere auf der richtigen Stufe haben. Und dann haben wir ja erst andere Kampagnen gespielt und dann haben die Leute aufgehört zu studieren, bevor wir überhaupt da angekommen sind. Insofern. Das ist ein Klassiker, ja. Ja. Wir haben, glaube ich, nur drei Vorabenteuer gemacht, um halt die Charaktere irgendwie zusammenzubringen und dann gleich, weil ich wusste, dass keiner spielt das durch, wir müssen das unbedingt machen. Ja. Egal, jedenfalls seit grob zwei Jahren jetzt, wo ich mit Bosse angefangen habe, spielen wir D&D Fifth Edition und ist für meinen Spielstil einfach passender. Also, ich habe gemerkt bei DSA 4.1, ähm, du bist die ganze Zeit am Regelnachschlagen. Das ist halt so. Und, äh, ja, vieles konnten wir ja schon auswendig. Wir haben viel Homegebruet, das mussten wir dann auch wieder kreuz testen mit dem, was irgendwie in den Regeln steht. Und das war einfach viel zu viel. D&D war so, okay, ich habe jetzt irgendwie meinen Charakter gebaut in drei Minuten. Was passiert denn jetzt? Das war ein bisschen... Ah, jetzt habe ich noch den Rest des Tages frei. Ich habe nicht damit gerechnet. Also, äh, D&D Five E, da sind wir insofern Fans von, dass es halt sehr kompakt ist und dass es einfach eine Grundlage ist, auf der man Sachen aufbauen kann. Ich finde es total faszinierend, dass man diese, dass man Monsterlisten hat und sowas, aber wenn man sagt, äh, die Fähigkeit von dem Soko-Bus, die gefällt mir irgendwie nicht, weil der macht dann 35 Schaden und die maximalen Hitpoints werden dann um 35 reduziert, der Charakter hat aber nur 24, äh, also instant tot, dann nehme ich die halt raus und von der andere rein. Also, es ist irgendwie direkt, kriegt man so, als, als DM gerade, kriegt man so eine tolle Werkstatt irgendwie mit dazu bei D&D. Und, äh, ich habe das Gefühl, dass die eigentlich nur sagen, hier, nimm das Zeug und mach draus, was Spaß macht. So, und das gefiel mir unheimlich gut an dem System und deswegen sind wir da, glaube ich, auch nicht abgerückt bisher von. Es ist sehr rollenspielfördernd, fand ich das Gefühl. Ja, es ist auf jeden Fall auch das, wenn man, gerade wenn man, wenn man für Zuschauer spielt, also, wenn man, wenn man aufnimmt oder wenn man streamt, ist es sehr angenehm, die Geschwindigkeit, mit der es läuft und wie leicht man Dinge einfach regeln kann mit dem Vorteil-Nachteil-System, das verstehe ich sehr gut. Ich möchte aber betonen, dass man meiner Ansicht nach jedes Rollenspiel so spielen kann, und dass man die Sachen nimmt, die man haben möchte und die Sachen rausschmeißt, die man nicht haben möchte. Nur manche geben einem eher das Gefühl, dass man das darf und andere nicht. DSA! Vorhin gab es schon wieder Kommentare im Twitch-Chat, von wegen, es gibt eine eigene Abteilung der Rollenspielpolizei, die ist nur für DSA zuständig. Ja, also, sagen wir mal so, die ist wahrscheinlich mit DSA gut beschäftigt und dann alles andere sind nur so kleine Vergehen, die ahnten die gar nicht erst. Was für mich der Mindblow war, als ich aus zehn Jahren DSA 4.1 kam, ist, so, ich lese mir DND durch und denke, okay, ich weiß jetzt eigentlich, es ist ganz genau beschrieben, wie so ein genenmagischer Zauber funktioniert. Wieso kann ich mich denn jetzt entscheiden, welche Farbe der hat? Das geht doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe das nicht verstanden. Wie kann man sich denn jetzt eine eigene Welt ausdenken? Ich muss doch in Aventurien spielen. Da steht alles drin. Ich weiß ganz genau, wie von Berheim bis nach Toprien jede einzelne Herberge heißt. So, das war für mich... Und dann ist der Damm gebrochen und dann habt ihr direkt gesagt, wir brauchen keine Kampagnenwelten, wir machen unsere eigene mit Koks und Person käuflicher Zulassung. Genau, aber der Vorteil ist eben auch, wenn sich die Spieler zwischendurch entscheiden, hey, wir wollen aber nicht da lang gehen, wir gehen jetzt da lang, dann muss man nicht irgendwo in einem Buch nachschlagen, ach scheiße, was ist denn da alles? Sondern sage ich einfach, ja, ihr begegnet Bobby dem Dritten und der macht folgendes. Oder was auch immer. Also man kann sich einfach jeden Scheiß auf den Fingern saugen und das ist sehr, sehr freundlich, was aufgezeichnete Runden angeht und guckt sich, glaube ich, ja, wie du auch schon gesagt hast, also guckt sich, glaube ich, sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall. Genauso bei den Kämpfen. Weniges Unspannender als Personen, die in Büchern blättern und versuchen, die richtige Regel zu finden, ist meine Ansicht. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwo mitten im Kampf sagt, Moment, aber folgende Regel, ich habe hier noch Sekunde und weil ich aus dieser Position angreife, kriege ich einen Bonus von plus zwei am Dienstag. Ja. Also ich kann... Wenn der Mond am Himmel steht. Ja, ja, absolut. Welcher Mond, ist dann auch die Frage. Weil ich bin mondsüchtig. Wie viel Arbeit ist in eure Kampagnenwelt geflossen und habt ihr die gemeinsam gebaut oder ist das quasi deine, Alex? Das ist Bosse. Bosse ist der DM. Bosse ist der DM. Bosse, deine. Genau. Genau, ich schieb das über. Warum habe ich mir notiert, dass Alex der Spielleiter ist? Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht. Das macht nichts. Ich ändere meine Aufzeichnung. Alex ist der Wortführer, das ist was anderes. Ah. Ja, der Paladin. Du bist der Paladin? Ja, genau, Alex ist ja. Du hast einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Noch nie passiert. Kommt die Schande-Glocke. Ja, natürlich. Du könntest mir einen Snack wegnehmen, aber ich habe noch keinen. Ja. Wir... Zwei hast du noch gut. Zwei habe ich noch gut. Dann kommt die Zahnrad-Axt. Okay. Wir haben zu viele Larmwaffen in diesem Studio. Ähm, die Welt, in der wir spielen, ist meine, denke, komplett. Mhm. Ich lasse mich viel von dem beeinflussen, was meine Spieler bei der, ähm, bei der Charakterkreation mit reinbringen. Wenn dann jemand sagt, ach so, und ich wollte übrigens aus einem Adelshaus kommen, von da und da, äh, äh, hast du da irgendwie eine Idee, wie man das einbauen könnte? Soll so ungefähr den Look haben oder sowas? Und dann werde ich eine Kultur nehmen, zu der das passt. Und damit reinsetzen. Oder sowas. Äh, und... Ja, aber ansonsten ist das, ist das alles aus, äh, dem Ding hier entsprungen. Und, äh, viele Sachen sind orientiert an dem, was für die Forgotten Realms, äh, Settings und so weiter in den, äh, die in die Regelbüchern steht. Aber grundsätzlich gehe ich damit sehr frei um. Das heißt, du hast, du hast vor allen Dingen, dass, dass viel von, von den Forgotten Realms transportiert oder einzelne Orte rausgenommen und übernommen? Ähm, nee, eher so, also dieses, dieses Grund, ähm, grundlegende Ding mit den verschiedenen Ebenen, auf die man reisen kann. Ah, also die, 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 die Kosmologie. Und, und, genau, die Kosmologie. Okay, das heißt, man kann, man kann bei euch in die Hölle fallen. Ja, das versuchen wir noch rauszufinden gerade. Ja, okay. Gut, im Underdark seid ihr schon auf mich. Ich entwege sehr viel on the fly. Ja, aber, ähm, ich, ich, ich mag den Ansatz und ich, ich, ich finde den auch immer eigentlich den passendsten zu schauen, dass man, was, was haben die Spieler an Ideen und an Hintergründen und das dann einfach mit einzubauen. Das bereichert immer, oder? Ja, total. Also, ich, ich, ich versuche auch tatsächlich bei der Geschichte, die wir spielen, also bei der Heldenkartei, versuche ich das Ganze sehr character-driven zu machen. Wir hatten den ersten, äh, unsere, unsere erste Staffel war eine Story-Arc, die sich rund um, die sich eigentlich um den Paladin und seine Familie gedreht hat. Der zweite Story-Arc geht jetzt eben um die, äh, da geht es jetzt eben um die Entführung der Bardin und da werden ziemlich viele, äh, Infos zu nem und zu unserer Rogue offenbart und so. Also, mal gucken, wem die dritte Staffel gewidmet wird. Das, äh, das sehen wir dann. Solange nicht der Paladin es nochmal an sich reißt. Ich hatte damit nichts zu tun. Es war, es war nicht deine Idee? Ich hab einfach die meiste Backstory geschrieben, ja. Ah. Und da war Bosse natürlich, ach ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, nämlich alles. Okay. Pass auf, wenn Dominik das Lied ist, hat er was angepisst. Bist du so ein Backstory-Schreiber? Äh, ach, naja, das ist ein Charakter, der hatte sich halt aus der vorigen Runde entwickelt und da waren schon so ein paar Ideen und deswegen hab ich das runtergeschrieben und dachte, ach komm, du musst jetzt eigentlich auch noch seine Heimatstadt malen, ach komm, dann malst du jetzt auch noch irgendwie das Land aus, ach komm, dann malst du jetzt noch hier und schreibst jetzt noch das und dann, so kommt das halt manchmal, ne? Und dann hab ich gesagt, ach, übrigens könnte dein Charakter nicht zufällig das und das haben. Und dann hast du gesagt, ja, okay. Jetzt, jetzt, ja, gut. Ja. So funktioniert's am besten. Also, die besten Ideen kommen einfach, wenn unterschiedliche Sachen dann irgendwie zusammenkommen, ganz bunter und irgendwie auch realistischer. Weil, aber jetzt driften wir ins Worldbuilding ab, da könnte ich ohnehin Stunden halt umreden, das tut mir leid. Großes Thema. Ja, und auch eines der schönsten war eigentlich, alles Rollenspiel von alleine auf Worldbuilding irgendwie hervorbringt und gerade halt, wenn man eine Kampagne hat und die in die, halt jeder hat seine eigene Kampagnenwelt oder zumindest sehr viele, haben sich irgendwann eine gebaut. Ich mag dieses Multiversum, was da draußen irgendwie rumschwebt mit tausenden von unterschiedlichen kleinen Welten. Das ist ja auch gerade eine Serie am Laufen, ne, zu Worldbuilding? Ja, what? What's and how to use them? Genau. Wo wir auch mit unterschiedlichen Leuten Partnern, die da über verschiedene Dinge reden, zum Beispiel mit dem Jan, mit dem wir auch noch reden werden, aber ich glaube nicht heute, sondern vor allen Dingen morgen, wenn ich das richtig sehe, ja. der ja auch Computerspiele designt und Brettspiele und sowas alles. Also wir versuchen da ein bisschen so einen Rundumschlag zu machen. Aber bevor wir darüber reden, ob da auch Interesse besteht oder ob man irgendwas mal gemeinsam macht, kurz nochmal wiederholen, wo findet man euch und was kann man da sehen? Wonach muss man suchen, wenn man euch finden will? Hauptort ist YouTube, youtube.com slash w20show. Da findet man im Grunde alles, was wir machen, alles, was davon ab ist, passiert auf Instagram, das ist nicht viel. Wir versuchen das vor allem auf YouTube zu sammeln, damit man so einen Ort hat, wo man alles findet. Ja, viele Diskussionen immer auf unserem Discord-Server, vor allem immer schnelle Regelhilfe. Da ist immer ein ganz großer Kanal, wo plötzlich, oh Gott, meine Runde hat gerade dies und das. Wie funktioniert das? Dann wird sofort geholfen. Das ist immer sehr cool. Und der größte Kanal ist unser 3D-Druck-Kanal. Da gibt es immer große Diskussionen, weil Dominik und Bosse beide einen Drucker haben und ständig Minis drucken und da wird regelrecht. Also jetzt nicht mehr, weil das Filament und Ersatzteile aus China kommen. Ah, aber du hast also einen Filamentdrucker, okay. Ja. Weil wir, weil wir gerade am Schauen sind, welchen wir uns zulegen, aber bei uns wird wahrscheinlich ein Flüssig-Resin-Drucker für die Maniator. Sollen ja auch deutlich besser sein. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe und dann muss ich mir kein Chemielabor in den Keller bauen, deswegen. Ja, ich verstehe. Bei den PLA-Druckern muss man nicht immer irgendwie mit voller Gesichtsmaske ins Zimmer. Genau. Und das ist sehr angenehm. Ja, ansonsten werden wir jetzt ausweiten, was wir bisher machen. Wir haben eben unsere Standard-Spielrunde immer Mittwochabend freigeschaltet bisher und werden das ausweiten mit einem neuen Projekt, eben wofür wir jetzt dann heute Abend die Session Zero noch machen. Dann kommt noch mehr, einfach um diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken, die wir jetzt alle haben. Wir haben noch ein paar Projekte in petto, die wir bisher noch nicht in Angriff nehmen konnten. Einmal, dass wir eine Reihe machen wollten, wo wir ein bisschen über das Live-Rollenspiel sprechen, weil Ria und ich da herkommen ursprünglich, was so das ganze Rollenspiel Gedöns angeht. Ich hoffe, du spielst im Live-Rollenspiel in Baden. Nee, bisher noch nicht. Ja, ich weiß, ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet, aber wegen meines Jobs komme ich einfach nicht dazu, auf irgendeinen Konze zu fahren und deswegen ist es egal. Also ich habe, ich habe glaube ich, drei Konzepte für Baden im Lab fertig, aber ich habe bisher kein einziges davon spielen können. Tja. Ja, und das wird sich auch in den nächsten Monaten nicht ändern, fürchtig. Ja, ich bin gespannt, welche Konze jetzt noch alle dann abgesagt werden müssen. Das ist auch irgendwie so. Ja, das wird auf jeden Fall, wir drücken die Daumen, dass es nicht zu viel ist und nicht zu lange dauert. Aber genau, also dazu sollen, wollten wir noch ein paar Videos machen, inwiefern wir die draußen drehen können, ist noch die Frage. Ansonsten wurde sich gewünscht, dass wir ein bisschen mehr über die Spielwelt erzählen und so was dazu und so was dazu werde ich bestimmt auch noch was raushauen fehlen, aber toi toi. Das wird schon. Gut, die Früchte der Arbeit und was dann umgesetzt wird von der Technik, die in der Session Zero angearbeitet wird, findet sich dann in der W20-Show. Vielen, vielen Dank an Bosse und Alex. Grüße an den Rest der Trumpe. Richten wir aus. Vielen Dank, dass wir da sind. Auf jeden Fall. Wir gucken noch ein bisschen zu, bis wir uns treffen gleich. Ja. Und viel Spaß bei eurer spannenden Spielrunde nachher. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die läuft. Und ja, ihr werdet dann den Fallout des Chaos im Nachhinein wahrscheinlich sehen können. Ich schalte, ich schalte, ich schalte dann quasi mal rüber zur Krisen-Kate, die sich auch gerade voll aufmerksam schon den Ton freigeschalten hat. Hallo, Kate. Hallo, Marie. Hallo, hallo. Ich hoffe bei dir auch auf Animal Content. Achso, ja, kann ich gleich mal für sorgen, ja. Das ist die Katrin. Hi. Katrin und ich kennen uns ewig gefühlt aus Rollenspiel und Studium und haben uns bemerkenswert lange nicht gesehen dafür, dass wir uns so lange kennen und auch immer mal wieder telefonieren. Hast du eigentlich ein Beruhigungstier, Marie? Oder war der Zucker jetzt zu viel? Bin ich zu, rede ich zu schnell? Du bist sehr schnell und sehr laut und sehr hektisch. Ich bin nur, das ist keine böse Kritik. Ich wollte das nochmal ganz neutral sagen. Ganz neutral. Okay. Heißt nicht, dass du dich kommt, der Ton der Farbe. Dann machen wir jetzt die Slow-Mo-Runde. Genau, Beruhigungseilbeeren. Ja, und ich graule meinen Eulenbeeren. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach die Warnfarbe von Katrins Haar. Entschuldigung. Glaube ich. Oder so. Hallo Nico. Grüße von Katrin, Katrin hat meine zugeholt, nicht in erster Linie, weil sie eine alte Freundin von mir ist, sondern halt aus verschiedensten Gründen. Sie ist unter anderem ein Veteran des Online-Spielens, weil du schon Forenrollenspiele geleitet und zwar irgendwie fünf gleichzeitig zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine andere technische Möglichkeit gab. Ja, ich war auch mal jung, da konnte man das noch. Boah. Dein Job und der Hintergrund, wie du in den Job gekommen bist, ist auch ausgesprochen interessant. Du bist zufällig Krisenmanagerin geworden, als in Münster alles abgesoffen bist. Du sitzt in meiner Heimatstadt, bist nicht ursprünglich, oder saßt in meiner Heimatstadt zu dem Zeitpunkt, als Münster überschwemmt wurde vom Regen und bist die Organisatorin geworden von Regen in Münster und hast dafür gesorgt, dass Leute, die helfen können, Leuten aushelfen, die Hilfe brauchen. Ja, das ist eine sehr kurze Zusammenfassung, das ist richtig. Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung von einer längeren Phase von großem Chaos. Ja, also zu dem Zeitpunkt tatsächlich so das größte Chaos, was man so als normal Mensch erleben kann, wenn um einen herum in der Stadt, in der man lebt, alle Dinge zusammenbrechen und die Normalität einfach nicht mehr gegeben ist und man, wie ich damals an der Magisterarbeit in der Universität sitze und nur das Internet hatte zur Kommunikation, Parallelen jetzt rein zufällig auch vorhanden und ich habe halt eine Menge Leute über die sozialen Medien zu Spontanhilfe bewegen können und so ein bisschen koordiniert. Insofern habe ich quasi in einer in einem kleineren Maßstab diese ganzen Gefühlswelten, die jetzt so passieren mit dieser globalen Pandemie schon ein bisschen durchlebt und gehe damit auch deswegen ein bisschen anders damit um. Das ist ganz spannend. Ja, und vor allen Dingen, was ich tatsächlich spannend finde, ist, du bist eigentlich studierte Archäologin, hast auch in dem Bereich gearbeitet und in verschiedenen anderen Sachen und du bist jetzt und ich glaube auch unter anderem wegen diesem Hintergrund im freiwilligen Katastrophenmanagement beim technischen Hilfswerk gelandet. Das ist richtig. Auch wenn man das ja eigentlich hier nicht sagen sollte. Sollte man nicht? Darf man nicht erwähnen, wo man arbeitet? Ja, es ist so ein bisschen schwierig, aber derzeit, ja, ich arbeite tatsächlich im staatlichen Katastrophenschutz. Und das heißt, du bist tatsächlich jemand, der quasi first-hand generell Erfahrung darin hat, was man in Krisen generell tut und wie man auch wirklich psychologisch damit umgeht. Und das ist etwas, über das wir fast noch gar nicht geredet haben heute. Wir haben über technische Lösungen geredet oder sonst irgendetwas. Aber mit dir würde ich einmal gerne auch darüber sprechen, wie man damit umgeht, dass halt Dinge nicht mehr funktionieren, dass man teilweise Kontakte nicht mehr hat und wie man mit einer anderen Einstellung reingeht, wie du gerade sagtest. Gerne. Da bin ich so ein bisschen auf Fragen angewiesen, weil jetzt einen halbstündigen Monolog darüber, wie man sich fühlt. Ich sitze derzeit im Übrigen gerade in Quarantäne wegen Covid-19-Verdacht, weil ich im Rahmen meiner Arbeit Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatte, bei einer Besprechung, welche Ausbildungsmaßnahmen und welche Handlungsempfehlungen wir für Covid-19 haben mit einem Katastrophenschutz. Insofern ist das leicht zynisch und ein bisschen dumm gelaufen. Ich warte derzeit auf die Bestätigung vom Gesundheitsamt, ob ich tatsächlich mir den Coronavirus gefangen habe oder eben nicht. Das ist so ein bisschen Schwebezustand. Ja, kann man so nennen. Das dauert halt einfach unglaublich lange. Ich hatte den Termin am Mittwoch für den Abstrich und seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Okay. Darüber wollte ich tatsächlich auch sprechen, weil ich bin so ein Mensch, ich kann mit Situationen nicht klarkommen, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich bin so jemand, ich muss mich auf jeden Telefonanruf quasi vorbereiten. Und was ist jetzt, wenn die Situation eintritt, in meinem Umfeld ist irgendwo ein bestätigter Fall, welche Schritte muss ich denn dann unternehmen? Weil quasi, sag ich mal so, alle Systeme, die irgendwie helfen und greifen können, sind ja darauf angewiesen, dass die Leute sich dann auch melden, richtig? Theoretisch ja. Also ich finde, es gehört in dieser Zeit ein bisschen zum guten Ton, wenn man Verdacht hat, dass man an Covid-19 erkrankt ist, dass man sein Umfeld, mit dem man in den letzten, ich würde tatsächlich gefühlt die letzten vier Wochen sagen, Kontakt hatte, dass man die informiert, dass man damit sehr, sehr offen umgeht. Es ist kein Stigma, es verbreitet sich wie geschnitten Brot oder wie Klopapier, um bei der Metapher zu bleiben und dass man dann kommuniziert, du, ich bin Covid-positiv oder befürchte, das zu sein und ich informiere alle Leute, mit denen ich Hand-to-Hand was zu tun hatte, auch direkt, wenn der Verdacht da ist. Es kommen im Chat direkt eine ganze Reihe Leute, die dir wünschen, dass der Test negativ ist und Glück wünschen, dass das... Vielen Dank, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich möchte, dass der negativ ist, weil ein positiver Test kann auch bedeuten, dass ich danach immun bin und nicht mehr in Gefahr stehe, mir diesen Virus zu fangen und einen schlechteren Verlaub zu haben, weil derzeit habe ich Symptome, die beschränken sich auf ein bisschen Husten und Halsschmerzen und das ist eigentlich eine sehr bequeme Krankheit, wenn ich das mal vorsichtig so formulieren darf. Das heißt, bei dir schwingt dann jetzt auch die Hoffnung mit, dass es tatsächlich quasi, ja, es ist es, aber es ist ein harmloser Verlauf und danach ist dein Immunsystem fit. Wie steht es bei dir eigentlich? Ich will nicht zu tief ausruhen, aber ich erinnere mich, dass du ein hyperaktives Immunsystem hattest mit Allergien eine lange Zeit und dergleichen. Gehörst du irgendwie zu einer Risikogruppe akut? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe keinerlei Lungenproblematiken gehabt. Meine Allergien sind ja hauptsächlich mittlerweile auf Lebensmittel beschränkt. Insofern habe ich da überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich bin viel draußen, ich habe ein gut funktionierendes Immunsystem. Ich bin nicht alt genug, offiziell natürlich sowieso nicht. Und wie man sieht, 21. Ja, ja, ja. Katrin und ich sind ja quasi gleich alt. Also sieht man auch. Ich finde, das sieht man. Ja. Und um mich mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Aber wie die meisten von uns habe ich im Bekanntenkreis durchaus Risikofälle. Ich habe eine krebskranke Mutter, die Gott sei Dank mehrere hundert Kilometer weg von mir entfernt lebt. Um solche Menschen mache ich mir Sorgen. Sowohl direkt, die Kontakt mit mir haben, als auch die im Umfeld indirekt betroffen sind. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Aber eigentlich wollten wir darüber reden, wie man jetzt vorgeht, wenn man im Bekanntenkreis jemanden hat. Wir hatten Schritt eins, allen Bescheid sagen, mit denen man Kontakt hat. Und du sagst vier Wochen, nicht die zwei Wochen, die allgemein gesagt werden, dass es an Inkubationszeit hat. Ja, das ist meine ganz persönliche Einstellung dazu, weil diese Verzögerung von den Symptomen, die teilweise bis zu zehn Tage verschoben sein können, die machten diesen ganzen Zeitrahmen so ein bisschen schwammig. Und sicher ist sicher, ist so ein bisschen meine intrinsische Motivation dabei. Und einfach mal gucken, mit wem war ich wo, wo war ich unterwegs die letzten vier Wochen, wo könnte dann Ansteckungsrisiko gewesen sein. Und wenn ich wirklich jemanden habe im direkten Kreis, dann ist eigentlich relativ klar, wann habe ich mit dem zuletzt Kontakt gehabt. Das muss man immer so ein bisschen mit einbringen. Okay. Und der zweite Schritt, wo kann man hingehen, um dann das anzulegern, dass man einen Test machen kann? Also wenn man direkt einen bestätigten Covid-Verdacht getroffen hat, gehört man zu einer Risikogruppe. Das bedeutet, es gibt überall in jeder Stadt eine Hotline, vom Gesundheitsamt ist es meistens. Zuallererst wendet man sich an seinen Hausarzt, wo man ganz klar am Telefon sagt, dass man einen Kontakt mit einem Covid-Kranken hatte. Und der Hausarzt, die meisten schreiben einen dann gleich auf Entfernung krank. Und der Hausarzt überweist einen dann quasi an die Hotline von der Stadt. Dort meldet man sich. Man hat so einen kleinen Fragenkatalog, den man beantworten muss. Dazu gehören sämtliche Personalien, das Datum des Kontaktes. Und dann bekommt man einen Termin für einen Abstrichtest. Die laufen im Moment relativ gut an. Als ich am Montag letzter Woche dort angerufen hatte, gab es noch keinen Drive-In-Test. Der ist dann in den zwei Tagen, in denen ich gewartet habe, sonst hätte ich erst morgen, äh, Montag meinen Abstrichtest, ist der eingerichtet worden, hier in Bochum, wo ich lebe. Und ich habe dann einen relativ spontanen Rückruf vom Gesundheitsamt bekommen, dass ich am Mittwoch direkt in einen Drive-In-Test kommen kann, wo ich mit meinem Auto hinfahren kann. Okay. Wie sieht ein Drive-In-Test aus? Also ich habe Aufnahmen gesehen von denen, die Sie zum Beispiel in Südkorea aufgebaut haben, die ja extrem schnell und sehr fit das Ganze angeleiert haben, wo man wirklich von einer Station zur nächsten fährt und die irgendwie tausende Leute am Tag durchmachen. Wie sieht das in Bochum aus? Also ich hatte das in Bochum tatsächlich am ersten Tag. Das war, wirkte noch ein bisschen unkoordiniert, hat aber so die gleichen Strukturen. Man fährt vor, an der Einfahrt zu diesem Parkplatz, stehen zwei Herren, die haben eine Terminliste, die da schon daumendick war. Das war sehr beeindruckend. Und man darf Fenster nicht runter machen und muss seine Krankenkassenkarte ans Fenster halten, die dann geprüft wird. Also ob die Personalien mit dem Termin übereinstimmen und mit der Angabe der Krankenversicherung, die man am Telefon schon angegeben hatte. Wenn das alles passt, wird man zum nächsten Zelt weitergeleitet. Dort muss man dann nochmals seine Karte zeigen. Man bekommt vorne an den Scheibenwischer einen Ziploc-Beutel mit einem Zettel für das Labor und so einen kleinen Tupferabstrich drin. Und dann fährt man in ein Zelt, wo wirklich die Menschen in diesen kompletten Sicherheitsmonturen stehen. Dort darf man dann erst das Fenster öffnen und bekommt diesen Abstrich-Test gereicht, den man dann selber bei sich hinten im Rachen ansetzt und danach noch in die Nase stecken muss. Das wird dann eingetütet und man reicht das der Person im Schutzanzug zurück. Und das geht direkt ans Gesundheitsamt, an die Labore. Okay. Und wie bekommt man dann Nachricht? Und wann weiß man das schon? Also ich gehe davon aus, dass ich einen Anruf bekommen werde. Du gehst davon aus, dass... Ja, das ist offenbar noch nicht so ganz klar. Die Leute, mit denen ich gesprochen hatte, die schon einen Test gemacht haben, die haben alle einen Anruf bekommen. Und da ja auch meine Terminverschiebung telefonisch passiert ist, ist davon auszugehen, dass das Gesundheitsamt mich einmal zurückruft und mir mitteilt, ob der Test positiv oder negativ gelaufen ist. Das wäre schon gut, damit du weißt, ob du irgendwann deine Wohnung wieder verlassen darfst. Ja, das wäre super. Du hast auch zwischendurch erwähnt, dass du ein sehr aktiver Mensch bist, dass du viel draußen unterwegs bist. Du hast Hunde, was das Ganze natürlich auch bedingt. Wie funktioniert das jetzt? Du bist nämlich angewiesen darauf, dass Leute dir helfen aus der Nachbarschaft. Das ist richtig. Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir hier eine tolle Hausgemeinschaft haben. Ich bin mittlerweile sehr eng befreundet mit meiner Nachbarin, die tatsächlich auch für mich einkaufen geht. Und mit einer Art Schleusenübergabe meine Hunde in Empfang nimmt, mit denen Gassi geht und sie mir dann wiederbringt. Eine Hundeschleuse. Ja, eine Hundeschleuse, quasi unser Flur. Ich lasse die Hunde in voller Montur raus, schließe meine Wohnungstür und Sarah kommt und holt meine Hunde dann ab und geht. Das ist aber durchaus ein Stichwort. Ganz vieles davon funktioniert nur, wenn sich Leute gegenseitig helfen. Ich habe auch schon sehr schöne Beispiele dafür gesehen, dass das in verschiedensten Orten, Facebook-Gruppen und dergleichen gegründet werden, wo Leute anbieten, die eben nicht zu Risikogruppen gehören, dass sie für die Leute, die in irgendeiner Form gefährdet sind, weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben oder weil sie ein geschwächtes Atemsystem haben, einkaufen und dergleichen. Beobachtest du das auch? So als jemand, der das auch schon mal gestemmt hat? Ja, ich habe da mit einem lachenden und weinenden Auge, weil die Hilfsbereitschaft ist groß, aber nicht jede Hilfe ist sinnvoll. Wenn ich für so ein Hilfsangebot quer durch die ganze Stadt fahren muss, dann ist das eine eher schlechte Idee, weil sollte der Helfende dann selber infiziert sein, trägt er das einmal durch die ganze Stadt. Das ist eher semi-gut. Gut, ich hoffe ein bisschen darauf, dass sich das reguliert auf direkte Nachbarschaftshilfe. Dass Leute aus einem Haus, die sowieso mehr oder weniger dicht beieinander sind, einander helfen und man eben nicht weite Strecken auf sich nimmt, nur um das eigene Helfersyndrom zu befriedigen. Das spielt da wahrscheinlich auch öfter mal eine Rolle, dass man gerne etwas tun möchte, um Selbstwirksamkeit zu erfahren und das nicht im direkten Umfeld kann. und darum ein Risiko eingeht, für sich selber als auch für die anderen. Und davon sollte man eher abraten und Nachbarschaftshilfe im direkten Umkreis definitiv fördern. Sollte ich negativ getestet werden, werde ich auch hier in unserem Häuserblock, wir haben hier so ein Karree, werde ich mich da auch engagieren, weil wir haben hier einige Leute, die mit Atemwegschwierigkeiten oder sonstigen Vorbelastungen sind. Und anbieten kann man es, wenn sie es nicht wollen, ist das vollkommen legitim. Aber wichtig ist halt, dass man signalisiert, es ist wer direkt da, der sowieso geht, der einfach mal eine Einkaufstüte mehr mitnimmt und versteht, dass eine Schleusenübergabe ganz wichtig ist und der gute Hygieneregeln kennt, zum Beispiel vernünftiges Händewaschen. Es ist sehr erschreckend, dass offenbar derzeit beigebracht werden muss, wie man Hände wäscht. Und was sehr positiv zu beobachten ist, ich gucke ja auch viel aus dem Fenster, während ich hier sitze, die Hustenetikette, die Husten- und Niesetikette scheint sich gerade drastisch und sehr schnell zu ändern, was ich sehr befürworte. Ich sehe sehr viele Leute, die in ihre Ellbogen niesen und husten. Das finde ich immer sehr, sehr positiv. Das heißt tatsächlich, es gibt ja viele Diskussionen darüber, was sinnvoll ist, um sich und andere zu schützen. Sollte man eine Maske tragen, sollte man nicht tragen. Aber du hast jetzt Hygiene- und Hustenetikette erwähnt. Sind das die wichtigsten Punkte, deine Ansicht nach? Ja, plus ich glaube, wenn man im Moment eine Atemwegserkrankung hat, also irgendwie Husten, Schnuppen, Heiserkeit, selbst wenn es nur eine Erkältung ist, ist es an sich eine ganz höfliche Geschichte, tatsächlich so eine OP-Maske überzuziehen, um die Wahrscheinlichkeit, dass man eigenes Zeug an Viren und Bakterien in dieser Zeit verbreitet, um das so gering wie möglich zu halten. Ich halte das für eine sehr positive Geschichte. Ja. Und macht auch Sinn, dass man Bremse nicht ansteckt. Ja, ich fühle mich zugegeben auch seltsam. Ich habe mir das, so blöd das klingt, ich habe mir das von der japanischen Umgangsweise mit Krankheiten abgeguckt, dass es einfach als höflich und als selbstverständlich gilt, dass wenn man erkältet ist, man eine Maske trägt, damit man keine Tröpfchen in der Gegend rumsprüht. Und habe mir vor Jahren irgendwie so 50er-Pack-Masken geholt. Und jetzt irgendwie alle sind die, keine Ahnung, wir haben tatsächlich gestern schon drüber geredet, weil teilweise in den USA und so jetzt Aktionen laufen, dass Leute, die privat sowas besitzen, das bitte an Leute spenden, denen sie ausgehen, die halt im Gesundheitsbereich arbeiten. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ich gerne auf deine Erfahrung als jemand vom THW zurückgreifen würde. Sind wir denn vernünftige Menschen in Deutschland und werden wir das hinkriegen, damit die Krankheit zu verlangsamen? Wie schätzt du uns ein? Oh, da kämpft so ein bisschen meine misantropische Seite gegen die professionellere Seite. Ich glaube, wir können das hervorragend schaffen. Wir sind eine durchaus vernunftbegabte Nation, in der viel Willen und viel Engagement auch im ehrenamtlichen Bereich und im Katastrophenschutz vorhanden ist. Wir haben viele, viele helle Köpfchen bei uns in Deutschland. Viele Leute, die gut als Multiplikatoren für solches Verhalten, also für das richtige Verhalten in diesem Maßstab fungieren können. Wir haben eine durchaus überlegte Politik teilweise, was das Thema eingeht. Ich war sehr positiv überrascht von der Ansprache der Bundeskanzlerin, deren Politik sicherlich nicht meine persönliche ist, aber die das ziemlich gut gemacht hat. Und ich glaube, wenn alle sich ein bisschen am Riemen reißen und sich auf wissenschaftliche Grundlagen beziehen, nicht so viel Panik haben, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, dass wir das gut hinkriegen können, ohne dass das so eine Talfahrt gibt, wie es das leider in Italien getan hat. Ich glaube, wir sind noch früh genug dran und an einem Punkt in der Pandemie, wo man da noch viel abhalten kann. Und ich denke, wir kriegen das hin. Um die Kanzlerin zu wiederholen, wir schaffen das. Aber ich denke, das ist gut möglich. Ich bin der guten Hoffnung, meine misantropische Seite jetzt einmal sehr stillhaltend, dass wir das mit genug Engagement und durchhalten. Und mir ist sehr bewusst, wie schwierig das ist, gerade auch für die Selbstständigen und für Leute, die darauf angewiesen sind, dass sie diese Fakt haben, dass wir das hinkriegen können. Und je mehr sich daran halten, je strikter wir das durchmachen, desto schneller ist dieser hohe Bogen dann auch weg. Aber ich denke, es gibt genug Hilfestellung und genug vernünftige Menschen hier in Deutschland, dass das funktionieren kann. Ja. Und alle Leute, die Unsinn multiplizieren, sollten selbst bitte damit einfach aufhören mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Oh ja, bitte, 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 bitte. Was denkst du auch wiederum mit durchaus professionellem Hintergrund? Brauchen wir in Deutschland Angst, vor irgendwelchen Lieferengpässen zu haben? Nein. Danke. Hört auf, mir das Klopapier wegzukaufen. Ich finde, das Klopapier ist schrecklich. Ich muss dreilagiges Recyclingpapier nutzen. Das ist nicht korrekt. Ich kaufe seit Jahren fünf Lagen, weil ich es mir wert bin. Und die sind alle ausverkauft. Das ist sehr, sehr bitter für mich in meiner kleinen Welt. Du kannst nur deine Properze nicht mehr verwöhnen. Sätze, von denen ich nicht damit gerechnet habe, dass ich sie heute sagen würde. Entschuldigung. Aber warum nicht? Gespräche mit Katrin in Gleisen hin und wieder mal, das ist sogar noch sehr harmlos. Wie sieht es ansonsten psychologisch aus? Du hast ja auch schon darauf hingewiesen, dass man auch auf solche Dinge achten muss, wie dass man sein Helfer-Syndrom nicht versucht auszuleben und damit Dinge noch schlimmer zu machen. Wie gehst du auch damit um, als jemand, der eigentlich viel draußen unterwegs ist und jetzt in der Wohnung festsitzt? Was machst du, abgesehen davon heute mit uns hier zu labern? Oh, ich bin tatsächlich unglaublich relaxed, weil dieses Zuhausebleiben und vor meinem PC sitzen können und mit Leuten quatschen und zu zocken, das ist nicht so groß anders, bis auf die fehlenden Hunderunden, als mein normaler Alltag. Ich lebe alleine und abends sitze ich vorm Computer, rede online mit Leuten und zocke. Das ist leider so. Also insofern sehe ich das relativ locker und mir geht auch so ein bisschen diese Zukunftsangst ab. Das ist tatsächlich, bin ich so durch ein bisschen in mich gehen draufgekommen, durch meine Erfahrungen mit der Regenkatastrophe in Münster so. Ich weiß genau, das ist jetzt ein Punkt, wo die Möglichkeit besteht, dass wir die Art und Weise, wie unsere Welt funktioniert, ändern. Und zwar mit unserem Verhalten, mit unserer Einstellung und mit dem, wie wir uns geben, was wir tun, wie gut unsere Ideen sind. Das ist tatsächlich so ein Umbruchpunkt und es ist mir sehr bewusst, dieses Normal, was man vorher kannte, das kommt nicht wieder. Das wird sich jetzt von Grund auf ändern, wenn man alleine den Fakt nimmt, wir haben hier eine fast tausendjährige Tradition davon, sich zur Begrüßung die Hände zu schütteln. Das wird nach der Corona-Geschichte nicht mehr das Gleiche sein. Das wird eine andere Form, wenn es das dann noch vernünftig gibt, von einem Vertrauensbeweis sein. Es wird sich eine andere Begrüßungskultur etablieren. 66 Tage braucht es, um Verhalten zu ändern bei Menschen und 66 Tage werden wir garantiert mit diesen einschränkenden Maßnahmen leben. Das ist spannend. Die Zahl kannte ich gar nicht. Aber du sagst das mit einer so entschiedenen Sicherheit, dass ich glaube, dass das belegt ist. Ist es. Volkskunde sei Dank, weiß ich. Ah, das heißt, dein sehr geisteswissenschaftliches Studium hilft dir tatsächlich in solchen Dingen auch weiter. Massiv. Man glaubt es nicht. Es bringt auch ein bisschen Ruhe rein. Als Archäologin sage ich mit Fug und Recht, das ist die bequemste Apokalypse, die wir je hatten. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir sind rundum versorgt. Wir haben die Möglichkeiten, Kontakt mit anderen nonstop zu halten. Wir sind entertainend. Ich sitze hier und trinke aus der Mandalorian-Tasse hügelig-Früchte-Tee. Und mein Kühlschrank ist voll. Klopapier ist da. Selbst wenn es nicht da sein sollte, ich habe fließend Wasser. Mir fehlt es an nichts. Es gab noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Zeit, in der man so bequem und ohne Nöte in einer Pandemie sitzen kann. Wir dürfen uns sehr glücklich schätzen, dass wir jetzt so eine Pandemie haben und nicht vor 100 Jahren. Das muss man sich bewusst machen. Ja, es wird schon verschiedenste Varianten eines neuen Vertrauensbeweises und Grußes. Ich meine, der Vulkanier-Gruß ist schon sehr weit verbreitet worden. Wir hatten neulich schon dieses, wo das hier kommt, ob das Galaxy Quest war, dass man mit der Hand irgendwie so in der Luft rudert. Oh, was war der Galaxy Quest nochmal? Abgesehen von... Also nicht der Film, aber... Oh ja, deine Worte kommen sehr gut an. Die Leute freuen sich. Es wird ein bisschen drüber diskutiert, dass es entscheidende Mengen an sehr unvernünftigen Menschen gibt, die Corona-Partys feiern. Ich meine, ich höre das auch nur secondhand, weil hier in Schleswig-Holstein auf dem Land passiert das nicht. Mangels-Leuten. Ich sehe das jeden Tag. Echt? Hier laufen gruppenweise Jugendliche lang, die auf die Skatebahn hinten bei uns im Wald gehen und die haben alle richtig schön Bier und Sprit dabei, um sich jeden Abend zu treffen und sich dort zu betrinken. Und in die andere Richtung laufen hordenweise Rentner auf dem Weg in das einzig geöffnete, sitzbare Fleckchen in einer Bäckerei hier. Yay! Wandelnde Risikogruppe. Ja, verstehe ich aber intellektuell auch, weil das ist eine Generation, die ist im Kalten Krieg, hat die den Großteil ihres Erwachsenenlebens verbracht. Das bedeutet, die sind mit einer genauso abstrakten Gefahr die ganze Zeit in Kontakt gewesen. Es wurde immer gesagt, Russland bombt uns weg, die Atombomben können fallen und es ist jahrzehntelang nichts passiert. Es ist nie geschehen. Das ist ein Erfahrungshintergrund, aufgrund dessen die Leute jetzt agieren. Die sagen, wieso? Ja, die Panik, so eine Katastrophe, hatten wir alles schon, passiert eh nichts. Dass das jetzt ein ganz anderer Fall ist, sich das ganz anders darstellt, die Gefahr eine ganz andere ist, das ist unglaublich schwierig zu begreifen, auch je älter man wird und je mehr Erfahrungen man hat von es passiert sowieso nichts. Das hat einen psychologischen Hintergrund. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, ich glaube, dass das auch viele Jüngere teilweise getroffen hat, weil mit SARS gab es, gab es und mit Schweinegrippe und so weiter gab es immer wieder, oh, jetzt kommt ein, aber dann ist halt immer eingedämmt worden. Das heißt, viele Leute gehen fest davon aus, dass es diesmal genauso laufen würde. Ja, aber das ist, wie wir in sämtlichen asiatischen Reaktländern und auch in Europa jetzt sehen, das ist leider gar nicht so. Wir sind von unserem Gesundheitssystem überhaupt nicht mehr auf eine Pandemie ausgelegt. Yay. Wäre aber auch schlimm, wenn wir es nonstop wären. Das würde nämlich auch eine Normalität in unserem Leben unmöglich machen, wenn wir die ganze Zeit in vorauseilender Angst uns auf so etwas vorbereiten. Das ist immer ein Drahtseilakt, wie man damit umgeht. Ja. Du bist ja unerträglich vernünftig. Entschuldigung. Es hilft. Ja, ja, das hilft auf jeden Fall. Online spielen. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass du eine Veteranin des Online-Spielen bist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo du irgendwie drei Kampagnen Werewolf, Mage und Vampire parallel laufen hattest in Foren. Wirst du heute Abend bei uns im Videochat mitspielen? Ja, ich habe da Lust drauf und ich nehme sogar den Shadowrun-Charakter, den ich damals in deiner Runde gespielt habe. Weil wenn ich jetzt schon im Ruhrgebiet bin, dann spiele ich auch meinen Assi-Ruhrpott-Charakter. Ja. Das lohnt sich schon. Ah, da kriege ich das. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, außer dass sie diesen Arm hatte, auf dem eingeritzt war, nicht ohne meine Wumme. Ja, mit zwei Schreibfehlern. Mit zwei Schreibfehlern und Herzchen. Aber wenn wir quasi, ja, größtenteils regelfrei heute Abend spielen werden und das ohnehin alles sehr, sehr schräg wird mit einem Meta-Setting und dergleichen, kriegen wir das auf jeden Fall hin, auch wenn wir keine Daten zu diesem Charakter mehr haben, außer dem. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt. AC. AC. Nee, Jay-C war's. Jay-C. Jacqueline Chantal. Ah. Ah, das wird super. Ich freue mich. Was, ein, ein, ein wunderschöner Name für die 2070er. Da ist das garantiert schon wieder sehr altmodisch. Das ist so wie Hiltrude heute. Ja. Jacqueline Chantal. Ja, das war ja eine Intention. So ein bisschen Lokalkolorit und so. Ja. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird bestimmt eine witzige Geschichte. Ich freue mich sehr drauf und vielen, vielen Dank für die Infos, vor allen Dingen für die allgemeine Ruhe, die du dabei ausstrahlst und die bemerkenswerte Vernunft. Also, mir hilft das, ich bin ein nervöser Mensch und ich muss wissen, wie ich mich auf Dinge einstellen kann. Und allein das Prozedere zu wissen, was ich machen sollte, falls sich jemand bei mir meldet und sagt, ich habe einen bestätigten Test und wir haben uns vor zwei Wochen da und da gesehen und Hände geschüttelt oder so etwas, das hilft mir psychologisch schlicht und einfach. Und ganz wichtig, was kommt, wird garantiert besser als das, was vorher war. Jetzt wird sich ganz viel ändern und wir können echt froh und glücklich sein, in einer Zeit zu leben, wo so ein starker gesellschaftlicher Umbruch stattfindet. Das wird spannend. Also, die Neugier sollte da größer sein als die Angst. Positiv spannend. Und es wurde angemerkt, dass der Gruß müsste aus Demolition Man sein, sanfte Grüße. Ich wünsche mir auch irgendwie... Oh, stimmt. Ich wünsche mir auch die drei Muscheln, dass es garantiert eine sanftere Art und Weise meine Hände zu reinigen als die sehr häufige Einsatz von Seife, der teilweise meiner Haut etwas zugesetzt hat. Ja, vor allem musst du den nicht im Supermarkt kaufen. Ja, die Muscheln sind fest installiert. Du weißt schon, ihr habt fließend Wasser und auch eine Dusche, ne? Ja, dessen bin ich mir absolut bewusst, aber ich gehöre sogar zu den Leuten, die vorher wussten, wie man sich vernünftig die Hände wäscht. Aber ich habe es nicht so häufig am Tag getan wie jetzt. Das ist lobenswert, dass du das jetzt noch häufiger tust. Ja, also meine Haut fand es erstmal nicht so geil, aber ich glaube, langsam hat sie sich dran gewöhnt und ich benutze mehr Creme, um die entfernte Fettschicht zu emulieren. Vielen, vielen Dank, Krisenkäte und bis später. Und bleib gerne dabei, wenn du magst. Natürlich. Genau. Wir wechseln jetzt gleich und fließend rüber zu der Koali, der auch schon angetreten ist und auch das schwebender Kopf-Syndrom ein bisschen hat. Hallihallo. Ja, huhu, kann man mich hören? Man kann ich hören, ja. Sehr schön. Schöner zweifarbiger Bart. Ja, das Alter. Hat was Anime-mäßiges, genau geteilt in weiß und rot. Ich muss ganz kurz nochmal nachfragen, wo schieben wir den Meister Umbreon ein? Nach Patrick? Ja, wir machen während Patrick's Slot eine kleine Klopause. Danke. Da freust du dich jetzt schon. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die Klopause. Das ist ganz schön erbärmlich, aber ehrlich. Jetzt wird nicht vom Klo geschehen. Moment, Moment, Moment. Wir sind in meinem Zwatschen. In deinem Slot machen wir eine Klopause, nicht dein gesamter Slot wäre deine Klopause, Patrick. Na gut, weitermachen. Danke. Der Herr Götz überwacht uns wieder. Und wenn wir nicht artig sind, dann wirft er Dinge aus seinem Regal. Das klingt nicht wie eine gute Drohung. Aber der Patrick ist auch erst in einer halben Stunde dran. Das jetzige, ich gucke heute noch kurz in den Chat, wo gesagt wird, so habe ich mir einen Hexenmeister vorgestellt. In Sachen Koali. Genau, der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Koali. Für eine halbe Stunde. der Rollenspiel streamt. Yay. Also auch zu der kleinen Gemeinschaft von online aktiven Let's Playern oder Actual Playern gehört. Schön, dass du da bist. Das ist völlig richtig. Ja, danke, dass ihr sowas macht hier. Finde ich super gut. Ja, also ich meine, ich habe möglicherweise ein Helfer-Syndrom und ich habe gerade gelernt, dass man es nicht falsch einsetzen darf, aber online mit Leuten reden und versuchen zu sagen, wo man sozusagen, wenn man jetzt gerade zu Hause sitzt und sich versucht abzulenken, weil man sehr viel mehr Zeit hat, die nicht gefüllt ist, als man sonst den Tag über hatte, wo man hingehen kann und was man zusammen machen kann und wie Kate auch gesagt hat, vielleicht wird in Zukunft ja alles besser und wir haben viel mehr gemeinsame Runden und finden mehr Leute fürs Hobby. Ja, viele Leute haben das bestimmt mehr Zeit jetzt, ja. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch in der Jugendarbeit tätig. Läuft das jetzt noch oder werden das Dinge ausgesetzt? Ja, ich arbeite für die Kirche in der kirchlichen Jugendarbeit und ja, das geht alles ein bisschen drunter und drüber, wie wahrscheinlich überall sonst auch. Ich arbeite anders jetzt als vorher. Also natürlich finden keine Treffen oder sowas mehr statt, aber man muss jetzt irgendwie schauen, wie man versucht, irgendwie Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten und irgendwelche Sachen halt nach online zu verschieben. und das ist natürlich doppelt Arbeit als alles, weil ja, die ganzen Rahmenbedingungen dafür jetzt nochmal geschaffen werden müssen, die vorher ja nicht da waren, weil man sich vorher einfach so getroffen hat. Ja. Ich habe jetzt bis fünf Minuten, bevor ich hier reingekommen bin, habe ich auch noch den Gottesdienst für morgen für meine Chefin schneiden müssen. Der wird gleich nach YouTube hochgeladen. YouTube-Gottesdienst, das heißt, der läuft schon quasi digital. Ja, also sie hat das mit ihrer Handykamera irgendwie heute aufgenommen und ich muss es jetzt zusammenschneiden und frickeln und ja. Und da du von Chefin sprichst, nehme ich an, dass du in der evangelischen Abteilung bist. Das ist richtig. Ist das denn, ich bin da tatsächlich neugierig, ist das denn, ist das dann einfacher, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, das technisch umzusitzen, weil die da Digital Natives sind, wie man das sagt, oder ist das dann fast sogar schwieriger? Das ist mal so, mal so. Also da gibt es auch wie in unserem Alter oder überall solche und solche. Einige, die es besser können, andere, die es nicht so gut können. Was mir sehr viel Kopfzerbrechen macht, ist natürlich die Datenschutz-Sache, die bei uns in der Kirche sehr hoch ist. Eigentlich dürften wir Skype, Discord, Zoom, alles Mögliche nicht benutzen. Das geht, also man drückt jetzt ein Auge zu, damit man es überhaupt irgendwie machen kann, aber eigentlich dürfte man das alles nicht benutzen, wenn man sich die Datenschutz-Verordnungen der EKD durchliest. Ja, da arbeitet man aber jetzt irgendwie ganz fest dran oder so. Ja, ich bin nicht ganz sicher, was da alles im Hintergrund läuft. Ja, es wäre vielleicht ganz gut, da ein Auge zuzudrücken, weil ich stelle mir das vor, dass gerade eben solche Sachen, die Jugendarbeit, einfach halt eben auch einen festen Bezugspunkt für diejenigen darstellt, die da sind. und ich meine, wenn Schulen geschlossen werden und dergleichen, kann man jeden Anker gebrauchen, oder? Ja, die langweilen sich auch. Also, weil ich das jetzt so gehört habe, irgendwie, die sitzen zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen. auch jetzt wird auch berichtet, irgendwie meine Freunde gehen nach draußen und treffen sich, aber meine Eltern sagen, ich muss drinnen bleiben, was ja auch total gut ist. Ja, vernünftige Eltern. Und ja, dann haben wir heute, diese Woche habe ich auch mit Eltern diskutiert, über, ja, die sonst ihren Kindern immer ziemlich sehr online Beschränkungen auferlegen. so nur eine Stunde am Handy sein und so, das, ja, habe ich dann argumentiert, das muss halt irgendwie aufgeweicht werden, sonst kriegen die überhaupt keine Kontakt mehr irgendwie nach draußen und das ist nicht gut. Ja. Ich bin auch ein bisschen gespannt, geht denn dann dein Rollenspiel Hobby und deine Erfahrung mit Rollenspielstream und dergleichen, geht das dann Hand in Hand mit der Jugendarbeit? oder ist das dann, spielst du Rollenspiele mit denen, ist quasi die Frage, die ich stellen wollte, weil ich mehrere Leute kenne, die das halt eben auch in Jugendarbeit und dergleichen machen oder ist das getrennt? Ich habe es jetzt ganz lange, irgendwie fünf Jahre lang oder so, habe ich das nicht gemacht, einfach weil der Bedarf nicht da war und dann als Stranger Things irgendwie auf Netflix kam, dann kam es irgendwie ein, kennst du dieses total neue Ding, dieses super neue Dungeons & Dragons? Und ich so, ja? Ja, 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 vielleicht, vielleicht kenne ich das. Ja, und jetzt gibt es bei uns auf eine Rollenspielgruppe, ja. Und die Kirche ist da entspannt, die Satanic Panic haben wir alle hinter uns gelassen. Ja, wir sind da entspannt. Vielleicht machen das die, die Amis sind da ein bisschen panisch, glaube ich, meist, die meisten Kirchen, aber hier in Deutschland kenne ich eigentlich keinen. Mal ab von D&D, wenn du streamst, du arbeitest ja durch verschiedene Systeme, wenn ich den Überblick richtig habe und dir jetzt nicht irgendwie was durcheinander werfe, unterbrich mich, wenn ich Unsinn labere, sondern du bist nicht System quasi festgelegt, sondern du hast verschiedenste Sachen. Ja, ich habe hier und da immer so meine Vorlieben, einfach was mir selber gerade Spaß macht. Momentan spiele ich Vampire the Masquerade in der fünften Edition, spiele DSA 5 und ich habe so eine Eigenkreation Hunter, da kommt ja auch gerade irgendwie eine neue Version von der NWOD raus, aber ich habe da so einen Mix aus allen möglichen Editionen und Ängel, Chroniken der Engel, sagt man, ist vielleicht auch noch bekannt, das ist auch ein bisschen untergegangen, da sollte ja jetzt auch eine dritte Edition nochmal kommen. Das sollte, ja, das ist auch eine längere Geschichte, ja. Ja, und genau, habe ich auch schon Fade und irgendwie alles, ich habe fast alles durch, was mir Spaß macht. Ja gut, alles durchhaben, was mir Spaß macht, man weiß ja nicht, ob die Dinge, die man nicht probiert hat, nicht auch noch Spaß machen können. Das stimmt, ja. Sondern scheitert es meistens mehr an der Zeit. Ja. Wenn man längere Kampagnen dann macht, dann blockieren die natürlich Zeitslots, ne. Wir haben schon alle gesagt, der Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben, damit wir alle die, die Spiele durchkriegen, die wir eigentlich wollen, ja. Aber ich finde es schön, dass jemand, dass jemand auch noch Hunter irgendwie die Treue hält. Ich kenne, also gerade akut, außer dir niemanden, der, der, der das gerade spielt tatsächlich. ist auch eine besondere Hunter-Runde, weil alle meine Spielerinnen und Spieler, alle Pfarrer sind, also im richtigen Leben. Ja, seid die Kircheneinsatztruppe. Genau. Da habe ich gesagt, was passt am besten in der World of Darkness zu Pfarrern? Die können ruhig Hunter spielen. Das finde ich ziemlich großartig. Ich stelle mir dann, also das, das, das gehört ja auch ein gewisser dann, selbst über die, und, und eine spezielle Art von Humor dazu, dass wenn man, wenn man in der Kirche arbeitet, man dann tatsächlich Monsterjäger spielt. Die machen das auch sehr gut, mit Humor. Und wenn sie, wenn sie spontan irgendetwas improvisieren müssen, dass sie eine Waffe weihen, dann können sie es richtig gut. Wahrscheinlich. Ist noch nicht davor gekommen, aber, wer weiß. Das heißt, meine Frage, wie du die Leute findest, sie mit dir zusammen streamen, hat sich damit teilweise jetzt schon quasi erledigt. Du findest sie über die Arbeit, im Grunde. Ja, diese Runde, gar nicht über die Arbeit, also die Pfarrer habe ich mir zusammen gesucht über das Internet. Da hat irgendeiner mal, ich glaube, Firamin ist gerade auch im Chat, glaube ich, hier, die hatte irgendwann mal auf Twitter einen Post abgesetzt, wo sie sich total drüber gewundert hat, dass sie auf einer Hochzeit war, wo der Pfarrer darauf eingegangen ist, dass das Paar Rollenspiele spielt. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, Pfarrer kennen das, machen das auch. Und dann kam dann so ein Pfarrer nach dem anderen, der da drunter schrieb, ja, wir müssten doch eigentlich mal den Leuten zeigen, dass wir das auch machen. Und dann habe ich gesagt, ich leite was, bin ja was und was und was und was und was. Das finde ich ziemlich cool. Ja, ich sehe, Firamin ist im Chat und sagt, die beste Hunter-Runde. Sie sind auf jeden Fall begeistert, deine Spieler. Und wenn ihr streamt, wie regelt ihr das? Ist das alles online? Trefft ihr euch real? Ne, wir haben das alles online. Das liegt auch daran, dass wir über Deutschland total verstreut sind. Das ist auch irgendwie das Tolle am Online-Spielen, finde ich, irgendwie, dass man mit Leuten zusammen spielen kann, die einmal nicht um die Ecke wohnen. Ja, das ist eigentlich alles vom hohen Norden bis zum tiefsten Süden alles dabei. Und deswegen treffen wir uns da eher in den Skype momentan. Mal schauen. Das wechselt immer. Angefangen haben wir damals mit Google Hangouts, wer sich da noch erinnert. Ja. Ja, die technischen Lösungen lösen sich gegenseitig ab. Ich erinnere mich auch noch an. Ich erinnere mich. Wer erinnert sich noch an Kommunikation über ICQ? Yay! Genau. Ich weiß meine Zugangsdaten nicht mehr, aber es gab Zeiten, wo man diese Nummer auswendig wusste, unter der man sich finden konnte. Aber das heißt, ihr benutzt keinen quasi digitalen Spieltisch oder läuft er dann parallel dazu? Nee. Also wir nutzen momentan Roll20, um die Würfel darzustellen. Aber mehr habe ich eigentlich nicht bei Roll20. Ich bin nicht so der Freund von Battle Maps oder so. Das heißt, bei uns ist es sehr viel Theater of the Mind. Und von daher braucht man da wenig Optik. Die Overlays sehen ganz schick aus. Da bilde ich mir zumindest ein, dass ich das kann. Aber ansonsten haben wir da optisch nicht so sonderlich viel zu bieten. Ja. Aber es sind ja auch Systeme, auf die ihr euch so ein bisschen eingeschossen habt, die auch eher in die Richtung gehen, die nicht von Battle Maps leben, sondern eben von der Vorstellungskraft. Hat es damit auch bei dir angefangen, mit Rollenspiel? Oder was war das Erste, wo du rüber gestolpert bist? Mein erstes Rollenspiel war DSA 2, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Und das war noch ganz Hardcore Dungeon damals. Da habe ich bei irgendwie einem Bruder von meinem besten Freund mitspielen dürfen und einfach nur Pläne auf dem Tisch malen und dann aus dem Buch irgendwie das stärkste Monster raussuchen und gegen die Helden stellen. Und das war so das Erste Rollenspiel, was ich hatte. Und dann wurde in den 90ern wurde World of Darkness entdeckt. Und ich sehe auch die ganze Zeit die Käthe sehr interessiert gucken, weil die hat jahrelang quasi dort gelebt in der World of Darkness. Ich glaube, ich habe die World of Darkness tatsächlich erst in den 2000ern erlebt. Ah, okay. Sehr spät erst entdeckt, aber lieben gelernt, ja. Was hat dich daran angesprochen? Warum sind das die Spiele, die dich dann gefesselt haben, die quasi in so ein bisschen in eine realistische Welt reingehen und weniger mechanisch sind? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so ein bewusster Prozess war. Irgendwie so, ich suche mir jetzt ein System, was realistisch oder ich suche mir jetzt ein System, was wenig Würfel hat oder keine Ahnung was. Das ist alles Anfang der 2000er Jahre ist ja auch immer noch so, dass man sich halt getroffen hat und dann sagt einer, ich mache was und dann spielt man halt mit. So, und dann macht man das die ganze Zeit, ohne jetzt großartige Ansprüche zu haben und entweder man, einem gefällt das oder einem gefällt das nicht und damals hat, als ich studiert habe, jemand Vampire gesagt, wir spielen Rollenspiel, ich leite Vampire. Ich so, okay, bin ich vorbei. Kenne ich zwar nicht, aber mache ich. Und ja. Ja, man hat alles ausprobiert. Mit Glück hat man da was gefunden. Als es online weiterging, hat der Umbrian dann gesagt, hey, wir machen irgendwas mit dem Online. Ich leite Vampire und zack, ja gut. Das ist halt Vampire. Aha. Er ist also schuld. Genau, der Umbrian ist schuld. Wie immer. Dürfen wir alles auf weiste Umbrian schieben? Weiß ich nicht. Nicht alles, aber wahrscheinlich vieles, ja. Ah, okay. Ich habe mit Koali damals auch viel gestartet, was online dann so anging und daraus ist eine Menge erwachsen, ja. Und wie kam die Entscheidung dann gerade für dich auch zu streamen und daraus dann quasi Entertainment zu machen? Das ist in der Tat auch der Umbrian, der hat es ja angefangen zu streamen. Also das sind irgendwie die ersten Runden. Also der hat die Vampire-Runde ja direkt gestreamt über Google Hangouts. Das ist ja relativ einfach. Und ich habe dann gesagt, ich will das auch machen und habe dann irgendwann eine Cthulhu-Runde gemacht für die Gruppe. Und dann hatten wir statt einer Runde die Woche zwei und dann ist das auf drei und vier und dann kamen andere dazu, die das ähnlich gemacht haben und es wurde immer größer und jetzt ist es, dass wir jeden Tag, glaube ich, irgendwie drei, vier Streams haben, die laufen. Okay, also alles miteinander verschränkt. Eins führt zum anderen. Und ich muss auf jeden Fall fragen, warum Koali? Also einfach, weil ich Koalas großartig finde. Ja, ich auch. Wer nicht, fragt Nico aus dem Hintergrund. Ja, es wäre empörend, wenn man diese Wesen nicht mag. Ist tatsächlich mein Lieblingstier und irgendwann, als ich mich in irgendeinem Forum mal angemeldet habe, da suchte ich eine Nickname-Suche und so und Koala war vergeben und dann habe ich, gut, dann nehmen wir das niedlichere davon, dann nehmen wir Koali und ist dann bei geblieben. Und damit war die Online-Identität festgelegt für immer. Du bist also quasi qualifiziert für Stream. Entschuldigung, es bieten sich so viele, so viele dumme Wortspiele an. Meister Umbreon schreibt auch gerade, in sieben Tagen ist das genau sieben Jahre her. Ich nehme an, damit bezieht er sich auf die erste Runde, die ihr gemeinsam gestreamt habt. Vor sieben Jahren habt ihr das schon gemacht. Das war früh. Ja, also ich glaube, in Deutschland waren wir mit so die Ersten, die das so gemacht haben über Google Hangouts. Natürlich inspiriert durch die Amis, aber, ja. Ihr habt früh damit angefangen. Ihr seid sozusagen, ihr seid die Hipster. Ihr habt das gemacht, bevor es cool war. Deswegen auch die weißen Stellen im Bad, weil wir die alten sind. Das habe ich nicht gesagt. Ihr habt nur einfach früher angefangen. Ihr wart halt, keine Ahnung, die Frühzünder sozusagen. Aber das heißt, dass ihr auch immer noch verschränkt seid und die Leute, die irgendwie damals in der Gruppe angefangen haben, das immer auch weiterhin miteinander verschränken. Nico kommt schon wieder aus dem... Ich glaube, es ist immer noch historisch erwiesen, dass D&D mit Pornstars die Ersten waren. Oder unter den Ersten. 2010. Ich finde das unglaublich. Ja. Ich weiß nicht, ob wir über den Menschen, der das gemacht hat, unbedingt reden müssen. Über den Penner reden wir nicht, aber es ist wieder spannend, dass die Pornoindustrie wieder mal wegbereiter war. Die Pornoindustrie war vorneweg mit Let's Plays. Ja. Hey, lass uns Videos machen ohne Sex. Revolutionäre Idee. Langweilig. Aber das heißt, dass quasi aus diesem Zündfunken von Umryons Runde sich irgendwie dann so ein Mycel entwickelt hat. Ja, genau. Also wie gesagt, es geführt eins zum anderen. Cthulhu gab es dann gar nicht so lange, habe ich letzt festgestellt, irgendwie nur fünf, sechs Folgen, glaube ich. Und dann immer weiter, immer weiter. Und jetzt, du speziell hast zwei Streams die Woche, richtig? Ich habe, ja, ungefähr zwei. Manchmal verschiebt es sich, dass es drei oder nur einer ist, aber ja, das ist halt immer so, wie die Leute Zeit haben. Aber geplant ist eigentlich immer zwei Streams die Woche zu haben, ja. Sind es dann zwei Geschichten parallel oder ist es immer eine Geschichte, die du dann über jeden Termin weitermachst? Also ich spiele abwechselnd sonntags halt immer die Vampire-Runde. Das ist eine Sandbox und DSA, das ist die Philae-Sonsage, das heißt, das ist sehr lang. Und donnerstags gibt es Engel alle zwei Wochen und alle zwei Wochen dann montags gibt es Hunter und das sind halt alles ja dann einzelne Runden. Wird immer durchgewechselt. Genau. Und wenn die Story zu Ende erzählt ist, dann ist sie zu Ende und dann kommt dann hört es auf. Hat deine Philae-Sonsage ein Philae-Sonsage oder hast du wie Züdi ihn einfach rausgeworfen? Ich bin ein bisschen neidisch auf die Idee, die Züdi hatte, aber weil ich sehe da durchaus, dass mein Philae-Son ein bisschen untergeht, aber mein Runde hat einen Philae-Son, ja. Ja. Und dürfen alle die Arbeit machen, während er irgendwo steht, seine Haare im Wind wirft und sagt haha! Und jetzt die Seeschlange. Wie weit seid ihr denn mit der Philae-Sonsage? Wir sind gerade bei dem Abenteuer wie der Wind der Wüste. Wir sind gerade in Fasar und starten jetzt irgendwann das berühmt-berüchtigte Pferderennen in Kanäle zu gewinnen. Ja, ich erinnere mich. Ich habe sie nur einmal gespielt, aber gerade die abstruseren Momente sind, die brennen sich ins Gedächtnis ein. Wie schnell Das ist sehr alt. Ja. Von merkt es hier und da. Ja, auch mit allen Überarbeitungen. Es hat viele von den kuriosen Eigenschaften, die es aus seiner Zeit mitgenommen hat, hat es nie abgelegt. Vor allen Dingen dieses Wir haben zwölf Götter, also muss es für jeden ein Abenteuer geben. Spielt ihr die konsequent auch alle oder habt ihr ein paar von den weniger spannenden fallen lassen? Wir haben vor, bis jetzt haben wir alle der Reihe nach durch, ob gut oder schlecht oder durch Höhen und Tiefen, aber ja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir das irgendwann durchkriegen. Ihr seid ja schon über ein paar der anstrengenderen Punkte hinweg, wenn ihr schon mal in der Wüste seid. Das heißt, ihr habt schon Karene gehütet und Pestkante. Keine Spoiler. Ihr habt die weniger spannenden Teile schon hinter euch. Wenn ihr das durchgehalten habt, dann schafft ihr sie, glaube ich, auch zu Ende. Vor allen Dingen, wenn ihr es schafft, euch so regelmäßig zu treffen. Züdi hat ja schon gesagt, das ist bei ihr so ist, dass die Leute mit den digitalen Runden auch konsequenter erscheinen als bei den realen. Wie ist das bei euch? Wie schaffst du es, die Leute auch zu motivieren, immer zu erscheinen? Ich weiß gar nicht, wie ich das... Also es klappt sehr gut. Ich habe vor ein paar Monaten damit angefangen, auch durch die Vampire-Runde angefangen, weil das eine Sandbox ist, da bot sich das an, mit Ersatzspielern zu arbeiten, falls jemand mal ausfällt. Das heißt, irgendwie Leute einzuschieben, die dann halt nicht so wichtige Roller haben, die aber dann irgendwie auftauchen können zwischendurch, damit man trotzdem noch so ein Gruppengefühl dann hat. Und das klappt auch bei Filias dann ganz gut, obwohl wir dann nur eine Ersatzspielerin haben, aber die hat dann tatsächlich auch dann einen sehr wichtigen NPC übernommen und der läuft dann sowieso immer irgendwie mit und wenn es dann Not an Mann ist, dann taucht er dann mal richtig auf und hat dann auch ein bisschen mehr Screentime. Ja, und so schafft man das dann irgendwie schon, dass das alle zwei Wochen irgendwie hinhaut. Wird sich denn jetzt aktuell irgendwas dann verändern? Haben die Leute mehr Zeit dafür oder sogar weniger, weil sie zum Beispiel dann jetzt sich um Familienmitglieder kümmern müssen oder sich um Kinder kümmern müssen, die zu Hause sind, die es normalerweise nicht wären? Also ich habe selber momentan auch wenig, also eigentlich weniger Zeit als vorher, weil ich ja doppelt so viel Arbeit quasi habe, wegen dem ganzen Umstellen und Zeug. Von daher laufen meine Runden ganz normal, wie sie vorher waren, auch weiter. Aber es gibt auch eine Online-Runde, wo ich mitspiele auf einem anderen Kanal bei Pölle RPG, der spielt die G7 und der hat jetzt gesagt, ja, jetzt haben wir alle so viel Zeit, jetzt machen wir noch vormittags irgendwie auch nochmal irgendwo einen dazwischen. Und wie es momentan in der Terminabsprache aussieht, klappt das auch. Okay. Wie sprecht ihr euch ab? Ihr hängt ja dann quasi, es wurde gerade gesagt, Nerdpoler verbreiten sich schneller als Corona. Wir sind die Seuche, ja. Läuft eure Absprache über Nerdpol, worüber wir dann bei Meister Umrion, denke ich, auch noch deutlich mehr reden werden oder habt ihr quasi euer eigenes System? Ja, über den Nordpol Discord läuft eine Gruppensuche ganz gut ab oder halt übers Forum auch. Und wenn man sich dann zusammengefunden hat, dann ist momentan Discord halt irgendwie die Qual der Wahl und da kann man sich schön organisieren und absprechen. Und da ich ja mit sehr festen Terminen arbeite, also nicht immer von Session zu Session neue Termine suche, sondern immer sage, irgendwie spielen fest alle zwei Wochen, tragen sich die Leute das dann auch in ihren Kalender ein und spielen dann halt auch mit. Da hat man den Stress nicht. Basti, wenn du ohne Bild vor dich hin rumpelst, mach bitte deinen Ton aus. Okay, weiter im Text. Ich weiß nicht, hört ihr mich? Wir hören dich, ja. Wunderbar, das ist schon mal eine Sache, die funktioniert. Ich werde mal versuchen, das abzuschalten. Ja, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sich teilweise an die neue Technik gewöhnen muss. Basti, der jetzt geschafft hat, sich zu muten. Ja, Stück für Stück rausfinden. Wir hatten ja vorhin auch schon bei der W20-Show das mal einfach irgendwo dran getapte Handy. Aber wenn man schon darauf eingestellt ist, ist es, glaube ich, leicht. Also ich glaube, viele gerade jetzt von den Leuten, die online spielen und dergleichen, können sich besser umstellen. Es wurde mehrfach im Chat auch gesagt, für manche Nerds ändert sich nicht viel und Käthe sitzt weiterhin zu Hause und spielt. Also geht es, ganz grob gefragt, geht es dir gut damit, dass die Situation sich geändert hat und sozialer Kontakt sich jetzt auf einmal sehr viel online bewegt? Also für mein Rollenspiel ändert sich nichts großartig. Ich habe keine Tischrunden, außer jetzt die, die ich auf der Arbeit habe. Die kann man relativ einfach, weil ich ja Erfahrung habe, nach online verlegen. Aber sonst ändert sich halt nichts, weil ich halt nur diese Online-Runden habe. Und da läuft alles so weiter, wie es vorher auch war. Bei so vielen Streams, wo du likedest, kommst du selber noch dazu zu spielen? Ja, ich habe ja eben schon da wenig Spiele auf anderen Kanälen auch noch ein paar Runden mit. Und heute gleich, heute Abend gibt es auch nochmal einen DSR-Stream auf dem Kanal von MischkaRPG auf YouTube. Und da bin ich auch zu sehen als Spieler dann, ja. Ihr seid miteinander verwuchert. Das ist bemerkenswert. Solche halt, ne? Ja, aber alle Angesteckten werden einfach zu einem Kollektiv. Seid ihr die Rollenspielborg? Ja. Widerstand ist zwecklos. Deutschland ist zwecklos? Widerstand ist zwecklos. Okay. Das war ein kurioser Verhörer dann von meiner Seite aus. Kann man mit euch zusammen auch was unternehmen, ohne dass man direkt borgifiziert wird? Und vielleicht eigenständige Gedanken? Ja, sicher. Es gibt, glaube ich, auch einige in der Community, die gar nicht spielen, die einfach nur zum Lurken da sind und zum komischen Rumchatten und Unsinn machen. Der Stream, wenn du heute Abend spielst, was spielst du denn? Ich bin jetzt neugierig. Ich bin immer neugierig, wenn Leute viel Spiel leiten, was dann die Charaktere sind, die sie selber gerne einsetzen. Ich spiel heute Abend einen fettleibigen Teleportationsmagier. Ist der dick, weil er Teleportation gelernt hat und deswegen sich nicht mehr bewegen muss oder teleportiert er, weil er keine Lust hat zu laufen? Oder hat das überhaupt keinen Zusammenhang? Das bedingt sich so alles so. Wenn man magisch, auf magische Weise Dinge transportieren, bewegen und sich selber auch bewegen kann auf magischem Wege, dann hab ich mir gedacht, dann ist es, glaube ich, ganz schlüssig, dass der sich sonst nicht so viel bewegt. Und ja, der macht mir Spaß dadurch, dass er ein bisschen behäbig und ein bisschen meinem eigenen Ich auch ein bisschen entspricht. Für mich bist du gerade vor allen Dingen einfach nur ein schwebender Kopf mit einem coolen Bart. Deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Das ist der Vorteil bei online. Ja, man muss immer nur sich obenrum was anziehen und untenrum kannst du die Jogginghose sein, wenn man möchte. Aber jetzt hab ich mich selber abgelenkt. Nein, eigentlich wollte ich nur sagen, vor allen Dingen auch, man findet selten, gerade in der Fantasy, Helden, die nicht rangschlank und einem modernen Schönheitsideal entsprechend sind. Das find ich eigentlich ganz cool. Und deswegen wollte ich fragen, wie sehen Charaktere aus bei Spielleitern, weil die häufig dann eher so, wie du sagst, dass die etwas gemütlicheren, die etwas zurückhaltenderen Figuren haben. Ich weiß nicht, ob er zurückhaltend ist, aber gemütlich ist er auf jeden Fall, ja. Und wir haben ja auch alle gehört, ein bisschen mehr Ruhe kann nicht schaden und ich sollte auch aufhören, so schnell und so hektisch zu reden. So, lass uns nochmal wiederholen. Wo findet man die Sachen, die du spielst und die Sachen, wo du mitspielst? Also, ich stream live auf Twitch hier auch. Da findet man mich unter Koali, aber das O wie eine Null schreiben und auf YouTube auch als der Koali. Genau, das kann man nicht finden. Okay. Es wird gerade auch gesagt, Cesare ist der Beste und der Kuchen, schreck ich nehme an, Cesare ist ein Magier. Genau, Cesare Dolce Vittani. Dolce Vittani. Das klingt, als wäre ein Madana. Ja, kommt aus Belhanka. Ah, aus Belhanka. Ja, Bewegungsakademie. Yay. Wobei er da runtergeflogen ist, weil er Dinge getan hat. Aber gut, das müsst ihr euch angucken. Ja. Wenn wir mehr über die Geschichte von Cesare wissen wollen, dann müssen wir es uns anschauen. Okay, ich bedanke mich. Genau, es werden auch nochmal im Chat der Link zu deinem YouTube-Kanal geworfen und zum Nerdpool-Forum, über das wir, wie gesagt, nachher auch noch mehr reden werden, wenn wir mit Meister Umbreon reden. Und ich bedanke mich, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein dürfte. Ja, bleib gerne, auch wenn du magst, aber du wirst auch wahrscheinlich in absehbarer Zeit dich dann auf den Stream nachher vorbereiten wollen. Ja, ich bleib noch ein paar Minütchen und dann muss ich gleich los. Okay. Gut, vielen, vielen Dank. Ich würde dann jetzt mal das Mikrofon sozusagen weitergeben an Patrick Götz, der seinen wunderbaren zwischenzeitlich eingeschalteten digitalen Hintergrund wieder abgeschafft hat, die Corona-Variante von Wo ist Waldo? Ja. Soll ich mich wieder einschalten? Wenn du magst. Gerade hast du ja quasi YouTuber-Standard und Ikea-Regale im Hintergrund. Ja, das ist richtig. Ja, ich kann ihn noch mal einschalten, wenn ihr den noch nicht gefunden habt. Den Waldo. Willst du? Bitte sehr. Dankeschön. Sag noch mal was, damit ich ihn groß sehe. Bitte? Ja. Hallo, hallo. Test, test. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja, ja doch. Schön, dass du da bist, Patrick. Oh, das ist auch sehr schön, das Nighthawks ohne Gäste. Und Patrick ist auch dann heute unsere Ansprechperson, wie es aussieht, von der Seite der Leute aus, die nicht zwingend streamen und quasi Rollenspiel als Entertainment und Bühne benutzen, sondern die es machen im Sinne von dafür sorgen, dass es Material gibt. Denn Patrick Götz ist Patrick Götz vom Urwerkverlag, wie sein vollständiger Name lautet, wie wir alle wissen. Genau. Und Patrick Götz vom Urwerkverlag gibt gerne ein Wort antworten. Korrekt. Dankeschön. Gerne. Ja. Das können eine sehr lange 30 Minuten werden. Ja. Patrick ist immer, immer, immer sehr, eine Stunde. Nein, wir haben ihn doch gekürzt. Genau. Wir haben ihn gekürzt. Erstens. 30 Minuten, 15 Minuten Klopause und dann, ja. Okay. Morgen ist auch nochmal dran. Vielleicht. Oh, okay, muss ich mich benehmen. Damit wir dich morgen nochmal einladen. Ja. Ich glaube, das läuft nicht Gefahr. Patrick, Patrick kennen, kennen wir auch schon seit einer ganzen Weile und unter anderem ist Patrick deswegen für mich auch eine wichtige Person in der Szene, weil er der Erste ist, dem er jemals einen Job gegeben hat in der Rollenspielszene. Weil er nach einem gemeinsam verbrachten Laub, obwohl er meine Familie kennengelernt hat, gesagt hat, mit der Frau könnte man vielleicht zusammenarbeiten, was ich dir sehr hoch anrechne. Ja, okay. Oh Mann. Das ist schon echt lange her, oder? Das ist echt lange her. Das ist, wie lange ist das her? Acht, neun Jahre mittlerweile? Neun oder zehn sogar. Neun oder zehn Jahre. Er hat die restlichen Stritters kennengelernt und dich trotzdem eingestellt? Katrin, als eine von den Personen, die auch die restlichen Stritters kennt. er hat mir einen Job gegeben, er hat mich nicht eingestellt. Er hat gesagt, wie wäre es, wenn du was für mich schreibst? Du bist ein Gutmensch. Definitiv. Katrin stellt meine Familie jetzt interessanter. Hat sie gerade gesagt, sie findet, dass er ein Gutmensch ist, weil er deine Familie kennengelernt hat und dir trotzdem im Kopf gegeben hat? Wow. Schau mal, meine Familie ist nicht im Chat. Sie hat ja schon recht. Meine Familie ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich, sagen wir so. Und sie hatte gewisse Krisenzeiten. Und das Haus, in dem sie lebt, ist auch ungewöhnlich. Und da haben wir gelarbt. Aber das LARB war auch ungewöhnlich. Ich glaube, das war das Dr. Who LARB. Irgendwann noch bei euch zu Hause? Ja, in der Mühle. Ah, in der neuen Mühle, okay. Ja, im neuen Zuhause. Ne, das alte Zuhause, das letzte Mal, das in meinem alten Zuhause gelarbt wurde, war ein Vampire LARB, wo wir Genuss haben, dass das Haus ausgeräumt und fast abbruchreif war, beziehungsweise stark sanierungsbedürftig und sind dann halt mit Kunstblut und ganz vielen Leuten und rausgeschrubbten Glühbirnen durch dieses dunkle Haus getobt, weil kaputt machen konnten wir eh nichts mehr. Das war, das war cool. Nein, aber Patrick kennt nur das neue, das neue Heim. Aber ab von Diskussionen über meine Familie und Kuriositäten. Aber wir können uns auch eine Stunde über deine Familie unterhalten. Nein. Also können wir, aber sollten wir nicht. Wie sieht es beim Urweck Verlag aktuell eigentlich aus? Also nur kurz mal darauf zurückgreifend, ihr hattet ja Insolvenz eingereicht letztes Jahr, seit jetzt, seit Neujahr seid ihr wieder quasi eigenständig. Das heißt, das Verfahren ist beendet und es läuft weiter, verkleinert. Nein, das Verfahren ist nicht beendet, aber es ist, trotzdem bin ich seit 1.1. wieder eigenständig. Das ist schon korrekt. Okay, da kamen auch die Daumen hoch schon direkt von Korrekt. Und ihr habt damals ja auch sehr viel Rückhalt in der Community erlebt mit Aufrufen zum Unterstützen und Streams und Hamsterkäufen von Uhrwerkmaterial. Ja, das war so die Generalprobe für die jetzige Situation bloß mit anderer Art von Papier. Das hoffentlich nicht dem gleichen Zweck zugeführt wird. Ja, weil es sich nicht auflöst in der Kanalisation, das wäre eine doofe Idee. Bücher für zu benutzen. Apropos Hamster, es wird aufgerufen, dass du irgendwann heute noch den Hamsterpulli tragen musst. Nein, nein. Der wird gestern geteasert. Ja, vielleicht morgen. Mal gucken. Vielleicht morgen. Boah, jetzt teaserst du uns auf morgen. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Guck mal, wie traurig die Katrin guckt. Dann nehme ich aber das schöne Hintergrundbild. Ja, das ist sehr gut. Das bereitet mir große Freude. Vor allen Dingen, je nachdem, wo du den Kopf hinpackst, hast du unterschiedliche Ohren. So blöd das jetzt klingt, aber die Tatsache, dass du kein großes Büro mehr hast, wo alle Leute nebeneinander sitzen, ist jetzt wahrscheinlich sogar ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Tatsächlich haben wir im Dezember eigentlich sehr stark umgestellt von einem großen Rauchenbüro fast zu fast nur Homeoffice. Also das größte Büro, was es jetzt noch gab seit Dezember, war das hier, wo ich jetzt sitze, wo neben den vier Katzen und ich noch zwei andere Personen gearbeitet haben, aber halt nur Buchhaltung und Orga und so. Und die arbeiten jetzt halt auch aus dem Homeoffice. Und die Redaktion arbeitet jetzt auch sowieso schon seit drei Monaten im Homeoffice. Ja, und der Shop und das Lager waren ja sowieso immer an anderen Plätzen. Die arbeiten ganz normal im Prinzip auch fast aus ihrem Homeoffice raus, wie sie das auch vorher schon getan haben tatsächlich. Okay. Das heißt, ihr braucht tatsächlich nicht viel umstellen, damit das bei euch weitergehen wird. Das ist von der Seite aus richtig. Also für mich ist es schon ein komisches Gefühl, weil, wie gesagt, ich saß hier dann nicht alleine, sondern an drei bis vier Tagen die Woche waren noch andere Leute hier. Und jetzt ist es halt ein richtiges Homeoffice, wo man keinen Menschen mehr sieht, so ungefähr. Das ist halt schon ein bisschen seltsam. Ja, das heißt, es geht ja auch ein bisschen an die Nerven, an die Nieren. Ja, vor allen Dingen die Situation ist natürlich sehr unberechenbar. Im Moment, von der Arbeit her, ist das alles wie vorher, alles funktioniert. Aber ich weiß natürlich nicht, was das mittelfristig langfristig für Auswirkungen hat, wenn jetzt erst mal Ewigkeiten alle Läden zu haben und so weiter. Das ist ja nicht... Die eine Sache ist natürlich, wir können weiter Rollenspielsachen produzieren. Das ist schön und gut, aber wir müssen die auch verkaufen. Das wird halt lustig werden in nächster Zeit, denke ich. Ja, gerade die Sache mit den Läden, dass die schließen müssen, ist ohnehin etwas. Wir haben ja gestern spät ein Video aufgenommen und dann quasi früh, heute online gestellt. Heute Nacht. Heute Nacht online gestellt, wo wir unter anderem auch darauf hingewiesen haben, dass Läden unterschiedliche Aktionen haben. Und das Ähnliches gilt ja auch für euch. Also ihr verkauft natürlich an Läden, aber ihr habt ja auch durchaus einen Online-Shop, habt ihr gemerkt, dass sich da irgendwie das verlagert hat? Bereits? Das ist jetzt dadurch, die Situation ist ja jetzt seit einer Woche so, wie sie ist. Das ist schwierig zu sagen. Wir hatten jetzt die Woche sowieso einiges an Neuheiten gestern rausgebracht. Das war natürlich ganz gut. Und wir haben die Tage eine PDF-Aktion gemacht und wir haben so nicht Schurke vorgezogen. Natürlich hat das Auswirkungen gehabt. Aber es ist jetzt schwierig zu sagen, ob das jetzt ein kurzer Boost war für ein paar Tage oder ob zumindest im Online-Shop einfach ganz normal weitergeht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe das, dass es relativ normal weitergeht. Wir verschicken ja auch ganz normal. Aber ja, keine Ahnung. Es kann natürlich auch passieren, dass es besser wird im Online-Shop, weil halt die Leute nicht mehr in der Lage sind, es in Läden zu kaufen. Das ist kurzfristig natürlich schön. mittel- und langfristig ist das nicht. Nee. Also ich bin entschieden dafür, die Läden zu behalten. Ja, klar. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, dass ich in Daten gehen kann, weil Münster angenehmerweise zeitweilig sogar mehrere Nerd-Lädchen hatte. und jeder, der davon, der irgendwie weg stirbt, macht mich traurig. Ja, klar. Was kann man, was kann man, was kann man denn quasi machen, um zu versuchen zu unterstützen? Also bei euch kann man, kann man online bestellen, um euch weiterhin zu unterstützen. Aber hast du einen Überblick, wie, wie die Läden agieren? Ich weiß von ein, zwei Läden mindestens, die halt jetzt Versand wieder vermehrt machen oder einen Abholservice anbieten. Halt Ralf, den ihr ja morgen, glaube ich, hier bei habt, macht das. Ich glaube, die Spielzeit Krefeld macht das. Und ich gehe davon aus, dass das mehrere Läden machen werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das halt über einen kurzen Solidaritätskauf hinaus so viel bringen wird. Also ich hoffe es, aber es ist halt keine Laufkundschaft da. Man geht halt nicht in die Stadt und dann halt auch mal in den Laden und so weiter. Ja, aber es kann natürlich sein, dass das für einen kurzen Moment, dass das abfedert und es auch dann irgendwann wieder gut ist und es einigermaßen glimpflich ausgeht. Aber ich weiß es nicht. Ja, als jemand, der ja auch durchaus immensen Rückhalt und nicht über eine kurze Blase und wir machen jetzt mal eben Aktionismus, was er uns erlebt hat in der Szene, glaubst du nicht, dass die Leute tatsächlich sich zusammenraufen werden in der Rollenspielszene und versuchen, die Leute weiter zu unterstützen? Ich hoffe das. Es kann auch sein, dass das passiert, ja. Aber, du hast keine Ahnung. Natürlich nicht. Niemand von uns hat eine Ahnung. Da habe ich jetzt keine Vorfälle aus der Vergangenheit, mit denen man das vergleichen könnte, tatsächlich. Es wurde eben im Chat gefragt, ob es wieder eine Splittermondbox, Einsteigerbox geben wird. Es wird möglicherweise jetzt ein bisschen ein Urwerk-Q&A, obwohl wir vor kurzem erst eins gemacht haben. klar, bitte. Es ist geplant, mit Pegasus zusammen eine etwas größere, etwas umfangreichere Einsteigerbox zu machen. Das heißt, die, die jetzt im Moment ausverkauft ist, wird nicht so nachgedruckt. Es war geplant oder ist geplant, die zur Essener Spielemesse, Weihnachtsgeschäft rum, halt rauszubringen. Ah, okay. Ja, hoffen wir, dass... Und die Arbeit dran wird jetzt natürlich auch nicht gestoppt, weil Leute eigentlich mehr Zeit haben, daran zu arbeiten. Aber mit Pegasus zusammen, das finde ich cool. Ja, soll halt in den Spiele-Läden stehen. Ihr habt ja auch mit so Nichtschurke denselben Plan jetzt bereits gefahren. Und du hattest ja das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, die auch mitgebracht und die haben schöne, pragmatische Spieleregalgröße. Das heißt, da läuft das schon, dass sie in den Spiele-Läden landen? Ja. Das wird verschickt seit dieser Woche, glaube ich. Also letzte Woche ging das los, dass es an die Bäcker rausging. Das müsste eigentlich abgeschlossen sein von Pegasus aus und sie haben dann halt auch wegen der jetzigen Situation halt gesagt, nach Absprache, das geht auch sofort an die Läden raus und an Leute, die es bestellen, damit es halt jetzt, damit Kinder es jetzt halt haben, wenn sie zu Hause rumhängen, um was Sinnvolles zum Spiel. Ja, genau, für alle, die möglicherweise nicht wissen, was so Nichtschurke ist beziehungsweise No Thank You Evil im Original, das ist ein Kinderrollenspiel von Monty Cook, das man skalieren kann, je nachdem, wie alt die Kinder sind oder wie tief sie in der Materie schon drin sind, wie die Regeltiefe ist und ich war lange Zeit skeptisch, was Kinderrollenspiele angeht, weil ich möglicherweise skeptisch bin, was Kinder angeht, aber beim Test hat es sich als tatsächlich ziemlich gut erwiesen, nur ich kann mich bei der Familie, wo ich es getestet habe, nicht mehr sehen lassen, weil ich kann nicht durch die Tür gehen, ohne dass ich überfallen werde. Und gefordert wird, dass ich No Thank You Evil spiele. Da hast du mir was angetan, Patrick. Das tut mir leid. Tut's dir nicht. Kann keins von den Kindern das übernehmen? Die müssten doch... Ja, also der Älteste müsste eigentlich auch schon so weit sein, dass er selber leiten kann. Das stimmt. Ich werde das dem mal nahelegen und dann mich irgendwann, wenn ich wieder mich durch die Republik bewege, vielleicht traue ich mich dann wieder hin. Es wird gerade gefragt, wie es denn aktuell eigentlich mit Feder und Schwert aussieht. Das stimmt, da habe ich auch keinen Überblick gerade bei euch. Feder und Schwert hängt in der Luft im Moment, sage ich mal. Das ist eine andere Firma, insofern sieht die Situation da anders aus. Und ich und das Team, was wir noch haben, kann im Moment auch nicht da jetzt zwei Firmen betreuen oder wiederbeleben. Deswegen, da sind Gespräche geführt worden mit dem Insolvenzverwalter und ein paar Autoren usw., dass wir da Teile von eventuell rüberziehen. wie zum Beispiel Designers and Dragons, was jetzt im Urwerkverlag weitergemacht werden wird. Das Gleiche gilt vielleicht für einige Romanreihen. Das gilt ganz sicher für die Splitter-Mode-Romanreihe natürlich. Aber da gibt es noch nichts Genaueres, was ich da jetzt sagen könnte. Also es ist schon geplant, da einiges weiterzumachen. Aber halt alles noch nicht so weit, dass ich da jetzt konkret einzelne Projekte nennen könnte. Okay. Ich habe zwei sehr süße Sachen gerade im Chat gelesen. Einmal Geragian, der sagt, er hat seine Radtour genutzt, um seiner Schwester No Thank You Evil vor die Haustür zu legen. Hat quasi eine berührungsfreie Rollenspielübergabe durchgeführt an den Familienteil mit Kindern. Und ich habe jetzt den niederländischen Titel von No Thank You Evil gelernt. Der ist auch großartig. Green monsters on the head bed. Und das war wahrscheinlich furchtbar schlecht ausgesprochen, aber keine Monster unter dem Bett. Das ist auch ein sehr schöner Titel. Das niederländische habe ich auch im Verwundigen. Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren schon rausgekommen. Das ist ein Hardcover. Habe ich mit Verwunderung zufällig auf irgendeiner Essener Spielemesse gesehen. Ich gebe zu, ich wusste das bis jetzt gerade auch nicht, dass es das gab. Oh, das ist Achim im Chat. Hi Achim! Genau. Der wird es genau wissen. Ja. Aber ja, also ich glaube, gerade Neude-Eltern, die jetzt die Kinder zu Hause haben, denen ist es gut, irgendwas an die Hand zu geben, mit denen sie beschäftigen können, ohne dass man wahnsinnig wird. Und vor allen Dingen auch etwas, womit sie sich quasi dann selber beschäftigen können, weil einer von denen selber Spielleitung übernehmen kann. Ja. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, sagt er. Es wird gefragt, was für Leckereien der Patrick gerne im Homeoffice hätte. Was für was? Was hat er dem Wort? Was für Leckereien der Patrick gerne im Homeoffice hätte. Es wird gefragt, was für Leckereien du gerne im Homeoffice hättest. Ich wünsche, möglicherweise planen Leute Anschläge auf dich. Anschläge? Kohlenhydratfreie wären gut. Kohlenhydratfreie? Du gehst wieder in die Diät? Ich überlege, ja. Tatsächlich. Aber ich weiß auch noch nicht genau, ob ich mir diesen zusätzlichen Stress jetzt gerade auch noch zusätzlich antue. Ich wollte gerade fragen, glaubst du, das ist der richtige Moment, auf Kohlenhydrate zu verzichten, wenn eh alles angespannt ist? Obwohl, die Leute kaufen dir die Nudeln weg, ne? Bestimmt. Wenn ich sowieso keine Nudeln kaufen kann, tja. Bei uns heute im Laden waren Kartoffeln knapp. Also, vielleicht muss ich auf Atkins umschreiben. Weil die Leute alle Kohlenhydrate einlagern. Das ist bizarr. Ja. Also tatsächlich, Arbeitverlag geht soweit ganz normal weiter bis zum Punkt, wo das PDF fertig ist. Tatsächlich, was wir ein bisschen das Problem haben, jetzt auch, möglicherweise, ich weiß noch nicht genau, ist die Sache mit den Druckern. Weil ihr vermutlich wie die meisten Verlage nicht in Deutschland druckt. Weil wir aus rein wirtschaftlichen Gründen sehr oft nicht in Deutschland drucken. Das ist richtig, ja. Und da hatten wir auch schon ein paar Mails, dass da ein paar Komplikationen auftreten könnten. Aber was genau, das weiß ich halt auch noch nicht. Ich wollte ja diese Woche zum Beispiel achten, dass das Nordafrika-Quellenbuch verachteten Sulu-Indruck geht. Das ist halt noch nicht passiert, weil noch ein paar Sachen jetzt extra zu klären sind, die vorher nicht zu klären waren. Mal gucken, was da jetzt passiert. Und kann sein, dass sich das alles einfach ein paar Tage bis Wochen verzögern. kann sein, dass wir erst mal das PDF vorab rausbringen, weil sich der Druck doch fast länger verzögert. Das sind so Sachen. Alles neu kann ich noch nicht sagen. Lassen wir uns überraschen. Juhu. Ja, wenn man darauf angewiesen ist, dass innerhalb von Europa Sachen geliefert werden können, ohne groß aufgehalten zu werden, ist es verblüffend, wie schnell auf einmal die Grenzen wieder überwacht werden. Ja. Das ist man nicht mehr gewöhnt. Ich will auch gar nichts zu der Vernunft oder der Begründung dafür sagen, aber als jemand, der aufgewachsen ist, damit das Europa immer wieder offener, quasi ständig offener wird, ist das jetzt gerade so ein Hey, hoffentlich bleibt das nicht. Ja. Ich meine, es ist ja sinnvoll. Es ist ja, ich sage ja nichts dagegen, es gibt wichtigere Sachen, als dass das Nordafrika-Quellenbuch für Akten-Kosulu da ist, natürlich. Ja, insofern alles verständlich, aber es ist nun mal halt so. Das fängt halt an, Probleme zu machen, insgesamt. Aber das ist alles natürlich ein Witz gegen die wirklichen Probleme, die das gerade verursacht. Ja. Aber nur, weil wir unterschiedliche Sorgen haben und weil die Sorgen vielleicht aus einem größeren Abstand betrachtet unterschiedlich wie wiegen, heißt es ja nicht, dass man sie abstellen kann. Nee, natürlich nicht. Insofern, wie geht es dir dann auch schlicht und einfach mit solchen Unsicherheiten und hast du irgendwie quasi Tipps, wie man die Gelassenheit einer Käthe erreichen kann? Nein. Mir geht es damit nicht besonders gut und ich habe keine Tipps, wie man diese Gelassenheit erreichen kann. Vielleicht mit Drogen, ich weiß es nicht genau. Davon möchte ich abnehmen. Ich wollte gerade sagen, hört nicht auf diesen Tipp. Nee, also tatsächlich ist das schon natürlich was, was mich was umtreibt, weil die in Anführungszeichen neue Firma ist jetzt zweieinhalb Monate alt. Ja. Einfach, weil die noch auch so jung ist und eigentlich ganz gut bei Null angefangen hat, aber halt hat alles bis jetzt so funktioniert, wie es sollte. sowas wie jetzt ist da natürlich offensichtlich nicht mit einkalkuliert gewesen, ja, dass sowas passieren kann. Mal gucken, wo das hinführt. Ich weiß es einfach nicht. Wir werden sehen. Also ich kann, ich meine, das Helfersyndrom... Sie jetzt gerade alle zu sehr runter, oder? Nein, mein Helfersyndrom ist gerade wieder wir müssen was tun. Insofern kann ich nur sagen, dann, also wir schauen, dass wir weiter drüber reden, was ihr so macht und wie man dran kommen kann und wie man euch unterstützen kann und wie man dabei ruhig bleibt. Wie mir aus dem Hintergrund zu verstehen gegeben wird, dass ich nicht hektisch werden soll. Und auch nicht so schlimm. Hast du gar nicht so viel Koffein getrunken heute, oder? Nein, ich habe noch nicht so viel Koffein getrunken, aber guck dir mal an, was für niedliche Hunde Patrick im Hintergrund hat. Das beruhigt einen doch auch ein bisschen. Also mich beruhigt einen. Bisher haben mich immer immer wütende Zombies jetzt angestarrt, aber bei ihm aus dem Hintergrund. Ne, da waren eben auch Kätzchen, habe ich genau gesehen. Das waren Kätzchen, dann waren es Zombies und jetzt sind es Welpen. Oh. Super. Ja. Danke Patrick für die Welpen. Gerne. Danke für die Welpen. Ja. Also, ich kann das sehr gut verstehen. Das ist natürlich auch irgendwie so ein, hey, wir haben eine Unsicherheit jetzt überstanden und es geschafft, das alles wieder irgendwie in Gang zu bekommen und dann kommt irgendwie das gleichgültige Universum an und tritt einem vor das Schienbein. Ja, genau. Genau das. Ja. Wobei es halt wirklich von der Arbeit her fast kein Unterschied ist zu vorher. Das ist halt alles eine Kopfsache. Ja. Ich habe genug zu tun, alle Leute, die bei mir arbeiten, haben genug zu tun und ich hoffe, das bleibt so. Das hoffe ich auch. Die Zombies laufen bald draußen um. Die sind, wird angemerkt, die sind jetzt aus deinem Hintergrund entkommen. Das haben auch viele Leute schon gesagt, wir haben uns alle vorbereitet auf einen Weltuntergang mit Zombies und sonst irgendetwas und stattdessen ist es Langeweile und zu schwaches Internet und mangelndes Klopapier. Anstatt, genau, anstatt Zombies sind es halt Leute, die Klopapier horten. Das ist nicht ganz so ziniastisch. Beim Mutant Year Zero nach dem Zusammenbruch der menschlichen Gesellschaft, wenn dann die kleinen Mutanten rausgehen, finden sie haufenweise Leute, die tot in ihren Bunkern liegen, aber mit haufenweise Klopapier, das sie eingelagert haben. Aber Klopapier, ja. Ich glaube, viele Leute, die jetzt gerade ein postapokalyptisches Szenario spielen, passen es an. Ich habe auch schon Parallelen gefunden in Engel, weil ja die Alten mehr betroffen sind als die Jungen. Es ist nicht der Fightstanz, aber es ist vielleicht so ähnlich. Die bestimmte Hintergrundgeschichte von Engel, dass zwischendurch nur noch Kinder und Jugendliche überlebt haben und das ist ein einschneidender, ein einschneidender... Der Virus nur die Alten befällt. Wir haben über Feder und Schwert gesprochen und über Engel und sowas. Wir haben über Feder und Schwert und die aktuelle Situation gesprochen, über Engel haben wir nicht gesprochen, weil ich, um ehrlich zu sein, auch gerade nicht den Überblick habe, wer jetzt im Moment für Engel zuständig ist. Es war ja mal ein Crowdfunding geplant. Ja, es war mal ein Crowdfunding geplant. Mit Feldregeln optional. Ja, das ist auch immer noch der Plan. Das Regelwerk ist fast fertig. Das Artwork ist die nächste große Aufgabe. Wir sind von dem Plan abgegangen, diese vier Bücher, die das werden sollen, gleichzeitig rauszubringen, weil das einfach von der Zeit her, das funktioniert einfach so nicht. Deswegen wollen wir das jetzt hintereinander machen. Wie gesagt, Grundregelwerk mit allem, was man braucht zum Spielen, ist bei 95 Prozent oder sowas. Jetzt geht es ans Artwork. Ja, würde dann halt auch bei Uhrwerk rauskommen und nicht bei Feder und Schwert. Aber das war ja auch sowieso der Plan. Ja, weil Rollenspiele und nicht Roman. Genau. Aber das klingt ja so, als wäre es auf einem guten Weg. Ja, es hat schon sehr große Verzögerungen gegeben, weil halt die Einschätzung, wie viel Arbeit das wirklich ist, von uns und vor dem Team, die war halt ein bisschen falsch einfach. Dann gab es ein paar Unwegsamkeiten und ein paar so Sachen wie diese Insolvenz, die das verzögert hat. Aber ja, das ist immer noch auf dem Weg. Okay. Ja, da freuen sich auch einige Leute gerade im Chat darauf, dass Engel wiederkommt. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass das letzte Mal Sachen für Engel erschienen sind. Koali nickt auch. Okay. Und es sind ja auch wieder dieselben Leute dran. Also da hat sich nichts geändert, dass das weiterhin über die Olivers läuft. Da müsste ich Dominik fragen, wie jetzt der genau das Team aufgebaut ist. Fade Dominik, ja. Bitte? Fade Dominik. Ja, ja, ja. Der auch sich bereit erklärt hat, mal in so einem Livestream-Event auch mal dabei zu sein, falls euch das interessiert. Ja. Ja, gut. The Fade Master. Ja, eben. Apropos Event dabei sein. Kann man dich überreden, irgendwie bei der gemeinsamen Rollenspielrunde mitzumachen? Eher nicht. Ich kann das zuhalten, das Bild. Ja, wir haben... Also kein Hamstershirt und keine Rollenspielrunde. Wird dünn. Also da kannst du mit den drei Hunden jetzt aber nicht mehr punkten. Ja, also entweder mehr Hunde oder das Hamstershirt. Oder mitspielen. Ich glaube, er rächt sich gerade für die Klopause. Nein, das ist schon okay. Ja, wir haben alle körperliche Bedürfnisse. Wir sind nicht in einem Transhumanismus angekommen, wo man das nicht mehr braucht. Das wäre auch mein Setting. Ich hatte tatsächlich vorgestern... Vorgestern? Nee, am Mittwoch meine erste Online-Rollenspielrunde, wo ich mit gespielt habe. Ever. Wie war's? War gut, tatsächlich. Natürlich war das gut, weil Uli Spielleiter war und er ist halt wirklich sehr guter Spielleiter. Ja, die Energie ist vor allen Dingen bemerkenswert von Uli als Spielleiter. Das reicht dann jetzt auch erstmal. Ich will es nicht übertreiben mit diesen Online-Rollenspielen. Ja, genau. Du wirst dich jetzt wieder mit deinen drei imaginären Hunden zusammensetzen und spielen. Ja, jetzt erst wieder eine Real-Life-Rollenspielrunde in sechs Monaten oder so. Oh, okay. Nein, nein, nein. Was habt ihr gespielt? D&D, 3.5. Ah, old school. Ja. Ist, ähm... Ich glaube, fünf hat das inzwischen überholt, aber vorher war es die E-Version, die ich auch am meisten gespielt habe. Ja, klar. Also ganz sicher nicht vier, oder? Ich glaube, ich habe kein einziges Mal vier gespielt. Wir haben zwar Bücher, aber es kam nie in den Einsatz. Ich habe es drei, vier Mal versucht. Ich habe es bestimmt drei, vier Mal versucht anzufangen zu spielen und mir immer gedacht, so schlimm kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Das hast du falsche Erinnerungen. Aber es war jedes Mal so schlimm. Also bin ich immer zwischendurch mal kurz Pathfinder, aber jetzt wieder 3.5. Aber ich schleiche auch um D&D 5 rumrum und gucke mir das hin und wieder mal genauer an und werde das sicherlich auch anfangen. Ja. Ich habe ja mit Back Me D&D angefangen und eigentlich bis auf der vierten Edition auch wirklich jede Edition gespielt. Insofern warum nicht auch fünf? Weil sie ja auch wohl offensichtlich sehr gut ist. Sie ist vor allen Dingen, und das haben ja schon mehrfach Leute bestätigt, sie ist vor allen Dingen gerade angenehm wenn man schnell über Regeln hinweggehen will und nicht viel blättern. Das ist, weil sehr vieles abgekürzt wird. Ich finde es schön, dass im Chat wurde unter anderem darüber diskutiert, dass der eine, einer deiner Hunde, die haben, sehr entschlossen schaut und es wird sich gewundert, genau den, den du jetzt gerade verdeckst, wird sich gefragt, wofür er sich entschlossen hat. Es sieht so aus, als würde er jetzt gleich was unternehmen. Denn ich hoffe, es wird für dich gut ausgehen. Und es wird gefordert, dass du im Hamstershirt mitspielst, so, um zur Wiedergutmachung. Ich weiß nicht, was genau du wiedergutmachen musst damit, aber ich würde mich auch sehr drüber freuen. Also, schauen wir mal. Du hast ja vielleicht nochmal eine Chance, mit uns zusammen was zu spielen und auch online zu spielen. Und das letzte Mal, als wir versucht haben, den Herrn Götz so etwas zu überreden, hat Nico unverantwortlicherweise gesagt, dann würde er eine Wette eingehen. Und da wir in Nord-Norddeutsch im Rahmen der Heinz-Kon-Norddeutsch waren, wurde dann Friesengeist getrunken und nach jedem Glas wurde gewürfelt. Dazu muss man sagen, dass Nico keinen Alkohol trinkt. Insofern war das eine interessante Aktion. Und wir haben es geschafft, Patrick dazu zu überreden, sich in eine Badewanne zu legen für eine Szene in einem Owling-Film. Und also, wenn du das schon mal gemacht hast, dann weiß ich... Klimmer wird es nicht, meinst du? Nee, nee, nee. Also, Leo Götz in der Badewanne liegend zu spielen, ist garantiert nicht seltsamer, als in einer Online-Runde zu streamen. Ja, das stimmt. Außerdem sind ja ganz, ganz viele Leute dabei, die das kennen und machen und erfahren sind und nett zu dir sein werden. Ich glaube, die mögen dich alle. Ja, ja, sicher. Die tun alle so. Und dann, wenn ich dann in einer Online-Runde spiele, dann geht es ab. Ja, ja. Ich glaube, die mögen dich wirklich. Genau, dir haben wir ein Herzchen gemacht. Ich meine, oh. Genau, guck mal, Patrick, das sind Leute, die auch Veranstaltungen gemacht haben und die gesagt haben, wir wollen nicht, dass der Oberg-Verlag verloren geht für die Szene. Wir wollen, dass die Leute weitermachen und dass diese Spiele weitergemacht werden. Ich glaube, die wollen ja nichts Böses. Das ist nur so ein Gedanke. Das könnte wohl sein, ja. Das könnte wohl sein. Ja. Also, ich schätze, wir werden dich dann heute Abend vermissen. Aber wir werden darüber hinwegkommen müssen. Und auch Katrin. Aber es wäre schön, wenn du morgen den Hamsterpulli einmal anziehst. Na gut, dann mache ich das wohl morgen. Okay. Oh Gott. Du hast es zugesagt. Das ist zugesagt. Jetzt musst du es machen. Okay, machen. Sehr schön. Ich würde dann jetzt kurz mal in die Biopause schalten. Dann übernehme ich dich einfach, oder? Du übernimmst mich. Ich hätte ansonsten Tim den Zweiten hier hingesetzt und den Ton ausgemacht. Was sagst du? Tim den Zweiten hier hingesetzt und den Ton ausgemacht. Aber du bist wahrscheinlich unterhaltsamer. Das werde ich jetzt gar nicht unbedingt. Die Leute wissen ja nicht genau, wer Tim der Zweite ist. Ja. Sie können ja abstimmen. Magst du Tim den Zweiten holen? Der sitzt im Poeng. Ja. Tim, Tim. 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 Es wird nach Tim gerufen. Außerdem wird im Chat gesagt, Patrick ist der Beste. Das stimmt. Ja. Oh, danke. Das hier ist Tim der Zweite. Der könnte mich kurzfristig vertreten. Koali freut sich. Möglicherweise habe ich ein Herz für Koalas. Und nach der... Oh. Nach der Biopause mit Tim und Nico machen wir dann weiter mit Meister Umbryon, der semi-spontan mit reingeschoben wurde und die ganze Zeit schon mit Sanftermin uns aus dem Hintergrund betrachtet. Und dann reden wir auch viel über Streaming, wie das angefangen hat, und über den Nerdpool. Ich gebe mal weiter an die beiden Herren mit den flauschigen Ohren. Hallo, hallo. Hallo. Ich wusste nicht, dass ich flauschige Ohren habe. Sieht man doch. Weil die Haare drüber hängen. Hallo zusammen. Das ist Tim der Zweite. Wir machen jetzt hier den Pausenclown oder die Werbepause, während Maggie ganz schnell auf die Toilette huscht, um sich die Nase zu pudern. Was, wie ich gehört habe, in Hamburg wirklich bedeutet, dass man sich Koks reinzieht. Und was neulich bei einer gewissen Produktionsfirma, wo sie zu Gast war, für Irritationen gesorgt hat, als sie das sagte, und dann nicht teilen wollte. Ja. Waren wir durch mit Patrick oder wolltest du noch was erzählen? Es wurde über Dr. Hulab eben gesprochen und wir können über den Plot reden, den wir damals hatten, oder? Das weißt du ja doch genau. Der Plot ist, glaube ich, komplett an mir vorbeigegangen. Wie viele Spieler gab es denn damals? Weißt du das noch? Es waren nicht viele. Es waren zwei. Zwei. Das war 2011, glaube ich, und das war noch nicht so das Phänomen in Deutschland, Dr. Hul. Das ist richtig, ja. Das war noch vorher. Das heißt, wir haben keine Spieler gefunden. Und du hast die Endschlacht verpasst, weil du auf der Terrasse standst und in die falsche Richtung geschaut hast. Ja. Während Tobi als, Tobi als, ich glaube, der Physiker oder sowas war sein Timelord. Hatte ein Tentakelmonster besiegt. Der hat ein Tentakelmonster gekämpft, genau. Das Mairi aus Bauschaum und Nylon-Strumpfhosen gebaut hatte am Tag davor. Ich erinnere mich dunkelhaft. Ja, ja. Du weißt es noch, schön. Ja, das war alles nicht ganz so ewig wie das Star Wars lab. Wo du ein Wookiee gespielt hast. Berichte uns von deinem Wookiee-Kostüm. Berichte Tim davon. Das war ein umgehangener Flukati und eine schwarz geschwinkte Nase, wenn ich mich richte. Genau. Für mich hat es funktioniert. Ja, für mich auch. Das war großartig. Ich war halt der Wookiee zu, ich war der Chewbacca zu Uli Lindner-San Solo. Weißt du noch, wie Uli Lindner-San Solo hieß? Das weiß ich nicht mehr. Das war Fibs Darko. Ja, gut. Mein Name war auch nicht besser, oder? Jetzt langweilen wir hier alle mit unseren blöden Lab-Anekdoten. Aus dem Krieg, ja. Damals. Es tut mir echt schon leid. Wir können auch gerne... Patrick, erzähl einfach irgendwas. Das ist spannender, als wenn ich... Oder soll ich doch einfach den Koala hier hinsetzen? Ich weiß es nicht. Auch gut. Der hat auf jeden Fall flauschige Ohren. Ja. Also das ist unsere Werbepause. Du kannst jetzt Werbung machen, Patrick. Haben wir über deinen Patreon schon genug gesprochen heute? Noch gar nicht. Noch gar nicht? Nein. Was ist denn hier los? Okay. Patrick, du hast seit neuestem meinen Patron. Warum sollte ich denn Patron von dir werden, Patrick? Götz vom UL Verlag. Ja gut, wir haben da jetzt noch nicht groß Werbung zu gemacht. Um etwas Allgemeines dazu zu sagen. Der Patron war halt auch erst mal dazu gedacht, um den Verlag etwas auf sichere Beine zu stellen, um halt noch weitere Einkommensquelle zu haben. Dass das jetzt genau in dem Moment anfängt. Also wir haben das das erste Mal auf der Heinz-Kont vor zwei Wochen gewählt. Dass das genau jetzt in diesen Zeitraum fällt, ist natürlich höchst schade. Mindestens. Warum sollte man Patron werden? Also tatsächlich haben wir uns dazu entschlossen, die Inhalte vom UL Verlag-Magazin, wenn was Neues kommt, hinter dieses Patreon zu setzen. Um vor allen Dingen mit dem Geld, was über das Patreon reinkommt, die Autoren für UL Verlag-Magazin-Artikel sinnvoller zu bezahlen. Und mehr für unsere Supporter zu machen. Also Supporter-Shirts und Kram, die wir rausgeben können. Und Schnellstarter-Regeln, die wir umsonst rausgeben. Und so weiter. Also dass das irgendwie diese Sachen, die nicht in irgendeiner Form direkt Geld reinbringen, über das Patreon finanziert sind. Das heißt, wer sich für Werkstattberichte und kleine Abenteuer und Hintergrundsachen zu unseren Systemen interessiert, für den ist der Patreon was. Und die andere Sache, die wir mit dem Patreon machen, ist, Sonderangebote anbieten, die wir ja so nirgendwo anders anbieten. Das heißt, das ist halt auch rein wirtschaftlich eventuell interessant, weil wir da Sachen halt günstiger anbieten, die nicht preisgebunden sind, also wo man das auch darf, die halt die Kosten des Patreons als auch wieder direkt wieder rausholen. Das wäre jetzt wahrscheinlich eine sehr trockene Antwort, aber wie sind denn diese Bücher nicht preisgebunden? Wie funktioniert das denn? Oder führt das zu weit jetzt die Frage? Also A, gibt es auch noch andere Produkte als Bücher und es gibt hin und wieder Sachen, die werden aus der Preispöhnung rausgenommen nach einer Zeit und es gibt jetzt, was weiß ich als Beispiel, ja, so nicht Schurke zum Beispiel von uns und Pegasus ist ein 19% Artikel und kein 7%. Ja, das ist klar, aber ich bezog mich jetzt auf Bücher, da sind keine Bücher dabei. Naja doch, es ist jetzt, wir haben jetzt tatsächlich vom deutschen Star Wars Rollenspiel vier verschiedene Produkte da drunter, die hatten wir auch auf der Heinz Con bei uns am Stand schon, abgesehen davon, also einmal sind die Einsteigerboxen 19% und keine 7% und da sind jetzt auch zwei Bücher bei Macht und Schicksal Grundregelwerk und Macht und Schicksal Spielertasset, ja doch, Spielertasset, die waren 7%, das sind immer noch 7%, aber sie sind nicht mehr in der Preispindung. Okay. Also kann man da dann was mitmachen. Spannend, ich wusste nicht, dass man da rausfallen kann als Buch, dass man rausfallen kann nicht oder rausgeworfen wird. Man kann da als Verlag nach 18 Monaten sich dazu entscheiden, also nach frühestens 18 Monaten sich dazu entscheiden, ein Buch aus der Preisbedingung zu nehmen. Ah, okay. Interessant, okay. Und wie läuft das jetzt, wie machst du das, wie verteilst du das Geld unter den Autoren für das Oberg-Magazin, gibt es dann da feste Sätze in Zukunft oder teilst du einfach einmal im Monat auf, was dir einnehmt unter den Leuten, die was beigesteuert haben? Nein, also das ist, was die Autoren angeht, werden die jetzt einfach ganz normal wie Rollenspielautoren für diese Artikel bezahlt. Ach so gut, ja, okay. Das ist fairer und besser, als es vorher war, sage ich mal. Ja, natürlich. Vorher war es ja eine Fanarbeit, ja, klar. Das war halt Fanarbeit für Supportpunkte und jetzt wird es halt mit dem normalen Zeichensatz bezahlt einfach. Was halt vielleicht bedeutet, hoffe ich mal, das ist jetzt noch ein bisschen zu jung, um das sagen zu können, ob das funktioniert, dass halt auch ein paar bekanntere, alteingesetzte Autoren vielleicht mal, keine Ahnung was, einen Schauplatz für Spittermond schreiben oder ein kleines Kurzabenteuer und so weiter, muss man mal sehen. Ich sehe jetzt auch, ich weiß nicht, ob das eben schon war, dass Basti tatsächlich jetzt seine Kamera anschließen konnte an sein Tablet und uns mit einem sehr unadrodoxen Bildaufbau hier Das ist ja bei den großen weißen Ohren, oder? Basti, ist das der Hase, den du in China gekauft hast oder ist das ein anderer Hase? Das ist der China-Hase. Ja, das... Hört ihr mich jetzt eigentlich? Wir hören dich und sehen dich, das ist toll. Der Hase ist wunderschön, schön, dass du mitmachst Ich musste nur drei technische Geräte dafür auseinandernehmen. ...bei unserem Kuschel-Stream hier. Du musstest drei technische Geräte auseinandernehmen dafür. Du hast jetzt was neu zusammengelötet, oder was? Ich habe ein Kabel neu zusammengelötet. Ich habe das Radstablet sabotiert, indem ich Software runtergeladen habe, die ich nicht runterladen darf. Und ich habe praktisch meinen halben Rechner auseinandergenommen, um an die Grafikkarte zu kommen, um den HDMI-Eingang da erreichen zu können. Okay. Die Festplatte liegt gerade neben meinem Fuß. Das ist Commitment, Basti. Aber dafür hast du schöne Kinosessel da hinten. Ja, großartig, ne? Ja. Bildleder. Vom Sperrmüll. Okay. Ich hoffe, dass keiner von den anderen Teilnehmern seinen Rechner zerlegen musste, um hier teilzunehmen an dem Stream. Und ich hoffe, dass wir da auch eine bessere Lösung finden in Zukunft. Aber du hast schon mal den Preis für den zweitbesten Bildaufbau gewonnen. Ich kann den Patrick nicht wieder wegnehmen für die... Ich meine, das ist doch mein großartiger Schreibtisch-Klotz für zukünftige Bundestagsansprachen. Man merkt, dass du Wohlhaben bist. Darüber reden wir dann später auch noch. Ja, ich habe noch zwei Rollen Klopapier. Oh, oh. Sag mal, was ist eigentlich mit Patricks Hamstershirt? Kommt das morgen dann? Kommt das morgen. Da hatten wir uns jetzt drauf geeinigt irgendwie. Also ich wurde gezwungen, das morgen anzuziehen. Die Kette macht auch beim Kuscheln mit, sehe ich gerade. Was hast du da für ein Kissen? Was ist das denn da? Wer ist das? Ist das Jeff Goldblum? Ist das ein Jeff Goldblum-Kissen? Das wäre großartig. So eins brauche ich auch. Das ist eines meiner Jeff Goldblum. Oh mein Gott. Warte. Du hast mehrere. Oh mein Gott. Ja, wie geht's euch? Uns geht's gut. Wir kuscheln mit verschiedenen Dingen und ich gebe dir jetzt mal Tim und den Platz zurück, denn wenn ich hier länger sitze, dann werden wir irgendwann alle Zuschauer verloren haben und wenn ich das richtig sehe, dann sind wir gestiegen, wenn der Koala hier war. Bitte schön. Sag mal, hast du da ein Jens Spahn-Kissen oder was? Nein. Das ist mein zweites Jeff Goldblum-Kissen. Ich habe das auf den ersten Blick für Jens Spahn gehalten. Okay, aber wer ist der rechts auf dem Kissen? Das wird nur beunregend. Das ist mein Lieblings-Face. Scheiße. Scheiße. Okay. Okay. That escalated quickly. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das morgen noch toppen soll, aber das Hamster-Face ist schon mal was. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen sexy Jeff Goldblum-Kissen, aber jedes Jeff Goldblum-Kissen ist sexy. Klar. Automatisch. Oh ja. Oh ja. Okay, wie viele hast du, Katrin? Alle. Derzeit? Ich glaube, die drei. Die drei. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal bei Amazon, als ich betrunken war, bestellt habe. Ach ja. Das kommt an so in vier bis sechs Wochen vielleicht. Das betrunkene Kälte-Phänomen, dass deine betrunkene Persönlichkeit immer Sachen bestellt, von denen sie glaubt, dass die nicht betrunkte Persönlichkeit sich drüber freut. Jeff Goldblum-Kissen sind ganz weit oben dabei. Das ist so schön, wenn man schon unterschiedliche Persönlichkeiten hat, wenn sie sich dagegen seitlich was Gutes tun wollen. Oh. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einem Koala auf dem Schoß weiter moderieren kann. Das ist übrigens ein sehr modischer Koala. Der sieht mit einem cool aus. Tschüss, Tim. Tschüss, Tim. Oh, Tim möchte nicht weg. Tim hat Blut geleckt. Der jetzt vor der Kamera bleibt. Stimmt, er kann sich im Hintergrund hinsetzen. Ich hatte ohnehin prophezeit, dass dann heute Stück für Stück im Hintergrund neue Sachen aufgebaut werden. Tim auf der Luxus-Liga. Das sieht auch angenehm aus. Oh. Okay. Ich muss eben kurz noch gedrängt nach Gießen und dann machen wir weiter im Programm. Ich habe übrigens eine halbe Stunde, nachdem dieser Stream angefangen hat, eine Anfrage für einen anderen Stream bekommen. Hast du Zeit, heute um 20 Uhr gemeinsam zu twitchen? Von wem bin? Darfst du das sagen? Tommy Krabbeis. Ich wollte ihm das dafür sagen. Hast du gefragt, ob er Zeit hat? Ja, ich habe es gerade zurückgeschrieben. Ich habe ja brav mein Handy zumindest nach wenigen Sekunden lautlos geschaltet. Das heißt, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe jetzt geschrieben, aha, sorry, wir streamen seit halb fünf. Ich habe es nicht gesehen. Ich lade dich hiermit zu unserem Stream ein, aber vermutlich war das nicht so geplant. Naja, mal schauen. Aber ich gehe dann damit aus, dass es heute um 20 Uhr von ihm ein Stream geben wird. Alle, machen sie uns nach. Dieser Krabbeis. Ich meine, was hat der jemals für die Entertainment-Industrie getan? Der Krummi-Tabbeis? Krummi-Tabbeis, ja. Das war, das war eigentlich ganz nett. Die Bumfilm, also seine Firma hat mich gebucht, netterweise, für eins ihrer Hörbücher. Und der Einsprechtermin war diese Woche am Dienstag, ja, am Mittwoch früh. Und eigentlich hätte ich dafür nach München fahren wollen. Und ich schrieb dann halt jeden Tag quasi E-Mails hin und her mit ihnen. Wie sieht es denn jetzt aus? Ist bei euch schon die Ausgangssperre? Darf ich überhaupt noch vorbeikommen? Wenn ich bei euch vorbeikomme, muss ich dann da bleiben? Ich will nicht in München festsitzen. Und dann haben sie es gelöst, dass wir das quasi online machen konnten. Jeff Goldblum bleibt da, während Kette geht. Und haben das dann online eingesprochen. Und das hat tatsächlich also für mich sehr gut funktioniert mit ein bisschen Improvisieren, was die Dämmung angeht. Und ich finde es sehr cool, dass sie die Möglichkeit gemacht haben und dann nicht gesagt haben, okay, wenn du nicht herkommen kannst, dann besetzen wir die Rolle neu. Sondern daran festgehalten haben. Und ja, als ich mich dann einwählte über die Software, um dann bei ihnen die Aufnahme zu machen, war das Erste, was ich hörte, hallo, hier ist der Chromitabweiß. Manche Leute bleiben ihrem Thema halt treu. Aber apropos Thema treu bleiben, zurück zum Rollenspiel. Weg von Mairis queerede Nebenjobs. Zu dem, worüber wir heute eigentlich reden, Rollenspieler versus Corona. Und wir haben den Meister Umbreon jetzt schönerweise noch heute in den Tagesplan reinschieben können. Hallo! Ja, Hallöchen, Hallöchen, ihr Lieben da draußen und so. Ich durfte ja schon die ganze Zeit ein bisschen zuschauen und ja, finde die ganze Sache super. Wie gesagt, das ging so ein bisschen an mir vorbei, auch zu meiner Entschuldigung. Weil ich dachte so, ja, also ich habe für mich gedacht, ich habe da ja gar keine Berechtigung dabei zu sein. Wieso? Was? Ja, genau. Das ist das Faszinierende. Du hattest so mal über dieses Imposter-Syndrom geredet und so, dass man so sagt, ganz viele Leute sagen einem, du machst so viele coole Sachen und so gute Sachen, man selbst denkt sich so, nee, eigentlich nicht und irgendwie, keine Ahnung und so und das habe ich manchmal auch. Ja. Das haben wir staunlich viele, die in irgendeiner Form Unterhaltung machen. Also, warum schauen mich Leute? Genau, genau. Das ist ein bisschen merkwürdig und so und ich fand es dann auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, als dann irgendwann auf einer RPC jemand auf mich zukam und irgendwie sagte so, ja, signier bitte hier meinen Rise of the Runelords und so. Und ich so, was, warum? Ich spiele das doch nur online mit Leuten und so. Ja, aber du machst das so gut und ich so, okay. Und das fand ich sehr, also, ja, ich fand das super süß und alles und so, aber, ja, ist irgendwie komisch. Ich will ganz kurz noch, weil gesagt wurde, warum sage ich denn, dass Tommy Krabbe weiß, warum frage ich, was Tommy Krabbe jemand für uns getan hat. Das war tatsächlich, wie auch andere Leute schon erkannt haben, ein abgewandeltes Monty Python-Zitat. Der hat, glaube ich, durchaus viel getan für die Unterhaltungsindustrie in Deutschland und auch für die nerdige Unterhaltungsindustrie in Deutschland. Auf jeden Fall. Und was er macht, ist auf jeden Fall nicht brotlose Kunst. auch wenn sein Brot sehr, sehr depressiv ist. Das Brot ist schon voll eingestellt auf die aktuelle Stimmung. Genau. Ich würde ja Klopapier horten, aber ihr wisst ja, ich komme eh nicht an meinen Hintern ran. Du hast absolut Berechtigung, in einem Stream von Rollenspielern zu sein und vor allen Dingen auch von Rollenspielstreamern, um das jetzt direkt mal zu sagen. Wir haben es ja schon mehrfach angeteasert, du bist eine Keimzelle, möchtest du sagen. Du bist ein Patient Zero für eine Streaming-Rollenspiel-Ansteckung. Erzähl mal, wie das bei dir entstanden ist mit Runden vor sieben Jahren, in sieben Tagen vor sieben Jahren. Genau, in sieben Tagen vor sieben Jahren, ja, ja. Genau, also es fing halt an. Klar, ich habe natürlich am Tisch Rollenspiel gespielt als möglich damals, DSA, also wirklich ich spiele es auch schon fast 26 Jahre. Und irgendwann habe ich ein paar Amis gesehen, die das gemacht haben. Ich glaube, so mit die ersten waren so A Fist Full of Dice auf jeden Fall, fällt mir noch irgendwie ein. Dawn Forge Cast kam ein bisschen später und so, da war ich dann auch teilweise auch mal zu Gast und habe mir den gespielt, war sehr cool. Und ein paar anderen Amis habe ich dann auch gespielt und fand das sehr faszinierend. Und dann hatte ich halt damals über YouTube einen anderen damals sehr guten Freund, das ist dann leider auseinandergegangen, getroffen. Und wir haben irgendwie gemerkt, okay, wir sind, was so Spielleitermäßig sind, so genau auf einer Wellenlänge. So, wir haben dann immer von unseren Plots erzählt und wie die Spieler darauf reagiert haben und wie sie uns überrascht haben und all solche Sachen und haben gesagt, eigentlich müssten wir zusammen spielen in der Runde, aber wir wären halt so fast sechs Autostunden entfernt. Und das war jetzt nicht praktikabel. Und dann habe ich gesehen, dass die Amis das eben gemacht haben und fand das ganz cool. Damals, wie gesagt, mit Google Hangouts und dann gab es dann noch ein, ich glaube, Google Bones oder so hieß das, das war halt so ein Würfel-Add-on, was man sich runterladen konnte, womit man dann Würfel, also digital Würfel konnte, die dann über einem so angezeigt worden sind. Das war ziemlich cool. Und ja, und da habe ich gesagt, dann lasst uns doch mal irgendwie spielen und so und er kannte quasi fast nur DSA oder hat fast nur DSA gespielt. Und bei mir war in dem Moment noch Vampire sehr, sehr präsent und hatte ich sehr Bock drauf. Da habe ich gesagt, lass mal irgendwie Vampire spielen. Und dann habe ich den Koali noch angehauen. Den kannte ich halt vom Tabletop, habe ich halt auch vor allem mal 40k Tabletop gespielt und da auch schon vor elf Jahren einen YouTube-Kanal mit hatte, wo ich dann Battle Reports gemacht habe, was lustig ist, weil auch da war ich in Deutschland mit einer der Ersten, was vor allem mal 40k Tabletop Battle Reports anging, wo dann später auch ganz, ganz viele andere nachkamen und so, was sehr lustig ist. Und ja, also ja, ich war eine Vorreiterfigur in beidem in Deutschland, aber bei weitem nicht so professionell, wie es danach andere gemacht haben. Andere haben es also wesentlich besser später gemacht und so. Aber wenn der Schubs gereicht hat, dann war das okay. Aber es ist ja auch, sagen wir mal so, wenn man die erste Person ist, die etwas ausprobiert, dass man auch die erste Person, die rausfinden muss, wie man das überhaupt hinkriegt und wie man das technisch hinbekommt und alle, die danach kommen, können ja schon von der Erfahrung quasi zähren. Genau, so ein bisschen in der Art. Ja, und dann habe ich mir den Koali mit ins Boot geholt und der hat dann seine, damals noch Freunde, mittlerweile Frau, gesagt, irgendwie kann ich auch mitspielen, nicht so klar und so. Ja, und dann hatten wir unsere erste Runde Vampire the Mascade in Las Vegas, Viva Las Vegas. Vampire, Viva Las Vegas, ich mag Alliterationen. Es ist keine perfekte, aber es ist nah dran. Und ja, und das Ding ist dann relativ durch die Decke gegangen, weil wir dann natürlich auf unseren vorherigen Tabletop-Kanälen werben, macht auch und sowas. Und dann gab es die Pthul-Runde bei Koali und dann gab es eine dritte Runde bei einem der anderen Mitspieler, wo dann irgendeiner im Chat mal gefragt hat, kann man eigentlich alles als Pen & Paper spielen? Und wir so, ja klar, also wirklich alles. Ich so, ja, solange du Leute findest, die da Bock drauf haben und so. Entweder es gibt's da schon oder du kannst irgendwas homebrewen. Und dann so auch sowas wie Pokémon und wir so, ja sicher. So, und dann haben wir halt in so einer Nacht- und Nebel-Aktion irgendwie zu dritt ein eigenes Pokémon-Rollenspiel-Regelwerk ersonnen, wo wir selbst die Pokémon sind, was super lustig sind, was super lustig war. Okay, welches Pokémon warst du? Ich war in Onyx und ich war strunzendumm und im Prinzip war es ein simples W20-System, so ein bisschen DSA-1-mäßig. Also du würfelst und musst quasi deinen Wert erreichen oder darunter so. Und ich hatte Intelligenz 1. Das heißt, nur bei einer 1 hatte ich eine Chance, irgendwas Intelligenzmäßiges zu schnallen. Dafür war ich halt groß, stark und langsam. Onyx. Und faszinierenderweise war aber jeder zweite Info, auf die ich gemacht habe, war dann eine 1 und irgendwann hieß es dann so Dr. Dr. Professor Onyx und er hat dann quasi in so einem Fernzeichen so eine Brille bekommen und so. Das war sehr lustig. Das war sehr lustig und hat tierisch Spaß gemacht und dann hatten wir halt diese drei Runden, die immer so im Wechsel liefen mit unterschiedlichen Leuten und haben dann immer auf den anderen Kanälen jeweils Werbung dafür gemacht. Da haben wir gesagt, am nächsten Wochenende geht es wieder weiter mit oder mit Cthulhu mit auch teilweise wirklich so kleinen einminütigen so Teaser-Trailer, oder so, wo dann Leute in den Wald gerannt sind von uns und irgendwelche Sachen gemacht haben dazu. Das war echt lustig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das ist ein bisschen stressig, das immer so zu machen. Wir brauchen irgendwie eine Webseite, wo wir einen Kalender haben. Eigentlich echt nur einen Kalender, wo wir die Leute darauf verweisen können und dann gehen die da hin und sehen halt, ah, okay, nächsten Samstag dann und dann geht es bei dem und dem da und da weiter. Und da gab es dann noch so ein kleines Forum hinten dran für die, 20, 40, 50 Zuschauer oder so, wenn die halt Fragen hatten zu den Charakteren oder zu Regeln oder so, damit das nicht in den Kommentaren von YouTube untergeht. Und dann ist dieses sogenannte Nerdpool-Forum irgendwann innerhalb der letzten sieben Jahre vollkommen explodiert. Mittlerweile sind wir knapp 3000 Leute gemeldete, wir sind 500, 500, 600, 600, die im Discord sind. Ganz, ganz viele Runden, die alle möglichen Leute streamen, weil dann Leute gesagt haben, ja, ich würde gerne auch was streamen, ich würde das gerne ausprobieren, darf ich das in den Kalender eintragen? Und wir so, ja klar. So, der Sinn ist halt, dass wir sagen, jeder soll da mitmachen, jeder darf, soll da mitmachen dürfen. Wir machen auch keine irgendwelchen, wo Leute gefragt haben, ja, bin ich denn gut genug dafür? So, keine Auswahl oder irgendwie sagen, du darfst nicht oder so, jeder darf da mitmachen. Und das ist ja auch so ein bisschen so der Sinn der Sache vom Rollenspiel-Hobby, dass man sagt, das ist was für jeden. So, und egal, was für ein System du spielst, egal, wie du spielen möchtest, solange du Leute findest, die genau das auch wollen, machst du es genau richtig, wenn ihr alles Spaß dran habt. Inklusive, wird mir gerade verraten, kommunistischem Shiggy? Ja, Shiggy-Wara halt. Und, also wir hatten ein sehr, sehr militantes Pikachu, wir hatten Shiggy-Wara und wir hatten Dr. Dr. Professor Onyx. Das waren die drei Charaktere. Und, ja, und wir haben uns halt gegen die Unterdrücker, also gegen die Menschen gestellt, um alle Pokémon zu schreien, ja. Und durftet ihr normal reden oder musstet ihr nur in euren Namen kommunizieren? Onyx. Also wir haben halt untereinander natürlich normal geredet, aber wenn wir halt mit Menschen kommuniziert haben, haben die natürlich nur den Namen verstanden. Ja, genau. Ja. Ich finde die Idee ziemlich großartig immer noch und vor allen Dingen, ich, ähm, sagen wir mal so, damals war das noch anders mit Internet und Videos und dergleichen und alles war viel improvisierter und alles war viel anarchischer und irgendwie, ich weiß es nicht, manchmal trauere ich dieser Zeit ein bisschen nach, weil man einfach so viel ausprobiert hat und jetzt hat jeder eine Formel. Ja, ja. Wie läuft's denn? Das klingt, als ob wir irgendwie von vor 20, 30 Jahren reden oder so, damals und so, aber ja. Ja gut, jedes Internetjahr sind ja gefühlt zehn echte Jahre. Ja, ja, ist so. Ja, ich kenne Leute, die mir genau auseinander differenzieren können, wann welches Meme sich von welchem abgespalten hat und dann fühle ich mich auf einmal alt. Aber ganz abgesehen von kommunistischen Pokémon, was macht ihr zurzeit? Ja, ich bin momentan, bin ich, was Spielleiter angeht, ein bisschen zurückgetreten, was auch teilweise gesundheitliche Sachen angeht und so und bin aber als Spieler noch dabei in einigen Runden. Ich bin momentan, bin ich in einer Gamma-Stairs-Runde bei Plastiklöffel zum Beispiel dabei als Spieler. Sehr cool, Posta-Pokalipse ist super gut. Dann bin ich in einer momentan pausierenden, aber geht's wahrscheinlich bald weiter, Runde, die in die 5 bei Claudine, wo wir auch vorher schon in fast gleicher Konstellation viereinhalb Jahre lang die Winterkönigin in Pathfinder gespielt haben, die komplette Kampagne. Das war extrem gut und alle Leute sind bis zum Ende dabei geblieben, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch da nochmal Riesendank auf jeden Fall an Claudine, hat das Hammer gut gemacht. Also richtig klasse. Und ja, ansonsten bin ich persönlich halt so ein bisschen momentan so als Botschafter im Rollenspiel unterwegs. Leider dank Corona jetzt ein bisschen weniger, weil jetzt ganz viele Sachen anstanden, in irgendwelchen Jugendzentren, die gesagt haben, wir würden gerne sowas mal anbieten in der Nähe und die sind da auf mich zugekommen. Und ich hab gesagt, klar, kann ich machen, weil ich halt auch so 3D-Dungeons und solche Sachen natürlich ganz viel habe und Minis, was Tabletop bedingt ist. Und sowas funktioniert natürlich dann extrem gut, dafür Werbung zu machen, wenn man sowas hat, weil es direkt ein Blickfang ist und so. Nicht so, ich sag mal, nur so trocken ist für Leute, die es gar nicht kennen, wenn man wirklich nur Stift und Zettel und Würfel hinlegt. Das ist natürlich für den Zugang natürlich echt praktisch oder auch auf Conventions oder so, weil Leute bleiben direkt dran kleben. Also da hab ich dann den 60-jährigen Vater, der davon keine Ahnung hat, der aber von seinem Sohn mitgesteckt worden ist und der es aber einfach faszinierend findet und dann kommt man ins Gespräch und das ist super so. Wenn sich da die Minis anschaut. Genau, genau. Was ist denn sozusagen dein System der Wahl, wenn du solche Aktionen machst, also wenn du hingehst und Jugendarbeit und dergleichen machst? Aktuell meistens die in die 5, weil ich da einfach sehr gut zu Hause bin, aber ansonsten finde ich, gerade wenn es die Jüngere sind, benutze ich gerne zum Beispiel sowas wie Dungeon Slayers oder so, weil das Regelkonstrukt nochmal einen kleinen Tick simpler ist. Ratten habe ich auch schon gemacht, hat auch sehr gut funktioniert. Man nimmt dann dieses sehr düstere Ernste, was im Hintergrund ist, so ein klein bisschen natürlich raus und macht das so ein bisschen happy-go-lucky und ja, das sind so meistens die Sachen, die ich dann dafür benutze. Da knall ich keinen DSA oder Shadowrun für auf den Tisch, das ist dann, ich sag mal, zu ausufernd für sowas. Hallo, wir spielen heute Shadowrun. Nein, wir spielen morgen Shadowrun, heute machen wir Charaktere. Genau, genau, ja. Auch wenn ich Shadowrun zum Beispiel auch sehr gerne mag, aber da mag ich mehr, noch viel mehr die Welt als das Regelkonstrukt. Da stolper ich dann an einigen Stellen, obwohl ich, ein sehr großer Crunch-Fan bin, wenn man so diese Diskussionslager mit Crunch und Fluff hat. Ich mag beides. Ich mag vieles. Ja. Weiß nicht. Es geht Star Wars und Star Trek und es geht Crunch und Fluff. Genau, genau. Richtig, es geht beides, ja, ohne Probleme. Ja, und das ist halt auch so ein Ding, was wir halt auch mit dem Nerdpool irgendwie versuchen zu propagieren und auch viele, mit denen ich spiele, dass man halt sagt, es gibt nicht das eine richtige Rollenspiel und es gibt auch nicht das eine richtige System oder keine Ahnung was oder so. Du kannst halt nur für dich persönlich sagen, ich mag XY nicht. Das kann aber für jemand anders, kann das genau die Erfüllung sein und das, finde ich, ist wichtig irgendwie so zu transportieren und zu sagen und nicht direkt Leuten, die irgendwie neu dazu kommen, zu sagen, spiel genau das und wenn du das nicht spielst, dann bist du doof, so. Was es leider in einigen Foren und auch vor dem Nerdpool, wir haben da versucht, so ein bisschen gegenzusteuern, echt häufig gab, so, dass irgendwelche Neulinge reingekommen sind oder sowas wie, ich verstehe hier den zweihändigen Kampf nicht und dann so, ja, steht im Grundregelwerk auf Seite 385. Ja, habe ich gelesen, aber verstehe ich nicht. Ja, dann bist du halt so doof dazu. Ja, das habe ich gelesen in Foren so vorher und das fand ich halt echt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Leute damit bezwecken, weil das hilft uns allen nicht im Hobby, ganz im Gegenteil. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass das vor allen Dingen daraus kommt, dass Leute andere davon überzeugen wollen, genau das Spiel zu spielen, dass sie es selber am besten finden. Aber es führt häufig dazu, dass man das Gefühl hat, wenn man irgendwo neu reinkommt, dass man erst mal angeschrien wird, dass man alles falsch macht, wenn man es nicht genau so macht. Genau, genau. Und da sollte man vielleicht erst mal schauen, okay, woran hat derjenige überhaupt erst mal Interesse, so settingmäßig, ich weiß nicht, was liest du für Bücher, was guckst du für Serien oder sowas. Und dann halt vielleicht auch nicht direkt das komplexeste System, um die Ohren zu hauen, wenn derjenige, wie gesagt, wirklich neu da drin ist. Vielleicht auch, wie gesagt, irgendwas, wo man mal kostenlos reinschauen kann oder so, oder was jetzt nicht 300, 400 Seiten hat oder sowas. Ja. Ja? Ja, es kann leicht erschlagen, das auf jeden Fall. Ich finde relativ spannend, was du eben so nebenbei erwähnt hast, dass sich Jugendzentren und dergleichen an dich wenden. Das heißt, die Situation, dass man früher quasi hausieren gegangen ist und gesagt hat, ich habe ja dieses tolle Hobby, ist jetzt umgeschlagen für dich, dass Leute kommen und sagen, wir haben von diesem Hobby gehört. Können Sie uns da mal was zeigen? Ja, ja. Genau, also, ne, und dann auch teilweise mit von wegen, ja, wir haben da jetzt auch ein gewisses Budget bekommen und so, wir würden quasi einen, ne, ja, Werksvertrag, wie auch immer, mit ihnen auch machen, dass sie das so als einen Kurs geben, sozusagen, was ich sehr spannend fand. Die Idee, wie gesagt, das ist jetzt wegen Corona natürlich alles irgendwie erstmal nach hinten verschoben worden. Aber wie gesagt, ja, das fand ich sehr spannend. Ich glaube, da hat auch sehr viel sowas wie Stranger Things oder ähnliche Sachen auch zu beigetragen, dass das präsenter ist, dass die Leute das mehr kennen, davon mal gehört haben und sagen, ach, da spielen die Kids also heutzutage, obwohl natürlich Stranger Things nicht heutzutage ist. Aber, ja, es ist sehr lustig, also, da kommt ein sehr interessantes Gespräch hierfür und ich finde es super auf jeden Fall, ja. Es ist unser Freund Michael, der in Australien professionell Spiele leitet für ein Jugendzentrum beziehungsweise das jetzt auch umstellen muss, meinte, dass es da irgendwie dieses gab. Und was kostet denn so ein D&D? Sind die Leute hier ähnlich ahnungslos, was das ist dann? Ja, teilweise, ja, ja. Oder eine sehr, sehr, sehr schöne Frage, die ich häufiger da gehört habe, ist, wie gewinnt man denn dieses Spiel? Ja, weil bei einigen noch ist, ja, es ist ein Spiel, das habe ich so weit verstanden, aber wie gewinnt man das? Und dann sage ich da immer so, ja, du hast in dem Moment gewonnen, wo alle richtig Spaß daran gehabt haben und gesagt haben, boah, wann spielen wir wieder? Dann haben alle gewonnen. So. Und das ist so, ja, wie gesagt, das ist das Wichtige daran. Und ob jetzt irgendwie Regelcrunch oder reines Fluffen oder welches System oder so, wie gesagt, sollte vollkommen irrelevant sein, solange die Leute, die eben das spielen, in der Bock drauf haben. Und ich finde auch alles vollkommen legitim. Also ich finde auch eine Gruppe, die nur irgendwie über Tabellen blättern und jedes Drölf und X-igste Sonderregelwerk von DSA nutzt oder sowas, genauso legitim, wie Leute, die sagen, ja, wir sitzen da rum, haben so einen sechsseitigen Würfel und einmal die halbe Stunde schmeißen wir den und wenn das eine 4 plus ist, dann gelingt die Aktion. Der Rest ist egal, ihr habt ja keine Charakterbilder, nö. Ist auch okay. Wie gesagt, solange die Bock drauf haben. Und so. Und das finde ich, ist so ein, ja, so eine wichtige Sache, die man irgendwie weitertragen sollte, dass die Leute gucken, worauf hat die Bock, was wollen die anderen und... Definitiv. Ich meine, wie viele Mitglieder habt ihr auf dem Nerdpool? Rein statistisch wird man jemanden finden, der die gleiche Einstellung zum Hobby teilt. Genau, genau. Also wir sind jetzt, wir gehen jetzt auf die 3000 zu und versuchen auch dieses Jahr im Juli das zweite Mal unsere eigene Con zu machen. Wir hoffen, dass bis dahin Corona soweit durch ist oder zumindest soweit, dass man sowas wieder machen kann. Ansonsten, gut, kriegen die Leute natürlich ihr Geld zurück, dann ist es natürlich schade. Können wir es nicht machen. Letztes Jahr haben wir es gemacht zum ersten Mal, haben uns da eine komplette Jugendherberge angemietet und ja, es war super cool. Die Leute waren echt gut drauf, haben sich mit allem möglichen unterstützt. Koali ist der Reifen bei der Fahrt hingeplatzt. Ganz viele Leute haben geholfen, dem Reifen zu wechseln und solche Sachen. Wir haben, dieses Mal haben wir damals beim CCC so ein bisschen inspirieren lassen, haben wir Community Tickets. Das heißt, Leute, die sagen, ich würde mir das sonst nicht leisten können, kriegen quasi ein um 50 Prozent vergünstigtes Ticket gesponsert durch die Community. Das heißt, die Leute können sagen, ich zahle für mein Ticket quasi 150 Prozent, um jemand anderem das zu ermöglichen, nach hinzukommen. Und wir haben erst mal gesagt, wir lassen da so fünf Community Tickets und wir haben innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen zehn gesponserte Community Tickets schon gehabt und ich weiß nicht, wie viele wir jetzt schon haben, weil Leute einfach gesagt haben, ich finde das so geil und ich möchte Leuten unterstützen, dass sie hier mitkommen können. Das ist eine echt coole Idee. Das fand ich super krass. Da können sich auch, können sich andere konz sicherlich auch was von abschauen, weil es sieht halt für jeden anders aus, was die Situation angeht. und Konz sind nicht günstig zu machen. Das heißt, man muss auch was für bezahlen. Also sagen, toi toi toi, dass das bis dahin wieder möglich ist, Leute an einem Ort zu versabeln. Das werden wir dann ja wohl sehen. Du meintest ja auch, dass bei der Jugendarbeit dann Werksvertrag oder sowas geschlossen wird. Das heißt, das ist für dich quasi auch ein finanzielles Standbein gewesen? Ja, nebenbei. Also ich mache halt auch Lektoratsarbeiten zum Beispiel und so, also Korrekturen von irgendwelchen Bachelorarbeiten oder auch für Verlage. Ich habe wohl Lust, ist einiges gemacht und für andere Verlage auch. Hoffentlich keins von den Büchern, wo wir gesagt haben, das Lektorat hätte nochmal drüber gehen können. Nein, nein, alles in Ordnung. Ja, ja. Alles okay. Ich bin da zufrieden mit Nene. Also die mit dem guten Lektorat fand von die okay. Nein, nein, also das ist, aber halt auch erst seit kurzem und so, also mit älteren Sachen. Ja, das ist übrigens sehr lustig gewesen, weil ich hatte mit Markus irgendwie auf einer RPC mal gequatscht und habe gesagt so, ja, ich finde euch total sympathisch und so, aber gerade irgendwie bei Pathfinder, wo ich sehr viel Pathfinder gespielt habe, habe ich so viel Fehler entdeckt und so und dann hat er gesagt, ja, dann tu doch was dagegen und so. Und so ist man irgendwie ins Gespräch gekommen und so. Ja, das war sehr lustig. Schön. Hier, hier, hier ist ein Fehler, dann ändert du ihn doch. Nein, aber ich fand das gut, warum nicht? Und ja, die Szene ist relativ kompakt, die ist, man kennt sich, wir sind uns ja auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und ich finde das eigentlich sehr schön und ich finde das sehr heimlich und ich finde auch zum Beispiel die Unterstützung von Urwald Verlag zum Beispiel sehr klasse, dass da ganz viele Leute irgendwie mitgemacht haben und so und ja, ich finde das sind einfach eine richtig klasse, flauschige Familie. Es gibt immer noch irgendwo einen merkwürdigen Onkel oder jemand, der die ganze Zeit meckert oder sowas, das gibt es immer, aber der kommt dann an einen Katzentisch und gut ist so. Ja, ach so, man könnte einfach da eine Gruppe aufmachen für alle, die immer Neulinge begrüßen mit, nein, du musst dieses Spiel spielen, weil alles andere ist schlecht, dürfen dann, dass sich alle gegenseitig sagen und kriegen dann ihren eigenen Tisch. Ja, zum Beispiel, genau. Das finde ich gut. Wie gesagt, häufig ist das sowas wie Facebook, ich fange jetzt nur an, welches System soll ich spielen und dann knallt jeder einfach nur ein Schlagwort oder ein System einfach rein, ohne vorher gefragt zu haben, wie viel Vorerfahrung ist, worauf hast du überhaupt Bock, ja, vielleicht möchte derjenige gar nicht Fantasy spielen, vielleicht ist er ein riesen Science-Fiction-Fan oder sowas oder, weiß ich nicht, und ja, ist nicht so ganz zielführend irgendwie, immer. Ich hätte einmal kurz eine Frage an die Regie mit dem Einschub und der Planung, wie weit soll ich nach hinten schieben oder sollten wir versuchen, dann jetzt langsam überzugehen zum nächsten Slot? Das, also ich denke, drei, vier Minuten wird Ben wahrscheinlich noch verkraften können, aber das solltest du auch mit ihm und weißt du auch umrühren ausmachen können. Ich war mir nicht sicher, ob nicht schon irgendetwas geklärt war, aber Ben gibt symbolisch Gesten, dass es kein Problem ist, aber Ben ist ja auch quasi schon seit der ersten Minute des Streams hier dabei und ein stiller Beobachter im Hintergrund und sitzt da mit einem beruhigenden Lächeln. Das ist irgendwie so wie so ein visueller Anker oben in meiner Liste. Ich bin irgendwie auch durchaus gespannt und auch noch auf ein paar Berichte, was eben eine Jugendarbeit und sowas angeht, weil wir hatten öfters mal die Diskussion, wie kann man denn neue Leute in das Hobby holen und wie kann man das reinholen. Also ich meine, jetzt haben teilweise Netflix und Hollywood uns geholfen, indem sie den Leuten nochmal gesagt haben, dass es das gibt. Aber du sagtest, dass du dann mit Miniaturen und dergleichen arbeitest. Das heißt so einfach irgendwas fancy ist etwas, was die Leute dann dazu holen kann? Das funktioniert gerade da irgendwie mit den, ich sage jetzt immer Kids, wenn ich Kids sage, dann ist das natürlich auch so 14, 15, 16 oder so. Ich bin jetzt auch mittlerweile fast 38. Also die Kids, die Jugend. Das funktioniert erstaunlich gut. Ja, gerade auch zum Beispiel Gratis-Rollenspieltag finde ich zum Beispiel auch eine super Sache. Da war ich jetzt auch die letzten drei Jahre immer dabei und habe was angeboten, halt in Runde. Immer an einer anderen Location, einmal in einem großen Spielwarenladen, einmal in so einem Jugendtreff halt, dann das dritte oder das allererste, ich weiß gar nicht, wo das war. Und jetzt wäre es halt zum Beispiel in der Schule gewesen, in einem Gymnasium bei mir in der Nähe. Und was leider, wie gesagt, ausgefallen ist deswegen und die hatten halt zum Beispiel so eine Brett- und Kartenspiel-AG quasi gehabt. So, und die haben halt gesagt, ja, wir würden da auch gerne irgendwie was mit Rollenspiel machen oder so, weil so ein, zwei Leute kannten das und würden sowas gerne machen. Und ich habe gesagt, klar, bin ich dabei. Und ja, wie gesagt, sehr schade, dass das jetzt ausgefallen ist, weil, ja, kann man nichts machen. Aber wie gesagt, ist nicht komplett aufgehoben, sondern ist auch geschoben und wird nachgeholt. Wir bleiben da in Kontakt. Ja, also ich hoffe auch, dass viele von den Aktionen für den Gratis-Rollenspieltag, dass man das dann nochmal nachholen kann und dass man den Leuten das wieder anbieten kann, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass gerade dann Vereine oder solche anderen Aktionen wirklich eine Menge tun, um neue Leute irgendwie den Einstieg zu erleichtern. Und ich finde es schade, dass dann halt eben dieser Stichpunkt dafür jetzt gerade so schlechtes Timing hatte. Ja, ja. Ich bin, ich bin auch, Katja, ich bin überlegen, auch weil wir es eben, eben ja auch gehört haben von Koali, ob eben solche Sachen, du sagtest ja, dass das jetzt mit der Schule aufgeschoben, nicht aufgehoben ist, ob eben solche Sachen wie die, wie die Jugendarbeit das nicht jetzt umstellbar wäre auf digital? Wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, klar. Wobei da natürlich Koali näher dran ist, weil er ja schon eine Gruppe hat, mit denen er sowas macht und bei mir wäre das halt jetzt neu. Also, das war sehr lustig, wie gesagt, der eine ist von dem Jugendzentrum halt zu uns gekommen, weil wir jeden Freitag bei uns in der Kirche quasi einen Tabletop-Treff haben und da ist er vorbeigekommen, da ist er drauf aufmerksam geworden und dann kam er da ins Gespräch, auch wegen Tabletop und die haben jetzt auch irgendwie von GW so eine Box, die eigentlich für Schulen ist, auch bekommen für dieses Jugendzentrum, wo halt Minis drin sind, Farben und sowas und sagt so, ja, wir haben die jetzt bekommen, aber wir haben alle keine Ahnung, wie das funktioniert und ich so, kein Problem, machen wir auch, ich komme vorbei. Ja, ich bin jetzt auch zwölf Jahre schon irgendwie bei Minis bemalen dabei und solche Sachen und so und ich gebe da gerne Kurse für und alles und so und zeige denen das, erkläre denen das, bringe ein paar fertig bemalte Minis mit und all sowas. Ja, das ist, glaube ich, diese Alliance-Box, die ganz Jungen schon anfixen mit dem Hobby. naja, gut, es ist ein Hobby, bei dem man drin bleibt und sich beschäftigt und kreativ ist und Sachen bemalt und am Ende hat man sogar eine bunte Armee, also ich meine, gerade gar nicht so schlecht. Apropos, was spielst du? Das muss ich jetzt fragen. Beim Tabletop oder beim RP? Beim Tabletop spiele ich hauptsächlich Warhammer 40.000, da Necrons, Orks, Dämonen und Space Marines, Bloodravens. Mhm. Das sind meine vier Armeen und alles so 4.000 bis 6.500 Punkte jeweils. Ah! Also schon so ein bisschen was. Ja gut, aber wenn du es seit zwölf Jahren machst, kann man ja Stück für Stück investieren. Genau, und ansonsten spiele ich jetzt, gerade wie neu, sehr begeistert, Star Trek Attack Wing. Also, haben wir schon längere Zeit gespielt, ist dann eingeschlafen. der Support ist leider von der Firma nahezu nicht mehr existent, aber wir haben jetzt wieder neue Spieler dazu bekommen auch und spielen halt mit bestehendem Bestand. Und ja, sehr schade, weil es macht echt Spaß und so. und es sind zwei neue Leute, die riesen Star Trek Fans sind und haben da Bock drauf. Ansonsten haben wir ein bisschen Malifo mal gespielt. Hey! Der erste deutsche Malifo-Spieler, den ich kenne. Koali auch. Koali auch zwei! Koali bin ich darauf gekommen und er hat dann irgendwie mir so ein paar Resurrectionists geschickt, weil mich schenkt, weil mich kriegt man einfach bei solchen Sachen mit Untoten in irgendeiner Form. Das ist so schlimm. Ich schmeiß direkt Geld drauf, wenn es verschiedene Fraktionen gibt und einer davon hat irgendwas mit Nekromanten und Untoten-Skeletten und irgendwas zu tun, ich bin sofort hin und weg. Das ist ganz schlimm. Kann ich verstehen. Deswegen auch Necrons bei 40k und so. Den knallt die ab, die stehen wieder auf. Mir geht ein Herz auf. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich würde sagen, bei meinem Money-Foot-Test-Spiel habe ich auch direkt Untot gespielt. Ja, Resurrection ist super und dann halt auch mit Nicodem, der halt so der Master-Nekromancer ist und das ist richtig cool. Und Gilde habe ich auch ein paar Sachen, weil ich die Lady Justice extrem cool fand und die Death-Marshals. Das war so das Ding, ja. Zum Abschluss nochmal, wo finde ich die Sachen, die du machst, sowohl die du selber machst, als auch, wo finde ich dich dann als Mitspieler? Ja, bei YouTube unter Meister Umbreon findet ihr mich und den ganz, ganz, ganz uralten Kanal mit Tabletop ist Umbreon82. Und ansonsten, ja, auf dem Nerdpool, nerdpoolforum.de oder nerdpool-forum.de und halt bei Nerdpool vom Discord. Ja, einfach mal anquatschen, schauen. Ja, und ich bin als Spieler, wie gesagt, in allen möglichen Runden immer mal wieder dabei. Bei Ben war ich auch dabei, der gleich kommt. Und ja, sehr viel Spaß gemacht. Bist du heute Abend eigentlich auch dabei? Jetzt? Ja, ich hab ja nichts Sinnvolles zu tun, auf jeden Fall. Gerne. Genau, da ist ja die Idee, dass jeder seinen Lieblingscharakter mitbringt, egal welches System und egal woher. Hättest du da einen spontan oder hast, tust du dir ebenso schwer zu überlegen, welcher das ist, wie andere hier? Ich glaube, ich könnte ein Geräusch machen für den Lieblingscharakter. Ben ist schon sehr gespannt. Ich glaube, ich mach mal Leute, die quasi bei Alex beim Dien Samstag zugeschaut haben, die kennen diesen Charakter. Das ist ein Kenku-Bade namens Tok Tok. Tok Tok, ja, er wurde auch schon erwähnt im Chat. Kenku sind sowieso toll. Sehr viele Leute haben Tok Tok wirklich ins Herz geschossen, sehr geliebt. Tok Tok. Ja, ja, ganz viel Tok Tok. Ja, dann freue ich mich auf den Kenku. Ja, sehr gerne. Vielleicht lernt er ja ein paar neue Sätze zu verwenden. Das ist richtig. Ja. Okay. Vielen Dank fürs Dasein und bis nachher und bleib. Vielen Dank, dass ich dabei sein muss. Wie immer es dir passt. Genau. Und dann wechseln wir jetzt rüber zu Ben, den du ja quasi für mich schon anmoderiert hast, mehr oder weniger. Hallo Ben! Klammer auf und Paper. Hallo. Hallo. Hey, schön. Ja, Mensch. Puh, langer Stream heute schon, ne? Ja. Apropos, ich nehme mal eben kurz einen Schluck. Sag mal. Gut, ja. So. Du, du, du wurdest schon erwähnt als jemand, bei dem andere Leute mitspielen. Das freut mich sehr, ja. Ich bin auch jemand, der gerne andere mitspielen lässt, weil seit geraumer Zeit keine, keine Realkruppe mehr um mich herum ist, mit dem ich würfel. Und Ben dann vielleicht zweimal im Jahr tatsächlich am Tisch. ich bin gezwungenermaßen komplett auch virtuell rüber aus Zeitgründen und weil sich die Gruppen zerstreut haben. und dementsprechend finde ich das sehr, sehr schön, dass das jetzt mittlerweile hier so klappt und dass die Vernetzung unter Hobbyisten nicht nur die Streamenden, sondern einfach hier sehr Bock hat, ja, dass das so schön funktioniert momentan, ja. Und wir hatten uns, wir hatten gestern, hatten wir einen kleinen Technik-Check, wo wir uns auch ein bisschen unterhalten hatten und da kam dann das Gespräch auch drauf, wie es bei dir ab vorm Rollenspiel mal aussieht, weil du Lehrer bist. Genau. Ja. Das jetzt, oh, da gehen auch schon die ersten Zuschauer, sehe ich gerade. Im Gegenteil. Ja. Genau, ich bin halb, halb, ich bin viel und irgendwie ist alles mit meinem Hobby verwoben oder meinen Hobbys, also ich habe auch so ein bisschen wie Umbreon, bin ich von einem Nerdnapf in den nächsten gestolpert. Ich bin in der Hochzeit Nerd geworden, so Mitte 90, also Anfang Mitte 90, habe also Magic, ich habe Warhammer mitgenommen, auch mit mehreren Armeen, alle Regelwerke, die es damals als Rollenspiel gab und so weiter und so fort. Und weiß gar nicht, was beeinflusst hat, aber ich bin zur Hälfte Lehrer an einem Gymnasium für darstellendes Spiel. Also für Theater als tatsächlich festes Fach zu Musik und Kunst gleichgestellt. Dann bin ich im Freiberuflichen, im Selbstständigen, bin ich Schauspieler, Theaterpädagoge, Regisseur und Bühnenautor bei uns hier in Darmstadt in der freien Szene, also nicht im verstaatlichsten Theater, sondern tatsächlich in dem, was ihr Bock habt, auf die Bühne zu bringen, bringt auf die Bühne und das ist eine super Sache. und das bedingt sich dann sehr. Also Regisseur ist natürlich auch Spielleiter und Spielleiterin und der Schauspieler ist der Spieler und der Bühnenautor schreibt die. Also es kommt mir sehr entgegen, sowohl das Hobby für den Beruf als auch der Beruf fürs Hobby. Und das ist schön, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, der immer ausgepuffte Traum, das Hobby zum Beruf machen. Und das habe ich als Lehrer, weil ich mit jungen Leuten arbeite und als Spieler und Bühnenmensch, weil ich für junge Leute, ich komme aus dem Kinder- und Impotheater und für junge Leute produziere sozusagen. Und ja, das hat sich immer ganz positiv bedingt. Das ist eine, das sind schöne Synergien, im Gegenteil zu deinem Internet, gerade das wenig Energie und Synergie aufbringt. Ah ja. Aber du meintest schon, dass bei dir gerade gedrosselt wird. In der Tat, ja. Ja, auch das Internet geht in Quarantäne. Toll. Wenn das jetzt noch aufhört zu arbeiten, dann dreh ich durch. Das wäre schlimm. Apropos aufhören zu arbeiten, das klingt alles nach Jobs, die gerade nicht so irrsinnig aktiv sind, weil sie alle bedingen, dass Leute an Orten zusammenkommen, was sie nicht tun sollen. Was soll ich sagen? Schulfrei ist absolut scheiße. Ja, das klingt super, aber das ist ja, wir wissen, also die Eltern haben sowieso schon ein Problem jetzt und wir haben auch viel mehr Arbeit. Wir müssen, wir haben Lernplattformen, es geht jetzt alles über das virtuelle Klassenzimmer und die Arbeitsaufträge und sowas, das stapelt sich. Du musst da sehr viel abarbeiten und zuarbeiten. Abi findet hier in Hessen noch statt. In Bavü ist es abgesagt worden. In Hessen sind wir mitten in der Prüfung. Das bedeutet trotzdem Aufsichten führen, die Abiturienten betreuen und denen irgendwie, auch wenn da gerade kein Kopf ist, die durch die Prüfung fliegen. Und Theater fällt aus. Ja, da ist, das ist die Selbstständigkeit. Dementsprechend bin ich echt froh, zur Hälfte gesichert zu sein. Das ist bis Mai zu, also bis Ende Mai. Wer weiß, wie lange noch. Das bedeutet einen riesigen Ausfall für alle, die da jetzt arbeiten. Und mich trifft es nicht so hart, aber ich habe auch meine Verluste und auch schöne Projekte, die ausgehen. Also seit einem Jahr bringe ich Rollenspiel auf die Bühne und mache Live-Rollenspiel. Also nicht Live-Rollenspiel, sondern Live-Pen und Paper auf der Bühne. Das wäre jetzt die vierte Runde gewesen, die jetzt wegfällt. Und ja, viele Premieren werden verschoben und man sagt immer, aufgehoben ist nicht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber es sind trotzdem natürlich Einnahmen, die fehlen und gerade für die komplett Selbstständigen. Aber da tut sich so eine Krise, was unsere Krisenkeit schon gesagt hat, da kommt das Gute auch an Menschen raus. Also sowohl das Schlechte als auch das Gute. Und die, die sowieso schon gut sind, das verstärkt sich dann. Es gibt bei Change.org, gibt es tolle Petitionen und Better Place hat schon einen Spendenaufruf jetzt regional für die Theater gestartet. Also das ist schon echt gut. Und da versuche ich mich jetzt momentan eher so zu organisieren und das zu unterstützen, weil ich eben die Leute kenne, die sich nicht auf einen halben, ja Beamte bin, nicht aber einen halben Staatsjob stützen können sozusagen. Ja, gerade die Leute, die halt wirklich, wirklich auch darauf angewiesen sind, aufzutreten. Also alle Künstler, die wirklich auf die Bühne müssen für das, was sie tun. Ich meine, es fängt ja an, dass einige Bundesländer jetzt auch sagen, wir stellen dafür einfach Geld zur Verfügung mit einem relativ schnellen Verfahren. Hessen glaube ich noch nicht. Wir haben auch, also es wird gemunkelt, es wird die werden auch das machen müssen. Ja, also gerade mein Mein-Gebiet, wir haben fünf große Bühnen und viele, viele kleine Freibühnen. Das wird eine riesige Welle an Kulturschaffenden, sonst das Genick brechen. Abwarten, also es ist genau das, abwarten, gucken, was sich entwickelt und darauf reagieren und was man jetzt schon machen kann, wie man jetzt schon reagieren kann, das tun wir jetzt schon. Okay. Ja, aber generell, wie du sagtest, dass die Leute sich gegenseitig helfen und unterstützen. Du hattest auch gerade schon erwähnt, eine Organisation, die versucht, diese Leute zu unterstützen. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, es gibt ja betterplace.org gibt es ja verschiedene Spendenprojekte, genau, und change.org gibt es diese Petition. Zum Beispiel gibt es diese Petition, die jetzt nach dem Grundeinkommen ruft, für sechs Monate oder so etwas, hat jemand gestartet, was jetzt recht hoch geht, um genau das zu sichern. Also wenn jetzt der Ausfall ist, das ist auch so absurd, ich werde es gar nicht groß rausmachen, aber da wird jetzt überlegt, ob man Mietern natürlich jetzt, die schlechter gestellt sind oder vielleicht arbeitslos werden, die Miete erlässt. Aber natürlich so, dass sie dann, wenn es wieder gut ist, nachzahlen. Wie soll denn das gehen? Also wenn wir zur Nachzahlung kommen, das sind so schnell gedachte Sachen, die allerdings irgendwie in der Mitte dann hängen, wo du dann sagst, so, ja und dann soll ich dann 7.000 Euro nachzahlen in 20 Monatsraten oder so, keine Ahnung. Ja, es läuft ja sicherlich viel besser dann hinterher, wenn man, weißt du, wenn man so kreative Beruf eine Pause macht, dann ist es so leicht, wieder einzustellen. Richtig. Und auf der anderen Seite, von wegen helfen und sowas, hatten wir es ja schon beim Patrick, die Läden und du hast ja auch gesagt, die Hobbyläden, wir haben ja durch das Internet schon den Schwund gesehen, in Darmstadt hatten wir auch drei Stück gehabt, jetzt haben wir einen und auch der ist jetzt natürlich zu und da sagt, der Hobby ist in mir, das ist der Palin's Place, hallo Mischa, da muss ich auch gucken, wie ich ihm helfe, ich habe so ein bisschen Kooperation mit ihm, gehe immer mal in den Laden, versuche über meine Reichweite so ein bisschen Erwerbung zu machen, auch Neuerscheinungen einfach, weil nicht alle aus Darmstadt kommen und verzichte zum Beispiel auf diese Amazon Affen Links, wie heißt das? Affiliate Links, einfach, weil ich sage, wenn ihr einen habt, wenn ihr keinen habt, ist es schlimm, aber wenn ihr einen habt, schaut mal, dass es dahin geht, wenn ihr keinen habt, haben die meisten Online-Shops oder sowas und das macht jetzt dieser Laden zum Beispiel auch, also er macht einmal Spiele-Taxi, das heißt für alle im Umland, morgens bestellen, abends geliefert oder halt tatsächlich Versandmöglichkeit und genau. Ja, das ist generell auch etwas. Also eine große Strategie entwickeln, genau. Das ist aber auch generell auch etwas, selbst wenn gerade keine Krise ist oder sonst irgendetwas, dass, wenn man es woanders kriegen kann als Amazon, ich meine, Jeff Bezos ist reich genug und dass das Geld nicht bei den Angestellten landet, wissen wir. Also immer, ich würde immer sagen, man versucht die Läden zu unterstützen und wenn es was Exotischeres ist, können sie es meistens bestellen oder man hat dann die kleineren Versandhäuschen von Leuten, die halt aus den USA importieren. Das sind ganz viele. Danke, Chad, Pines Place rockt. Ja, schaut mal auf die Facebook-Seite von Pines Place, da ist die Nummer vom Mischer und da könnt ihr bestellen oder genau. Ich finde auch sehr spannend, was du schon angesprochen hast, die Synergien. Du bist quasi eine Schnittstelle von verschiedensten Arten und Weisen, Theater, Schauspiel, Erzählen, Rollenspiel, wo das alles ineinander greift. Was davon war als erstes da bei dir? Theater. Ich stehe seit ich sieben bin auf der Bühne mit einer Anfang-Schulgruppe. Meine Eltern haben dann gesagt, die Kindergarten-Eltern haben alles sich zusammen und zack und hey, du bist jetzt eine Ratte und Rattenfänger von Hamel. Kein Text, geil. Zweite Rolle Brot, wenn das Brot, bei Frau Holle. Fantastisch, den Text kann ich auch noch. Dann irgendwann hieß es, was willst du später mal werden und da gab es keine Antwort drauf, außer Brot. Brot, Brotbäcker. Und dann habe ich irgendwann in Hamburg zwei, drei Jahre lang auf Lehramt studiert und habe gesagt, der Teil von Lehramt gefällt mir schon, aber irgendwo hilft, keine Ahnung. Und dann bin ich in die Theaterpädagogik und Theaterwissenschaft gegangen und habe gemerkt, oh ja, wenn du das kombinierst und Theaterpädagogik machst und eine Schule findest, die dich trotzdem anstellt als Lehrer und du irgendwie damit arbeiten kannst oder im Jugendhaus oder was weiß ich, aber auch auf der Bühne bleiben kannst. Und dann habe ich mit 20 angefangen zu schreiben, Stücke zu schreiben, ohne Ende. Und das ging gleichzeitig mit der Entwicklung mit Rollenspiel. Also Rollenspiele spiele ich seit 15 bin, genau. Und da auch alle Systeme durch. Ich habe einen Kumpel, der immer die neuen angeschleppt hat und dann hat man sich irgendwann festgesetzt. Aber ich bin tatsächlich jemand, auch als Spielleiter. Ich habe in meinem Rollenspiel Nerd-Dasein, glaube ich, zwei Kampagnen gespielt. Und ansonsten bin ich tatsächlich so ein One-Shot-Mensch. Das ist so ein bisschen, dass das Schauspiel auch viele Rollen ausprobieren. Und wenn mir eine gefällt, dann gucke ich, dass ich die irgendwie als NSC weiter durchnehme. Und dementsprechend wird heute Abend auch eine Rolle, vielleicht nicht die liebste sein, aber die, die mir im Inneren bleibt und die ich am wenigsten gespielt habe. Einfach, damit ich sie nochmal spielen kann. Okay. Da kommen wir nachher nochmal zurück, was du spielen willst. Es wird unter anderem im Chat auch gefragt, und das wollte ich ohnehin tun. Wie ist es dann entstanden, dass du gesagt hast, dann kann man doch auch das mit dem Rollenspiel vor der Kamera machen. Tja, Eigeninitiative. Ich habe in der, also recht früh habe ich Acquisition Incorporated verfolgt, noch als Podcast. Und meine Internet-Rollenspiel-Anfänge, wie gesagt, ich habe versucht, alles mitzunehmen. Meine Internet-Rollenspiel-Anfänge waren einmal bei einer LAN-Party der Neverwinter Nights Dungeon Master Modus, dann Vampire, das erste Teil, Redemption, mit dem fliegenden blauen Kopf der Dungeon Master Modus. Das war online schon. Da war aber noch Modem und wir haben das Telefon blockiert. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nicht miterlebt. 2000, das war eine tolle Sache. Du konntest dann die gesamte Spielwelt als strebender Kopf, den nur du siehst, als Spielleiter in alle NSCs rein. Und ja, war schon das erste WoW oder sowas. Da habe ich dann auch Rollenspiel gespielt, den WoW. Also alles mal ausprobiert und Chat-Rollenspiel. Ich glaube, was Keller auch gesagt hat, früh eingestiegen in Foren und Chat-Rollenspiele. Und da gab es bei Gmx gab es Gimmicks. Das war so ein Chat-Programm bei Gmx dabei und da gab es die Taverne zum Wanderer und die Drachenschenke. Und das war, das waren so die Einstieg, der Einstieg ohne zu streamen. Genau, dann kam Aquatic Station Incorporated und ein bisschen Critical Role und sowas. Und da habe ich dann die GameStar angeschrieben, die Münchner Spiele-Redaktion neben PC Games, die zwei großen noch und habe gefragt, habt ihr mal Bock auf analoges Rollenspiel? Und bei der GameStar gibt es einen kleinen, privaten Let's Play-Kanal. Das ist GameTube. Das sind vier Jungs, die in meiner Generation so sind, wo ich auch die Anspielung kapiere und sowas. Und die haben dann geantwortet und haben gesagt, ja, Fallout 4 kommt gerade raus, macht uns doch mal ein analoges Fallout rund. Und da habe ich ein bisschen Cthulhu rumgewurschtet und habe Fallout rausgemacht und das wurde gestreamt zeitgleich, also ein bisschen früher war Rocket Beans und so weiter. Und da hat das den Hype so ein bisschen mitgenommen. Und dann kamen die Fragen, was ist das, wie ist das? Und dann habe ich mir so ein bisschen so, ach, guck mal, da machst du ein bisschen Nachwuchsförderung, Erfahrungsaustausch, Vernetzung und weil du Schauspieler bist und ein bisschen nicht ganz aus deiner Haut kommst, machst du ein bisschen Comedy und habe dann den Kanal angefangen ohne ein großes Ziel, außer die, die ich gerade aufgezählt habe. Also da war nie irgendwie der Hing dahinter jetzt, wow, jetzt YouTube-Star, sondern Das war auch die Zeit, wo man noch nicht reingegangen ist in YouTube mit und jetzt hier Karriere. Ja, ja, da gab es ja schon Kronk und so weiter, aber da war klar mit Rollenspiel, sowieso nicht, aber Interesse am Hobby und plötzlich habe ich gemerkt, so, oh, das Interesse am Hobby muss man und als man dann die Fühler ausgestreckt hat und gesagt hat, oh, da ist ein Nerdpol vor rum und was weiß ich alles und es sind sehr viele, die das machen, da kam dann vor einem Jahr die Idee der Vernetzung, so dann mit Frosty damals und Funaloren und so, diese Pen und Paper, Tuber und Twitcher und Podcaster und Blogger anzufragen, habt ihr Bock, euch zu vernetzen, damit wir nicht nur im eigenen Süppchen, sondern über den Tellerrand der Suppe auch drauf schauen können, dann kam dann PNP-Tube zusammen. Die uns nicht gefragt haben, aber das ist ein anderes Thema. Die euch nicht gefragt haben, da ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich bin mit derjenige, der gewurschelt hat, aber andererseits gab es kein, 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 ihr dürft nicht oder ihr sollt nicht, sondern es war eigentlich ein Open für alle, die rein und raus kommen. Das heißt, es ist immer noch Open. Ich glaube, Ben, man kann da so ein bisschen sagen, da war, glaube ich, zu viel Ehrfurcht von Seiten von Pen & Paper Tube so ein bisschen vor euch. Ja? Kann auch sein, ja. Ja, ja, ja. Okay. So ein bisschen. Ähm. Ne? Ja, das Wort Ehrfurcht fiel und ich verstehe, ja. Was passiert hier gerade? Ich habe, ich habe nur die Idee nur ganz kurz fallen lassen, dass man als Pen & Paper Tube gegründet wurde und es nicht gefragt hat. Die Sache ist die, dieses Gründen war ein riesiges Stoffel hat mich dann auf der Spielemesse gefragt, deswegen sonst, sonst wäre es ja gar nicht zusammengekommen hier, diese Gruppe. Ja, ja. Stoffel. Sehr cool. Stoffel ist der. Genau, der Stoffel ist unser, 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 wo ist ein Stoffel raus? Der ist unser Diplomat und unser Botschafter. Aber genau dieses gegründet, das war ja nie, wir waren nie ein Verein und wir haben auch immer gesagt, so ein Netzwerk ist komisch, weil es bleibt ja trotzdem Nerdpol und Dings und so weiter, sondern seine Gründung an sich haben wir gar nicht. Wir hatten auch irgendwie gar keinen Namen dafür, was, was sind wir eigentlich, sondern wir sind einfach momentan ein Discord-Channel, der sich austauscht und, ähm, ja, guckt, dass wir was zusammen machen. Über den wir auch das hier jetzt organisiert haben, ja, wo wir da gesagt haben, hey, wie wär's denn? der jetzt von euch kam, ein Jahr zu spät, aber er ist gekommen und das ist, äh, von uns ein Jahr zu spät. Ja. Von uns ein Jahr zu spät. Ja. Und jetzt sind wir zusammen und das ist cool. Ich muss, muss dazu auch sagen, mir wird öfter gesagt, ich wirke unnahbar und ich möchte betonen, dass das daran liegt, dass ich schüchtern bin. Und zwar sehr. Und, ähm, meistens nur irgendwie dastehe und Leute nicht anspreche. Das hat, das hat nur damit zu tun, dass ich mich nicht traue. Also, man kann mich ansprechen und außerdem bin ich echt schlechterin, meine Nachrichten zu checken. Ich war jetzt auch Monate in diesem, in dieser Discord-Gruppe und ich dachte halt, wenn was passiert, werde ich es ja mitkriegen und dann ist nichts passiert und dann jetzt sind wir passiert. Und dann dachte ich mir, komm, wenn nicht jetzt, dann, dann, wann dann, probieren wir es auch noch. Und dann hat es sofort funktioniert. Ja, das war sehr angenehm. Es hat, ohne Komplikationen, haben eine Menge Leute sofort ja gesagt, toll. Man muss uns nur fragen, wir sind jetzt unglaublich schüchtern. Wir sind alle schüchtern, das ist ja furchtbar. Wir sind alle schüchtern, das ist furchtbar. Oh! Das ist dann geht's Internet. Und verschiedene, verschiedene Leute leiden an verschiedenen Versionen von Imposter-Syndrom, das ist alles. Genau, genau. Im Grunde sind wir eine große Selbsthilfe-Gruppe. Eben. Und es wird hier was gut raus. Und da... Nicht reinquatschen. Quatsch rein. Quatsch mal rein. Die sind alle ein bisschen misstrauisch, dass man jeder denkt, die finden mich bestimmt doof. Weil wir das schon aus der Schule noch kennen, dass man uns doof findet, weil wir die Underdogs immer waren. Bestimmt denken die Spielfragen. Ich glaube, wir waren alle nicht die coolen Kids. Ja, so ein bisschen, ja. Ich glaube, irgendwas ist da im Hinterkopf. Sorry. Ja, ich glaube, da hat Nico durchaus recht, weil viele von uns halt, so blöd das klingt, wir waren Nerds, dass es noch nicht Mainstream war und sind die, die noch in der Schule ausgelacht worden sind für ihre Sammelkarten und Comics und Rollenspielbücher. Ja, das sind die Hipster-Nerds. Umso schöner, dass das jetzt so funktioniert. Wir wurden schon in den Papierkopf gesteckt, da war es noch nicht cool. In den Papierkopf bin ich nie gesteckt worden, die waren zu klein bei uns in der Schule, aber ich hatte tolle... Ich bin im Klo eingesperrt worden dafür dann. Euch ist schon klar, dass ich so ein bisschen hier starstruck mit dazwischen hocke und ihr euch gerade darüber austauscht, dass ihr die armen, kleinen Nerds seid und Angst habt, dass man euch ärgert und ich sitze hier und denke mir, ich kenne die Mairi und ich kenne den Benf aus dem Internet. Ihr jammert echt auf hohem Niveau, Kinder. Aber du hast auch Jeff Goldblum bei dir zu Hause. Ganz ehrlich, drei. Was denkst du, warum ich mich nicht traue, ins Internet zu gehen? Ich bin die seltsame. Wenn du Jeff Goldblum-Kissen hast, ich glaube, wir sind alle neidisch. Zu Recht, dass wir nicht auf TT gekommen sind, uns welche drücken zu lassen. Ich werde mal meine Zeit so langsam übernehmen, damit wir nicht ganz aus dem Zeitraum bringen. Aber eine Sache möchte ich ganz gerne... Wir sind gleich beim nächsten Slot. Eine letzte kleine Sache, die ich noch gerne mitgeben würde, von wegen Pen & Paper, was wir noch nicht als Aspekt jetzt hatten und den ich jetzt gerade beginne zu nutzen und zu benutzen, weil du gerade Selbsthilfegruppe sagst. Ich bin gerade dabei, Pen & Paper als in großen Anführungszeichen Therapie zu nutzen. Und zwar innerhalb meiner schulischen Arbeit. Da bin ich ein bisschen in der Schul-Soziarpflege drin und weiß aber auch von einer Kollegin zum Beispiel, die das im Jugendstrafbezug schon genutzt hat, erfolgreich und in der Drogenberatung, also in der Drogenberatung, wenn man wieder runterkommen will. Entzugsberatung und das ist fantastisch. Und da bin ich so ein bisschen jetzt drauf, machen ein größeres Projekt mit Schülern. Und ja, es geht so ein bisschen um soziales Ausgeschlossensein, um Selbstbild, Fremdbild, Rollenfindung. Da kommt ganz viel Theaterpädagogik natürlich auch dazu, aber mit der Spieltheorie, nicht der mathematischen Spieltheorie, die darf ich nicht, sondern tatsächlich unsere Rollenspieltheorie so ein bisschen und zugucken, einmal als Spieler und Spielerin das auszuprobieren, auch als Spielleiter, Spielleiter zwischen Referee und Gott, das zu pendeln. Und das macht viel. Das sind so gerade 14- bis 16-Jährige Mädels wie Jungs und das ist momentan so ein bisschen das Spannende, was auch natürlich jetzt durch Schulschluss komplett eingefahren ist. Und da kann ich leider nicht die Online-Lösung machen, also nicht so einfach. Schüler, Kinder und so weiter. Das ist sowieso schon schwer, diese verschiedenen Rollen zu jonglieren für mich. Und das ist jetzt ein bisschen auf dem Eis, aber das ist so das große Jahresprojekt, was ich jetzt gerade frisch starte. Was spielst du mit denen dann? Also spielst du dann, sag ich mal, Mainstream-Rollenspiele und wendest dann aber die Theorie drauf an? Oder nimmst du gezielt Erzähl-Rollenspiele mit solchen Schwerpunkten? Genau, also ich habe Mainstream-System benutzt, also ein B20-System, D&D momentan, weil es einfach ist, entweder man kann auch DSA höher oder niedriger würfeln, was Plus dazu, fertig, damit das Regelsystem erstmal schnell klar ist und dann erzählen das Spiel. Also sie suchen sich die Geschichte aus, sie suchen sich die Figuren aus und das ist momentan eine Gruppe von fünf Jungs und gegenseitig zu unterstützen, die werde ich jetzt zu Experten so ein bisschen machen, dem das Handwerkszeug an die Hand geben und sie dann damit beobachtend alleine lassen, damit sie das weitergeben können. Nächstes Jahr, wenn alles gut geht, soll dann eine AG draus wachsen und das Ganze tatsächlich, wie Umbria uns schon gesagt hat, diese Brett- und Kartenspieler gehen nur tatsächlich rein auf Rollenspiel und das, wenn sich das so ein bisschen entwickelt, funktioniert das, ohne dass da dieser Therapieaspekt, der trotzdem dabei ist für Betroffene, die, ja, eben das auch anders brauchen, aber ich sage es jetzt mal ganz platt, Zielsetzung ist, am Ende sitzt das Opfer und der Täter am Tisch und spielen zusammen Rollenspiel und da bin ich gerade auf einem guten Weg hin. Das, also erstens extrem spannend, zweitens, ich finde das durchaus faszinierend, dass immer mehr Leute das wahrnehmen, welches, also was für ein interessantes Werkzeug Rollenspiel dafür ist. Wie gesagt, unser Freund Michael in Australien, der sowas ähnliches macht, der dann sagt, dass halt eben nach ein paar Wochen Kinder, die vorher den Mund nicht aufgemacht haben und nicht reden konnten, dann auf einmal irgendwie unglaublich dreist werden und die Leute lassen sie ihn erstmal durchgehen, weil sie froh sind, dass sie überhaupt reden. Und das heißt, wo wird das laufen? Also bitte, nicht im Sinne von online laufen, ich glaube nicht, dass das eine Runde ist zum Streamen, nein, sondern wo wirst du das anbieten und wie können Leute, die interessiert sind, dann halt sowas zu nutzen, sich da an dich wenden? Ja, das ist erstmal als Pilotprojekt im gesicherten Raum meiner Schule. Also es muss erst mal im geschlossenen gesicherten Raum sein sozusagen, dass sich die Leute, die es betrifft, sicher fühlen, aber auch die, die freiwillig helfen, das sind dann Leute aus der neuen Klasse, die dann sagen, okay, und dann geht es als AG machen und ich muss das natürlich auch für Schulleitung und für meine Stelle sozusagen verschriftlichen und wenn ich das soweit verschriftlicht habe, dass ich das rausgeben kann, mal gucken, keine Ahnung, dann setze ich mich mit meiner Kollegin da zusammen, die das mit Mast gemacht hat, schauen wir und gucken, ob wir das vergrößern können und da Ansätze und Hilfestellung geben können, das ist so ein bisschen das Ziel, weil das Ganze mache ich schon auf theaterpädagogischer Basis, was du gerade gesagt hast, nur die Stille, die immer nie, die nie was sagt und immer in sich gekehrt ist, aber dann bei mir in den Theater AGs immer ein bisschen mehr Text will und noch ein bisschen mehr Text will und plötzlich auf der Bühne steht, da sehe ich, das funktioniert, aber ich kann nicht jeden gleich auf eine Bühne schubsen, also mache ich es in einem, ich könnte auch kooperative Brettspiele nehmen, ich könnte auch mit Zombieside erstmal eine Runde spielen oder keine Ahnung, ja, ginge genau dasselbe, aber ich will halt dieses Rollenbild und dieses ich suche mir aus, was ich bin, probiere mich daran aus, wenn ich es nicht bin, bin ich was anderes und gleichzeitig erzählen wir gemeinsam, was Umrion auch gesagt hat, wer hat gewonnen, nee, Koranli hat es glaube ich, wer hat gewonnen, wir gewinnen, ja, und das ist so meine Grundeinstellung ebenfalls, da muss ich d'accord gehen mit allen meinen Vorrednern, das Wir gewinnt am Tisch und da gibt es kein Richtig und Falsch für mich, ja, und das ist glaube ich, ohne dass man das auf dem Banner schreibt, kommt das an und wenn das ankommt, ist das ein guter Schritt für genau solche Leute, die damit Probleme haben, weil die haben nämlich auch kein Wir-Gewinnt-Gefühl oder kein Ich-Gewinnt-Gefühl, im Gegenteil, das ist ganz, ganz krass ein Ich-Kann-Gar-Nichts-Gefühl, ja, und ich finde es wirklich sehr gut, dass es inzwischen funktioniert, dass Leute dieses Potenzial sehen und es wäre cool gewesen, wenn das früher schon so gewesen wäre, Mann wäre ich dankbar gewesen für eine Rollenspieler-Ger in meiner Schule, wir haben es immer wieder versucht und die Lehrer waren sehr misstrauisch gegenüber dem, was wir da machen, das hat sich geändert, jetzt sind die Nerds die Lehrer, und vielen Dank dafür, dass du das in der Richtung auch förderst und das den Leuten freundlich in den Kopf setzt, dass das funktionieren kann und dass das helfen kann und ich habe noch zwei Fragen, welchen Charakter können wir dann heute Abend von dir erleben? Es wird ein Goblin sein, ja, ein Goblin-Alchemist, den ich einmal gespielt habe und einmal als NSC weiterentwickeln wollte und, ja, genau, ein Goblin-Alchemist, ich glaube, ich glaube, es war ein Pathfinder-Versuch, aber ich bin mir nicht mehr genauso sicher, vielleicht war es auch ein Homebrew-DNAD, ich weiß es nicht mehr. Aber es geht in Richtung Pathfinder-Goblin. Auf jeden Fall Fantasy, Pathfinder-Goblin, Solche Ohren, so ein Grinsen, tausend Zähne. Denn das kann nur eskalieren. Sein Wunsch ist immer, Held zu sein, aber er warst du krass. Das kann nur eskalieren, dir ist schon klar, dass Tok Tok, egal was du zusammen brauchst, probieren will, auch wenn es eine Bombe ist. Egal, was das heute Abend wird, ich glaube, es wird eskalieren. Davon gehe ich fest aus. Und dann nochmal, wir haben es schon mehrfach im Chat gepostet gehabt, wo findet man dich und wo kann man sich die Sachen anschauen, an denen du arbeitest? Ich bin tatsächlich nur auf YouTube unterwegs. Ich habe zwar auf Twitch, aber da wird wenig gestreamt und wenn dann bei dem fantastischen Wortspiel Ben & Paper, vielen Dank für meinen Vornamen, das ist fantastisch. Ich wüsste nicht, wie ich mich sonst, also Tim & Paper hätte nicht gepasst und da wäre ich echt aufgeschmissen, alles gelassen. Und genau, das war es. Also Ben & Paper, ich bin nicht auf Twitter und was weiß ich unterwegs und da ist auch, also umwegenmäßig, wenn ich höre, fünf Streams pro Woche und so weiter, da kann ich mich mit, ich mache, wenn ich Zeit und Spaß habe an irgendwas oder wenn ich Gast bin oder mal in München zu Gast, kommt PR eher unreden, ich versuche nur ein bisschen was reinzuhauen, aber manchmal ist man nur Coach raus. Es ist ein Hobby, auch das YouTube ist für mich nur ein Hobby. Aber ich habe eine tolle Community, Hallo da draußen, ihr seid alle super und es ist super, dass sich die Community jetzt mittlerweile nicht nur Ben & Paper bewegt, sondern sich verteilt auf ganz viele, 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 viele Kanäle und einfach sich, wir sind ein cooles Netflix, wir sind ein Pen & Paper Netflix eigentlich. Man kann sich aussuchen, was man sich angucken kann. On Demand oder live, das ist doch genial. Vielen Dank. Das muss was. Ja, das, wir haben ja schon gelernt, dass das ansteckend ist. Vielen Dank, dass du dabei bist und ich hoffe, dass dein Internet bis nachher noch durchhält. Ich, wir halten beide durch. Ja. War es arg abgehakt? Nein, du bist nur unterschiedlich groß, je nachdem, wie gerade dein Übertragungsrat ist. schrumpfst du mal im Bild und Okay, aber das war Absicht. Ach so, das war geplant. Du bist so ein Sesamstraße-Figürchen, das ist ganz nah, das ist ganz klein. Ja, immer der Pädagoge, kann man nicht unterdrücken. Ich rechte mal weiter an Leute, die einen tollen Namen haben, der mir jetzt aber gerade unnötig Hunger macht. Also das Heldenpicknick. Schieben wir jetzt alles eigentlich eine Viertelstunde nach hinten? Es ist jetzt nicht ganz eine Viertelstunde nach hinten gewesen, aber das war vorhin meine Frage. Ach so. Ja. Dann haben wir es falsch verstanden. Ich dachte, du hörst trotzdem um halb auf. Okay, gut. Dann schieben wir alles jetzt zehn Minuten nach hinten. Ja, ich versuche es jetzt langsam wieder, aber es wäre ja unfair gewesen, jetzt Ben zu kürzen. Gut. Wir müssen jetzt schnell reden. Ihr müsst. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Das Heldenpicknick ist, glaube ich, auch zur Hälfte hier vorhanden. Drei von sechs Leuten sind hier. Genau. Das ist genau richtig. Genau. Und das sind, ich scroll mal hier oben durch, den Patrick haben wir gerade gesehen, da ist der Robin und irgendjemanden habe ich, nein, den Michael, den habe ich beider überblättert. Genau. Ja. Genau. Ihr seid eigentlich normalerweise zu sechst und drei von euch haben heute Zeit und Lust und plaudern ein bisschen und ihr macht Rollenspiel vor allen Dingen zum Zuhören. Genau. Robin, nicht du los. Ja, genau. Also vielleicht mal irgendwie was anderes so. Wir machen Rollenspiel zum Zuhören als Podcast. Und ihr bereitet das Ganze dann ja noch auf für den Podcast. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie nehmt ihr auf? Wie spontan ist das? Wie sehr wird dann irgendwie vielleicht auch gescriptet oder im Nachhinein was geändert? Ich mache einfach mal weiter von uns, weil ich so ein bisschen auch die technischen Sachen tatsächlich betreue. Ja, also im Grunde kannst du dir das vorstellen als Hörspiel, also was das Anhören angeht. Du hörst quasi zwar eigentlich eine Pen-and-Paper-Runde, aber halt mit Effekten und Musik und sowas alles. Soundscapes, also Geräuschen. Und gescriptet wird da gar nichts. Also wir machen uns ja jetzt nicht irgendwie die Mühe und, keine Ahnung, machen ein Drehbuch oder was weiß ich was, sondern es ist eigentlich unsere Runde. Bis auf das eine Mal, wo das Mikrofon von mir ausgefallen ist. Richtig, da mussten wir alles nachsynchronisieren. Dann habt ihr seinen Part nachsynchronisiert? Also ich, man hat meinen Sound über das Mikrofon von wem anders noch gehört. Robin hat das alles auch gehört und ich habe es im Nachhinein nochmal eingebaut. Okay, das klingt ziemlich aufwendig. Das war dann aber auch meine beste Performance, die ich jemals auf die Sache kenne. Okay, ist ja wenigstens was Gutes entstanden aus der unnötigen Mühe. Richtig. Was spielt ihr denn da normalerweise? Wir spielen DSA 4.1 tatsächlich noch, allerdings so dermaßen, ja, gehomebrewed irgendwie, dass man da, also man erkennt die Welt noch, aber ich glaube irgendwie an der richtigen, ja, an der Lore-Orientierung uns nicht besonders. Einfach, weil ich nicht die Zeit und die Lust habe, mich da einzulesen. Okay, wie funktioniert das DSA, ohne die Lore zu spielen? Also wir lassen die, Aventurien ist Aventurien und wir haben die meisten, also die Völker bleiben so und sowas, aber ich habe mir halt die ganzen Namen und die ganzen Personen, die dann wirklich in dieser Lore sind, die benutzen wir fast nicht. Okay, ihr lasst den Metaplot von Karren fallen. Genau. Wobei das jetzt ein bisschen desdepiktierlicher klingt, als es ist. Also ganz so ist es nicht. Wir versuchen uns einfach nicht unbedingt an historischen Events groß drauf einzuhalten, sondern die Story ist eigentlich um gut. Okay. Und wie, also ich meine, ich erinnere mich, dass wir ja schon bei ganz frühen Rollenspielrunden als T-Ranger sagten, oh, wir müssen hier mal einen Kassettenrekorder aufstellen. Also so lange ist es schon her. Wir sind doch eigentlich ganz lustig. War das so eine ähnliche Idee? Ihr habt zusammen gespielt und habt dann gedacht, das ist eigentlich unterhaltsam genug, dass andere Leute sich das anhören könnten? Oder wie kam die Idee mit dem Podcast? Also wir hatten vorher schon einen Podcast gemacht und haben auch Pen & Paper gespielt. Und das eine hat dann quasi zum anderen geführt, würde ich erst mal sagen. Genau, weil wir vorher, also wir sind eigentlich ein Zusammenschluss in einem Verein, wo das Hell in Big Nick eine Auskopplung von ist. Und da sind wir damals mit Podcast gestartet, als das Ganze noch relativ jung war. Und da wir Pen & Paper jetzt, ich finde, meinen Teil seit gut acht Jahren spiele, ich denke, da haben wir uns die meisten anderen, die ich auch heute schon im Stream war, noch ein paar Jährchen voraus. Und die anderen ähnlich lange. Also Robin ist mit mir zusammen eingestiegen. Also wir sind auch alle jahrelang schon Schulfreunde. Genau. Und ich glaube, Michael hat uns da vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre noch gebraucht. Ja, das war, glaube ich, ja, zwei Jahre oder sowas. Auf einem Dachboden irgendwo. Aber ansonsten, ja. Hey, immerhin schon Dachboden und nicht der Keller, in dem ich meistens gespielt habe. In dem Keller war dann das Upgrade. Wir haben tatsächlich vom Dachboden von einem Kumpel von mir in meinen Keller. Das war, ja. Zehn Mann in einer Runde. Es war viel zu schreien. Ja, es wollte auf einmal jeder mitmachen. Ich weiß noch was, vor der Sommerzeit 2014, da wollten dann auf einmal wirklich alle mit auf den Zug aufspringen. Dann waren wir, glaube ich, zur Hochzeit waren wir zehn oder elf Läuschen in einer Runde. Das war, das war, also weiß ich nicht, das waren dann auch Sessions, ich glaube, bis zu acht Stunden. Das war irgendwie Nach-Abi-Zeit und das war unfassbar. Ja, da hat man bemerkenswert viel Zeit. Ich erinnere mich auch, wie viele Rollenspiele ich da gespielt habe. Das war unglaublich. Und, ja, und man hat vor allen Dingen auch noch die Ausdauer, irgendwie acht Stunden nachts im Keller zu sitzen, während die Luft immer schlechter wird. Kein Thema. Das heißt, bei euch ist es so Schulfreunde-Podcast, Rollenspiel-Podcast. Genau. Okay. Das heißt, ihr kommt auch alle aus der gleichen Gegend oder habt ihr euch verschreut? Wir kommen tatsächlich alle drei aus dem gleichen Dorf. Die anderen drei tatsächlich nicht. Aus dem Nachbarn? Nee, zwei aus dem Rhein, also die beiden Damen aus unserer Runde kommen aus dem Rheinland und der andere Kollege kommt hier auch aus dem Nähe des Münsterlandes. Aus wo? Aus dem Nähe des Münsterlandes. Aus dem Nähe des Münsterlandes. Das ist noch mehr Münsterländer. Genau. Richtig. Also aktuell alle wohnhaft in Münster tatsächlich, bis auf, ja doch, bis auf Moritz. Ja. Also Haldurin, wem das mehr Name ist, der wohnt in der Nähe. Hatten wir das nicht neulich schon, aus welchem Dorf kommt ihr? Evers Winkel. Nein. Ich bin Alvers Kirchnerin. Oh Gott, wir müssen sofort abbrechen. Ja, ich bin der Nachbarortsteil und wir sind verfeindet. Wir enden sofort ins Rieb. Das hier, Ende, Ende, Ende. Ich wollte meinen, im schlimmsten Fall sind wir nicht nur verfeindet oder sogar verwandt. Nein, nein, meine Familie ist, meine Großeltern sind zugezogen. Oh, Glück gehabt. Ja, nein, nein, keine, ich bin keine genetische Westphailin und man wird ja erst in die Westphailin der Gemeinschaft aufgenommen, wenn man in die vierte Generation ist oder so und ich weiß. Also früher sind es nicht. Ich wollte mich, ich wollte mich, ich wollte mich, ich wollte mich als Großgrundbesitzer. So. Michael ist Großgrundbesitzer, das heißt, ihr, ihr habt einen, einen großen Vierkanthof. Ne, tatsächlich, also meine Familie väterlicherseits, aber sonst, ja. Mann, das Münsterland bringt echt nur mich Rollspieler hervor, wenn ich das gewusst hätte damals. Ich habe mich ziemlich allein gefühlt und habe dann andere angesteckt. Ja, das ist so ein westphälisches Problem, oder nicht? Also, dass man halt nicht so viel miteinander redet. Ja, wenn ein vollständiger Satz ist, passiert das halt. Ja, reicht doch. Großartiges Kneipengespräch. Aber das ist, das ist schon sehr schräg, ja, Evers Winkel. Immerhin, weil ich bin dann Richtung Wolbeck für die Schule abgezogen, das heißt, Evers Winkel habe ich nur meinen Führerschein gemacht und so und das heißt, die traditionelle Feindschaft konnte aufrechterhalten werden. Ja, wir waren in Warendorf. Guck mal. Genau. Uns hat Warendorf zusammen gemiedet. Ja, da wohnt mein Vater immer noch, beziehungsweise in Freckenhorst jetzt. Also, es ist nicht so, als wäre alles abgebrochen in die, an Kontakte, die Gegend. Ja, schräg. Oh mein Gott. Warendorf macht's nicht besser. Nee. Warendorf macht's echt nicht besser. Die nächste unfreiwillige Münsterländerinnen-Kette. Ursprünglich bist du ja, bist du ja Fränkin, aber irgendwann. Nein, das stimmt nicht. Ich bin ursprünglich gebürtig Hannoveranerin. Echt? Ja. Das heißt, Fränkin war auch nur in Zwischenstation. Ja. Mann, viel rumgekommen. Ja, Mensch. Aber okay, wie schafft man es, in Evers Winkel eine Rollenspielgruppe zu finden? Wie haben wir denn Absprung geschafft, meinst du? Ja. Wir haben tatsächlich es, also wir waren erst eine Freundesgruppe und haben uns erst über die Schule kennengelernt und haben dann angefangen zu spielen. Dementsprechend ging das ganz gut. Es war nicht dieses, boah, ich suche Rollenspieler und hänge irgendwie was im Edeka ans schwarze Brett. Ich glaube, das hätte eher zu Fackeln und Mistgabeln geführt. Ja. Diese Perversen. Das Schlimme ist, man weiß ja sofort, welchen Edeka ihr meint. Ja. Ja, richtig. Ich weiß genau, welcher Edeka das ist, der habe ich öfter eingekauft. Ja, ich auch. So, wo ihr gerade so sehr im Thema drin seid, gegen den wir hier sind, kann ich dich auch bitten, doch mal jemanden zu grüßen, von dem ich dir möchte. Ja, 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 ich soll eben noch einen Gruß ausrichten, weil jemand im Chat ist, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und wo ich mich sehr darüber freue, in letzter Zeit wieder von ihm zu hören, nämlich der beste Moha-Shamane aller Zeiten, Alain van der Wingerd. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Wingerd? Egal. Ja, ein belgischer Freund von uns, der früher viel mit uns gelabt hat, DSA-Lab gespielt hat und der von Achim wiederum in den Chat geholt wurde. Vanguard, wird mir gesagt, sollte ich es aussprechen von Achim. Hallo alle! Ja, aber ja, das ist, es ist schön, irgendwie immer wieder zu sehen, wie bizarr die Rollenspielszene irgendwie ineinander verwuchert ist, auf verschiedenste Art und Weise, weil jeder kennt irgendwo irgendwie jemanden und manche Leute sind sogar in den Nachbarorten aufgewachsen. Und dann kennt man auch jemanden in Antwerpen mit indonesischen Vorfahren, der dann sagt, wenn ich DSA-Lab spiele, dann mache ich einen Moha-Shaman und spreche Bahasa-Indonesia. Was ziemlich großartig war. Oder wie unser Vermieter, der plötzlich damit ankommt, dass er DSA-3-Bücher geschrieben hat, die hier im Regal stehen. Ja! Oder drei mitgeschrieben hat. Ich möchte betonen, wir sind hier eingezogen, bevor ich das wusste. Noch eine kurze Zwischenfrage von der Gratschensstörung. Willst du eine Pizza bestellen? Ich hätte bei dir eine Pizza bestellt. Ich meine bestellen. Bestellen, bestellen. Oder soll ich eine in die Banken? Mit Oliven und anderes bitte. Wir streamen ja durch bis in der Nacht. Also ich bin sehr dafür, Essen zu beschaffen, ja. Wir können das gerne bestellen, aber mir wäre es recht, wenn du das machst und ich das nicht gleichzeitig versuche, während ich mit Leuten bin. Aber ich darf dafür deinen Paypal benutzen. Selbstverständlich darfst du dafür unseren Paypal benutzen, den wir gemeinsam verwenden. So wie so irgendein Pizza-Bäcker im Stream? Vermutlich. Käthe hat eben schon gekocht, während wir geredet haben. Ich verstehe nicht, warum du immer noch so hell bist. Weil ich weiß bin, Nico. Also im Sinne nicht ... Du hast damals bei Poltergeist mitgespielt, stimmt's? Als das Licht. Ich war das Licht in Poltergeist. Ich bin Magi. Es gibt diesen Comic mit dem Mädel, das sagt, aber ich bin doch eigentlich viel zu blass, um an den Strand zu gehen. Und alle ihr sagen, nein, das ist nicht so schlimm. Und das wird nicht so furchtbar sein. Dann kommt sie aus der Umkleid der Kabine und man hat nur noch so einen Überstrahleffekt und die eine schreit, die vollen Leuchtfeuer sind entzündet. Wir drohen Antworten. Gondor braucht den ... Ungefähr so weiß bin ich. Oder bleich. Ja, jetzt sind wir sehr weit abgekommen. Zurück zu dem, was ihr macht. Entschuldigung. Ah. Tü, 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 tü. Ihr überlegt auch, das noch zu erweitern, wenn ich mich richtig erinnere an die Infos, die ihr mir gegeben habt, dass ihr nicht nur DSA quasi als Podcast so machen, sondern dass ihr überlegt, auch andere Systeme anzuspielen und das dann aufzubereiten als Podcast. Haben wir sogar schon. Also wir haben jetzt zum gratis Rollenspieltag mal Fade ausprobiert. Mhm. Mit einem Bekannten von uns hier aus Münster, der irgendwie in Fade drin ist. Und haben mit dem eine extrem verrückte Runde Dr. Dogs Doomsday Device, haben wir sie genannt, gespielt. Ihr seid also auch Freunde der Alliteration? Ja. Leer, natürlich. Und ja, die ist jetzt mittlerweile auch in unserem Podcast-Feed zu hören. Eine komplett verrückte Fade-Runde. Es gibt noch eine weitere, die allerdings nur für unsere Patreons zu hören sein wird, wenn sie denn dann mal geschnitten ist. Denn das ist tatsächlich der Hauptaufwand. Ich glaube, da kann Robin gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ein Hörspiel schneiden ist schon, ui. Ja, da werden wir nachher auch von Steff Z. noch was hören, die ja auch die Hörspiele produziert. Und Tonschnitt denkt man im ersten Moment, ach, das geht ja doch. Aber Robin kann das sicherlich genauer ausführen. Ja, der weiß, wie meine Amps aussehen. Ganz klar. Das macht es einfach. Ganz kurz für den Content-Winter der Paywall, da kann ich schon mal für die Rollenspielrunde später anfeasern, dass ich da trotzdem tatsächlich den Charakter mitsinge, den ich in dieser Runde gespielt habe. Ah, genau. Wenn wir nachher noch darauf zu sprechen kommen, was ihr mitbringt und was ihr spielen wollt. Aber Robin weiß, wie die Amps aussehen. Das kenne ich auch sehr gut. Irgendwann kann man sehen, wie das typische Lachen von jemandem aussieht oder die Geräusche, die jemand immer wieder zwischendrin macht. Genau, beziehungsweise halt Amps. Und da hat man ja dann doch schon viele von, wenn man so überlegen muss. Was passiert als nächstes? Wenn man so die Form einer Treppe streitet. Zum Beispiel. Ja, ich habe da die eine oder andere Nacht schon mit verbracht, wenn dann die Folge raus musste. Und wir machen das immer so, wir spielen quasi durch. Mal gucken, wie lang das dann so wird. Also meistens sind das so Sessions von, keine Ahnung, zwei bis fünf Stunden so um den Dreh. Je nachdem, wie gut wir dabei sind. Und dann machen wir da nachträglich quasi Folgen draus. Also wir nehmen das Abenteuer, was wir halt gespielt haben. Also das hat dann Michael sich überlegt, der meistert bei uns. Und genau, das wird dann hinterher in Folgen geschnitten. Und ein bisschen, was fliegt auch immer raus. Da haben wir auch anfangs lange überlegt, ob wir das machen oder ob wir einfach alles schön en bloc lassen. Und haben uns dann aber entschieden, dass es für Leute, die vielleicht nicht so rollenspielaffin sind und die da so ein bisschen versuchen reinzukommen, besser wäre oder einfacher wäre, um eine Hürde wegzunehmen, dann, dass wir beispielsweise bei Kämpfen, die bei DSA ja schon mal sehr lang sein können, dass wir da so ein bisschen die luftleeren Stellen, nenne ich sie mal, rausnehmen. Also da, wo dann viel Regeldiskussion stattfindet oder so. Und da kürzen wir schon mal ein bisschen zusammen. Genau, das ist so das Einzige. Also bei uns muss man niemandem beim Blättern zuhören. Gerade so Fernkampfangriff, Erleichterung. Ja, bis man rausgerechnet hat, welche Faktoren jetzt was wo mitbringen, dann ist man wahrscheinlich meistens wieder bei einem Bonus von null am Ende, aber bis man da angekommen ist. Oft genug, ja. Wie lange arbeitest du dann an einer Folge? Hast du da einen Überblick, wie viel du im Schnitt da reinsteckst? Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich muss sie ja mindestens zweimal hören, weil einmal quasi für den Rohschnitt, das was ich gerade gesagt habe mit dem Kürzen und dann noch ein zweites Mal, wenn man dann die Sounds drunter legt. Und die Ams rausnehmen. Und die natürlich. Und das sind so, keine Ahnung, also ich rechne das immer so in Abenden. Das sind meistens so drei, vier Abende. Wow. Wie viele Stunden das jetzt sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ist für uns auch in gewisser Weise so eine Art, ja, Übung oder wir sind da auch so ein bisschen begeistert von einfach. Und wir machen auch über einen anderen Kanal richtige Hörspiele, also die eben nicht Pell-and-Paper-Runden sind. Klappkatapult nennt sich das Ganze. Entschuldigung, ich mag den Namen jetzt schon. Das kommt tatsächlich auch mal Pell-and-Paper-Runden. Wieder die Alliteration. War tatsächlich ein Running Gag aus einer DSA-Runde, weil da jemand immer seinen Klappkatapult dabei haben wollte. Was nie erlaubt wurde. Und deswegen heißt das Ganze jetzt. Steht halt nicht in den Regeln. Deshalb heißt das Ganze jetzt Klappkatapult. Und da, genau, produzieren wir halt Hörspiele. Und genau, und da ist natürlich diese ganze Audioschnittgeschichte auch irgendwo so eine Art Training für beziehungsweise so ein technisches Ausprobieren. Was geht, was ist möglich. Es wird auch gefragt, wo man die Podcasts hören kann. Das hätte ich auch ohnehin so gefragt. Aber es ist auch Interesse auf jeden Fall schon direkt bekundet worden, an die Sachen heranzukommen von Leuten, die es noch nicht kannten. Also ich nehme mal an, dass man den Podcast über die üblichen Podcast-Bezugsstellen bekommen kann. Aber wie heißt der, wonach suche ich? Der heißt Heldenpicknick. Also den kann man da einfach eingeben. Ansonsten, also das Ganze läuft halt über, klar, Apple Podcast. Spotify sind wir da. Wir sind über sämtliche Podcast-Apps zu finden. Also keine Ahnung, da gibt es ja tausende. RSS-Feed und so weiter. Und auf YouTube eben auch. Also da gibt es auch die Möglichkeit. Wir machen hinterher einfach, also es ist kein großes Video dran, sondern wir ballern einfach das Titelbild da drauf. Ja, und Soundfall, bam. Genau. Ja, sonst kann man auch auf seitenwälzer.de mit AE vorbeischauen. Da findet man sozusagen diesen Verein, Patrick schon erwähnt hat, der über allen drüber steht. Da findet man dann sowohl das Heldenpicknick als auch die anderen Podcasts, als auch das Klappkatapult. Entschuldigung, ich werde jedes Mal lachen müssen, wenn ihr Klappkatapult sagt. Sogar ein Audio-Logo. Also insofern. Okay. Also ich finde das als jemand, der fast nur Video macht, faszinierend, welche Möglichkeiten dann dabei sind, wenn man Dinge nur mit Ton umsetzt. Und deswegen, ich habe tatsächlich noch mal eine technische Frage an den Robin. Wenn ihr das dann unterlegt mit Sounds und mit Musik und dergleichen, macht ihr selber dann auch manchmal die Sounds? Habt ihr da quasi eure eigene kleine Bibliothek von speziellen Sachen oder greifst du auf Stockmaterial zurück? Sehr gute Frage. Es hat sich tatsächlich geändert. Also wir haben angefangen, so die ersten, also wir nehmen das in Staffeln auf und die ersten paar Staffeln, das sind dann quasi immer die Abenteuer, also die ersten drei ungefähr oder vier, haben wir ausschließlich Stockmaterial genommen und dann haben wir mit dem Katapult, haha, Entschuldigung, weiter. Wir haben sehr lange an dem Namen gesessen. Da haben wir zwei große Projekte gemacht. Eins mit der Uni in Münster, wo wir einen Workshop gegeben haben für Studierende zum Thema Hörspiel. Und später dann noch haben wir letztes Jahr im Herbst ein riesig großes Projekt gemacht mit über 40 Sprechern und so weiter und haben da auch über 600 Sounds aufgenommen. Und da zehren wir jetzt eigentlich von. Also inzwischen ist es so, dass die meisten Sachen sind eigene Sounds. Und an dieser Stelle nochmal ein Riesendank an den Mühlenhof in Münster. Denn den kann man mittlerweile echt überall hören bei uns in den Podcasts. Weil da durften wir halt mal einen Tag lang rumeiern und jede Tür zuschlagen, über jede Treppe laufen, gegen jedes Fass treten, was halt alles so ging. Das man sollte dann vielleicht kurz erklären für die Leute, für die wenigen Leute hier, die nicht Münsteraner sind. Es fühlt sich so heimelig an. Ich wollte gerade sagen, die Anzahl von Leuten, die nicht Münsteraner sind, in diesem Chat ist stark zurückgegangen oder Münsterländer zumindest. Der Mühlenhof ist ein Freilichtmuseum, das halt gerade vier Sachen aus dem 19. und 18. Jahrhundert hat. Und auch frühes 20. ist der Kolonialwarnladen und sowas. Wirklich süßes kleines Museum. Und das ist natürlich cool, dass sie euch dann verschiedenste Türen und Böden untergleichen haben ausprobieren lassen. Ja, weil wo findet man heutzutage noch Holzböden? Also so klassische Holzdielenböden? Direkt über uns, weswegen ich sehr froh will, dass da keine Veranstaltungen sind. Ja, aber ich gebe zu, es ist eher selten. Aber das ist cool. Dann hat man den knarzenden, unheimlichen Dielenboden, wenn Leute sich irgendwo langschleichen. Richtig. Genau. Ich finde Soundeffekte teilweise extrem wichtig vom Feeling her. Und deswegen fand ich das sehr spannend, die Frage, ob was ihr da benutzt. Und das ist dann tatsächlich direkt eine Soundbibliothek, die ihr selber gebaut habt. Das ist extrem cool. Ja, anteilig. Wir haben auch unter anderem uns von Stockmaterial bedient. Und da hat sich unter anderem auch Game of Thrones beim gleichen Stockmaterial bedient, haben wir rausgefunden. Wir haben denselben Esel. Bei uns hat er eine Hauptrolle, bei Game of Thrones nicht so. Das heißt, ihr habt Game of Thrones geguckt und gesagt, das ist unser Esel. Ja, genau das. Das ist schön. Bei uns kam er groß raus. Bei euch kommt der Esel groß raus. Ja. Okay. Ich würde dann sagen, dass wir langsam rüberrollen in den nächsten Slot, um die Zeit wieder ein bisschen zu straffen. Ich wollte kurz noch sagen, ich fand, was ihr an eurer Vorstellung bei uns, wir haben spontan einen kleinen Discord-Solver nur hierfür aus dem Boden gestampft. Die kann man ja wie Pilze eben mal wachsen lassen, dass ihr gesagt habt, dass ihr zwar einen Patreon habt, aber die Leute mehr oder weniger sagen wollt, wartet erst mal ab, bis die Krise vorbei ist, weil ihr seid nicht drauf angewiesen. Und das finde ich ziemlich cool von euch. Und anständig. Das wollte ich nur mal sagen. Ja, danke. Als jemand, der auf den Patreon angewiesen ist, weil es ein guter Teil meines Einkommens ist, tatsächlich unser Patreon. Alles zu Mari. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich finde es sehr cool, dass ihr euch der Tatsache bewusst seid, dass es da unterschiedliche Varianten von gibt. Manche Leute machen das als Hobby und der Patreon ist dann das, mit dem sie dann halt eben was dazu bekommen. Und bei uns ist es halt umgeschlagen. Wir haben nicht damit angefangen, wie, glaube ich, die wenigsten hiermit. Und jetzt machen wir Rollenspiel-Content und damit werden wir reich. Nein, aber bei uns hat es sich jetzt halt so entwickelt, dass wir zu einem guten Teil davon leben. Deswegen, ich bin immer froh, wenn Leute dann einen nüchternen Blick auf die Sache haben. Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir damit Technik finanziert haben. Wir haben am Anfang von einer befreundeten Band geliehen, die ganzen Mikrofone. Und mittlerweile haben wir eben unsere eigenen und das ganze Zeug, was man so drumherum braucht. Und wir zahlen den Serverplatz davon. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie davon Essen auf den Tisch kriegen würden. Und das soll es auch nicht sein, sondern es soll wirklich nur das Heldenpicknick besser machen. Und dementsprechend, es funktioniert so im Moment, so können die Leute jetzt zu Hause was hören. Und es wird niemand dran sterben oder so, wenn da jetzt mal zwei Euro weniger ankommen. Wir haben Spaß beim Pen & Paper machen. Andere haben dann Spaß beim Zuhören. Und das ist eigentlich unverstanden. Vielen Dank. Oh, und welche Charaktere bringt ihr nachher mit? Wer ist noch dabei und was spielt ihr? Ich glaube, es bin nur ich dabei. Ich spiele heute Abend Octavius Inc. Das ist ein Oktopus-Geheimagent. Ein Oktopus-Geheimagent. Viel mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht beraten. Okay, okay, okay. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe jetzt eine Vorstellung von einem Charakter, die vermutlich vollkommen falsch ist. Aber ich bin gespannt. Also ich kann nachher noch ein Artwork machen. Ja, bitte. Haben wir. Also da geht vielleicht auch noch mal ein Shoutout an diejenige, die bei uns die ganzen Artworks macht. Die Zeichen Elster. Die findet man nämlich auch auf Instagram. Oh ja. Sehr folgendwerte. Magst du das nochmal wiederholen, wie der Instagram-Account heißt? Zeichen Elster. Zeichen Elster. Die Zeichen Elster. Das ist mir direkt auch schon sehr sympathisch. Elstern gehören auch zu meinen Lieblingstieren. Ich habe viele Lieblingstiere zugegeben. Aber Elstern sind sehr weit vorne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und es haben mehrere Leute schon gesagt, cool, wir lernen eine Menge neue Sachen hier kennen im Stream. Und könnt da mal reinschluppern. Und ich würde mich verabschieden, während hoffentlich im Hintergrund Essen bestellt wird. Und weiterreichen. Wie immer gilt, ihr könnt gerne bleiben und euch einbringen und weiter über verschiedenste Themen reden. Ja, gerne. Wenn du das nächste Mal in Münsterland bist, sag vielleicht mal Bescheid. Vielleicht kannst du mal bei uns vorbeikommen. Von wegen Crossover und so. Ja, absolut. Also es sieht so aus, als müsste ich definitiv mal wieder ins Münsterland. Also nicht nur, um meinen Vater zu besuchen. Das wäre auch mal wieder, also wenn man wieder darf. Also mein Vater ist jetzt im Rentenalter. Das ist vielleicht auch keine gute Idee, um jetzt auf die Pelle zu rücken. Aber dann muss ich wohl in mehr Zeit einen planen, weil ich jetzt eine ganze Reihe Leute habe, die ich besuchen muss. Aber gerne, ja. Ja, von der war. Dann Ewas Winkel mal wieder besuchen. Scheiße. Geck. Total seltsam. Die Gräber meiner Ahnen. Also meiner Großelte. Tschüss. Tschüss. Hi, weil, bis später. Und bis später, Patrick. Und wir machen weiter mit Basti. Basti, der hoffentlich hier ist. Ich klicke mal da oben durch. Ja, ich bin hier. Hörst du mich? Hallo im Hauptquartier der Rebellion. Ja, ich habe gerade, wie er schon mitgekriegt hat am Anfang, alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt hier. Wie, ja im Prinzip mein restliches Leben auch gerade. Weil, ähm, bei mir halt alles, äh, durch Corona völlig durcheinander gewöbelt wurde. Ja, das ist Basti, ähm, und, äh, unter anderem bekannt als Löwenseelenkater. Ich kenne dich auch noch als Vollmilchpizza und andere bizarre Namen. Um nom nom. Um nom nom. Und, äh, Basti kenne ich schon sehr lange. Vor allen Dingen erst mal aus, aus dem LARP. Und dann ist er so wahnsinnig gewesen, mit mir und Nico und noch Steff, äh, nach China zu fahren für neun Wochen und Dinosaurier abzuholen. Ich hoffe, es hat keine... Auf was ich mich einlasse. Ja, ich hoffe, es hat keine Langzeitschein hinterlassen. Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, ein gewisser chinesischer Guide kommt ab und zu mal. Der verfolgt dich immer noch. Er will irgendwas von mir, aber ich verstehe nicht was. Äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, das ist immer noch das mit Abstand, äh, Verrückteste gewesen, was ich bis jetzt im Leben gemacht habe. Und ich... Und dabei bist du in die Politik gegangen. Ja, gut, das ist top die Sache. Die Leute versteht man auch manchmal nicht. Aber ich warte eigentlich immer noch, dass ihr irgendwann mal mit der Idee zu einer Fortsetzung um die Ecke kommt. Und dann fahren wir nach Südafrika oder sowas. Da gibt es auch Dinosaurier. Ähm, ich glaube, das Problem sind die Staaten, durch die wir durchfahren würden, teilweise. Soweit ich das verstanden habe, ist nicht der ganze Teil dieses... Nicht der gesamte Kontinent politisch so stabil aktuell. Ja, wobei man jetzt übrigens auch noch beachten muss, ähm, die Geschichte hat da eine sehr schöne Ironie entwickelt. Und Afrika hat, äh, Einreize für Europäer momentan gesperrt. Ja, das hätten sie... Das hätte man schon vor mehreren Jahrhunderten durchsetzen sollen. Ja. Aber, ja. Aber jetzt haben sie es wegen den Viren gemacht. Jetzt wissen sie es. Mhm. Basti ist, äh, hier nicht nur, weil er mit mir nach China gefahren ist. Also, das ist hier kein, kein Best-off von Leuten, die mit mir bescheuerten Kram gemacht haben. Obwohl manche Leute hier bescheuerten Kram mit mir gemacht haben. Ähm, Basti ist hier erstens, weil er, ähm, selber einen kleinen Rollenspielverlag hat und darüber reden kann, wie jetzt gerade Corona, äh, ihm als, als jemand, der frisch mit ein paar Leuten das zum Start bringen wollte und größer durchsetzen wollte, in die Quere gekommen ist. Außerdem arbeitet Basti als Politiker und als Helfer von Politikern. Und das ist auch gerade sehr spannend, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm. Ja, eigentlich ist es ja gar kein Rollenspielverlag gewesen. Also, meine, mein kleiner Verlag, Borealis Verlag, ähm, wir haben eigentlich, ich sage immer wir, aber eigentlich bin ich da alleine, ich habe nur andere Freiberufler, die halt mitarbeiten. Ähm, ähm, eigentlich hat sich das so entwickelt, dass wir Ghostwriter geworden sind und zwar für Politiker und politische Veranstaltungen und sowas. Also, das heißt, wir haben Blogbeiträge für die geschrieben oder, ähm, Facebook-Accounts oder ähnliches betreut. Natürlich jetzt nicht für die Spitzenpolitiker, die haben da eigene Leute für, aber jetzt, ähm, kleinere Bezirksabgeordnete oder sowas, die selbst mit der Technik nicht klarkommen. Ich verrate euch jetzt natürlich auch nicht, für welche, welche Leute ich das mache. Du verrätst jetzt nicht, welche Leute mit der Technik nicht klarkommen, ja. Genau. Kann ich verstehen. Naja, aber mein Problem ist, ähm, das Jahr fing echt gut an. Also, mit dem Hamburger Wahlkampf, ähm, da haben wir tatsächlich ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich meine beste Mitarbeiterin in dem, Mitarbeiterin in dem Sinne, mit in die Firma hole, weil es wirklich gut angelaufen war. Ja, und, ähm, ja, wir hatten gerade das Planungstreffen, was könnte man machen hinter uns, ähm, da kommt die ganze Corona-Geschichte auf uns zugerasselt. Und ich glaube, ich habe es geschafft, innerhalb von vier Tagen so, äh, meine kompletten Kunden für die nächsten zwei Monate zu verlieren, weil halt alle Veranstaltungen abgesagt wurden, die Politiker selber nicht wissen, wohin, äh, wohin die Reise jetzt geht. Und die meisten, die jetzt natürlich auch Zeit haben, sich selber mit ihren Themen zu beschäftigen und keinen brauchen, der irgendwelche Sitzungen begleitet und dann am Ende darüber schreibt. Und jetzt kommen wir zur Überleitung zum Rollenspielverlag, denn das, was wir ursprünglich geplant hatten, das ist ein Crowdfunding gewesen für das Milan Pen & Paper. Ich halte es jetzt mal ganz, äh, eigennützig in die Hand. Und... Wir hatten auch schon mal in einem Shut-up and Take My Money drüber geredet, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und, ähm, durch diese ganze Entwicklung ist das jetzt praktisch mein einziges Projekt geworden, was, was wirklich noch läuft. Ich habe noch ein anderes kleines Korrektorat am Laufen, aber, ähm, das ist im Prinzip das Einzige, was noch übrig ist. Und deswegen kann man jetzt mit Blut und Recht tatsächlich sagen, ja, das ist ein Rollenspielverlag. Aber auch nur, weil wir, äh... Weil alles andere weg ist. Genau. Autsch. Und ich habe jetzt gerade innerhalb der letzten Woche praktisch, äh, mein gesamtes, äh, Lebenskonzept, meine gesamten, mein gesamtes, äh, Geschäftskonzept über den Haufen geschmissen. Ich bin immer noch mitten dabei. Das heißt, ähm, ich habe jetzt mit der ganz heißen Nadel einen Online-Shop gestrickt. Ähm, ich habe Hilfsangebote bekommen. Zum Beispiel hat, ähm, der Gegenstrom-Schwimmer-Verlag aus Bayern, da sitzen die, glaube ich, die haben mir angeboten, mir einen Stapel Bücher auf Kommission zu schicken, die ich dann über diesen Shop anbieten kann, damit ich überhaupt erstmal ein paar Waren da drin habe. Wo wir dann, äh, ich kann ja keinen Shop mit nur einem Buch aufmachen, sozusagen. Und, äh, dadurch, dass jetzt so viel Zeit ist, wollen wir halt andere Projekte forcieren, die sonst, äh, nur so nebenbei gelaufen sind. Ich habe zum Beispiel auch selber ein Buch geschrieben, das jetzt, ähm, auch zwei Monate früher, als eigentlich geplant, da drin stehen wird. Wahrscheinlich auch schon in zwei Wochen oder sowas. Das heißt, äh, ja, alles ganz spontan, äh, umgeworfen. Ich habe mir ganz spontan auch einen, äh, Streaming-Arbeitsplatz eingerichtet. Dein Streaming-Arbeitsplatz? Ich werde dem schönen Bundeskanzler, äh, Bundeskanzlerin-Schreibtisch oder sowas. Ich wollte gerade sagen, dein Streaming-Arbeitsplatz sieht ein bisschen so aus, als würde ich gerade irgendwie, äh, für einen, für einen Job vorsprechen und du guckst nur auf deinen Rechner, um irgendwie den Fragebogen durchzugehen. Aha, sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Äh, mit der Flagge im Hintergrund, das hat auch, also ich, ich könnte jetzt auch irgendwelche Bekenner-Videos machen. Okay, ja, äh, die Rebellion war's, äh, hinter dem Anschlag auf den Todesstern. Naja, also, ähm, das ist auch ein schönes Stichwort. Ich habe das Ganze, wie das Ganze anging und die ganze Problematik, äh, die man als Selbstständiger jetzt natürlich bekommt, ähm, nicht nur aus dieser Perspektive kennengelernt, sondern auch aus der als Lokalpolitiker. Ja, denn du unterstützt nicht nur andere Politiker, die mit der Technik nicht klarkommen, sondern du hast tatsächlich auch einen Sitz. Ich bin auch selber Politiker, genau. Ich habe einen Ratssitz in der Stadt Wedel in Schlechrich-Holstein, den habe ich jetzt seit Anfang des Jahres, ich war aber vorher auch schon, ähm, aktiv in verschiedenen Gremien als Vertreter und so weiter und so fort. Ähm, jetzt sitze ich da im Rat, hat zuerst für Probleme gesorgt, aber das war auch einer der Gründe, warum ich diese Firma für mein Geschäftsfeld gegründet habe, weil dann meine Firma eben sich um diese Kunden gekümmert hat, die teilweise auch von anderen Parteien waren und nicht ich selber. Das ist ja eine ganz andere juristische Person in dem Fall. Und, äh, im schlimmsten Fall konnte ich dann auch immer noch eine Kollegin vorschicken, wenn tatsächlich mein Gesicht dazu gehörte. Mhm. Naja, und jedenfalls als Politiker habe ich dann tatsächlich auch die Entwicklung mit Corona mitgekriegt, weil, ja, im Prinzip habe ich mich aktiv gekümmert, habe aktiv gesucht, was ist los, wo treten diese Fälle auf, wie kommt das eigentlich? Und dann ging das plötzlich ganz schnell, ähm, dann hieß es nämlich plötzlich, ja, wir haben auch in der Stadt den ersten eigenen Corona-Fall bestätigt. Lustigerweise war es tatsächlich eine, äh, eine Person, die im Rathaus gearbeitet hat, die gerade aus dem Skienurlaub zurückkam, das heißt, die saß dann praktisch, äh, direkt an der Quelle, wo es auch gleich gemeldet werden muss. Die musste wahrscheinlich auch nur im Flur weitergehen oder sowas. Äh, nächste Tür aufmachen, äh, hallo, toll. Ja, der Fall war auch ganz schnell, äh, zu identifizieren und wahrscheinlich auch einzugrenzen, aber es ist, läuft halt gerade überall rum und ich kriege praktisch, ja, täglich zwei, drei bis fünf Pressemitteilungen von der Stadt, vom Kreis und so weiter und so fort, welche Veranstaltung, äh, es fing damit an, dass Veranstaltungen abgesagt wurden, dann ging es weiter, welche Maßnahmen getroffen werden, wann was passiert, wann die Spielplätze gesperrt werden. Also, man merkt tatsächlich, äh, wenn man so an der Quelle sitzt, wie rasant das Ganze plötzlich geht, wenn es denn dringend ist, also, ähm, solches, solches rasante Handeln, äh, jetzt im Kreis, äh, in der Stadt oder im Bund, das wünscht man sich ja eigentlich auch, äh, bei anderen Dingen, bei, ja, bei Fridays for Future laufe ich auch immer mit und da frage ich mich, warum geht das da nicht so schnell? Das ist auch im Prinzip das, also, da sterben auch früher oder später Leute, wahrscheinlich nicht so unmittelbar und nicht so, äh, sichtbar, aber das ist im Prinzip genau dasselbe. Böse Zungen könnten jetzt natürlich behaupten, das liegt daran, dass jetzt die Alten in Gefahr sind und nicht mehr die jungen Leute und die Alten gerade entscheiden. Ich wollte es nicht angebrechen. Naja, aber man sieht daran tatsächlich, ähm, es geht, wenn man nur will, wenn es dringend ist, funktioniert es. Äh, aber das ändert natürlich nichts darin, dass viele Selbstständige oder, äh, Freiberufler oder, äh, Leute mit kleinem Einkommen, die jetzt, ja, 450-Euro-Jobs haben oder so, die haben natürlich echte Probleme, weil das jetzt wegfällt. Und da sind wir jetzt als Politiker tatsächlich auch dabei, irgendwie Lösungen zu finden, die schnell funktionieren, aber auch, ja, wirklich helfen und vor allem gerecht sind. Und das ist manchmal nicht so einfach. Das kann ich mir vorstellen, weil wahrscheinlich auch verschiedenste Fraktionen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gerecht ist. Also, ich meine, wir sehen es ja, dass ein paar Bundesländer jetzt schon angefangen haben zu sagen, dass, äh, hier, es gibt Soforthilfe und wir versuchen, das möglichst schnell zu machen. Aber was macht man dann auf der Ebene halt eben von, von einer Stadt? Ähm, da habe ich tatsächlich schon ein paar Vorschläge gebracht und zwar, also die, die kamen auch dann direkt von uns und die haben wir auch gleich nach Berlin weitergeschickt an die Abgeordneten, weil das echt getaucht hat, wie ich finde. Wir haben nämlich gleich an die Stadtwerke zum Beispiel oder an die städtischen Betriebe geschrieben und haben gesagt, komm, die Leute, die werden jetzt vielleicht nicht diesen Monat, aber spätestens nächsten Monat Probleme haben, ihre Rechnung zu zahlen. Und wenn die die im Monat nicht gezahlt haben, dann wird ihnen der Strom abgeschaltet oder sowas. Leute, setzt das für drei, vier, fünf, sechs Monate aus. Damit gebt ihr den Leuten praktisch die Zeit, wie mir ja auch, ihr Leben und ihr Geschäftsmodell so weit umzustellen, dass sie vielleicht noch überleben können. Es ist nicht so häufig, dass Politiker von dem gleichen Problem betroffen werden, das sie gerade versuchen zu lösen. Ich glaube, das ist ziemlich häufig, aber keiner gibt es zu. Aber tatsächlich war das der Grund, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen und ich weiß selbst, was mir jetzt helfen würde, ohne dass ich einfach nur die Hand aufhalte. Das ist zum Beispiel eine gute Idee. Also es wurde ja eben auch schon angesprochen bei Ben, dass es Ideen gibt zu sagen, dass erst mal Mieten quasi aufgeschoben werden können oder so etwas. Steht sowas auch im Raum an Überlegungen bzw. kann man sowas überhaupt machen? Das müssen die Vermieter dann natürlich klären. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine eigene Wohnungsgesellschaft in der Stadt, aber Hamburg mit der Saga oder sowas, die können zumindest Kulanz zeigen und sagen, die schreiben nicht sofort Mahnung oder Rechnung, wenn es mal ein paar Wochen zu spät kommt oder sowas, sondern dass sie sagen, wir haben auch mal ein bisschen Geduld. Und das funktioniert, das funktioniert auch, wenn wir den Leuten mal einen Monat mehr Zeit geben, bevor wir gleich mit dem Hammer drohen. Weil wenn jetzt den Leuten Strom abgestellt wird oder die auf die Straße gesetzt werden, in der jetzigen Situation sind sowieso alle überlastet und überfordert. Das könnte für kleine Familien oder Leute aus nicht zu vermögenen Verhältnissen absolut das Ende bedeuten. Ja. So wie es mir mit meiner Firma jetzt natürlich auch geht. Ja, du hast schon gesagt, ihr versucht schnell und hast dich was zu stricken. Wir haben eben auch schon den Link zu dem Online-Shop reingesetzt und du hattest gesagt, dass ihr überlegt das, also im privaten Gespräch, weil wir kennen uns ja, hattest du auch schon gesagt, dass dann so Überlegungen im Raum stehen zu schauen, ob ihr andere Sachen auf Kommission verkauft oder sonst irgendetwas. Ganz plump gesagt, kann man euch helfen? Uns kann man helfen. Ich habe die Bücher leider noch nicht gekriegt, die ich auf Kommission kriege, aber der Online-Shop, der wird wahrscheinlich spätestens Montag voll aktiv und da sein. Und auch jetzt kann man von dem Milan-Regelwerk schon Exemplare vorbestellen. Es sind noch nicht mal Produktbeschreibungen drin. Ich bin da, ich habe mir das in der letzten Woche alle selbst beigebracht, wenn man sowas einrichtet. Aber tatsächlich kann man mir helfen, indem man ab und zu mal auf unsere Shop-Seite guckt, ob man das brauchen kann, ob man uns, also man kann uns helfen, indem man uns Lektorate vermittelt oder Auftragstexte oder auch einfach nur Kunden für sowas. Oder ich gucke jetzt einfach mal zu Patrick rüber, wenn der mal Sachen hat, die er abgeben möchte, weil er zu viel auf dem Zettel hat oder sowas. Momentan sind wir halt in einer Situation, wo wir uns sehr drüber freuen. Ich sage übrigens immer wir, aber tatsächlich bin ich da auch alleine, weil meine Kollegin, die ist jetzt auch erstmal ganz aus dem Spiel. Okay, hoffentlich nichts Schlimmes. Nee, noch nicht, aber meine Kollegin Nele, die wahrscheinlich gerade mitzuguckt, hallo Nele. Hallo Nele. Nele ist halt auf Medikamente angewiesen, die das Immunsystem komplett unterdrücken. Ah, das heißt, sie muss auf jeden Fall Distanz zu allen einnehmen, zur Sicherheit. Genau, und ihre Distanz sieht halt so aus, dass sie sich Essen hat liefern lassen und dann tatsächlich auch die Tür irgendwie luftdicht verklebt hat zum Flur und solche Geschichten. Wow, Schande. Ja. Die sitzt, also ich habe ja schon vorgeschlagen, die sollte sich einfach in so einen großen Hamsterball setzen. Das klingt, glaube ich, lustiger als es ist am Ende. Naja, wir hatten auch schon überlegt, ob wir nicht schauen können, dass wir zumindest irgendwie ein PDF in irgendeiner Form fertig machen, dass wir euch in den Online-Shop irgendwie hauen können. Wir haben da zum Beispiel was rumlegen über so eine bescheuerte China-Reise. Möglicherweise bist du mit dem Stoff vertraut. Ja, und dass man irgendwas in der Form machen könnte. Und das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen Lokalpolitiker kennt, der ganz schlecht mit Facebook ist und einen Ghostwriter bräuchte. Oder einfach mal einen Text brauche. Ich habe auch schon komplette Wahlprogramme geschrieben für andere Parteien. Einen Lektor könnten wir auch brauchen. Einen Lektor. Stimmt. Lektorat könnten wir auch brauchen. Der Versatz ist gerade enorm auf Twitch, deswegen ist es sehr schwer, euch zu folgen. Ah, es ist schwer, uns zu folgen, weil der Versatz so groß ist. Vielleicht sollten wir zwischendurch einmal eine ganz kurze Pause machen, wenn wir dann ins Let's Play gehen oder sowas. Ja, vor dem Let's Play eine Pause. Und versuchen dafür zu sorgen, dass mein OBS und Twitch wieder einmal kurz durchschnaufen können. Das läuft ja jetzt auch schon fünf Stunden durch. Da kann man ihm verzeihen, wenn es langsam mal ein paar Sekunden laggt. Naja, gut. Für die Zukunft. Also ihr habt schon gesehen, ich habe mir meinen Schreibtisch hier aufgestellt. Und auch wenn das heute mit dem ersten Start sehr, sehr holprig war, weil meine Kollegin dummerweise genau das Kabel bei sich hat, was ich bräuchte und ich sie nicht besuchen kann. Ich habe es mit Absicht hier schon so trafiert, weil ich werde wahrscheinlich auch, da ich nicht mehr vor die Tür kann und jetzt zu viel Zeit habe, auch öfter mal versuchen zu streamen. Das heißt, das ist heute meine Premiere sozusagen. Die Kundgebungen aus dem Hauptquartier der Rebellion. Die Kundgebungen aus dem Hauptquartier der Rebellion. Und über was wirst du streamen? Das weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich politische Kommentare oder Themen. Oder ich daddle einfach und ihr könnt mir dabei zugucken, wie ich in der Nase bohre oder so. Oh yeah! Das ist großartige Werbung für dein Content. Und ihr könnt das gerne abschalten, indem ihr mir dann Aufträge zuschustert oder sowas. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann irgendwie folgt. Bastian Suhe auf Twitter oder auf Facebook oder Orkenspalter kennt sowieso meine ganzen Adressen. Das klingt jetzt so, als wären wir Stalker. Das ist jetzt etwas übertrieben. Du likest doch fast jeden meiner Beiträge. Du bist lustig. Das möchte ich betonen. Basti ist tatsächlich eine anarchistisch lustige Person, deren Anwesen halte ich in Social Media sehr schätze. Wo eigentlich das meiste berechenbar ist in so einer Filterblase bis auf ihn. Weil da immer irgendwelche Unsinn bei rumkommt. Ja, momentan wird halt viel über Corona auch geblödelt und blöde Witze gemacht. Aber das begegnet mir immer wieder das Thema. Selbst in der eigenen Verwandtschaft. Die Leute es trotzdem nicht ernst nehmen. Also natürlich, ich mache mich da auch drüber lustig. Ich mache auch Witze. Aber trotz aller Witze muss man halt auch daran denken, dass diese ganzen Maßnahmen, die einige jetzt natürlich auch für übertrieben sehen, vielleicht manchmal auch übertrieben sind. Aber man muss halt auch daran denken, wir machen das nicht für uns. Wir machen das nicht, weil wir Probleme mit Corona hätten. Sondern wir machen das halt für diejenigen, die wirklich ein Problem hätten. Jetzt meine Kollegin oder jemand, der einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hat, jemand, der ein schwaches Immunsystem hat oder Querschnittsgelähmte, die halt sowieso nur wenig Lungenkapazität haben oder sowas. Man muss nicht einfach nur mal... Ja, ich richte den Appell wahrscheinlich jetzt gerade an die Leute, die sowieso die Vernunft dahinter sehen. Aber man kann es nicht oft genug sagen, dass Herdenimmunität und das Verlangsamen von Ansteckung nicht für einen selber sind, sondern für die Leute, die eben darauf angewiesen sind. Und ich kenne auch, wie du sagtest, genügend Leute mit Immunsystem, Insuffizienz oder anderen Dingen, die sie schlicht und einfach anfällig dafür machen. Also, ich meine, schlicht und einfach allgemeine Menschlichkeit oder wenigstens der Eigennutz, dass ich meine Freunde nicht verlieren will. Ja, eben. Also, da gab es ein schönes Beispiel. Wenn es heißt, zwei Leute kriegen Corona oder zwei Leute halten sich nicht an die Ausgangssperre, die jetzt morgen garantiert kommen wird. Ah, davon gehst du aus? Ich gehe davon aus, weil ich schon diverse Nachrichten zu dem Thema bekommen habe. Okay. Keine konkreten Aussagen, aber man kann halt zwischen den Zeilen lesen. Und die Regierung hat es tatsächlich sehr geschickt gemacht, indem zuerst Bayern das jetzt ausgerufen hat, Freitag. Jetzt haben wir nämlich drei Tage Zeit als Gesamtdeutschland uns daran zu gewöhnen, festzustellen, in Bayern leben die Leute trotzdem noch, trotz der Ausgangssperre. Und jetzt kennen das alle, dass sie schon mal ausgerufen wurde. Und jetzt heißt es nicht mehr, oh Schreck, ganz Deutschland ruft das aus, sondern tatsächlich, ach, wir jetzt auch so ungefähr. Also das war schon sehr geschickt, das zeitlich zu staffeln. Und der Hintergrund von dem Ganzen ist ja auch nicht mal irgendwie, dass die Ausgangssperre die Verbreitung komplett verhindert, sondern es geht ja nur darum, dass die Verbreitung langsamer passiert, sodass die Krankenhäuser und sowas nicht über ihre Kapazitäten kommen. Ja, also ... Dass immer noch alle versorgt werden können, sozusagen. Das ist auch ... Oder wie Katrin, die auch sehr fleißig gerade nickt zu quasi allem, was du sagst im Hintergrund. Ich sehe sie gerade irgendwie nicht, aber ... Ja, du bist oben durchgewollt. Inzwischen sind ziemlich viele Leute gemeinsam im Call. Dass es auch so dieses ist, ich rechne fest damit, irgendwann werde ich mich wahrscheinlich anstecken, weil hin und wieder gehen Sachen aus. Ich musste heute in die Apotheke, weil ich keine Schmerzmittel mehr habe und es nicht so geil wäre, mit einem Migräneanfall das hier zu moderieren. Das sind dann halt eben Sachen, dann ... Ja, manche Sachen lassen sich nicht aufschieben. Irgendwann wird es dann einfach passieren. Aber es ist eben das, wann es passiert. Und ... Also das schönste Beispiel finde ich tatsächlich, wenn du sagst, du hältst dich nicht an die Ausgangssperre, weil du es ibern findest. Danach gehst du zu deiner Mutter. Du und deine Mutter, ihr kriegt beide Corona, ihr kriegt beide das Husten. Und ihr geht ins Krankenhaus und stellt fest, viele Leute sind da. Und das Krankenhaus hat halt plötzlich keine Kapazitäten mehr. Und die Ärzte müssen entscheiden, okay, wir können nur einen von euch retten. Du bist gesünder als deine Mutter. Mutter geht nach Hause und stirbt da. Deinen Sohn können wir retten. Und eben das versucht man durch diese Ausgangssperre jetzt zu verhindern. Das sind genau die Entscheidungen, die in Italien jetzt die Krankenhäuser haben, fällen müssen. Und ich möchte auch gar nicht wissen, was das, abgesehen von allem, wie schrecklich das ohnehin schon ist, auf dauernden Fallout haben wird für die Ärzte und für Krankenschwestern und Helfer und Pfleger und dergleichen, die jetzt in dieser Situation halt durcharbeiten und quasi die ganze Zeit sagen müssen, du lebst, du nicht, du lebst, du nicht. Das ist so eine grauenhafte Vorstellung. Und ich wäre sehr dankbar, wenn wir das hier irgendwie verhindern könnten. Auf jeden Fall. Also wir werden es nicht verhindern können, dass sich Corona weiter ausbreitet. Wir haben alle mal Pandemie gespielt oder sowas. Also mit zwei Wochen Inkubationszeit kann es gut sein, dass das über die Hälfte von uns das schon hat. Es kann auch sein, dass jemand von uns es hat und es schon ausgebrochen ist und wir merken es nicht mal. Also der Verlauf ist ja immer unterschiedlich. Eben wie bei Katrin, die es nicht weiß, bis der Test zurückkommt. Weil es könnte sein, dass das bisschen Husten, was sie gerade hat, das tatsächlich ist. Wobei da habe ich jetzt aber auch schon mehrfach von einem Phänomen gehört, dass viele Leute, die die eindeutigen Symptome und zwar richtig sichtbar haben, die verleugnen das, die gehen weiter zur Arbeit, die gehen weiter raus, lassen sich nicht testen, verheimlichen das sogar, ihre Symptome, weil sie wissen, wenn das jemand mitkriegt, dann werden sie in Quarantäne gesteckt. Und das ist tatsächlich bei vielen Leuten, die das Wort Quarantäne hören, da kommt einem doch irgendwie sofort der Mann in dem Schutzanzug, der gesichtslose Mann mit dem Schutzanzug, mit der Spritze, der dich in irgendeinem kalten Krankenzimmer zum Sterben hinlegt. Kommt einem irgendwie durch die Filme automatisch in den Sinn. Es ist völliger Unsinn, aber dass es die erste Assoziation damit hat. Ja, wir haben ja gerade gehört, dass Quarantäne bedeutet, jemand anders kauft für einen Einwand, bestellt das Essen und den Rest des Tages fabrikt man auf dem Sofa. Das klingt nicht so schlimm. Eigentlich ist das wie immer nur, dass man kein Klopapier mehr hat. Ja, das ist noch eine ganz andere Sache. Wenn man clever ist, hat man dann auch Klopapier. Tja, naja, oder man kauft halt Socken bei Kick. Ich war ja tatsächlich auch, ich wohne ja irgendwie als Einziger gefühlt unter 50 in einer ziemlich alten Wohngegend. Und ich war jetzt, bevor wir hier angefangen haben, war ich auch noch für ein paar Nachbarn einkaufen. Und ich kann tatsächlich allen nur raten, die Lust haben irgendwie zu helfen, zu unterstützen und selbst gesund sind oder nicht zur Risikogruppe zu gehören, hängt einfach einen Zettel in den Flur, bietet den Leuten, die wirklich zu den Risikogruppen gehören, bietet es denen einfach an oder schreibt auf Facebook so ein Dings. Die meisten Städte haben inzwischen auch so eine Hilfs-Hotline, wo man sich dann melden kann. Das wäre was, wenn ihr zu Hause Langeweile habt und nichts zu tun habt. Und da könnt ihr die was tun. Und feiert keine Corona-Partys, wie es hier im Chat berichtet wird, dass ein paar Leute das gerade sehen können, dass in ihrer Straße sowas läuft. Ja, feiert keine Corona-Partys. Höchstens virtuell hier. Ja, das tun wir ja gerade. Genau. Vielen Dank, Basti. Bist du heute Abend dann noch dabei, wenn wir spielen? Oder bist du noch wieder weg? Ich bin wahrscheinlich dabei irgendwie, aber nicht komplett, weil normalerweise ist das bei uns so, wir haben Samstags Rollenspielrunde, die fällt jetzt natürlich auch aus. Ihr habt mich wahrscheinlich am Anfang im Hintergrund auch schon immer lachen gesehen. Wir haben eben eine großartige Runde Cards Against Humanity Online gespielt. Also es wäre echt schade, wenn Basti jetzt diese Operation vorgenommen hätte nur für eine halbe Stunde. Es wäre mir sehr lieb, wenn er nochmal dabei wäre. Also genau. What you don't know about could kill you, Disco Fever. Ja, also das ist ... Oh. Sehr gut. Also ich bin noch mit dabei. Ich bin auch anschreibbar, aber unsere samstägliche, wöchentliche Rollenspielrunde sucht sich etwas anderes. Wir spielen gleich eine große Runde StarCraft. Aber ... Okay, welche Fraktion spielst du? Wichtig. Das ist eine gute Frage. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich darf es jetzt auch nicht verraten, weil die anderen hören mit. Deswegen ... Na gut, aber ich glaube, ich spiele Terraner, weil das sind die einzigen, an die ich mich noch erinnere. Das ist jetzt doch schon eine Weile her. Lame. Okay. Nein. Zum Eingewöhn. Ich will hier nicht deine Wahl bei StarCraft dissen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Auch einfach, weil ich habe es ja schon gesagt, du bist lustig. Ich fände, du wärst einen Beitrag dazu. Es wird so wahrscheinlich ohnehin schon chaotisch und anarchisch und lustig, aber ... Ich werde auch gerne weiter dabei sein, jetzt, wo ich vorhin stundenlang daran gearbeitet habe und sogar extra noch ein Kabel spontan zusammengelötet habe, was nicht zusammengehört eigentlich. Ja, ich habe ... Ja, der Fernmeldetechniker. Ja, eigentlich fehlte nur so ein blödes Mini-HDMI-Kabel und dann habe ich irgendwas zusammengebastelt und dazu muss ich erst mal den Rechner aufmachen und jetzt liegt die Festplatte gerade neben meinem Fuß. Also es ist alles sehr improvisiert hier, aber das gilt tatsächlich gerade, wie bei allen, wahrscheinlich für einen Großteil meines Lebens. Ja. Vielen Dank ansonsten, Basti. Borealis Verlag, wenn ihr reinschauen wollt, in ihren noch etwas improvisierten Online-Shop. www.borealis-verlag.de Ich habe gerade schon von Patrick gelesen, der hat Interesse an Milan. Ich schreibe dir dazu was. Vielen Dank. Gut. Und ja, Nordkorn ist ja natürlich auch noch fraglich, ob da was stattfindet, aber was die angeht, hätte ich mich nämlich auch gerne an den UWAG-Verlag gewendet, wenn das passiert. Das werden wir erst noch sehen müssen. Mal schauen. Also das ist überhaupt kein Problem, wenn der Nordkorn stattfindet, haben wir da ja ein Zelt. Da ist genug Platz drin, auch noch ein, zwei andere Verlage mit unterzubringen. Super, weil nur für ein, zwei, drei Bücher oder ein System extra Stand zu holen, dass das haltet wird. Nö, das kriegen wir hin. Super. Leute verbandet uns. Wir beteiligen uns dann natürlich auch an den Standkosten. Ja, mal gucken. Alles klar. Super, dann übergebe ich mich. Übergebe dich. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und wir wechseln weiter zu Katrin, die dazu gekommen ist. Hi, schön, dass das geklappt hat mit der Technik. Ja, hi. Und Katrin ist in ihrer Bar. Das ist schon sehr passend. Und Katrin ist die Chefin, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch diejenige, die die Idee hatte für ein Hotel. Ein ungewöhnliches Hotel hinter den Spiegeln in der Eifel, das sich an Nerds wendet und dementsprechend auch eingerichtet ist. Habe ich das korrekt zusammengefasst? Ja, prinzipiell schon. Obwohl Nerds im Moment, ja, im Moment habe ich jetzt gar keine Gäste mehr, logischerweise. Aber Nerds sind jetzt nicht unbedingt unsere größte Gruppe bisher. Leider. Aber ihr wendet euch an sie. Ich kann im Hintergrund schon eine kleine Feendrachin sehen, die mir sehr sympathisch ist. Das Plüschte habe ich auch. Sie ist so süß. Ja, und ihr habt gerade wahrscheinlich das Problem, dass alle Hoteliers haben, nämlich, dass niemand mehr kommt. Ja, niemand mehr kommen darf. Wir sind da geschlossen worden. Im Anschluss an das letzte Rollenspielwochenende. Also wir machen halt hier so Mini-Cons mit so 16 bis 20 Leuten. Ganz klein und gemütlich. Wahrscheinlich der Einzige, wer die das einzige Con mit Unterbringung in gemütlichen Doppelzimmern, im Doppelbett mit eigenem Badezimmer und halt richtige Hotelatmosphäre. Und wir hatten jetzt am letzten Wochenende hatten wir noch so ein Rollenspielcon, der ja gerade eben noch stattfinden durfte. Und dann haben wir montagsabends, dienstagsabends war für mich klar, wir müssen zumachen. Mittwoch kam dann der Anruf vom Amt, dass wir uns auf jeden Fall dran zu halten haben. Hier fährt also auch wirklich das Ordnungsamt rum und kontrolliert die Einhaltung dieser ganzen Maßnahmen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass Sie dann letztlich gesagt haben, wir machen jetzt wirklich alles dicht, weil für uns wäre jetzt gerade die Saison losgegangen. Und wenn ich dann mit einem Gast hier gesessen hätte, weil sich keine andere mehr traut zu reisen, dann wäre es ehrlich gesagt noch bescheidener gewesen. Und so kann ich meine Energie wenigstens woanders reinstecken. Ja, und dass die Entscheidung einfach getroffen wurde, jetzt. Genau. Ja. Die Energie woanders reinstecken, genau. Weil ihr seid jetzt in der Situation, oder du bist in der Situation, dass halt keine Gäste, kein Einkommen, aber die Fixkosten sind da. Und du hast einen Patreon aufgebaut. Und ich bin neugierig, was genau ich mir zum Beispiel unter Bar Talks vorstellen muss, was da unter anderem eine Option ist, die man bekommt als Patron. Okay. Ich war jetzt irgendwie ein bisschen darauf eingestellt, erst mal noch was mehr zu mir in meinem Laden zu sagen. Dann können wir erst mal auch damit weitermachen. Ich war nur darauf neugierig. Ja, also ich meine, natürlich steht... Ja, nee, wir können auch mit dem Patreon anfangen. Überhaupt kein Ding. Ich habe halt wahnsinnige Unterstützung von meinen Rollenspielern gekriegt. Rollenspieler sind einfach die tollsten Menschen, die es gibt. Ich hatte das ja auch schon im Chat geschrieben. Lustigerweise, ich bin selber überhaupt keine Pen-Paper-Spielerin. Ich mache ein bisschen Laf, so dass mein Job dann immer noch zulässt. Und das ist es aber auch. Und es war halt letztes Wochenende, ich war schon ziemlich fertig mit den Nerven, weil ich im Prinzip so das Gefühl hatte, ich stehe jetzt am Ende meines Traumes, den ich hier seit sieben Jahren versuche zu leben. Und dann ist halt diese Idee gekommen, dass die gesagt haben, hey, wir wollen dir helfen, wir setzen irgendwas auf. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich hatte schon seit ganz lange die Idee, dass man ja so eine Art digitaler Bar Talk machen könnte, weil an der Bar sitzen und dem Barkeeper seine Gedanken sorgen und sonst was erzählen, ist ja nun auch so eine kleine Form von Therapie. Und die ist vielleicht gerade in Zeiten wie jetzt total nötig und total gut. Und da wir das ja nicht mehr in der realen Welt dürfen, könnte man das ja auch virtuell machen. Und dann hatten wir halt die Idee, diesen Patreon aufzusetzen. Und ich hoffe, dass ich die Technik hinkriege, dass wir bis morgen Abend das soweit haben, dass ich den ersten Bar Talk morgen machen kann, dass ich mich halt hier in meine Bar stelle und virtuell was zu trinken einschenke. Deswegen machen wir es halt auch direkt von Anfang an bezahlt, weil zum einen soll es halt so ein bisschen meine Kosten mit auffangen und zum anderen, wenn man jetzt in eine normale Bar geht und sich Drinks bestellt, das kostet auch Geld. Und dann hoffe ich halt, mich mit den Leuten, die dann auftauchen, über Gott und die Welt und alles Mögliche unterhalten zu können. Also ich kann auch über alles Mögliche, was man halt an der Bar so erzählen kann, erzählen. Ich kann euch ganz viele Whisky erzählen, ich kann euch Cocktails schenken, ich kann euch erzählen, wie ihr mit den drei Dingen, die ihr in eurer Hausbar habt, 15 verschiedene Cocktails kreiert. Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Okay. Gin, Rotwein und Mead. Gin, Rotwein und Mead. Ja, das könnte schwierig werden. Das könnte in der Tat schwierig werden. Aber vielleicht haben die anderen Leute ja ein etwas besser zusammen oder etwas passender zusammengestellte Sammlung an Alkoholiker als ich. Ja. Aber ja, genau dieses mit dem sagt mir, was ihr da habt und ich sage euch, was man draus machen kann, was tatsächlich dann auch lecker ist. Das fand ich ziemlich... Also ja, eine coole Dienstleistung. Ich erinnere mich, dass wir das irgendwann in der Situation hatten, irgendwie ganz eklektisch was eingekauft und da standen ein Haufen weißer Säfte und irgendwas auf dem Tisch und keiner wusste, was man damit tun sollte. Und dann haben wir festgestellt... Hallo, Nico. Und dann haben wir festgestellt, dass das tatsächlich eine Wissenschaft für sich ist. Ja. Wie das funktioniert. Und das meistens, wenn man einfach was zusammenkippt, das eklig wird. Ja, das stimmt. Ja. Und ganz kurz, wo Nico schon sich das Bild gelehnt hat. Hallo, Till. Oben ist Till aufgetaucht. Der hat zwar keinen Slot hier, Till von Dungeon Fog, aber er ist mit dabei. Es wird auch gerade im Chat festgestellt, oh, das Hotel ist bei mir. Ja, im Nachbarkreis. Wie komme ich da hin? Was passiert da? Nico meint, er muss unbedingt mal in das Firefly-Zimmer. Damit wäre schon geklärt, ihr habt ein Firefly-Zimmer. Wir haben ein Firefly-Zimmer, wir haben ein Harry-Potter-Zimmer, wir haben ein Babylon 5-Zimmer, wir haben ein Elfen-Zimmer, wir haben ein kombiniertes Star Trek, Star Wars, Stargate-Zimmer, und wir haben ein Neil Gaiman-Zimmer, wir haben ein Steampunk-Zimmer, wir haben ein Narnia-Zimmer, wir haben ein Doctor-Who-Zimmer und wir haben ein 1001-Nacht-Zimmer. Okay, das ist alles höchst sympathisch, vor allen Dingen. Firefly und Doctor Who. Ein Doctor-Who-Zimmer? Oh Gott, ich komme gerade zurück und habe einen Pizza geholt. Ein Doctor-Who-Zimmer, wie cool ist das denn? Ich habe auch gesehen, wie Patrick hochgeguckt hat, als er hörte, dass es ein Babylon 5-Zimmer gibt. Das ist das, was definitiv die wenigsten Leute irgendwie was mit anfangen können. Das Babylon 5-Zimmer? Ja. Ich kann ja leider nichts gegen, hallo Kamera, stelle mich wieder scharf, kann ich leider auch nichts gegen sagen, weil ich zu den armen Leuten gehöre, die nicht rechtzeitig Babylon 5 geguckt haben. Und du offensichtlich schon, oder hat dir jemand anders die Idee, diesen einen Raum einzurichten? Nee, die Ideen sind alle komplett von mir. Also das gesamte Hotel ist mein Baby. Das ist alles auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mittlerweile zweieinhalb Angestellte, bei denen wir natürlich jetzt auch keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll. Das ist eigentlich, meine Angestellten sind meine größte Sorge, weil wir das hier schon so als Familienbetrieb empfinden. Also da eine Kündigung auszusprechen, ist auch der absolut letzte Schritt, den ich wählen will und an dem ich auch hoffe, irgendwie vorbeikommen zu können. Aber mit diesen ganzen schönen Versprechen von Kurzarbeit, da ist halt bei dem, was in der Gastronomie verdient wird, ist mit Kurzarbeit nichts auszureißen, zumal die eine von den beiden Angestellten noch eine Auszubildende ist. Ja, das ist natürlich auch, wie lange kann man das irgendwie strecken und wie lange kann man versuchen, das aufzufangen? Weil es ist ja auch, das Frühjahr ist ja ohnehin eine ungünstige Zeitspanne, weil im Winter, wenn man nicht gerade in einem Skigebiet sitzt, ist das Jahr dann eher nicht so die Saison. Ja, also bei uns ist die Situation schon ganz krass so, dass jetzt dieses Wochenende wäre die Saison richtig losgegangen und ich muss dann von jetzt bis Oktober mein Geld verdienen und mit dem Geld dann irgendwie über den Winter kommen. Und wenn von dem Geld jetzt vier Monate wegbrechen, dann kann ich spätestens im nächsten Winter den Laden dicht machen, weil man muss ja halt in sechs Monaten das Geld verdienen, was für die anderen sechs Monate reichen muss. Wenn von den sechs Monaten was wegbricht, dann haben wir ein ganz massives Problem. Das geht ja nicht nur mir so, das geht ja unzähligen tausenden Kleingastronomen in Deutschland so und ich hoffe wirklich, dass da von Seiten der Politik noch irgendwas passieren wird. Aber nichtsdestotrotz will ich mich darauf halt nicht völlig verlassen, sondern muss eben auch proaktiv das selber machen, was mir im Moment auch total viel Energie und Mut gibt. Also die Unterstützung, die ich da von Seiten meiner Rollenspiele erfahre, ist einfach gigantisch. Ich habe jetzt schon auch so ein bisschen den Traum, dass das Hotel dafür dadurch vielleicht unter Rollenspielern noch bekannt ist. Deswegen bin ich euch auch so dankbar, dass ich jetzt hier sein darf, weil ich habe also im Moment, würde ich sagen, immer noch so 85 Prozent normale Gäste. Also einfach nur Leute, die hier wandern, Radfahren, sich erholen kommen, die mit dem Thema eigentlich nichts anfangen können. Und da habe ich dann auch schon mal so Frauen, die irgendwie aus dem Star Trek-Zimmer runterkommen und sagen, das ist doch ein sehr männerorientiertes Zimmer, da kann ich aber nicht viel übernachten. Also, das ist auf solch vielen Ebenen falsch. Genau. Ja, ja, ich kann verstehen, ich kann verstehen, was du meinst. Wenn dann andere Leute wahrscheinlich, die dann an so Rollenspiel-Wochenenden kommen, dann aus dem Zimmer runterkommen und sagen, Ja, und deswegen, je mehr Rollenspieler ich nach hier kriegen kann, desto toller wäre es natürlich. Ja, das heißt, diese ganzen verschiedenen Räume, die elf Zimmer, wenn das alles auf deinem Mist gewachsen ist, das sind die ganzen Sachen, die dich selber auch begeistern und die dich geprägt haben quasi. Nein, nein, also es sind auch ein paar Sachen rausgefallen, weil ich absolut keine Idee hatte, wie man sie umsetzen konnte. Also wir haben eigentlich am Anfang eine ganz lange Liste gemacht mit Themen, die ich gerne drin gehabt hätte und dann haben wir halt geguckt, was ist denn davon realistisch umsetzbar und da sind dann ein paar Sachen rausgeflogen und jetzt stehen wir natürlich schon da dran, also es gibt jetzt schon wieder das ein oder andere Thema, da würde ich ja gerne ein neues Zimmer nach einrichten. Okay, jetzt bin ich neugierig, was für Themen waren denn nicht umsetzbar? Ich hätte, also eines der Bücher, die mich am meisten geprägt haben und wo ich unglaublich gerne ein Zimmer zu gemacht hätte, wäre die Unendlich Geschichte. gewesen und da ist mir halt nichts so eingefallen, wie ich das hätte machen sollen. Ja, ja, zu viel. Man kann, man kann nicht in einem Zimmer dieses ganze Buch darstellen, das verstehe ich. Also wir haben das schon bei Narnia, habe ich so gelöst, Narnia ist unsere Street und man hat halt, das erste Zimmer ist so ein bisschen dieses englische Schlosszimmer und dann kommt man halt durch eine Tür dann in eine Winterlandschaft. Nico hat ne Idee. Du könntest, ähm, die Szene, wo, ähm, Adrio auf dem Gmorg trifft, der ist ja in dieser Stadt mit den Verrückten, wo der ganze Reise an die Wand gemalt ist. Du müsstest natürlich ganz viele Wandbilder haben, die in so, in so Alkoholen sind. Als du Adrio sagtest, dachte ich, du schlägst jetzt ein Zimmer vor von Pferdekopf aus dem Boden gehackt. Nein, aber das würde die ganze, die halbe Story des Buches immer hängen. Das stimmt, ja. Und in einem Alkohol sitzt halt der Gmorg. Und in einem Alkohol sitzt der Gmorg und alle Leute bekommen Albträume. Und dann verstehen sie natürlich, dass das Buch ist. Nicht das Buch ist, sondern im Buch. Nein, da schlafe ich doch nicht. Ein bisschen aufwendig, ich weiß. Ähm, ja. da schlafe ich doch nicht, das habe ich eigentlich am meisten beim Dr. Who-Zimmer, weil die wenigsten wollen irgendwie unter Bildern von Weeping Angels schlafen. Ich kann verstehen, da liegt man die ganze Nacht waff, mit offenen Augen und traut sich nicht. Dann blink. Blink your dad. Oh Gott. Das ist so irrsinnig sympathisch. Also, bist du, was war zuerst da? Hast du gesagt, ich habe, ich will wirklich unbedingt sowas umsetzen und hast dann quasi Gastwirt und alles da reingearbeitet oder warst du das unbedingt und hast irgendwann beschlossen, das kann man einfach verbinden? Äh, ja. Also, ich bin in Erstausbildung Ethnologin, Soziologin und Historikerin. Yay! Wo hast du studiert? In Köln. In Köln. Und habe dann am Ende meines Studiums gedacht, was mache ich denn jetzt? Mhm, wie die meisten Leute, die so eine Kombination studiert haben, so wie ich. Genau, und da mir es immer super viel Spaß gemacht hat, in der Gastronomie zu arbeiten, habe ich dann einfach eine Ausbildung als Hotelkaufrauf angehängt und habe dann ein paar Jahre in der Hotellerie gearbeitet und habe jedes Mal nach einer viel zu langen Schicht abends in der Kneipe aufgeschrieben, was ich alles anders machen würde und was ich alles für bescheuerte, kreative Ideen habe, die sich in der Kettenhotellerie nicht umsetzen lassen und dann habe ich halt irgendwann haben mein Mann damals und ich haben dann so ein bisschen darüber nachgedacht, dass wir halt gerne doch Eigentum kaufen würden und dann surft man schon mal so betrunken auf Immobilienportalen und dann haben wir festgestellt, also ich bin gebürtig aus Aachen, also gar nicht so weit weg von hier und dann haben wir festgestellt, oh guck mal, wenn wir in die Eifel zurückgehen, dann können wir uns ein ganzes Hotel kaufen von dem, was hier in Berlin eine Eigentumswohnung kostet und ich behaupte immer, ich war dann von dem Tag an, wo wir das beschlossen haben, bis zur Unterzeichnung beim Notar irgendwie getrunken. Das ist, also ich muss auch sagen, das ist bemerkenswert. Ich glaube, viele Leute haben so einen Moment, wo sie sich sagen, das wäre doch ein Lebenstraum, das könnte man mal machen und schauen sich dann an, was möglich ist und dann sagen sie, ja, aber nee, das ist mir zu unsicher. Ja, und ich habe da nicht diese Sperre, also ich habe da überhaupt nicht dieses, aber tu doch mal, also denk doch da mal vernünftig drüber nach. Ich bin da so ein Typ, ich gehe dann und mache das einfach und das habe ich dann auch getan. Und das ist jetzt sieben Jahre her? Acht Jahre ist das her und seit sieben Jahren haben wir geöffnet. Wow. Als wir das Gebäude hier gekauft haben, das war so auf dem Stand der 70er Jahre geschätzt, seit den 80er nicht mehr geputzt worden und wir haben dann halt ein ganzes Jahr lang nur renoviert und saniert und nein, es gibt kein Jeff-Goldblumenzimmer. Also ich kenne die meine herrscht ja schon die Kissen dazu. Ja, wo wir sind bei betrunkenen Dinge kaufen. Manche Leute kaufen dann Jeff-Goldblumenkissen. Es ist eine Marktlücke, ich schwöre es dir, es ist eine Marktlücke ein Jeff-Goldblumenzimmer. Es wird auch im Chat gerade wild diskutiert, wie man ein unendliches Geschichtezimmer umsetzen könnte. Zum Beispiel ist im Dachboden, das Kippfenster lässt sich nicht schließen und es gewittert und regnet ein bisschen rein und man muss auf einer Matratze schlafen. Vielleicht sollte ich das reinsetzen als weiteres Ziel im Patreon. Wenn wir ja eine gewisse Anzahl Patrons erreichen, dürfen sich die Patrons gemeinsam überlegen, wie sie ein Zimmer gestalten und ich dekoriere ein Zimmer um. Dann wird es eine Mischung aus der unendlichen Geschichte von Jeff Goldblumen, wenn ich das jetzt gerade betrachte. Das wäre ja trotzdem ein besserer Film. Wenn Jeff Goldblumen in dem Film wäre, egal welche Rolle. Jeff Goldblumen als das Film. Jeder film wird mit Jeff Goldblumen besser. Jeff Goldblumen als Buchu. Oh Gott. Das wird immer bizarrer. Komm, Glückstrache, das passt. Er ist ein sehr verpeilter Glückstrache, das kann ich mir vorstellen. Jeff Goldblumen als Mordkin. Goldblumen als alles. Ich würde mir auch einen Film anschauen, wo er jede Rolle spielt. Goldblumen als die kindliche Kaiserin. Was? Oh Gott. Dann singt ihr so eine eigene Jazz-Version von Neverending Story. Ich bin dabei. Ihr wisst schon, dass ich das Kissen jetzt wiederholen muss. Du musst das Kissen wiederholen, ich verstehe. Aber ich sehe auch, dass wir im Chat jetzt gerade sagen, ich fühle mich so zu Hause und wo finde ich das? Und ich glaube, Patrick, Patrick Götz vom Urwerk Verlag verkündete gerade eben, dass er jetzt auch schon Patron ist. Ich glaube, das war direkt in der Folge nach seinem, als er hörte, dass es ein Babylon 15 gibt. Das ist korrekt, ja. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass die Sache ist, wie du schon sagtest, dass du lieber die Gäste hast, die diese Themen tatsächlich ansprechen, nur weil sie auch eine Community sind, das sie als Zusammenhalt haben. Und viele im Chat merken gerade, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich wäre da gerne. Ja, also ich glaube, ist es auch dann im Interesse von allen, dass es das auch noch gibt, wenn man die Chance wieder hat. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es dann auch so, dass man, wenn man auf verschiedenen Patron-Rängen ist, sich auch schon quasi Wünsche aussprechen kann für Räume, wenn man zu einem der Rollenspielwochenenden kommt und dergleichen, das heißt, so eine Art Vorwahlrecht bekommt. Genau, man kriegt auch die Termine früher mitgeteilt, weil, ja, in der Hoffnung, dass wir dann auch mehr Termine tatsächlich machen können, weil es läuft halt echt gut. Das war mir jetzt so ein bisschen, ich bin heute noch mal alle Anmeldungen durchgegangen und habe gesehen, dass wir für den Herbst im Prinzip schon fast wieder ausgebucht sind. Also eventuell nehme ich da noch einen vierten Termin mit dazu. Es wird auch gesagt, wie wäre es mit einer Orkenspalte Konne in dem Hotel. Es werden gerade sehr viele Vorschläge gemacht, was Zimmer angeht, mit Einbindungen von Jeff Goldblum und was man noch machen könnte bei euch. Also ist es auch bei mir so einzugewesen, irgendwie so dieses, das gibt es, da müsste man mal hin und es ist, glaube ich, ganz gut, einfach mal sozusagen den Ruck zu haben und zu sagen, dann machen wir das jetzt einfach mal oder versuchen das irgendwie hinzukriegen. Ich finde es aber immer noch lustig, dass du quasi Rollenspieler einlegst und dich an die gewendet hast und dass das so gut funktioniert, obwohl du selber keins spielst. Ja, das ist aber auch irgendwie, also alle meine Freunde sind Rollenspieler, fast alle. Ich koche dann halt einfach. Also es wäre auch doof, wenn ich mitspielen wollte, weil wer sollte dann kochen? Das heißt, aber der Funk ist bei dir nicht übergesprungen? Das ist faszinierend. Also ich habe es ein paar Mal versucht und es hat mich irgendwie nie angesprochen. Ich weiß nicht, ob es an den Systemen lag, ob es an den Spielleitern lag, aber ich bin auch kein Mensch, ich kann nicht gut still sitzen. Deswegen ist Lab halt meins und Tischrennspiel nicht so, weil da muss man ja stundenlang auf einem Stuhl sitzen und das ist nicht so ganz meine Welt. Du musst auf den Beinen sein und aktiv und wegen du? Ja, ich muss auf den Beinen sein und sitzen hat sich wie die Pest. Das liebe ich auch an meinem Job, dass ich halt kaum rum sitze. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sich dieses Hotel auch sehr gut für einen Lab eignet, zum Beispiel ein Doctor Who Lab. Ja, also die Idee hatten wir am Anfang auch mal, aber das Lab, also die Laber, die ich kenne, haben irgendwie alle abgelehnt und die meisten mit dem wunderschönen Argument, die Eifel wäre ihnen zu weit weg. Das fand ich immer sehr putzig, weil wir reden hier von Kölnern. Oh, okay. Also das ist jetzt nicht wirklich eine Distanz. Außerdem ist es schön, da euch in der Gegend. Und man kann uns sogar mit öffentlichem Nahverkehr erreichen, nur um das auch mal erwähnt zu haben. Man braucht nicht mal ein Auto. Wow. Was für die Eifel ja schon relativ selten ist. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht zwingend üblich in der Region. Wir haben eine Bahnanbindung. Ja. Die Eifel ist super. Die Eifel ist toll für Lab. Also hier sind genügend Laber, die gerne in die Eifel gehen würden. Möglicherweise kann sich das jetzt noch ändern. Aber ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das mit den Bar Talks läuft. Also wie viele Leute können dann gleichzeitig an einem teilnehmen? Ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Ah, okay. Ja. Du musst erst mal eine Umsetzung finden und mal schauen, wie viele Leute sich daran beteiligen. Ja, also ich will morgen den auch einfach erst mal öffentlich machen und ich nur für Patron. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Also ich meine, die einfachste Lösung ist halt, ich habe schon direkt gesagt, ich mache das halt so Camgirl-mäßig ohne Ausziehen. Also die einfachste Lösung ist, die Leute mir einfach nur ihre Fragen im Chat schicken in der Not und ich halt nur ein Bild von mir selber streame. Da müssen wir echt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Ich hoffe da auf tüchtige Unterstützung von, aus Seiten meiner Rollenspieler. Also wenn ich irgendeine Erfahrung gemacht habe, dann die, dass der Zusammenhalt in dieser Szene wirklich bemerkenswert groß ist. So sehr man sich teilweise darüber streitet, welches das beste Spiel ist, wenn irgendwie tatsächlich eine miese Situation auftritt, dann rücken die Leute zusammen. Das finde ich wirklich sehr angeblich. Also mich hat das auch völlig umgehauen, wie viel Unterstützung da letztes Wochenende gekommen ist. Also ich habe da ein paar Mal geheult, echt einfach aus Rührung und Wahnsinn. Das kann überwältigend sein. Ja. Aber es ist doch auch eine schöne Bestätigung. Also ich meine, du hast ein großes Wagnis eingegangen mit diesem Hotel und offensichtlich haben genügend Leute sich das für sich als Heimat empfunden, dass sie da auch wollen, dass es nicht verschwindet. Und ich glaube, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, viele Leute wie ich, die noch, wir hatten es vorhin in den Mülleimer gestopft, in den Papierkorb gestopft wurden, beziehungsweise im Klo gestopft wurden dafür, dass sie komisch waren und seltsame Dinge mochten, sind immer sehr dankbar für Orte, wo sie einfach willkommen sind und sich wohlfühlen können. Also selbst wenn ein Weeping Angel über dem Bett hängt. Ich unterstelle mal, dass wenn man Gastwirt ist, wenn man Hotelier ist, dass das auch ein Teil der, keine Ahnung, der Motivation ist, oder? Ja. Also die Motivation für mich ist auf jeden Fall die Begegnung mit Leuten, die Begegnung mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und deswegen eben auch jetzt diese Bar-Talks, weil ich das einfach liebe, mich mit Leuten in der Theke auszutauschen. Das ist eigentlich so einer der schönsten Aspekte des Jobs. Das fehlt dir jetzt wahrscheinlich auch arg. Das fehlt mir auch total, ja. Ja. Ich hoffe, also ich kann mir vorstellen, dass es dann, also es ist natürlich, die finanzielle Unterstützung ist absolut notwendig, aber dass es auch sehr hilfreich ist, was zu tun zu haben. Ja, auf jeden Fall. Weil ansonsten müsste ich den ganzen Tag Unkraut stechen, weil es dem Hotel gehören leider auch so dreieinhalbtausend Quadratmeter Grundstück, die quasi dreieinhalbtausend Quadratmeter Unkraut sind. Und jetzt liegen mir natürlich alle in den Ohren, jetzt hast du ja viel Zeit, dich um deinen Garten zu kümmern. Und ich denke mir immer, ja, aber deswegen mache ich das immer noch nicht gerne. Dann hoffentlich gibt es sehr viele Leute, die dann einen Bar-Talk sich buchen wollen. und die sozusagen das Vorwahlrecht sich raussuchen für Räume und dergleichen veranstalten wollen. Nico kommt und wir sollten wirklich mal drüber reden, in der Woche wir dann noch kommen machen können. Dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Also wenn ich das verstanden habe, ist, wenn alles gut läuft, ist der Herbst bei dir quasi gebucht von Leuten. Ja, und ich hoffe darauf, dass der Herbst auch wieder stattfindet. Ja, das hoffen wir alle, dass der Herbst stattfindet. Aber es hat jetzt gerade so viel irgendwie Begeisterung dafür gegeben, da eine Veranstaltung zu machen und einfach mal irgendwie auch ein Community-Treffen von Augenspalter TV und von den anderen Leuten, die hier sind oder sowas, da zu veranstalten und sich darum zu streiten, wer ins Babylon 5-Zimmer darf. Beziehungsweise sind das garantiert neu gegründete Jeff Goldblum-Zimmer. Das müssen wir klären. Also wir müssen dann einen Termin finden. Dipps auf das Harry Potter-Zimmer. Dipps, Dipps. Ich hätte gerne das Dr. Hu-Zimmer, aber das können wir alles noch klären. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und ich hoffe es wirklich, wirklich sehr, dass das hilft, dass das an irgendeiner Form dem weiterhilft. Wie sagte gerade jemand, Damianus, Maju, du hast es auf den Punkt gebracht, wie früher im Klo gebadet, hattest froh um jedes Lächeln. Also zu dem Thema. Es wäre zu bitter in jeder Hinsicht, wenn das irgendwie verschwinden würde, so eine kleine Heimat für verrückte Leute. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir haben ja auch im Shout-up-and-take-my-money-Video darauf aufmerksam gemacht. Wir haben jetzt öfter den Link hier reingepackt in den Chat und nochmal ganz zum Abschluss, das ist Kathrin vom Hotel Hinter den Spiegeln, die ihr jetzt auch auf Patreon unterstützen könnt, wenn ihr ihr helfen wollt, die Durststrecke mit ihrem Hotel zu überwinden und ihre Angestellten nicht gehen lassen zu müssen. Ich würde mich verabschieden, da du keine Rollenspielerin bist, wenn es nicht lau ist, wirst du wahrscheinlich nachher nicht dabei sein, davon gehe ich jetzt mal aus. Eher nicht. Und wünsche dir einen angenehmen Abend und einen guten Start in die Bar-Talks. Dankeschön. Ich bedanke mich. Euch noch viel Spaß. Dankeschön. Ich nutze die Gelegenheit, auch noch Leute zu begrüßen, die neu dazugekommen sind, auch wenn sie heute keinen Slot haben. Hallo Till, hallo Stoffel. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, schön. Danke für die Einladung. Ja, der Till aus Wien, der auch wahrscheinlich in der Wohnung einkasaniert ist. Ihr dürft nicht mehr raus, ne? Nee, wir dürfen auch nicht mehr raus. Wir sind ebenfalls einkasaniert hier in Wien. Ja, du, dein Hund, die Familie. Genau, zwei Karten. Bitte zähl gleich mit. Genau, das ist die Frage, würdest du nachher mitspielen? Hast du die Zeit dafür? Ja. Dann, bevor wir an die Stefanie weitergeben, mit der wir dann auch noch mal über Hörspiele reden und Entertainment aufs Ohr, kurz die Frage, was würdest du für einen Charakter mitbringen, Till? Ich glaube, ich würde gerne einen einen Otter-Win mitbringen, denn ich bin von Geist Glenders eingeladen worden, ab nächster Woche mitzuspielen in einem Stream bei ihm und der spielt einen Otter. Also dort spiele ich einen Otter und ich habe mir gedacht, das wäre eine ganz praktische Gelegenheit, das aufzulernen. Aha, Guy lädt dich in seine Streams ein. Oh, ja. Schön. Ich bin gespannt auf Otter. Ich weiß nicht, kennst du die, die gab es vor ewigen Zeiten, wie hieß es, es gab da diese Romane mit einem begifften Typen, der in einer Fantasy-Welt landet, wo er mit seiner Musik die Welt verändern kann und er trifft einen intelligenten Otter. Wie bitte? Ja, das gibt es wirklich. Das denkst du dir gerade aus? Nein, das denk ich mir nicht aus. Weil die Magier in dieser Welt wollten die mächtigste und wichtigste Person, die weiß, wie das Universum funktioniert, aus der realen Welt beschwören und haben deswegen nach einem Ingenieur gesucht, aber gefunden haben sie einen Facility Engineer, also einen Putzmann. Okay. Apropos Putzmann. Apropos Putzmann. Du hast das hier liegen lassen. Ich habe mir die Schokolade liegen lassen. Das ist natürlich tragisch. Gut, Till spielt einen Otter. Ist der Stoffel nachher auch dabei? Zumindest zuhören, ja. Zumindest zum Zuhören. Hallo, das vorhin erwähnte Bindeglied, das mehrere Leute hier auch zusammengebracht hat, unter anderem uns. Oh, ihr habt mich erwähnt vorher? Wir haben dich erwähnt, ja. Dein Name ist gefallen. Das passiert komischerweise immer öfter. Verwundert mich immer mehr. Hoffentlich ist es ein positives Verwundern. Es wurde nämlich auch im positiven Zusammenhang genannt. Ich kenne Stoffel nicht. Stellst du ihn trotzdem noch mal kurz vor? Stoffel. Hallo, Stoffel. Stoffel hängt mit mehreren Netzwerken, was Rollenspiel Online und Streaming und dergleichen angeht, zusammen. Und er ist auch ein Bindeglied gewesen, der auf uns zugekommen ist, was Penel-Paper-Type und dergleichen angeht. Ich mache gerne viele Fässer auf und kriege sie dann einfach nicht mehr zu. Das ist eine sehr allgemeine Beschäftigung. Aber in dem Fall sorgst du dafür, dass eine Menge Leute miteinander reden, die es vielleicht sonst nicht täten und Sachen miteinander unternehmen. Du bist ein Facilitator sozusagen. Ich dachte, ich bin Tierpfleger. Das auch. Was natürlich extrem cool ist. Ich bin ein bisschen neidisch. Für wen bist du denn zuständig? Das Thema hebe ich mir gern für morgen auf. Das hebst du dir für morgen auf. Okay. Wir reden morgen über Tiere und Pflege und was du alles machst. Dann würde ich jetzt zum letzten Slot für heute übergehen mit der Steffi Zahne, mit der Steff Z. Hallo, Steffi. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Ja, und mit der Steffi habe ich zum Beispiel auf der CCXP letztes Jahr auch schon ein sehr cooles Internet geführt, zu dem, was sie so ein Internet geführt hat. Habe ich das gerade gesagt? Wir streamen seit halb fünf. Ich bin langsam echt durch. Ein Interview geführt, wo wir halt eben über Communityarbeit und dergleichen geredet haben. Und du bist vor allen Dingen sehr aktiv darin in jeglicher Hinsicht in der Produktion von Unterhaltung zum Zuhören. Du produzierst Hörspiele. Genau. Und eigentlich mache ich auch nichts anderes, wirklich. Also das ist schon das eine Ding, was ich, also was wir auf unserem Kanal machen, ja. Und wo ich auch tatsächlich die Ehre habe, immer etwas verpeilt und hoffentlich nicht zu spät meinen Teil einbeizutragen für Malachit und Materialchen. Wo ich eine, das spielt in den dunklen Zeiten von Das schwarze Auge, wo ich eine, ja, eine reiche Dame spiele, die die Gönnerin von jemandem ist. Da kann ich immer, äh, meine Arroganz mal ausleben. Ja, wunderbar gesprochen auch. Ich mag die Rolle auch. Und das heißt, wir werden hier jetzt nochmal über ein paar Sachen reden, über die wir schon geredet haben, aber es sind ja hoffentlich neue Leute im Publikum, die davon teilweise noch nichts wissen. Das heißt, wir können darüber reden, wo man das findet, wie das funktioniert, wie man auf sowas kommt und wie man ein Team dafür zusammenhält. Weil du bist ja quasi die größte treibende Kraft, weil du schreibst und du produzierst die ganze Sache. Produzieren nicht ganz. Also, ich schreibe es. Ich bin auch die Meisterin unserer Runden. Da sollte ich vielleicht mal von vorne anfangen. Also, unsere Hörspiele basieren schon auf unseren DSA-Runden, die allermeisten zumindest. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Und die Runde spielen wir. Das heißt, meine Gruppe ist eigentlich ja auch schon ein Teil des Teams, auch wenn die dann eigentlich nicht mehr machen, als das Ganze mit mir zu spielen, und dann auch mal Korrektur zu lesen und mal in den Skripten dann noch ein bisschen was zu ändern. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Heldenpicknick, die dann ja ihre direkte Runde aufnehmen, mache ich das so, dass ich das dann komplett neu schreibe. Also, ein komplettes Skript dann sozusagen auflege und das in eine Romanform umwandle, was wir gespielt haben. Wird dabei auch stark eingekürzt teilweise. Manchmal wird der Plot dann auch ein bisschen verändert, gerade wenn es ansonsten keinen richtigen Sinn mehr ergibt. Da wird auch mal was rausgekürzt oder ganz geändert. Aber an sich basiert die Grundgeschichte und vor allem auch die Charaktere auf der Runde, die wir gespielt haben. So, und wenn das dann geschrieben ist und von meinen Spielern sozusagen Korrektur gelesen wurde, geht es zu unserem Lektor, den wir ja... Also, wir hatten schon mal einen anderen Lektor zwischenzeitlich. Und als der aufhören musste, haben wir jetzt vor etwas über einem Jahr Jens mit ins Team bekommen. Und der macht das auch ganz, ganz klasse. Dann wird sozusagen von Jens das ganze Korrektur gelesen. Dann muss ich jetzt sagen, jetzt noch einen neuen Schritt noch dazwischen schieben. Dann geht das Ganze erst mal an meinen Mann Marcel, der die Spuren erst mal an sich zusammenschneidet. Und dann geht es an Nico, unseren Soundproducer, der auch schon seit inzwischen drei Jahren oder so was mit bei uns im Team ist, der wirklich weiß, was er tut, der Soundproduktion immer noch studiert, jetzt gerade halt an seiner Masterarbeit sitzt und deswegen auch gemeint hat, oh, ich schaffe jetzt nicht mal den ganzen Schnitt. Und deswegen ist mein Mann jetzt mit eingesprungen und versucht diese sinnlose, ewig lange... Oh Gott, ich glaube, das hört er gerade nicht. Dieses sinnlose... Ah, die stupide meine ich. Das ist ja nicht. Ah, diese stupide Schneidearbeit hat. Oh, er kommt gerade rüber. Nein, du machst einen tollen Schnuckel. Ja, das ist auch schön, die Gesichtsausdrücke von Robin zu betrachten, der die Kommentare zur Schnittarbeit generell hört. Ja, genau, aber jeder, der das schon gemacht hat, weiß, dass es lange dauert. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Teil des Ganzen. Ohne dem geht es nicht, aber es dauert schon. Ja, und es ist auch eine von diesen Arbeiten, wo man nichts nebenher machen kann. Also, wenn ich schreibe, kann ich Musik hören und bei vielen Bastelsachen oder sowas kann man sogar was im Hintergrund hören, aber wenn ich tue und schneide, dann ist nur diese eine Sache und das ist halt anstrengend. Und man muss bei jedem M dann erstmal anhalten und gucken und stippeln. Es sei denn, man hat es drauf und weiß schon genau, wie das M aussieht und kann es gezielt ansteuern. Aber das ist dann der nächste Level. Aber das heißt, das ist schon kein ganz so kleines Team und die Leute sind wirklich hartnäckig dabei. Habt ihr ein, also erfahrungsgemäß, jetzt mal vorsichtig gesagt, neigen Teams, wo die Leute das alles freiwillig machen und zum Spaß dazu, dass irgendwann Leute verschwinden, abspringen und dass Dinge halt eben nicht weiterlaufen. Was ist eure Geheimzutat dafür, dass das funktioniert? Also an sich passiert das bei uns auch. Also auch in unserer Spielerschaft beispielsweise gibt es den normalen, ja, Schwund, sag ich mal. Irgendwann spielen Leute dann auch nicht mehr mit, weil sie keine Zeit mehr haben, anderes machen müssen. Wir haben erst jetzt vor kurzem einen Ausstieg gehabt. Ich verrate mal nichts, weil es ansonsten ja dann schon... Damit dann wüsste, welche Figur verschwindet aus der Geschichte. Ganz genau. Aber da haben wir jetzt sozusagen auch... Das arbeiten wir gerade sozusagen da alles mit ein. In unserer allerersten Kampagne war das etwas unglücklich gelaufen. Das wird dieses Mal jetzt ein bisschen schöner laufen. Da ist dann auch in der Kür Acker-Kampagne Jerome, unser Jerome-Spieler, mit dem haben wir uns genau genommen eigentlich nur verkracht. Und dann sind wir getrennte Wege gegangen. So, dann war das aber schon der Plot für ihn. Also, sein Spezialplot war da schon voll angelaufen und alles. Und auch heute noch werde ich gefragt, was ist denn jetzt mit seinem Plot, der dann relativ spontan abgebrochen ist, auf sich hat. Und tatsächlich habe ich auch vor, das jetzt wieder alles aufzugreifen. Und das wird dann immer mal wieder ein bisschen jetzt in kommender Zeit auch wieder einfließen. Ich fühle mit dir. Wenn man ganz viel persönlichen Plot für jemand geschrieben hat, dann steigt die Person aus. Dann wird man aber manchmal auch unter Druck erstaunlich kreativ. Ja, also ist ja auch letztlich legitim. Und das ist ja auch eigentlich das Schöne am Meistern, dass man nicht alles vorgeben kann. Das ist das, weshalb ich lieber das tue, was ich gerade tue, als einfach einen Roman zu schreiben. Und aus der Ecke komme ich tatsächlich. Also ich schreibe schon, bevor ich schreiben konnte. Also meine Eltern haben mir das tatsächlich, ich erinnere mich da persönlich gar nicht mehr dran. Aber mein erstes Buch, was ich in Klammern jetzt geschrieben habe, war wohl im Kindergarten. Da habe ich Bilder gezeichnet und dann den Erziehern diktiert, was sie dazu schreiben sollen. Das heißt, du hast direkt den ersten Schritt übersprungen, das Selberschreiben, sondern du hast dir direkt Assistenten gesucht und diktiert. Genau. Und meine ersten selbstgeschriebenen Romane mit furchtbar schlechter Rechtschreibung und allem drum und dran stammen dann so zweite, dritte Klasse. Als ich auch dann selber schreiben konnte, habe ich dann auch direkt gleich damit angefangen. Und eigentlich immer, ich habe eigentlich nie aufgehört damit. Und inzwischen habe ich ein gutes Mittel gefunden und bin mit den Hörspielen da jetzt gerade sehr glücklich mit meinen Skripten, die ich da schreiben darf. Darf, als müsste dir jemand die Erlaubnis geben, den wir anzukriegen. Aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwie diesen Drang hat, das zu machen. Und wenn es halt eben quasi kein anderes Ventil gibt, wenn man nicht die Person ist, die das irgendwo anders hin irgendwie reinstecken kann, dann findet man eins quasi. Und hast du dann da irgendwie dann tatsächlich auch einen Ausbildungshintergrund oder in irgendeiner Form, was das Schreiben angeht? Oder ist das quasi wirklich nur die Leidenschaft, die über die Jahre hinweg hartnäckig sich gehalten hat? Also ich habe es wirklich einfach mein Leben lang schon gemacht, auch in Romanform, also auch in der Form, wie ich es jetzt mache. Da musste natürlich dieses Hörspielmäßige, das merkt man auch noch in der Kiaka-Kampagne, also in den ersten, unseren ersten Werken, unseren ersten Hörspielen, dass ich da mich erst mal in dieses Hörspielmäßige reinfuchsen musste. Wenn ich das heutzutage höre, dann denke ich mir jetzt auch, hm, 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 sagte der und der. Wo ich dann denke, ja, naja, man hat die Stimme gehört. Also wir hätten das jetzt nicht noch betonen müssen, wer das war. Also solche Sachen halt dann, die sich dann über die Zeit einfach entwickelt haben und dann angepasst haben. Ansonsten, nein, habe ich keinen passenden Hintergrund, Ausbildungs, ja, Hintergrund. Ich habe nur, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang eine Schreibwerkstatt in unserer Bücherei besucht, sozusagen, und war da dann auch sehr aktiv dann noch mit. Und, aber an sich habe ich erst Biologie auf Bachelor studiert und dann bin ich aus Lärm gewechselt. Ich bin gerade Lärmungsanwärterin. Ja, das ist sicherlich auch gerade eine ganz tolle Situation. Ja, also mich hat es auch ganz schön hart getroffen, weil ich einen halben Tag vor meiner Staatsexamensprüfung die Absage meiner Staatsexamensprüfung bekommen habe. Awww. Und, ähm, ja, das muss ich wahrscheinlich alles komplett nochmal neu schreiben und vorbereiten und machen, wenn es dann irgendwann weitergeht. Ohne jetzt zu wissen, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Ist gerade auch nicht so schön. Okay, das warst du jetzt gerade, um nicht durchzudrehen. Nur mal so ganz vorsichtig gefragt, weil ich würde das. Also an sich bin ich jetzt erst mal Ganztags-Mama. Also mein Mann arbeitet weiter und ich passe jetzt auf unsere Tochter auf. Und, ähm, ja, und dann versuche ich die Zeit jetzt tatsächlich mal ein bisschen zum Schreiben wieder zu nutzen. Ich habe jetzt seit Monaten nicht mehr geschrieben, einfach weil das Referendariat wirklich extrem stressig ist. Und jetzt auch noch kurz vor den Prüfungen und allem war da auch an gar nichts anderes zu denken. Und, äh, ich hatte Glück, dass ich in den Sommerferien gut vorgearbeitet habe. Davon habe ich jetzt tatsächlich die Monate gezehrt. Also, das ist furchtbar. Aber wir haben auch tatsächlich jetzt immer so zwei Monatsabstände gehabt. Normalerweise versuchen wir jeden Monat eine Episode rauszubringen. Das, ähm, hat jetzt in dem letzten Jahr in dieser Hauptphase meines Referendariats nicht so gut funktioniert. Das ist deutlich seltener gewesen. Und, ja, ich hoffe, dass ich jetzt schon wieder in der Zeit wenigstens zwei, drei Episoden vorschreiben kann. Wir sind auch im Spiel schon viel, viel weiter. Und das ist auch ein bisschen doof. Aber dafür fällt jetzt unsere Spielrunde aus. Und ich habe Zeit zum Schreiben. Von daher hole ich jetzt vielleicht ein bisschen auf. Kannst du wieder aufholen. Wie funktioniert das überhaupt? In welcher Form machst du dir Notizen? Oder wie hältst du diese Information nach, damit du dann überhaupt das dann nachschreiben kannst, Monate später? Wir machen ganz, ganz viele Notizen. Also, wir sind tatsächlich da. Jeder von uns hat ein wunderschönes Büchlein. Also, so ein hübsches... Ich mag so Paper Planks. Ja, ich auch. Ich habe den... Unglaublich hübschen Bücher. Wenn ich in der Rechts schaue, habe ich vier Calax-Regalfächer. Also, fast vier Fächer voll mit verschiedensten schönen Notizbüchern. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau. Und so was haben wir alle. Und da werden tatsächlich alle wichtigen, relevanten Dinge festgehalten. Also, teilweise, wenn es ein ganz, ganz spannendes, tolles, wichtiges Gespräch ist, so ein toller Dialog, dann sitzt man tatsächlich teilweise da, oh, warte, das muss ich jetzt aufschreiben. Noch wortwörtlich teilweise das Ganze noch mitzukriegen, weil man sich denkt, oh ja, das war jetzt gerade so schön, das möchte ich wortwörtlich drin haben. Manchmal nicht mehr. Das ist aber auch cool, dass dann die ganze Rollenspielrunde sich reinhängt in die Sache. Ja, die kennen das nicht anders. Das ist schon viele Jahre so. Setzt euch hin und spielt und seid Inspiration. Es wurde gefragt, ob es die irgendwie anders auch gibt, als nur auf YouTube, weil unter anderem gefragt wurde, ob man sie irgendwie auf CD bekommen kann oder sonst irgendetwas. Tatsächlich haben wir sie nur auf YouTube, vor allem auch wegen der Musik. Also, ich liebe die Musik. Wir haben auch sehr, sehr viel Erdensternmusik mit drin. Von denen haben wir auch die Erlaubnis bekommen. Also, mit denen habe ich auch da schon drüber geschrieben und so. Und da ist YouTube einfach noch die beste Möglichkeit, um das möglichst legal sozusagen da zu machen. Und wenn ich mal ein anderes Lied verwende, dann macht ja auch YouTube da einfach seine Werbung rein und sagt dann, hier, darfst du machen, aber wird für den und den dann zurückgelegt. Und ja, ja, macht ruhig. Und deswegen gibt es das tatsächlich nur auf YouTube. Ja, weil sobald ihr einen Datenträger presst damit, ist die Sache schon wieder ganz anders. Das verstehe ich. Aber wo du es gerade erwähnt hast, dann werden die Klicks, wird halt Revenue, die irgendwie da reinkommt, geht an andere Leute, macht schon. Ihr macht das nicht, weil ihr damit irgendwas verdienen wollt. Das ist für euch wirklich einfach nur, weil es Spaß macht. Ja, ganz genau. Also, dass ich sozusagen mein ewiges Hobby, das Schreiben sozusagen, da weiter ausleben kann. Ja, und ich, und den Zuspruch der Community, die Kommentare sind letztlich das, was dann einen ja auch motiviert und da hält. Und dann sowas wie hier jetzt, also auch mit euch darüber zu reden und sowas, das ist ja das, was einen dann freut, was einem das Herz aufgehen lässt und einen weitermachen lässt. Ja, ich fand das auch sehr angenehm, zum Beispiel auf der CCXP mit dir drüber zu reden, weil das eben dieses, das ist so Community-Arbeit, sage ich einfach mal, die wirklich einfach nur Selbstzweck ist. Wo man einfach nur irgendwie Leute verbinden und was machen will. Das war keine Frage, stelle ich gerade fest. Das war nur Lob, aber das kann man ja auch mal sagen. Mir wurde gerade geschrieben, ich darf dazwischenreden, wenn ich mich zum Thema kurz äußern dürfte. Oh ja, ja, selbstverständlich, Entschuldigung, ich habe es nicht mehr extra gesagt. Eine meiner ersten Aktionen war, da war ich noch, also war ich noch aktiver Zuhörer von StephZ, bin ich ja immer noch, aber hat eher so angefangen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will die auch als CD haben und so weiter. Und später hatte dann meine Freundin so eine Tony-Box mit diesen Figürchen, wo Audio abspielen. Ja, dann habe ich die Figürchen halt selber gebastelt und in den Chip das eingespielt und so weiter. Moment, was ist eine Tony-Box? Das ist ganz toll. Das ist eine Audio-Box für Kinder, wo halt keine CDs reinkommen, sondern Figuren, in denen in einem Chip die Geschichte oder das Lied oder so gespeichert ist. Okay, also so Living-Toy-mäßig. Ja. Ich habe keine Kinder um mich, ich kenne sowas nicht. Entschuldigung. Aber das kriege ich... Soweit ich weiß, StephZ müsste eine kleine Tony-Figur, die aussieht wie Ulrich, der Basilisken-Schreck von DSA, haben, auf der eben die eingesprochene Geschichte von ihr ist. Genau. Die Figur habe ich aus Fimo moduliert. Ihr seid Grund, also oder ihr seid Schuld daran, dass unsere Tochter auch eine Tony-Box hat. Ich weiß, ich habe auch noch ein paar Aufträge von dir, ich weiß. Okay. Du hängst wirklich in allem drin, okay? Ja. Das tut er. Auf können wir jetzt einigen. Ich fand's... Man hat das eben auch in dem Zoom-Chat geschrieben, oh, ich bin nicht der Einzige, der immer zu spät abgibt bei Stephanie. Ja, ich bin da chronisch schlimm drin. Aber diesmal habe ich es geschafft. Ja. Aber es war ja auch nur ganz wenig Text, diesmal ohne zu spoilern für meine Rolle. Ich hatte auch bis zum 29. Zeit und ich glaube am 28. liegen die E-Mail raus. Ach, ist alles in Ordnung. Man rett immer eh irgendjemanden hinterher. Ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Teil der Arbeit ist. Es werden Leute immer wieder anschlupft, du wolltest doch, hast du nicht, willst du nicht mal langsam hier XY machen? Oh Mann. Also inzwischen haben wir unglaublich viele, auch richtig tolle Sprecher. Also ganz am Anfang war das ja wirklich nur Freunde, die ich dann zu mir nach Hause gezerrt habe und vor das Mikro gesetzt habe. Anfangs war es auch noch ein Headset, bevor wir uns dann auch ein richtig tolles NTA 1 geholt haben. Also ein tolles Mikro, was wir jetzt auch noch haben. Und es war dann, es hat sich ja auch alles langsam entwickelt bei uns. Und jetzt ist das tatsächlich, die sind alle so verantwortungsvoll, die Sprecher. Und auch tolle Sprecher, also auch von der Plattform Hörtalk.de. Da sind jetzt auch viele neue Sprecher dazugekommen, die das auch mit tollen Geräten semi-professionell wirklich machen. Also die sind dann auch tatsächlich sehr verantwortungsbewusst in der Hinsicht. Was ist Hörtalk für eine Plattform? Also eine zur Vermittlung von Sprechern oder? Auch, genau. Also die machen auch ihre eigenen. Die haben auch letztens irgendwann mal einen DSA-Hörspiel gemacht, so irgendwas mit Facts. Und die machen sozusagen eigene Hörspiele und da sind auch ganz viele Hobbysprecher, die dann dort, ja, da kann man dann halt schreiben, wenn man Sprecher für Hörspiele braucht. Oder andersrum, Leute, die gerne sprechen wollen und können, die können sich dann dort halt in Projekte einwählen oder anschreiben oder so. Also, ja. Ja, okay. Im Chat Blindpirat 1138 Hust 1. März, war nur das Internet schuld? Ja, natürlich. Meine Tonaufnahmen hatte auch der Hund gegessen. Jedes Mal, wenn du mir hinterherlaufen musstest, damit ich sie noch irgendwann einreiche. Ich entschuldige mich hiermit dafür. Ich würde, bevor wir irgendwie hier das Ganze dann gleich übergehen lassen in das Let's Play, ganz kurz eine Frage, wie lange wir dann kurz Pause machen wollen. Hier ist nämlich das Essen angekommen und es wurde an mir vorbeigetragen. Sehr verlockend. Und wie wir das einsortieren wollen. Ihr seid ja noch nicht ganz durch. Wir sind noch nicht ganz durch. Wir machen dann um halb einen kurzen Break. Mach aus, mach wieder an, lass laufen, blend irgendwas ein, mach Musik an und dann starten wir um Viertel vor oder sowas wieder. Okay. Oder wie es den Leuten passt, die mitspielen wollen, wenn sie dann gehen. Pause war auch noch. Apropos Leute, die mitspielen wollen, bist du nachher mit dabei oder ist der Ganztags-Mama-Job noch? Nein, die schläft ja jetzt nicht. Die läuft, die schläft jetzt. Die schläft jetzt. Ja, ich denke schon. Okay. Ich denke schon. Was für einen Charakter können wir erwarten? Ich habe länger hin und her überlegt, aber denke, ich habe mich entschieden für einen etwas bekannteren Charakter aus der Kyraka-Kampagne und ich würde Chlorana, die hinterfotzige Schöne spielen. In einer Spezialversion für, also ich, ich kenne, wir kennen ja schon den, den Grundplot, den ihr habt und ich, ja, warte dann da, wo ich dachte, passt am besten dazu mit der Grundidee. Stopp! Ich hatte auch an Garret gedacht, aber, ja, so ein unbekannter Gang, da dachte ich mir, ach, Chlorana ist besser. Die kennen zumindest die DSALA. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Die hinterfotzige Schöne. Ein toller Titel, sollte sie sich auch irgendwie noch irgendwo anpinnen lassen, wenn sie es noch kann. Wir wollen nichts spoilern. Was wollte ich sagen? Genau, wir hatten im Discord, um das Ganze jetzt zu organisieren, kurz drüber geredet, was wir überhaupt spielen können, weil jeder was anderes mitbringt und dergleichen. Das heißt, es wird ein sehr, sehr, sehr bunter Mischmasch und du bringst einen einen DSA-Charakter mit und damit haben wir, glaube ich, langsam nicht nur mehrere große Rollenspiele abgedeckt, sondern alles, was man an verrücktem irgendwie Zeugs mit reinbringen kann, inklusive Ottern. Wobei natürlich bei mir auch weiterhin irgendwie die Frage im Raum steht, eigentlich hat es dich schon mal gefragt, warum DSA? das dann ist, wo quasi die ganze kreative Energie reingeht und speziell sogar in das dunkle Zeiten-Setting jetzt bei dem Hörspiel. Also es ist tatsächlich deswegen sehr, sehr lange Zeit nur DSA gewesen, weil ich bisher nur DSA gespielt habe und ein paar kleine Runden Shadowrun, die mich überhaupt nicht überzeugt haben. also ich bin tatsächlich nicht so lange, ich bin jetzt seit neun Jahren Pen-Paper-Spielerin und habe mit einer DSA-Runde gestartet. DSA war das eine, was ich eigentlich immer kannte und ich habe dann einmal die Welt kennengelernt und alles und bin auch niemand, wir spielen auch komplett, also ich meistere relativ regellos und es geht wirklich, da kenne ich einmal die Welt, da weiß ich einmal alles. Das war lange Zeit deswegen der Grund, dass es nur DSA war. Das weicht sich aber immer weiter auf. Also wir haben jetzt zu Halloween haben wir ein Cthulhu-Hörspiel als Special rausgebracht. Also unsere Specials, es werden jetzt auch mehr Specials kommen, die dann in verschiedenen anderen Szenarien spielen. Wir werden jetzt zum 2000-Abonnenten-Special haben wir einen Hexen. Das war genau die Frage gerade, was ihr für die 2000-Abonnenten plant. Ja, das war tatsächlich, also da haben wir tatsächlich ein Hexen-Abenteuer. Muss ich wieder Werbung machen? Nein, erstmal noch nicht, ich muss auch meine Prüfungen vorbeikriegen und wir spielen das tatsächlich auch erst nach meiner Prüfung, im Mai spielen wir das auch erst. Also vorher können wir es auch gar nicht rausbringen. Also die letzten 100 müssen jetzt erstmal im Mai noch getrosselt werden. Ach, nein. Ja, da hatten wir. Ach, Quatsch. Dann machst du die 2000 voll und dann sagst du halt ganz ehrlich, aus folgenden Gründen gibt es das erst ein Mai. Ich glaube, da haben alle Leute Rücksicht drauf. Da hatten wir bei den 1000 ja auch schon das Problem, da hatten wir uns im Gegensatz zu den damaligen 500-Abonnenten-Specials, was jetzt relativ überraschend kam, mir so, ach, Mensch, 500. Eigentlich könnten wir immer was Schönes machen. Eigentlich könnten wir mal ein Hörspiel-Special dafür machen, so extra nur dafür. Und dann haben wir dann erst, nachdem die 500 schon erreicht, war angefangen, überhaupt die Story und alles, die habe ich wirklich nur geschrieben, die haben wir zum Beispiel nicht gespielt, das ist der Bernflug. Habe ich wirklich damit dann angefangen und dann dachten wir uns bei den 1000, ah, da bin ich jetzt klüger und ich fange drei Monate vorher an. Wir haben dann das Abenteuer dazu auch vorher gespielt gehabt, das war der Kobold-König und dann, ja, da habe ich so durchgerechnet, wann es soweit sein müsste mit den 1000 und dann kam Stoffel. Und hat die Werbetrommel gerührt. Ja. Also es war ja eine Art, nicht Negativwerbung, aber wie bezeichnet man das? Es war im Rahmen von der Facebook-Seite DSA-Tube, wo ich quasi so, wenn ein Video rund um DSA auf YouTube hochgeladen wird, versuche ich es dort zu teilen. Und dadurch verfolge ich SteffZ viel und dann ist mir aufgefallen, Momentchen mal, ein Video von SteffZ ist auf einem anderen Kanal. Momentchen mal, es gibt mehrere Kanäle, die Videos von SteffZ re-uploaden. Und dann habe ich halt über diese Facebook-Seite quasi aufgerufen, hey, meldet mal fleißig diese Kanäle. Bisher haben wir jetzt keine von den Kanälen mehr gesehen und SteffZ hat in der Zeit relativ viele Abonnenten gewonnen. Ja, dann ist es auf einmal explodiert mit der Abonnentenzahl und dann haben wir die Tausend früher erreicht, als es geplant war und dann stand ich da, oh, jetzt bin ich doch noch nicht fertig mit dem Special. Ich war auch wieder zu spät gekommen. Ist ja auch krass, dass Leute dir den Content geklaut haben quasi. Ja, also es gab ungefähr drei, vier Kanäle, die meine Hörspiele wieder re-up-geloadet haben. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Ja, sie wurden gestoffelt. Ja, also es hat wirklich funktioniert, tatsächlich. Okay. Das ist Dex, unser ehemaliger Studiogueist, weil das Studium verlassen hat, sagt er, nach der Werbung sind es morgen dreitausend. Schauen wir mal, das würde dich etwas unter Druck setzen. Zwei Specials. Ja, da müssen wir gleich wieder was überlegen. Ja, noch ein anderes System oder so. Aber es werden immer dann Rollenspielsysteme sein. Also es wird nicht irgendwie mal, dass du quasi was schreibst, was nicht auf der Basis einer Spiel, also du hattest schon was, was nicht auf Basis einer Spielrunde war, aber das nicht auf Basis einer Rollenspielwelt ist. Doch, habe ich auch. Haben wir auch. Also eine eigene Geschichte, die wir auch viele Jahre bevor ich mit DSA, also mit Pen Paper angefangen habe, schon geschrieben haben. Das war ein Foren-RPG. Damit habe ich dann sozusagen, das war eigentlich mein erstes Rollenspielerlebnissen vor einem RPG. Animal Ex Machina habe ich auch bis zur sechsten Episode fortgeführt. Und dann war es einfach so, dass unsere DSA-Hörspiele deutlich, deutlich erfolgreicher einfach waren, sodass dann die gute Motivation dann sich eher auf das DSA verlagert hat. Und Animal Ex Machina jetzt gerade noch bis zur sechsten Episode. Ich habe es teilweise sogar schon bis zur elften Episode, glaube ich, geschrieben, auf dem Rechner liegen. Müssen nur durch Lektorat und alles durchgehen und die ganzen Sprecher ran und so. Ich habe ganz, ganz fest vor, das weiterzuführen. Das war jetzt das stressige letzte Jahr. Weil auch das hat inzwischen, ich weiß gar nicht, wo das jetzt steht, aber auch mehrere tausend Aufrufe jetzt. Also damals ist das halt mit, es war auch relativ am Anfang, mit wenigen hundert Aufrufen und so frustig hingekriepelt, wo ich gedacht habe, ach Mensch, DSA ist da deutlich mehr gefragt halt. Aber ich habe eigentlich auch vor, das nochmal weiterzumachen. Ja, so hat es ergeben, dass ich erstmal, auch von dem zeitlichen Aspekt her, ist ja doch viel Aufwand und dass es da jetzt eher bei unserer einen Runde hängen geblieben ist und die ab und zu mal ein Special reingeschoben, wie auch als hier, also schwarz vor der Lust haben wir ja gemacht, als hier, na wie hieß es, Wege der Vereinigung zum Beispiel rauskommen, da Leute mal ein Special zu machen und da haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir sozusagen immer so einzelne Specials teilweise mal mit reingeschoben dann. Okay. Ja. Also wer, wer, wer Stephanie unter Druck setzen will, mit den Abonnementzahlen, der geht zu Steff Z auf YouTube und macht da einen kleinen Klick. Da findet man das, was sie schreibt und das dann von einem Team und von einigen immer zu spät abgebenden Leuten wie mir zusammengestellt wird. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde jetzt die Pause einläuten, um mir ganz schnell etwas Nahrung zuzuführen und dann in so einer Viertelstunde, denke ich, können wir dann starten in das Rollenspiel. Ich würde dann kurz eine Einleitung machen und Ben hat sich schon freiwillig gemeldet, dass er den Staffelstab übernehmen würde. Das weiterreicht. Wir wollen die, die Spielleiterrolle auch weiterreichen. Das ist natürlich, beruht auf reiner Freiwilligkeit. Niemand wird gezwungen, aber es wäre schon cooler, wenn es mehr als nur zwei Leute wären, die sich es immer irgendwie alle zehn Minuten hin und her erreichen, sondern wenn jeder, der Bock hat, einfach mal irgendwie weiterspielen. Das wird etwas chaotisch, aber ich glaube, sehr sympathisch. vielleicht kannst du ja Musik oder irgendein Standbild in den OBS-Laden dann ausmachen und den hält wieder an, damit die Leute dabei bleiben, bis wir wieder da sind. Okay. Also ich würde jetzt nicht eine Viertelstunde lang nicht streamen. Ich unterbreche kurz den Stream, liebe Leute, damit mein OBS sich einmal befangen kann und dann gibt es einen Warte-Bildschirm. Lange Stream-Pausen. Senden ja ein falsches Signal und wir wollen ja noch weiter. Ja, ja, ja. Wir machen noch weiter. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben uns besser vorbereiten können, ich weiß, aber haben wir aber nicht. Ja, die Vorbereitungszeit war sehr beschränkt, möchte ich jetzt mal sagen. Ich finde es auch bemerkenswert, wie viele Leute sich dann gemeldet haben und mitgemacht haben und wie schnell das ging. Oh, jetzt fehlen noch 80 Abos. Tja, mal schauen. Gut, eben waren es noch über 100, ne? Sorry. Du mal hin. Gut. Dann sage ich erst mal vielen, vielen Dank an alle. Den Zoom-Chat muss ich dafür ja nicht zumachen, sondern ich werde nur kurz OBS ausmachen. Das heißt, alle, die hier zusammen schon abhängen, die bleiben einfach und im Stream sehen wir uns dann gleich wieder. Vielen Dank an alle, die jetzt schon dabei waren. Vielen Dank an alle im Chat und bis gleich.